Willkommen liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern zum Tag der Modellbahn. Der erste Advent ist rum und ich präsentiere euch gleich neben dem anspruchsvollen Programm, was wir heute vorhaben, nämlich 8 Stunden Modellbahn, meinen Spezialgast Hagen von Ortloff. Und Hagen hat den Tag der Modellbahn erfunden. Und das will ich jetzt wissen, wie das ging. Hallo erstmal, hallo liebe Zuschauer, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Es war etwa vor 10 Jahren, als ich mal so im Internet recherchiert habe, was gibt es eigentlich für Tage. Und da kommt ja sehr viel Witziges, sehr viel Sinnloses dabei heraus. Nur eines war nicht dabei, der Tag der Modelleisenbahn. Und da habe ich mir gesagt, den erfindest du jetzt, beziehungsweise den legst du jetzt fest. Und da habe ich dann relativ schnell mit den Verbänden, mit dem BDF, mit der MOBA, so einen Kontakt gefunden. Wie macht man sowas am sinnvollsten? Und dann wollte ich den auf den 1. Dezember legen, den Tag. Und da hieß es, nee, das ist der Welt-Aids-Tag. Das geht doch überhaupt nicht. Nein, das geht nicht. Der erfüllt dann sämtliche Gazetten oder die Fernsehsendungen und sowas. Und dann sind wir auf den 2. Dezember gekommen, weil mein Gedanke war, du musst das Thema Modelleisenbahn wieder mal in eine größere Runde werfen. Und wenn ich mir dann so vorstelle, in der Tagesschau, beziehungsweise in der Spätausgabe oder so etwas, wird dann kurz darauf hingewiesen, heute ist der internationale Tag der Modelleisenbahn. Und da dachte ich, das wäre richtig toll. Und so einen Tag musst du natürlich dann, das war dann mein Gedanke als zweites, ja ein bisschen mit Leben füllen. Und dann kam Gott sei Dank die Zusammenarbeit der Verbände mit den Vereinen zusammen. Und dann haben sich die Vereine zusammengetan und haben ein Programm gemacht am 2. Dezember. Und dann haben wir noch überlegt, der 2. Dezember fällt ja nicht immer auf ein Wochenende, was idealerweise der Fall wäre, sondern der fällt halt teilweise auch in die Woche. Und dann haben wir festgelegt, quasi die Woche vor dem 2. und die Woche nach dem 2. Dezember ist quasi die Fläche, wo wir offiziell den Tag begehen und feiern und Eisenbahn spielen. Eisenbahn spielen ist wieder das richtige Stichwort, liebe Freunde. Wir haben ja bereits das Studio vorbereitet, wobei wir das vertraute Studio verlassen haben. Wir sind umgezogen in ein Schloss, in den großen Schlosssaal der Stadt Blankenhain. Ja, und wenn Sie jetzt fragen, wo ist denn eigentlich Blankenhain? Haben wir was vorbereitet? Also, wir sind zwei Stunden, dass der Christi weder, was es etwas zu spätzt ist. Musik Musik Sie sehen gerade, wir haben einen dritten Gast dazu, ein Gesprächsgast. Eben saß er noch hinter seinem Schreibtisch und hat die Geschicke der Stadt regiert. Jetzt sitzt er bei uns hier im Schloss, der Bürgermeister der Stadt Blankenhain, Jens Kramer. Herzlich willkommen in der Sendung. Schön, dass Sie da sind. Ja, die Stadt Blankenhain. Ich habe mich mal schlau gemacht, wie man das immer so macht vor einer Recherche. Sechseinhalbtausend circa Einwohner. Genau. Und ja, Sie selbst sind Bürgermeister seit 2018, wenn ich richtig... Seit 2018, genau. Seit 2018. Jetzt müssen wir ja mal die Verbindung zur Modellbahn herstellen irgendwie. Jetzt kommt die Fangfrage. Also viele sagen, Gottes Willen, das habe ich nicht. Hatten Sie mal eine Modellbahn? Ich hatte tatsächlich eine. Bei mir wecken sich da auch so Kindheitserinnerungen, die da so ein bisschen einhergehen damit. Ich habe, glaube ich, mit sieben Jahren eine Modellbahn bekommen, die mein Vater schon als Kind genutzt hatte. Und da leuchten natürlich Augen auch um die Weihnachtszeit herum. Die ging dann bis Januar dann hinein. Ich habe viel damit gespielt, muss ich sagen. Konnte das aber meinem Kind nicht irgendwo vermitteln. Durch die technisierte Welt, sage ich mal, hat er ganz andere Interessen. Aber ich war damals sehr fasziniert. Also, das kann ich mir vorstellen. Das waren wir alle, Hagenbrüder sicherlich auch, oder? Ja, natürlich. Ich wollte mit fünf Jahren Lokführer werden, Dampflokführer. Bin es dann nicht geworden. Aber zu der Zeit, Mitte der 50er Jahre, wollte jeder zweite Junge Dampflokführer werden. Genau. Und 40 Jahre später wurde wieder eine Umfrage gemacht. Und da war der Beruf Lokführer nicht einmal unter den Top 40 Wünschen. Das heißt also, die Welt hat sich ein bisschen verändert. Die Stadt Blankenhain heißt auch Lindenstadt. Ja, das stimmt. Warum? Das stimmt. Also, wir sind eine sehr grüne Stadt, mitten im Herzen von Deutschland. Also, quasi, kann man sagen, in der Mitte. Der Mittelpunkt. Wir haben über 2000 Bäume, die hier wirklich im Stadtgebiet stehen. Und davon sind 258 Bäume, glaube ich, Linden. Und deswegen dieser Beiname Lindenstadt, der sich dann mit den Jahren so ergeben hat. Also, Linden gibt es genügend? Linden gibt es genügend. Bahnhöfe? Hatten wir tatsächlich. Allerdings nicht mehr. Okay. Da müssen wir, glaube ich, auch erst mal in die Geschichte zurückgehen. Ich denke, wir arbeiten uns jetzt mal in der Geschichte ein, liebe Freunde. Und Blankenhain hatte tatsächlich mal einen Bahnhof gehabt. Und Blankenhain liegt ja ziemlich an der Strecke Weimar-Kranichfeld. Und über Bad Berger gab es dann eine Stichbahn nach Blankenhain. Ich habe gesagt, Blankenfeld gesagt. Nein, Blankenhain. Und diese Strecke wurde, ich muss jetzt auf meinen Spickzettel gründen, 1880 bzw. 1882 gegründet. Da bekam nämlich dann die Bahn, das Bahnkomitee, so hieß es ja früher, mit zwei E hinten dran, gegründet. Zwei Jahre später bekam sie die Erlaubnis, eine Bahn zu bauen. Und man höre und staune, fünf Jahre später war das Ding fertig. Ist ja undenkbar heute, oder? Ja. Wollen wir mal ein bisschen... Aber damals war die Zeit natürlich auch, es war eine Aufbruchzeit. Jeder wollte eine Eisenbahn haben. Es ist ja auch schon verhältnismäßig spät. Die Eisenbahn fuhr zum ersten Mal in Deutschland 1835, unterdessen sind wir 50 Jahre später. Das war die Zeit, wo die kleineren Städte auch versuchten, an das Bahnnetz angeschlossen zu werden. Denn wer nicht am Bahnnetz war, war abgehängt. Das war so eine Geschichte. So, da haben wir natürlich ein ganz tolles Bild von der Eröffnung der Eisenbahn. Ich muss es mal sagen, Bad Berger-Blankenhain mit Zweigbahn Bad Berger-Tannroder. Da ist es so und da gab es auch einen ganz tollen Spruch, Eröffnungsspruch und der klang schon etwas skeptisch. Stimmt's sagen? Ja, ich weiß es nicht, ob das nur eine Höflichkeit war oder sowas. So, willst du ihn vorlesen? Sollte ich ihn vorlesen? Ah, du bist dran. Das ist der Großherzog Karl Alexander und der sagte zur Eröffnung, die Eisenbahn möge der Stadt Blankenhain den gehofften Segen in reichem Maße bringen. Ja, und der hat es ja mal auch gebracht, aber nicht ewig lange. Nicht ewig lange, denn 1967 war Schluss. Und da gab es wieder einen Spruch, den habe ich auch hier auf meinem schlauen Zettel stehen. Ich fand den ganz lustig. Soll ich ihn vorlesen? Jetzt bist du dran. Jetzt ist er weg. Nein, hier auf der anderen Seite des Zettels ist es eine Live-Sendung. Wer heute mal nach Weimar muss, der fährt seit 1967 mit dem Bus. Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Ja, bedauern Sie es etwas, dass die Eisenbahn nicht mehr gibt? Wäre das heute sinnvoll für den Ort? Absolut. Also wir sind ja wirklich ländlich geprägter Raum, also mit 23 Ortsteilen. Da ist Infrastruktur immer ein großes Thema. Also die Busanbindungen gerade in unseren 23 Ortsteilen sind mehr als schlecht. Also da fährt ein Schulbus am Tag durch. Und die Leute wollen natürlich auch in den Zentren, also Erfurt, Weimar und Jena. Da wäre eine Bahnanbindung absolut super. Gut, dann gucken wir mal rein, denn die Bahnanbindung hat es ja gegeben. Wir haben in den Archiven gekramt, liebe Freunde. Es gibt wunderschöne alte Aufnahmen. Und Hagen hat da ja schon gesagt, die müssen unbedingt rein. Hier sehen wir zum Beispiel einen Zug an einem Abzweig nach Blankenheim. Der ist relativ lang. Hier kann ich den Bezug gerade nicht dazu bilden, aber es ist mal ein interessantes Bild. Es muss ein Ereignis gewesen sein. Aber die Schmalfilme, die jetzt kommen, sind ja viel interessanter. Die sind alle aus den 60er Jahren. Und da fangen wir gleich mal mit den ersten Filmeinspieler an. Es wackelt ein bisschen, aber das ist Bad Berger. Man steht auch dran, der Bahnhof. Und da hinten kommt dann auch gleich eine wunderschöne Lokgefahren. Warum die Leute hier anstehen, das war früher immer so, glaube ich. Immer. Ja gut, die sind alle Eisenbahngefahren. Da kommt schon eine Dampflok angedampft, Hagen. Und das sind ja immer die Bilder, die wir so mögen, oder? Ja, das ist traumhaft. Vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, das war ja nun keine bedeutende Strecke. Also, dass man da überhaupt gefilmt hat, das verwunderte mich immer wieder, dass man solche Bilder sieht. Das sind die 58, wenn ich das richtig sehe. Es ist einfach toll. Und man muss den Leuten, die damals Geld und Zeit investiert haben, wirklich ein Lob aussprechen, dass man ihr Material 50 oder 60 Jahre später präsentieren kann und eigentlich froh ist, dass es das überhaupt gibt. Diese Wagen garnituren sind ja auch ganz interessant. Ich meine auch interessant, diese Rauchentwicklung. Die Leute werden es nicht gedankt haben, denn mit Wäsche waschen und dann raushängen war wahrscheinlich nichts. Hier mal ein langer Güterzug auf der Strecke. Man kann bei diesem Rauch ja auch förmlich schon die Luft riechen. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich glaube, das ist die Ecke zum Schienenbecker. Da kommen wir auch noch dahin mit Schiebelock. Es war sehr bergig, was ja hier raufging nach Blankenhain von Bad Berger. Da musste also eine kleine Steigung überwunden werden. Sehr nostalgisch. Ja? Sehr nostalgisch. Ja, also es ist immer interessant. Also ich liebe ja auch solche Aufnahmen. Es kommen noch dann kürzere Aufnahmen hinterher. Hier sieht man, hier ist man auf der Strecke. Da gibt es dann, glaube ich, noch einen Blick auf diesen Aussichtsturm, den man, glaube ich, von der Straße aus immer noch sieht. Ganz kurz kommt er ins Bild. Ja, es gab ja auch Güterverkehr bis hierher in den Orts. Es gab ja auch eine große Firma, die hier beliefert worden ist, beziehungsweise. Ja, ja. War da mal Porzellanindustrie oder in Blankenhain? Ja, in Blankenhain hat eine große Porzellantradition. Also seit 1790 hat Christian Speck hier eine Porzellanfabrik begründet. Leider nur bis 2019, Anfang 2019, weil dann halt wirklich die Produktion unwirtschaftlich wurde und auch die Absatzmärkte fehlten. Was gibt es denn noch an nennenswerter Industrie in Blankenhain? Wir haben einen guten Mittelstand, also der sehr ausgeprägt ist, auch international, auf internationalen Märkten tätig ist. Und da ist natürlich Infrastruktur immer ein Thema. Also Autobahnanbindung und eine Zuganbindung wäre natürlich auch ganz toll. Das stimmt, aber gut, Autobahnanbindung ist ja eigentlich ganz gut noch hier. Das ist eigentlich noch ganz gut. Aber wie gesagt, Zug, da gebe ich Ihnen recht. Dann haben wir noch zwei andere kleine Clips noch mit vorbereitet. Die wollten wir Ihnen auch nicht vorenthalten, weil wie gesagt, das gehört irgendwie zur Geschichte. Hier kommt sie wieder gefahren. Aber das ist ein sehr kurzer. Es ist sehr interessant. Ausflügler, die da noch rumhopsen im Bild. Also Güterverkehr war auf der Strecke. Der Kronprinz hatte wohl ein bisschen recht, dass ein bisschen Vermögen angeschafft wurde in der Stadt. Aber es ist immer wieder schade, dass eben solche Strecken verloren gegangen sind. Ja, ich hatte gerade gesagt Schienenbäckerhaken. Und da hatten wir ja gestern auch ein ganz tolles Erlebnis. Ja, es gibt ja eine Bäckerei direkt in Berger, direkt an der Schiene, am Bahnübergang. Und du hast mich darauf hingewiesen und ich war ein bisschen früher da als die anderen. Da bin ich halt zum Schienenbäcker gegangen und habe, wie ich es so gerne mache, ein Stück Mohnkuchen gekauft und ein Cappuccino dazu getrunken. Das war wunderbar. Hier sitzt der Genießer. Ja, aber er macht ja nicht nur wunderbaren Mohnkuchen, was ich bestätigen kann. Sondern der Schienenbäcker, wir müssen mal ein bisschen, in Verwerbung ist es nicht, aber er macht eine Schienenschwelle oder Schienenstücke. Und die haben wir mal mitgebracht und wollen wir jetzt, bevor wir weitermachen, an alle Beteiligten hier im Studio verteilen. Alle ringsherum, die hier sitzen, die Sie jetzt leider nicht sehen können. Greift bitte zu, liebe Leute. Hier ist ein Stück Schienenschwelle. Ich halte es mal in die Kamera, mal sehen, ob sich jemand einfangen kann. So sieht das Gebäck aus. Also ganz, ganz zünftig, lieber Bürgermeister. Bitte. Langen Sie zu. Langen Sie zu. Die Mannschaft kriegt den Rest dann, wenn wir weiter sind. Machen wir weiter im Text. Ja, die Schienenstrecke hier nach Blankenhain ist ja nun, wie wir schon gehört haben, seit 67 Geschichte. Leider Gottes, müssen wir sagen. Aber die Strecke Weimar-Kranichfeld gibt es noch. Und die rückte im Jahre, glaube ich, 91 oder 93 irgendwann wieder in den Blick der Öffentlichkeit und vor allen Dingen in den Blick des damaligen Bahnchefs Medom. Dürr. Dürr. Entschuldigung. Dürr war damals noch. Der Herr Dürr. Und er stellte dort was ganz Kurioses auf die Schiene, nämlich einen zweiachsigen Schienen-Doppelstockbus. Die Baureihe 670, so wurde sie damals genannt. Wir haben ihn auch im Bild hier im Bahnhof Bad Berger. Aber da war auch ein großes Fest zur Einführung dieses Zuges. Und um diesen Zug ranken sich ja auch etliche Mythen und Geschichten, wie zum Beispiel, dass man also kaum mitfahren konnte, weil er so schaukelte. Ja, man soll, ich bin selber nicht mitgefahren, man soll ein bisschen seekrank geworden sein, wenn man oben saß. Aber man ist ja nicht nur in diesem Bus seekrank geworden. Ich erinnere mich an den IC2, als der eingeführt wurde, Doppelstockwagen. Die haben ja, glaube ich, das ähnliche Phänomen gehabt, dass die auch so geschaukelt haben. Da sehen wir das, dieses große Bahnhofsfest. Ich kann Ihnen versprechen, zum Abschluss kommt noch ein sehr, sehr interessanter, kurzer Film. Zu dem Bahnhofsfest, da haben wir auch noch was dazu zu sagen. Ja, dieser Bus oder Schienenbus ist hier auf der Strecke Weimar-Kranichfeld erprobt worden. Dazu gibt es auch ein paar Bücher, beziehungsweise ein Buch überhaupt über die Weimar-Blankenhainer Eisenbahn. Er erschien im EK-Verlag. EK-Verlag, habe ich nicht richtig gesehen. Wer also Interesse hat, diese Geschichte dieser wirklich sehr interessanten Eisenbahnlinie nachzuverfolgen, ist mit diesem Buch relativ gut bedient. Hier ist wirklich alles drin, was man sich vorstellen kann, alles, was hier gefahren ist. Und da gebe ich mir wieder das Stichwort mit dem T05. Ja, das ist ein Einzelstück. Nein, andersrum. Es war ein Triebwagen, der in der Vorkriegszeit in Uerdingen, glaube ich, gebaut worden ist. Ein Wismarer Triebwagen. Und ein Exemplar landete hier in den 50er Jahren, war es hier unterwegs. Genau. Da haben wir, glaube ich, auch noch ein Bild dazu. Wenn wir dann mal gucken, wir können aber dabei weiterreden. So, die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke war immerhin 50 kmh. Das war es damals schon in den 30er Jahren. Und das ist heute immer noch. Und heute fährt die Erfurter Bahn hier auf dieser Strecke mit dem RS1, mit dem Regul-Shuttle. Einteilig, aber zumindest schaukelt er nicht. Und er hat eine Toilette an Bord, was da die Baureihe 670 auch nicht hatte. Da ist er. Wunderschön. Die Züge durften allgemein bekannt sein. Gibt es auch als Modell, habe ich mir sagen lassen. Das war, glaube ich, Brava, hat die, glaube ich, aufgelegt. Ja, und wie gesagt, sind aber schon vergriffen. Es gibt dann auch noch zu diesem Film oder, sagen wir mal, diese Filmaufnahmen. Hier gibt es auch eine DVD, wo alle Sachen noch mal festgehalten sind. Und es gibt auch noch eine Geschichte zu diesem Doppelstock-Schienenbuster Baureihe 76, auch in einem Buch. Wunderschön, auch mit Abbildungen. Kann man die kurzlebige Geschichte eigentlich, muss man ja sagen, nachvollziehen. Denn keiner von diesem Wagen fährt noch. Das ist tatsächlich so, ja. Das ist tatsächlich so, ja. Die sind mal im Ausflugsverkehr gefahren. Ich weiß nicht, ob sie auf der Strecke, dass das gut gewesen wäre, kann ich nicht nachvollziehen. Aber immerhin, die sind mal erprobt worden, ohne Toilette und schaukelnd. Also das war sicherlich ein Erlebnis für die Reisenden damals. So, dann habe ich Ihnen ja versprochen, dass wir zum Schluss noch einen kleinen Film-Einspieler haben zu diesem Bahnhofsfest. Da ist es. Da gab es ja auch dann Eisenbahn-Enthusiasten. Die sehen ja auch, dass hier unheimlich was los war. Und er hat so bestimmte Augenblicke eingefangen. Und wir haben beim Ansehen des Films, sagen wir, was ganz Interessantes festgestellt haben, dass also die Dampflok, glaube ich, ein bisschen interessanter war. Etwas umlagerter war als der moderne Triebwagen. Ja, ja. Und die Dampfloks gibt es heute noch. Und der Triebwagen ist beinahe schon Geschichte. Der Bahnhof bei Ihnen im Ort ist auch Geschichte. Gibt es noch irgendwelche Erinnerungsstücke an die Eisenbahn? Ja, es gibt einen Bahndamm, der nach wie vor das Gleisbett irgendwo abbildet. Als Fahrradweg? Als Fahrradweg momentan genutzt nach Bad Berger. Der Bahnhof wurde zurückgebaut und auch abgerissen. Ich glaube, so um 1970. Also weit vor Ihrer Zeit. Weit vor meiner Zeit, genau. Und es gibt durchaus noch Enthusiasten hier in Blankenhain, die halt wirklich auch alte Stücke pflegen. Also quasi in der Waldstraße zum Beispiel steht ein altes Modell noch, was dann halt wirklich liebevoll gehegt und gepflegt wird. Also die Erinnerung ist noch vorhanden. Die lebt noch. Und wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass die Eisenbahn irgendwann wieder hierher kommt? Also ich persönlich würde es sehr begrüßen, würde es sehr hoffen. Ich schätze es aber durchaus als gering ein. Das muss man wirklich so konstatieren. Also mit dem Bau der B85, wo auch Busverkehr Richtung Weimar oder Rudolstadt genutzt wird, denke ich, ist die Chance eher gerendet worden. Ja, aber die Erinnerung, sie lebt. Die bleibt. Apropos Erinnerung, die bleibt. Spielt denn eigentlich noch jemand mit Ihrer Eisenbahn? Mein Vater. Immer noch? Mein Vater, der hat es nicht aufgegeben, quasi die Eisenbahn zu pflegen, auch aufgrund der Enkel und so weiter. Das war ja auch sein Kindes-Eisenbahn gewesen. Und er ist da wirklich ab und zu noch dran und pflegt die auch. Da haben wir wenigstens noch ein Stück Eisenbahn in Blankenheim vorhanden. Der Bürgermeister hat die Eisenbahn. Nun muss bloß noch die große Bahn kommen. Salopp gesagt. Genau. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank, lieber Jens Kramer, für dieses kurze, nette Gespräch um die Stadt Blankenheim. Ich hoffe, wir haben einige Zuschauer neugierig gemacht, hier durchaus mal vorbeizuschauen. Liegt an der Strecke, oder an der B85, wie er schon sagt, zwischen Weimar und Saalfeld, wenn ich mich richtig erinnere. Und liegt in einer wunderschönen Gegend. Und da werden Sie auch wunderschöne Geschichte kennenlernen und die Stadt Blankenheim ohnehin. Und wenn Sie aufmerksam durch die Straßen gehen, werden Sie vielleicht den Bürgermeister irgendwann mal treffen. In der Nähe vom Schloss. Genau. In der Nähe vom Schloss. Vielen Dank, Jens Kramer, dass Sie bei uns waren. Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann wieder. Vielen Dank. So, liebe Freunde, jetzt ist live zugeschalten Sebastian Fischer, der Geschäftsführer von Fischer-Modell, Kress und Gützold. Ist das jetzt richtig gesagt? Guten Morgen. Guten Morgen. Dank. Fast richtig. Also, Geschäftsführer von der Firma Kress, Elektronik und Fischer-Modell. Die Marke Kützold ist hier sozusagen integriert in die Firma Fischer-Modell und jetzt auch in die Firma Kress. Also, es ist eigentlich ein Gesamtgrundwerk. Alles klar. Dann haben wir das mal richtig gestellt und ich bin wieder auf dem Laufenden. Du hast ja schon ein bisschen mitbekommen, glaube ich, von dem Gespräch eben. Und wir hatten ja die Baureihe 670 angesprochen. Kannst du uns was dazu sagen im Bereich Modellbahn? Ja, das kann ich tatsächlich. Wir sind ja die Firma, die es in Spur TT zuerst gewagt hat, das Modell umzusetzen. Ist ja ein sehr interessantes Vorbild und ehrlich gesagt waren wir ein bisschen verwundert, dass das noch kein anderer vorher gemacht hat. Aber es ist auch nicht auf meinem Mist, hätte ich fast gesagt, gewachsen, sondern das hat sich noch Herr Köste und Herr Rasch, sozusagen unsere Vorgänger bei der Firma Kress, noch mit ausgedacht. Ja, und damit aufs richtige Pferd gesetzt, sage ich mal, aufs richtige Vorbild gesetzt, weil es wirklich ein sehr interessantes Modell ist und wirklich sehr gut nachgefragt wird. Und weil es in TT so gut angenommen wird, haben wir uns auch entschieden, das Modell auch in Spur H0 umzusetzen. Das ist ja nun schon etwas länger, aber es wird nun also bald Realität. Und zu den Hintergründen vielleicht, warum, wieso es jetzt einige Verzögerungen gab, können wir jetzt ja vielleicht auch nochmal kurz eingehen. Okay, wir haben ja auch noch ein Bild, du hast uns auch noch ein Bild mitgebracht, glaube ich, von der Baureihe 670. Ist das jetzt das H0-Bild schon? Ist das ein Handmuster? Ist das schon fertig? Leider nein, das Bild, wir können es jetzt ja mal gerne einwenden, das erste Bild. Das ist quasi das Vorbild, also nicht das Vorbild, sondern das ist das GT-Modell. Jetzt auch schon etwas versuchbar, sage ich mal, mit Passagieren an Bord, so wie es nicht standardmäßig ausgeliefert wird, aber in der Art wird es natürlich auch ein Handmuster. Das H0-Modell ist noch im, wie soll man sagen, im Prototypen-Vorsierensstatus. Die Werkzeuge werden nach und nach fertiggestellt, aber bis nun wirklich da ein häufiges Modell rausgeht, wird es noch Frühjahr 2021. Zumindest haben wir ja auch die ersten Baufortschritte schon in Leipzig, glaube ich, gesehen. Da hattet ihr ja schon mal die Karosse, wenn ich es so sagen darf, im Schaufenster liegen. Lieber Sebastian, es gibt ja noch viele Fragen, die die Zuschauer immer an uns herantragen. Und die erste Frage ist immer, wie geht das mit Cress weiter? Gibt es denn überhaupt noch Cress? Denn ihr wart ja sicherlich schon mal, sage ich mal, ein Jahr verschwunden irgendwie. Da sprichst du vielleicht, also die Firma Cress, da ging es eigentlich immer komplett stabil weiter. Also wir haben ja Anfang 2020 die Nachfolge angetreten von Herrn Köste und Herrn Rasch, haben zusammen mit Herrn Becker die Firma als Gesellschafter übernommen und dann auch als Geschäftsführer. Und das Geschäft stabil weiter am Laufen gehalten, trotz aller äußeren Umstände, will ich mal sagen, die Krisensichte hat ja nun etwas zugenommen. Zu den Vorgesellschaftern habe ich immer gesagt, sie haben genau zum richtigen Zeitpunkt alles sozusagen übergeben. Aber wir bereuen nichts, es ist alles gut. Drei Monate nach der Nachfolge ging ja sozusagen Corona los mit allen Einschränkungen, Lieferschwierigkeiten etc. Wir haben aber dann trotzdem gesagt, wir bauen eine neue Halle bei der Cress. Ja, wir können vielleicht mal das nächste Bild mit einblenden. Das zeigt nämlich jetzt sozusagen, dass wir diesmal nicht ein Modell als Neuheit sozusagen hatten in der Zeit, sondern wir haben ein echtes Vorbild sozusagen gebaut. Die linke Halle ist Cress, wie es noch Anfang 2020 aussah. Die Halle hatte 800 Quadratmeter und beinhaltete alles. Vom Werkzeugbau, Spritzguss, Dekorationsabteilung und halt Elektronik, weil die eigentliche Geschichte oder die Basis von Cress ist ja nun mal die Elektronikbestückung. Das auch für Industriekunden. Und als zweites Standbein wurde eigentlich dann erst vor vielen Jahren die Modellbahnproduktion mit hinzugenommen. Modellbahn besteht aus Kunststoffteilen und Elektronik und die mit viel Handarbeit montiert werden. Und wir haben Anfang 2020, als wir die Nachfolger angetreten haben, gesagt, okay, wir brauchen mehr Platz. Und auf der rechten Seite ist jetzt sozusagen das Ergebnis der letzten zwei Jahre, der letzten zweieinhalb Jahre, muss man sagen. Dann freuen wir uns natürlich mal riesig, dass es weitergeht. Und die nächste Frage ist ja logischerweise hinten dran. Wie geht es denn weiter bei euch jetzt in der Produktion an Modellen? Ist da noch irgendwas zu erwarten? Ja, definitiv. Also bei der Firma Cress gibt es jetzt kurz vor Auslieferung den Stettiner in Spur N. Das ist der VT137. Das müsste jetzt das Bild Nummer 6 sein, was wir mal einblenden könnten. Der ist ja auch schon etwas länger angekündigt, hat jetzt zwischenzeitlich auch nochmal eine Getriebeüberarbeitung erfahren, weil ein anderer Motor eingeplant wurde, sozusagen vor der ersten Auslieferung gleich nochmal den alten Antrieb überarbeitet. Und dass wir so jetzt sozusagen auf dem aktuellen Stand sind und uns freuen, dass es jetzt geplant vor Weihnachten mit den ersten Auslieferungen losgehen kann. Da sind wir nach wie vor optimistisch. Da werden wir alle freuen. Was kommt noch? Die nächsten Varianten, also genau vom Spur N. Also Spur N haben wir zuerst das Modell für die Deutsche Reichsbahn angekündigt in der Pore 3, das wo wir auch gerade das Bild gesehen haben. Und als weitere Deko-Varianten davon wird es gerade für DB-Bahner interessant den VT45 geben, sozusagen die Variante des Stettinas im Westen und den auch in Epoche 3. Und noch zusätzlich wird es auch eine Epoche 2-Variante geben, die sozusagen für den gesamten deutschen Bereich dann nutzbar ist und für alle Epoche 3-Bahner. Das ist für Cress, gerade was den Bereich DB angeht, eigentlich ein neuer Markt oder ein Markt, wo wir uns jetzt auch erst mal beweisen müssen, weil noch nicht so viele Kunden jetzt die Firma Cress im Spur N-Bereich für DB-Bahner kennen. Und hier wollen wir jetzt natürlich mit Qualität punkten und hoffen, dass wir da viele von überzeugen können. Das glaube ich gern. Die Bilder haben wir jetzt gerade auch alle gesehen. Die N-Bahner wird es freuen, glaube ich. Oder was sagst du, Hagen? Ja, ich denke ja, dass es die N-Bahner wirklich freuen wird, weil das was ganz Besonderes ist. Aber ich will gesagt, ich kenne mich in dem N-Markt jetzt auch nicht so sehr aus. Aber wenn ich die Bilder gesehen habe, habe ich gesagt, ja, sehr schön. Es ist ja immer so, liebe Freunde, egal was man macht, es wird sich immer einer benachteiligt fühlen in den Nenn-Baugrößen. Klar, die Spur H0 ist ja die größere Spur und auch die meistgekaufteste, glaube ich. Und dann geht es ein bisschen abwärts mit den Spuren. Und die kommen dann immer nicht so richtig vor und beschweren sich immer. Also, liebe N-Bahner, jetzt habt ihr keinen Grund, euch zu beschweren, denn das sind wirklich wunderschöne Modelle. Ja, lieber Sebastian, da danke ich dir, dass du so zeitig schon aufgestanden bist. Hat mich gefreut, danke für die Einladung. Wir bedanken uns bei dir, dass du uns kurz was zur Geschichte und dass es wirklich weitergeht, erzählt hast. Und über die Vorstellung der neuen Modelle. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Vielen Dank, mach's gut. Und wir sollten vielleicht noch eines sagen, den 470 in TT, den lassen wir nachher bei uns fahren. Ist richtig. Das, liebe Freunde, den sehen Sie dann auch noch in TT, den haben wir hier im Studio, den lassen wir natürlich fahren. Ist ganz klar. So, jetzt kommt natürlich die brennendste Frage für mich. Wann hat es denn eigentlich mit der Modellbahn überhaupt mal angefangen? Denn irgendwann muss es ja mal angefangen haben. Und wir haben ja auch hier vor uns schon ein bisschen was stehen an Modellbahnen. Die ist zwar nicht ganz so alt, aber Hagen, ich glaube, die Geschichte der Modellbahn, ist im Jahre 1748 gelegt worden. Ja, wobei ich, das würde ich nicht jetzt, sagen wir, als Modellbahn bezeichnen, sondern eher in Richtung Modellbau. Da ging es, glaube ich, um eine Dampfmaschine. Aber ich würde sagen, alles das, was im Original gebaut wurde, ist relativ schnell im Modell gefertigt worden. Also, wenn du jetzt an die Eisenbahn in Deutschland denkst, die erste Bahn war der Adler. Und den gab es auch als Modell, auch für einen ganz berühmten Menschen. Nein, 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 muss ich jetzt widersprechen. Denn der berühmte Mensch, den der Hagen jetzt meint, ist der Johannes Wolfgang von Goethe. Und der hat eine Rocket. Ach ja, stimmt, da habe ich jetzt was verwechselt. Stimmt, das war ja vor der Eisenbahn in Deutschland sogar. Richtig. Genau, der hatte als Modell eine Rocket. Ich weiß aber nicht, ob der Schienen dazu hatte. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Aber zumal war es ein Bastelmodell. Und das Modell der Rocket, guckt es euch an, so sah das mal aus. Ja, ein Bodenläufer, ne? Ein Bodenläufer. Und er hatte weder ein Uhrwerk noch etwas anderes. Ja, aber allein die Darstellung als Modell ist ja schon das Faszinierende. Und man hat ja dann auch unterschiedliche Werkstoffe gehabt. Diese Modelle wurden dann aus Holz gebaut, aus Zinn. Ja, es gab ja die berühmten Zinnfiguren. Und da gibt es auch, ich habe das auch noch zu Hause, den Adler, wahrscheinlich bin ich auf diesen Weg gekommen, den Adler habe ich zu Hause als Zinnfiguren. Ja, genau. Die stehen dann, das sieht toll aus, ja. Aber die standen, da rollte nichts. Und die späteren Modelle, die dann rollten, waren Bodenläufer. Und auf Schienen gab es zum ersten Mal, laut eigener Aussage, von Märklin Anno 1891. Das ist richtig. Modell, das auf Gleisen lief, wobei das, so wie ich weiß, keine Märklin Entwicklung war vom Ursprung her. Das war die Firma Lutz aus Ellwangen. Aber diese Idee wurde von Märklin quasi perfektioniert und auf der Messe in Leipzig 1891 präsentiert. Aber bevor wir dazu kommen, liebe Freunde, möchte ich Ihnen auch nochmal ein Bild präsentieren, weil das ist aus Frankreich. Und da steht geschrieben in der Geschichte, dass das erste Kind, das nachweislich eine Modelleisenbahn besaß, war Prinz Napoleon Eugénie Louis Bonaparte im Jahre 1859. Da gibt es ein Bild, wir haben es eingeblendet, als Gartenbahn. Interessant. Naja, es waren reichere Leute, die konnten sich so etwas dann auch leisten. Oder die haben dann halt auch jemanden gehabt, der das für sie gemacht hat. War ja noch keine Industrie, sondern eine Manufaktur. Wobei die Geschichte auch zu berichten weiß, dass dieses Modell angetrieben wurde von einem Uhrenwerk. Also es musste noch aufgezogen werden, denn die elektrischen Sachen kamen ja erst wesentlich später. Aber die Uhrwerke haben ja Tradition. Die gab es ja, wie der Name schon sagt, für die Uhren. Genau. Aufziehen. So ist es. So, nun kramen Sie alle mal mächtig in Ihrer Geschichte, wann es bei Ihnen angefangen hat mit der Modellbahn. Es ist wirklich interessant. Hagen hat seine erste Modellbahn mitgebracht, auch ich. Und die werden wir Ihnen im Laufe der Sendung noch zeigen, wie es bei uns beiden angefangen hat. Da gibt es ja auch schöne Geschichten dazu. Aber wir fangen jetzt ganz woanders an. Apropos Anfang. Märklineum, Märklinmuseum. Das ist, glaube ich, das, wo du hin wolltest. Oder hinaus wolltest. Ja, schon in aller Ruhe, weil ich bin ja nun, du hast es ja erwähnt, mit einer elektrischen Eisenbahn und mit einer Holzeisenbahn groß geworden. Und die elektrische Eisenbahn war eine Märkline-Eisenbahn. Und wenn du damit angefangen hast, dann bleibst du dein Leben lang bei dieser Firma. Wir haben natürlich unterdessen natürlich viele andere Sachen auch noch. Aber Märklin war für mich immer schon so eine Herzenssache. Und das hat sich weiterentwickelt. Ich habe auch einen Film gemacht über den 125. Geburtstag der Firma Märklin anno 1984. Und ich war bei der Eröffnung des Märklinmuseums anno, ich glaube, 1998 wurde es eröffnet. Und das ganz neue Märklineum, das wurde im vergangenen Jahr eröffnet, ein faszinierendes Museum. Und da hatte ich das Glück, bei der Eröffnung dabei zu sein. Und ich bin ja unterdessen nicht mehr beim SWR tätig, sondern ich bin YouTuber, um dieses Wort zu benutzen. Wobei ich mich nicht sehr gut bezeichne. Nein, aber ich bin natürlich einer, der gerne Filme produziert. Und das habe ich an dem Tag, als ich dort war mit einer Gruppe von Journalisten anlässlich der Eröffnung, haben wir einen Blick in das neue Märklinneum hineingeworfen. Und ich habe daraus gleich einen Film gemacht, der noch am selben Tag online gestellt worden ist. Unterdessen hat er, glaube ich, 30.000 Klicks. Und da sieht man, was Märklin ausstellt und was dort gezeigt wird. Das beispielsweise ist virtuell. Also man sieht nicht nur die einzelnen Modelle, sondern man sieht auch die Geschichte dazu. Wie gesagt, virtuell mit Schautafeln und sowas. Also ganz, ganz faszinierend. Hier sieht man jetzt Zinnfiguren. Die haben wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Und dann gibt es eine unglaubliche Palette an Produkten, die Märklin produziert hat. Hier, das ist der Uwe Müller, den wir nachher noch haben. Der Chef des Märklinneums. Das ist auch etwas. Metallbaukästen. Metallbaukästen, meine Güte. Die sind aber leider auch vor 20 Jahren eingestellt worden. Die Zeit ist einfach darüber hinweggegangen. Die Tante Ju. Also Märklin war eine der Firmen, die ein Original relativ schnell ins Modell umgesetzt hat. Ja, das war deren Stärke. Und sie haben beispielsweise den Schienenzevelin von Kruckenberg früher als Modell herausgebracht, als der Kruckenberg tatsächlich gefahren ist. Rennbahn, Feuerwehren und sonstige Fahrzeuge. Das war aber alles Blechspielzeug. Alles Blechspielzeug. Alles Blechspielzeug. Und das ist etwas, was die Leute fasziniert. Die Wuppertaler Schwebebahn. Ein Teil, das mich damals so fasziniert hat, als ich 1984 diesen Film gedreht habe, dass wir diese Bahn tatsächlich zum Fahren bekommen haben. Also das Teil fasziniert mich immer wieder. Und wenn ich sehe, was Märklin alles gefertigt hat, da kann ich nur sagen, Hut ab vor den Technikern vor 50, 80 oder 100 Jahren, was die alles auf die Beine gestellt haben. Unglaublich, unglaublich schön. Mit einer Anmutung, die man heute noch spürt. Und vor allen Dingen, es ist auch sehr schön, dass... Dann hast du gleich da noch so das virtuelle Bild. Also du siehst dann, wie es in so einem Kessel, was da abläuft und sowas. Also das ist großartig gemacht. Ein faszinierendes Museum. Kann ich jedem nur empfehlen. Aber das wird der Uwe Müller uns nachher dann in aller Ruhe noch zeigen. Und das ist der Ausgang. Theodor Friedrich Wilhelm Merklin fertigte am Anfang Gegenstände, wie du hier siehst, für die Küche und für die Kinder, die ja damals in unterschiedliche Richtungen erzogen wurden. Der Bub zur Technik und das Mädchen für die Hauswirtschaft. Und da gab es dann Herde und Kochgeschirr und Kaufmannsladen. Und das ist alles schön aufgereiht und wird schön gezeigt im Museum. Und dann haben wir natürlich noch Sache hier, die Badeanstalt. Das sind Dinge, die du heute für einen fünfstelligen Betrag wahrscheinlich nur erwerben kannst. Aber im Museum sieht man halt da durch den Gang der Geschichte diese Sachen aus den 20er, aus den 30er Jahren. Damals gab es auch noch eine Ausstellung der Firma Steif, auch eine Traditionsfirma aus Baden-Württemberg. Da gibt es eine Wechselausstellung. Steif ist unterdessen nicht mehr an dieser Stelle. Da steht jetzt 50 Jahre Mini-Club. Das ist in dem vergangenen Jahr. Und dann haben wir natürlich, LGB gehört ja auch unterdessen zur Firma Merkel. Und da siehst du natürlich auch unheimlich viele Dinge, die dich faszinieren können, die Geschichte. Also ich habe da einfach nur mal so ein bisschen einen Überblick versucht zu geben. Maxi, auch schon wieder Märklin-Geschichte. Das war der Versuch, selber in den Gartenbahnbereich zu gehen. Naja, und jetzt bist du ja hier mit diesen Fahrzeugen, die Württembergische C, bist du ja jetzt schon wieder im Bereich zwischen den beiden Weltkriegen, was man da an großen Sachen gebaut hat bei Märklin. Bis hin zum Krokodil in Spur 0, Spur 1. Das waren einfach tolle Sachen. Das ist die tolle Anlage. Und entwickelt sich weiter und hat unterdessen jetzt eine Illustrierung bekommen. Also da kannst du quasi verschiedene Wettersituationen simulieren. Ja, sehr schön. Es ist ja auch schön, dass in diesem Museum viele Sachen wieder da sind oder immer noch da sind. Denn es gab ja auch mal eine Geschichte mit dem großen Einbruch, mit dem Diebstahl. Da war der Aufschrei sehr groß, da sehr wertvolle Stücke abhandengekommen sind. Das ist der Henschel-Wegmann-Zug. Das ist einer meiner Lieblingszüge. Und das ist der gläserne Zug. Auch ein Einzelstück damals in der Spur 0. Und da sieht man halt auch, dass es damals schon den Versuch gab, nach dem Ersten Weltkrieg klein zu bauen, auf schmalerer Spur, 16 oder 20 Millimeter. Das sind einfach Dinge, die man im Märklinneum anschauen kann. Und die Spur S, meine Lieblingsspur, kommen wir auch nachher noch drauf. Maßstab 1 zu 64, 22,5 Millimeter Spurweite. Ja, das sind alles Dinge, die von den Firmen auch versucht wurden. Ja, man hat ja versucht, kleiner zu werden. Also kleiner als die Spur 0. Und da hat man auch die Spur S versucht zu bauen. Und das jetzt hier ist dann schon 0,0 beziehungsweise H0. Also das ist dann die Größe, die sich letztlich und endlich durchgesetzt hat. Gut, war ja auch mal eine Platzfrage. Das ist ja auch heute noch eine Platzfrage. Ja, ja, natürlich war es immer eine Platzfrage. Und irgendwann auch natürlich eine Geldfrage. Und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war halt, da hatte man die Möglichkeit, das ist jetzt hier der Versuch, eine Schmalspurgröße zu bauen. Das war Minex in den frühen 70er Jahren, hat nicht so richtig geklappt. Und das ist Alpha, der Versuch, Kinder für die Modelleisenbahn zu begeistern, leider auch nicht so richtig gut geworden. Und das ist die Spur Z. Damals noch 30 Jahre unterdessen, 50 Jahre, 72 hat es angefangen. Und ich bin von der Größe, obwohl ich selber kaum etwas besitze, bin ich einfach begeistert von der Firma. Wobei wir ja auch den Zuschauern sagen können jetzt, wir werden zu den einzelnen Spuren ja noch im Laufe der Sendung, wir haben ja ganz viel Zeit, und ganz viele Spuren in Aktion vorstellen. Ja, das ist wieder diese virtuelle Geschichte, die du angesprochen hast. Es ist also sehr interessant. Also ich werde, wenn ich dann mal in der Gegend bin, im Märklinium vorsprechen und mal reingucken. Unbedingt. Das solltest nicht nur du machen, das sollte eigentlich jeder machen, weil es ein wunderbarer Ausflug in die Spielzeug- und die Modellgeschichte ist. Und das ist jetzt eine ganz, ganz große Spur. Man sieht es ja im Vergleich zu den Personen, das war eine der Baugrößen, die es nur quasi in Einzelstücken gab. Also da gab es keine Massenfertigung, sondern das waren wirklich handverlesene Sachen, die dann an handverlesene Familien beziehungsweise Fürsten oder gegrünte Häupter verkauft wurden. Dann haben wir jetzt gerade so einen sechs- oder zehnminütigen Ausflug ins Märklinium gemacht. Und wir wollen jetzt natürlich ins Märklinium schalten, liebe Freunde. So, guten Morgen aus Thüringen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, jetzt wollen wir natürlich etwas zum Märklinium wissen. Du hast ja das schon ein bisschen mitbekommen, was der Hagen da gedreht hat. Nun wollen wir noch ein bisschen einsteigen ins Märklinium und die Geschichte von Märklin. Ja gut, das hast du ja gefilmt an unserer Eröffnung, Hagen, wenn ich jetzt gerade den Film gesehen habe. Da hat man auch noch die Sonderausstellung Steif, die wir mittlerweile durchgetauscht haben in 50 Jahre Spur Z. Ja, was soll ich sagen? Wir haben hier einen schönen Querschnitt, denke ich, über die gesamte Geschichte der Firma Märklin. Ich sage immer, wenn wir hier Führung haben, es gibt eigentlich nichts, was Märklin nicht in seiner langen Geschichte gemacht hat. Das sieht man am besten im ersten Stockwerk bei uns, wo wir wirklich die größte Bandbreite haben, vom Puppengeschirr über Dampfmaschinen, Metallbaukasten, Schiffe, Autos, Flugzeuge und sonstige Dinge. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und natürlich noch mal eine gesamte Etage. Oh, man sieht es auch hinter mir. Der fünfte Stockwerk, den wir komplett mit Modellbahn haben, von der Spur Z angefangen bis zur großen Spur 5, die wir vorhin auch schön im Film gesehen haben. Und last but not least natürlich unsere große Modellbahnanlage im unteren Stockwerk, die jetzt natürlich auch schon deutlich weiter ist, wie in dem Film, den ihr eingespielt habt. Mit die Tag- und Nachtshow läuft jetzt bei uns, die ist jetzt weitgehend fertig. Also wir haben alle zehn Minuten den Wechsel von Tag auf Nacht Betrieb mit entsprechenden Geräuschen, Lichtfunktionen und allem dann. Es ist ja sehr aufwendig alles präsentiert worden und wird auch präsentiert. Das finde ich auch sehr toll. Am Eingang steht eine riesen Dampflok, das Markenzeichen sozusagen. Wie habt ihr denn die da hingekriegt? Das war, glaube ich, eine der größten Aktionen, die Göppingen auch je gesehen hat. Also ich sage mal, nach der Überführung von Kornwestheim hier runter dann mit der Bahn, alles nur in Schritttempo, hat es fast den ganzen Tag gedauert, bis der Schwertransport durch Göppingen, durch bei uns im Werk war. Mit mehreren Anläufen haben wir es dann über unseren Parkplatz geschafft, dass der abends dann noch, eigentlich schon bei Einbruch der Dunkelheit, dann auf dem Hoch stand und wurde dann am nächsten Tag mit zwei riesengroßen Kränen auf sein Podest gelupft. Also die Lok und der Tender separat. Und ich glaube, es ist auch immer noch so, dass von den ganzen YouTube-Filmen, die es von und über Märklin gibt, der Transport der 44, der der meistgeklickte überhaupt ist. Also ich möchte jetzt sagen, das war ein Volksfest, aber ein Event sondersgleichen, wo die Leute wirklich einen halben Tag an der Straße gestanden sind und den Umzug verfolgt haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei der Eröffnung war ja das Außengelände mit der Gartenbahn, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Nee, das war noch nicht ganz fertig. Wir haben da damals gerade angefangen, aber mittlerweile zum, ja, wir sind jetzt schon wieder ein Jahr später. Die Zeit rennt ja. Also der Außenbereich für die LGB-Anlage, der ist auch schon seit Juni diesem Jahr komplett fertig. Die Anlage ist in Betrieb. Wir haben selbst auch wieder tolle Rigi-Seilbahn mit drauf. Also alles, was sich für LGB gehört. Also wirklich auch dadurch, dass die Loks natürlich, das wisst ihr selber, entsprechend groß sind und wir auch nicht unendlich Platz bei uns im Museum haben, haben wir uns natürlich dann entschieden, oben einen kleinen Bereich LGB zu zeigen mit ein paar wichtigen Loks und dann unten 160 Quadratmeter Gartenbahn aufzustellen vor unserem Museum. Zum einen ist es ein Riesenmagnet für große und kleine Kinder. Die sind natürlich fasziniert, wenn sich da was bewegt. Uns soll auch so ein bisschen Motivation sein, sich sowas selbst in Garten reinzumachen. Wenn man dann mal sieht, wie groß, wie schön man damit bauen kann, sollte es schon ein bisschen so anschieben. Es ist überhaupt so, wenn man auf den Parkplatz kommt, dann sieht man auf der einen Seite die große Lok, die ja im Prinzip in einer Packung sich befindet. Und auf der anderen Seite siehst du die LGB-Bahn fahren. Und ich glaube, nächstes Jahr, wenn dann der Frühling wieder da ist oder der Sommer, dann wird auch der Bewuchs noch ein bisschen weitergegangen sein. Also dann wird die Natur sich ein bisschen in die LGB-Anlage hineinbewegen. Und das sieht, glaube ich, dann noch ein bisschen schöner aus. Ja, das ist so. Und wie du gerade sagst, wir wollen natürlich auch allen Gästen, die auf dem Parkplatz fahren, schon ein Erlebnis bieten. Weil viele kennen ja so große Dampfloks gerne mehr. Für die sind die alle so kleine im Maßstab 1 zu 87. Also da darf man wirklich mal so eine 130-Tonnen-Lok auch mal in echt sehen, wie du sagst, dann auch in der Einhausung als Märklin-Schachtel. Und als Gegenpart dann die LGB-Anlage, dass man schon richtig was zu sehen hat, bevor man überhaupt in den Laden oder ins Märklin-Neum in die Ausstellung dann reingeht. Wie viele Leute habt ihr denn nach Corona jetzt im Märklin-Neum wieder begrüßen können? Also geht es wieder aufwärts, was die Zahlen angeht? Ja, ja, also man merkt es schon, dass das, wie soll ich sagen, dass Corona in den Köpfen weitgehend, weitgehend vorbei ist. Also die Zahlen sind jetzt deutlich höher. Wir haben das jetzt auch im Herbst gemerkt. Eine vorletzte Woche waren Herbstferien da. Wir waren super besucht, auch über die Sommermonate. Hast du schon wieder gemerkt, die vielen, wie soll ich sagen, ausländischen Gäste sind dann auch wiedergekommen. Das bietet sich ja bei uns immer an. Die setzen dann der Blinker am Eichelberg, fahren rechts raus, verbringen hier drei, vier Stunden im Museum und fahren dann weiter Richtung Benelux oder Skandinavien oder solche Dinge. Ja, da würde ich sagen, da bedanken wir uns ganz herzlich für dieses kurze, knackige Gespräch. Ich selbst war sehr überrascht, muss ich sagen, mit was sich Märklin alles in der Vergangenheit beschäftigt hat. Die Vielfalt ist ja wirklich riesig und ich habe es ja auch schon angedeutet. Ich und ich rufe auch alle Modellwarner auf, geht ins Märklin-Neum, wenn ihr mal richtiges Spielzeug sehen wollt. Gut, das war das Schlusswort. Vielen Dank, Uwe, viel Spaß heute noch im Märklin-Neum und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, vielen Dank für das Gespräch und euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg heute. Danke, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das ist jetzt der Beginn der zweiten von acht Stunden. Das heißt also, Sie müssen ganz schön durchhalten, wir auch, aber wir haben uns noch einen, Helfer ist jetzt der falsche Ausdruck, einen Experten zur Seite gesetzt, der über Modellbau nahezu alles weiß, eine eigene Werkstatt hat. Sie heißt zum alten Dampfrost und ich begrüße und ich freue mich, dass ich ihn begrüßen kann, Mike Lorbeer. Er wird jetzt in die Welt der Modell des Modellbaus einführen und ich freue mich ganz auf ihn und wenn ich eine dumme Frage habe, werde ich sie zwischenrein stellen. Mike, deine Plattform. Ja, hallo Frank, hallo Hagen. Danke für die nette Anmoderation. Ich weiß natürlich nicht alles, aber vieles. Und ich habe mich sehr gefreut, als der Frank auf mich darauf zugekommen ist und gesagt hat, willst du nicht heute am 2. Dezember was über die Modellbahn erzählen? Da habe ich mich richtig gefreut. Da habe ich gesagt, was darf ich denn machen? Da hat er gesagt, na grundlegend erstmal alles. Und ja, und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob er wirklich wusste, worauf er sich da einlässt, aber ich, nee, er sagt schon nein. Gut. Gut. Mir macht es natürlich besonders viel Spaß. Sie wissen natürlich, Modellbau ist so ein bisschen mein Leben und der eine oder andere wird jetzt auch sagen, Moment mal, den sehen wir doch sonst immer nur mit der Firma Auhang im Zusammenhang. Ja, da mache ich natürlich auch eine Menge und das wird heute hier auch so ein bisschen Thema sein. Wir machen, oder ich werde Ihnen viele kleine Sachen, viele große Sachen, Modellbau zeigen. Aber mit einer Sache möchte ich anfangen, die mir auch so ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar ist es ja ein Thema, auch das passt natürlich hier auch gut rein, Tag der Modellbahn. Ich versuche natürlich auch, die Modellbahn wieder so ein bisschen so ein bisschen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Und ich merke das immer auf Messen, dass die Leute sagen, ja, das ist mal toll, ich weiß das alles, ich hatte früher mal eine Modellbahn, aber heute mache ich nichts mehr damit. Und das finde ich schade. Und ich denke, Modellbau, das ist so eine Sache, damit kann sich eigentlich jeder beschäftigen. In jedem Alter Hagen nickt zufrieden. Und ich habe hier mal was mitgebracht. Und zwar ist das ein kleines Diorama mit einer Windmühle, unschwer zu erkennen. Diese Windmühle stammt halt auch aus dem Auhagen-Programm, wurde natürlich noch zusätzlich gealtert, sie wurde ein bisschen verfeinert. Und warum will ich Ihnen das unbedingt zeigen? Ganz einfach, weil das zu einem Produkt gehört, das ich mit erdacht habe. Wir haben bei Auhagen zusammengesessen und haben nämlich überlegt, wie kann man den Modellbau wieder eigentlich zu Ihnen nach Hause bringen. Und da sind wir auf eine Sache gekommen, wir haben es dann Meisterschule genannt. Und das, was ich hier in der Hand habe, kann dabei entstehen. Ich habe die Meisterschule mal mitgebracht, die steht hier neben mir. So sieht das ganze Ding aus, sieht erstmal ein bisschen unscheinbar aus, aber ich werde es mal heute, ich packe das auch heute zum ersten Mal aus, sowas. Ich habe das noch nie im eingepackten Zustand gesehen und ich will Ihnen mal zeigen, was man da eigentlich alles bekommt bei der Meisterschule. Zuerst mal muss ich natürlich sagen, Meisterschule, was soll das sein? Ganz einfach, das ist ein Kurs, den Sie sich nach Hause bestellen können und das kriegen Sie alles mitgeliefert, was auf diesem kleinen Diorama hier eben zu sehen war. Die Kamera wird es nachher bestimmt nochmal zeigen und ich gucke jetzt gerade mal, hier ist oben also auch eine kleine Stückliste, da steht alles drin, was mitgeliefert wird. Da ist auch nochmal ein Produktbild mit drauf, auf der anderen Seite sieht man es noch besser, wunderbar und Sie kriegen nicht nur dieses Karton nach Hause geliefert, wo eine Menge Material drin ist und ich will es mit Ihnen einfach mal durchgehen, sondern zuallererst, damit sich das Ganze erklärt, was hier gemacht wird, zeige ich mal das. Das ist nämlich ein Stick und da ist die Bauanleitung drauf für das Ganze und die ist verfilmt mit mir. Ich komme sozusagen zu Ihnen nach Hause in Ihre heiligen Bastelhallen, in Ihren Modellbahnkeller und wir bauen zusammen dieses wunderschöne Diorama, wobei, naja, eigentlich geht es ja gar nicht um den Bau des Dioramas, sondern um die Sachen, die man dabei lernen kann, nämlich Farbgestaltung immer eine ganz wichtige Sache, überhaupt Kunststoffgebäude zusammensetzen. Der eine oder andere tut sich mit sowas auch immer noch schwer. Ich weiß, wovon ich rede, wir machen ja auch Seminare und wir gucken mal, was haben wir hier drin? Wir haben natürlich die Windmühle drin. Das ist das Produkt, was Sie hier gerade, wir können es mal nebeneinander stellen, da sieht man schon, das ist hier, das was in der Schachtel ist, das ist halt industriell, das ist noch ohne Behandlung und natürlich auch noch nicht zusammengebaut. Das macht dann schon was her. Dann, was gibt es hier noch? Na klar, wir haben hier Grasfasern, die brauchen wir zum Begrünen des kleinen Hügels oder der kleinen Standfläche. Auch das ist damit ein Thema, wie kann ich begrünen? Wir werden das nachher hier natürlich auch noch machen, weil Frank hat mir ja freien Lauf gelassen, das fand ich sehr schön. Also habe ich gesagt, dann wird hier im Schloss einfach mal vernünftig begrünt. Also Grasfaser haben wir da mitbein. 12 Uhr ist Mittagspause, plus zu deiner Information. Bitte? 12 Uhr ist Mittagspause. Ja, ja, ich habe noch keinen Hunger. Dann haben wir natürlich eine Sache mit bei. Wir brauchen ja eine Grundfläche, wo das Ganze draufsteht. Das haben wir hier. Und diese Grundfläche wird aus diesen Platten, die hier drin sind, das ist eine Art Schaumstoff, wird das herausgearbeitet aus einem Stück. Das macht auch totalen Spaß, werde ich aber hier nicht machen. Dann natürlich mit dabei Farben. Das sind ganz normale Modellbaufarben. Jetzt werden Sie sagen, halt, der Mann hat gerade erzählt, wir altern. In der Meisterschule wird die Windmühle gealtert. Ja, das machen wir wirklich mit den Farben. Das kann man nämlich machen, weil die sehr stark pigmentiert sind. Und die sind von der Qualität her so gut. Damit können wir also auch Gebäude altern. Das ist toll. Also ich habe, gucke gerade. Jetzt kommen wir zum Werkzeug. Ja, wir haben hier einen Grundierpinsel und natürlich Modellbaufeilen. Dazu sage ich nachher auch mal was, denn das wird auch ein interessantes Thema sein. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Blöcke habe, aber ich werde das Frank schon aus dem Kreuz leiern. Dann haben wir Natursand, wir haben noch Weißleim da. Wir haben Kunststoffkleber und einmal Sekundenkleber. Das ist im Prinzip das ganze Material, was benötigt wird, um dieses tolle kleine Diorama zu bauen. Wie gesagt, das kann man natürlich separat bauen und sich irgendwo nett auf den Schreibtisch stellen oder in den Modellbahnkeller. Man kann es aber natürlich auch gleich in die Anlage integrieren. Ich glaube so, das letzte wäre der bessere Schritt. Ja, wie gesagt, Modellbau live, Hagen, du guckst zu kritisch. Ja, ich finde das schön, was du da erzählst. Wenn ich mal nachfragen darf, was wird denn dieser Meisterschulkurs kosten und aus wie vielen Teilen besteht er? Also, das sind die ganzen Teile, die ich eben gezeigt habe. Du siehst ja, das ist eine ganze Menge Material, was du da bekommst. Da bleibt natürlich auch vieles übrig zum Weiterbauen, zum Weiterverwenden. Ich bin jetzt wirklich nicht informiert, was der kostet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich preiswerter als ein normales Seminar, zu dem man sozusagen zu uns kommen muss. Du selber warst ja auch schon mal da. Du weißt ja, wovon wir da reden. Und das Schöne ist halt hier, dass du eine verfilmte Bauanleitung hast. Und ich freue mich auch drauf, weil ich kann zu den Leuten nach Hause, weißt du, wenn auch nur virtuell und kann mit denen bauen. Und wenn sie was nicht verstanden haben, können sie es natürlich, sagt man noch, zurückspulen. Ich glaube, naja, kommen wir noch so aus dieser Kassettenzeit. Also man kann so zurückspulen und dann kann man sich das alles nochmal angucken. Und man hat natürlich was. Gerade die Modellbautipps sind Sachen, die man sich ja immer wieder angucken kann. Und auch sicherlich übergreifend anwendbar für andere Projekte. Natürlich für andere Projekte. Und das ist jetzt das, was hier gebaut wird, ist in der Spur bei der H0. Aber das kann ich ja für alles verwenden. Egal, ob ich N habe, ob ich TT habe, ob ich H0 habe, 0 und so weiter. Das spielt keine Rolle. Also ich kann es für alles verwenden. Wie viele Produkte gibt es innerhalb dieses Meisterschulkurses? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es gibt fünf. Und sind die Unterschiede wirklich schwer? Also hast du einen Einstiegsmeisterkurs? Ja, da würde ich schon die Windmühle nehmen. Da würde ich schon die Windmühle nehmen. Also wir haben noch, ich weiß noch, wir haben noch eine Schmutter oder ohne? Nein, die ist noch ohne. Wer möchte, kann das natürlich auch motorisieren. Motorisieren später mal. Ich weiß, dass wir noch Gebäudealterung zum Beispiel mit drin haben von Stadthäusern. Wir haben Landschaftsgestaltung mit bei, wo alles, die komplette Landschaft aus einem Stück Landschaftsbauschaum geschnitzt wird oder gestaltet wird mit Wassergestaltung und so weiter. Also es gibt da vier oder fünf verschiedene Meisterschulen. Es sollen auch noch neue kommen jetzt. Und die Windmühle, das ist eigentlich so ein Produkt, wo man sagt, damit kann man beginnen, damit kann man einsteigen. Da hat man ganz viel Basiswissen, dann Basiswissen, was man braucht, um dann weiterbauen zu können. Und du brauchst ja ein bisschen Geduld, um das dann auf die Beine zu stellen. Wie, was für einen Zeitraum muss ich mir vorstellen? Wie lange brauche ich, wenn ich jeden Abend, sagen wir mal, ein Stündchen dran sitze, bis das Produkt so aussieht, wie hier oder so, annähernd so? Ja, also dann brauchst du natürlich schon ein paar Abende. Wenn du immer nur ein Stündchen dran sitzt, lieber Hagen, wird sich das ein bisschen ziehen. Es sind ja viele Schritte, die hier gemacht werden müssen. Also wir haben ein bisschen Landschaftsbau mit bei, wir haben Gebäudemodellbau mit bei, Alterung ist mit bei. Und von der Warte her denke ich einfach mal, wenn du da ganz gemütlich mal zwei oder drei Wochen enden oder ein paar Stunden an zwei, drei Wochen enden. Die Zeit ist ja jetzt wieder dafür und das Wetter auch draußen. Wenn man das investiert, dann kommt man ganz gemütlich dahin. Aber der Weg ist das Ziel. Also wenn ich heute anfangen würde, wäre ich Heiligabend fertig. Ja, doch. Ich denke, du gibst dir da Mühe. Du wärst dann bestimmt auch Heiligabend diesen Jahres fertig. Dieses Jahres. Ja, ja, ja. Da strahlt wieder. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanken wir uns bei Mike zumindest für seinen ersten Part, für die tolle Kiste, sage ich mal. Das war richtig. Es ist wirklich eine geniale Idee. Schöne Kiste zum Anfang, wer sie mal in den Modell überreihen will, beziehungsweise auch für die Fortgeschrittenen, alles beisammen zu haben, finde ich schon mal toll. Und Mike kommt in die Wohnstube. Ja, wollte ich gerade sagen, da musst du dir aufräumen, wenn er kommt. Also das ist, aber ich finde es, die Idee finde ich genial. Ja, das ist so eine, dieses Bauen hat dann ein Gesicht. Ja, das ist wirklich ganz wichtig, dass du, man hat ja Vertrauen in ihm, weil er kann ja was und er kann auch schön erzählen und ihm hört man dann zu. Wahrscheinlich würde es so sein, ich höre ihm so lange zu, dass ich gar nicht fertig werde mit dem Bauen, aber ich habe mich sehr gut unterhalten. Und wir haben das Problem eines Zeitplans, ich glaube, der würde jetzt durchmachen bis 18 Uhr, oder? Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Aber ist schon mal okay, Mike. Danke, danke, danke für den ersten Beitrag. Mach nur so weiter. Mach weiter so. Das war eine Drohung. So. Wie uns auch. Machen wir einfach weiter, Hagen. Wir wollen ja über Modelleisenbahn reden und vorstellen und da ist ja immer Messen, Verbrauchermessen ja immer so ein ein besonderes Thema, wo also man Modellbahn a la Couleur trifft und apropos Treffen, wir haben uns in Leipzig getroffen. Wir haben zusammen eine tolle halbe Stunde gemacht über alte Eisenbahnen und Modelle, die es mal gab. Die Zuschauer haben geschrieben, wir wollen noch mehr. Keine Angst, liebe Freunde, das kommt heute. Die Drohung kann ich schon aussprechen. Die alten werden. Ja, und ich muss dazu sagen, die Corona-Zeit hat eine ganze Menge verändert, weil wir waren ja im Prinzip zwei Jahre nahezu ohne Messe und ich habe es gemerkt in Leipzig und jetzt vor ein paar Wochen auch in Friedrichshafen, die Sehnsucht der Menschen nach solchen Veranstaltungen ist riesengroß. Ja, und die Leute kommen auch, sie kommen mit, hast du ja selber gesehen, ganze Familien sind da, der Opa mit dem Enkel und so was. Also man erfreut sich an diesen Dingen und da sage ich mir, diese Freude muss man erweitern oder man muss diese Freude erst mal teilen und auf die Gesichter der Menschen projizieren oder hinaufzaubern. Und das ist uns in einigen Fällen gelungen. Wir, also das muss ich jetzt einfach mal sagen, meine Modellbahngruppe heißt Lokomotive Ochseplatz. Das ist ein Stammtisch, den es seit 1967 gibt. Ich bin erst, ich bin das jüngste Mitglied, ich bin erst 75 dazugekommen. und da gibt es drei Verrückte. Das ist der Tricksbein Rolf, der Revoluz und Hägerli. Hägerli bin ich und wir gehen zu dritt auf Messen. Und das ist jetzt quasi, angefangen hat es in Friedrichshafen vor einem Jahr. Leipzig war quasi unser großer Ausflug in die große, weite Welt und in die Welt der Modellbahngeschichte. Und wir haben diesen Besuch in Leipzig sehr genossen, weil es einfach eine ganz angenehme Atmosphäre war und weil wir mit unserer Anlage so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch in die Vergangenheit zurückgegangen sind. Thema war die junge DDR. Und da haben wir natürlich sehr, sehr viel Resonanz bekommen von Menschen, die gesagt haben, ja, da, diese Lokomotive, die habe ich auch gehabt oder so. Oder der Onkel und der Opa hat doch mit der gespielt und so. Und so etwas ist etwas, was mir unheimlich gut gefällt, weil die Freude dann richtig rauskommt oder die Erinnerung wird plötzlich wieder lebendig. Großartig. Da sind die Erwachsenen wieder zum Kindel geworden. Ja, und Gott sei Dank sind wir nie erwachsen geworden. Ja, Hagen. Und liebe Freunde, es ist ja nicht nur, dass er mit Revoluz unterwegs ist. Richtigs mal an Rolf. Sondern man sieht auch Hagen dann immer öfters durch die Hallen rennen und dann hat er ein ganz besonderes Instrument in der Hand. Dann sagt er, die Kamera habe ich immer bei mir. Das ist genial, das Ding, da kann ich gleich schneiden, fertig machen, hochschicken. Ja, und einen diesen Film aus Leipzig hast du auch hochgeschickt und den wollen wir jetzt einfach mal präsentieren. Ja, viel Vergnügen kann ich damit sagen. Film ab. Film ab. Auf der Messe Modell-Hobbyspiel in Leipzig waren wieder zahllose Modellträume zu bewundern. Es ist der alte Ingolstädter Zentralbahnhof, wie er bis 1945 außerhalb der Stadt Ingolstadt stand, wurde nach Kriegsende von Plünderern angezündet und leider bis auf die Grundmauern vernichtet und wurde dann von uns, von Vereinsmitgliedern originalgetreu nachgebaut. Also die Länge dürfte so in 1 zu 32 so circa stimmen. Der Maßstab der Anlage beträgt 1 zu 32, also Baugröße 1. Dabei beeindrucken nicht nur die Fahrzeuge. Die Stadt wurde keinem Original nachgebaut, sondern ist ein reines Fantasieprodukt und stellt eigentlich die Häuser dar, wie sie so Ende 1940, Anfang 1950 noch vorhanden waren. Und die Kirche dient hier als Mittelpunkt in der Stadt, auch eingerahmt von den Häusern und auch sehr schöner Kirchplatz davor. und die Eisenbahn umrundet die Stadt und zum Äußeren hin eben ein Schrebergarten, Kohlenhandlung, Autowerkstatt und unter der Stadt durch kann man fährt noch einen Zug zur Nebenbahn durch einen Tunnel. Eine imposante Spureinsanlage der Eisenbahn und Modellbahnfreunde Ingolstadt, die im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern können. Ganz so alt ist diese Gruppierung noch nicht, die IG Spur 2. Sie ist aber auf ganz großer Spur unterwegs, auf 64 Millimeter breiten Gleisen. Dementsprechend imponierend präsentieren sich die Fahrzeuge. Keine Größe fürs Kinderzimmer, weiß Gott nicht. Also wir brauchen einen Radius von drei Metern zu fahren. Und das sagt, glaube ich, alles. Kinderzimmer ist nicht tauglich dafür. Auch das ehemalige nicht. Die Baureihe 95 ist eine fünffach gekuppelte Tender-Lokomotive, die hauptsächlich im Mittelgebirge unterwegs war. Der Maßstab 1 zu 22,5 kommt dem Original sehr nahe. Und er lebt auch in der Regelspur wieder auf. Wir machen sehr viel im 3D-Druck. Gerade die neuen Technologien bieten sich dafür an, dass man solche geringe Stückzahlen wie in der Spur 2, wo es nur sehr wenig Liebhaber und Hobby-Freunde gibt, dass man das noch zu einem anständigen Preis realisieren kann. Das Beispiel haben wir zum Beispiel gerade in Entwicklung die ehemalige V200 der Deutschen Reisbahn auch bekannt unter dem Namen Tiger Trommel Da ist jetzt das Gehäuse schon soweit fertig dass man es mal zeigen kann Und wer weiß vielleicht fährt sie nächstes Jahr auf der Messe hier im LBZ Dann ist die 95 nicht mehr allein unterwegs Also könnte man sagen bald bekommt die Bergkönigin ihr Gefolge Jörg Krause liebt die Schmalspur in der Baugröße 0 Hier habe ich jetzt nur das Profil eingesetzt das ist der Umwisswagen der Sächsischen Schmalspur war Damit wurde die Profilfreiheit auf der Strecke gemessen Jörg Krause baut seine Wagen alle selber meistens aus Bausätzen So eine Tüte mit so einem Karton mit Teilen ist das Ausgangsprodukt und dann eben durch die entsprechend abverändern wie es die Bauartänderung oder die Varianten in Sachsen gab und setzt dann hier noch Nieten ein und so was alles tut das dann als hoch von der und das Ganze ist das zum Verkauf oder für mich nur für die Vitrine ne für Anlage zu Hause und das sind seine aktuellen Glanzlichter wohlgemerkt nur für die eigene Anlage gezeigt wird dieses Jahr der Anschluss Wolf von der Bresnitz Talbahn das ist unsere neue Diorama Anlage die in Zusammenhang mit Jochen Klinger gebaut wurde Anschluss Wolf bedeutet es ist ein Anschluss der Bresnitz Talbahn und die Firma Wolf war halt der Besitzer dieses Werksanschlusses ab etwa 1920 also unser Diorama spielt etwa zwischen den 60er und 70er Jahren so können wir Epoche 3 und Epoche 4 fahren wobei wenn man die Autos runter nimmst kann man auch Epoche 2 fahren Egal welche Epoche als Freund der sächsischen Loklegende 4K kann man sich einfach nicht satt sehen auch an der Bahngeschichte nicht hier leben die Zeiten weiter als normalspurige Güterwagen noch auf Rollwagen ans Ziel transportiert worden sind Themenwechsel und hinein ins Vergnügen Wir sehen eine Kirmes eine Straßenbahnanlage und eine große Kirmes dazu mit vielen tausenden von SMDs und vielen Bewegungszähnen Wie viele Leute haben da daran gearbeitet? Aktuell nur einer nämlich ich Also alles auf meinem Mist gewachsen Aber das ist ja nun eine sehr harte Arbeit alles alleine zu machen und so viel so variationsreich Nein das vergessen Das muss schon so sein Was für wunderschöne und so unterschiedliche Modellbahnanlagen Ja wir sehen den Endpunkt der Strecke also den Kohlenschacht Nummer 7 und verschiedene Streckenabschnitte der große Bahndamm die Vorbeifahrt am Stadierwerk der Saline Badonberg das ist alles im Detail zu sehen Ja das ist ein Modell der Kohleneisenbahn zwischen Dolwitz und Badonberg das ist hier in der Region um Leipzig die erste Eisenbahn gewesen 1836 als Pferdebahn eröffnet 1908 elektrifiziert ja und der Zustand der gezeigt wird ist genau im Sommer 1930 ja weil die schon fünf Jahre später eingestellt wurde ja und weil da die Bahn noch so in der letzten Blüte war eigentlich das wollte ich so nachstellen Die Darstellung ist mehr als geglückt ja man kann beim Zuschauen die Hektik des Alltages buchstäblich vergessen das ein Kratierwerk da wurde Sohle also salzhaltiges Wasser über Domreisig laufen gelassen um das zu reinigen bevor es dann in Siedefangen zu Salz verarbeitet Meer zu diesem Thema erfährt man auch im Eisenbahn Museum Kötschau und ich habe auch etwas erfahren nämlich wie man Figuren bemalt und wer das tut wir bekommen die Resinfiguren von der Park von Ortlof und die malen wir an nach einer Vorlage nach einer Vorlage ja und wie schwierig ist das ja ist nicht so einfach alles unter der Lupe muss man schon schauen dass man zurecht kommt und wie lange braucht man dafür ja für eine Figur das ist immer unterschiedlich aber alles zusammen wenn man alles zusammennimmt Gesicht und die Kleidung kommt da schon eine Stunde anderthalb Stunden zusammen für eine Figur ich meine man muss ja alles zusammenrechnen die Figur wird grundiert zuerst grundiert dann werden die Gesichter gemalt und dann geht es zu meiner Frau und die malt dann die Kleidung kann ja so sieht es aus dann bedanke ich mich sehr herzlich im original für die Arbeit an meinem Modell ja bitteschön Herr alles klar Zufälle gibt es darüber hätte ich sonst nie etwas erfahren wenn mich die beiden nicht angesprochen hätten aber weiter geht es auf der Messe und jetzt gehen wir quasi zu guter letzt auf unseren Stand zu wo Revolut Tricksbahn Rolf und Steffen Klaus die Stellung halten unser Thema ist Modellbahn und Spielzeug aus der frühen DDR und dazu gehören auch die Einschienenbahn von von Pico und diverse Wohnblöcke nicht zu vergessen die Baugröße S Maßstab 1 zu 64 Spurweite 22,5 Millimeter hier der Hinweis dass die Straßenbahn gerade fährt zeitweise unser Sorgenkind und die größte Größe auf unserer Anlage die Spur 0 mit einem Zug der Firma Zeuge aus den 50er Jahren die meisten Fahrzeuge waren bei uns auf der Anlage in der Baugröße S unterwegs wobei es der Schienenbus besonders eilig hatte insgesamt war es eine wirklich sehenswerte Messe und wir kommen gerne wieder im kommenden Jahr so ja wir kommen gerne wieder also jetzt sind wir erstmal da aber Leipzig war eine Messe die mir wirklich gut gefallen hat und ich habe schon eine vage Zusage dass wir vielleicht wieder kommen können und das würde mich freuen ich würde dabei sein da denke ich mal sind wir schon sehr gespannt auf die Filme von dir und wir freuen uns über die vielen Schätzchen die sie auch heute ich kann es immer nur noch sagen in nächsten Zeit wir uns hier sehen werden es wird einiges dabei sein mit einigen anekdoten was sie vielleicht schon kennen aber es ist immer wieder schön über die Modellbahn zu sprechen und auch über die alte Modellbahn vor allen Dingen das hat irgendwas die Modelleisenbahn ist ja nun ein Hobby und für viele von uns ein Teil des Lebens ein wunderbarer Teil und ich Zeit ich bin ja nun ein Analoger also ich kann mit Technik nicht wirklich viel anfangen ich stehe auch gerne dazu aber ich sehe auch dass diese ganz einfache Technik ein blauer Trafo aufgedreht der Zug fährt auf Metallgleisen dass das einfach auch für Kinder heute noch und auch für Erwachsene natürlich auch so eine Faszination ausübt und etwas was einfach ist muss ja nicht schlecht sein ich bin kein digital Gegner ich finde es toll was digital möglich ist aber ich bin halt einer der der diese analoge Welt liebt und in die bin hineingewachsen und dementsprechend halte ich diese Sachen hoch diese alten Fahrzeuge und die alte Technik und ich sehe dass ich damit oder dass wir damit eine ja die Fähigkeit haben Erinnerungen bei den Betrachtern bei den Zuschauern zu heben und was will ich mehr dieses Lächeln im Gesicht so wie Hagen jetzt können wir den Hagen nochmal nahmen dieses Lächeln im Gesicht was die Modellbahn ausmacht liebe Freunde das ist schon so weiter im Programm eigentlich sollten wir jetzt eine Live Schalte haben oder war mal angedacht mit mit dem Herrn Lemke lieber Tobias wir grüßen dich von hier aus aus der Ferne er kann leider nicht heute hat er abgesagt aber hat uns gebeten oder mich gebeten ein paar Worte dazu zu sagen und das wird den Modellbahner wieder sehr besonders freuen er ist nämlich in Sachen Neuheiten unterwegs und hat ein wichtiges Treffen heute in Stuttgart am Tag der Modelleisenbahn passt ja eigentlich dazu wie gesagt tut ihm sehr leid ich soll Sie alle die da draußen vor den Bildschirmen sitzen grüßen und ich denke das ist wichtig was er macht die Mission dass er da in Sachen Neuheiten für uns und für uns Modellbahner generell unterwegs ist die zweite Live Schalte die jetzt geplant war ist ein bisschen in die Hosen gegangen deswegen verrate ich noch nicht wer dazu holen wollten das machen wir noch in der Stunde wir schalten einfach jetzt live weiter für einen Modellbahner der der mit einer ganz besonderen Spur befasst hat und es müsste eigentlich jetzt live uns zugeschaltet sein Wolfgang Marx da ist er hallo hallo geht's geht's dir gut kannst du uns gut hören ja ich höre ich hervorragend super so jetzt bist du dran deine Modellbahnanlage erzähl mal bitte was darüber war ja gut die Modellbahnanlage entstand in den jahren 88 bis 92 sie war als Kofferanlage konzipiert deswegen besteht sie aus zwei Teilen jeweils die länge 75 cm ergibt praktisch zusammen 1,50 das ist aber sehr klein ja trotzdem kann man auch Herr Herr Hagen hat schon erzählt weil analog die gesamte Anlage wurde nachher analog gesteuert gut ja ich kann aber hier auf dieser Anlage nachher da kann ich nachher sieben Züge voll automatisch drauf laufen lassen oder durch einen Schalter dann hergehen und auch einzeln praktisch alles ansteuern du müssen mir auch mal was zu seiner Baugröße sagen welche Spur war denn das das ist Spur Z also nichts für Brillenträger oder kann man so nicht sagen ich bin Brillenträger und zwar schon immer also es geht trotzdem es geht ja es geht das Problem das ich damals eigentlich hatte war folgendes wenn ich längere Zeit an der Spur Z gearbeitet habe und habe dann später eine H0 Lokomotive in die Hand genommen ist immer beinahe aus der Hand gefallen weil das ein riesenglobiges Teil war das wäre die Hand aber nicht gehört das ist seine Meinung es ist tatsächlich es ist wirklich so es ist tatsächlich es ist einfach viel viel feiner die ganze Sache und von daher gesehen ist es natürlich wenn sie dann was größer sind die Hand nehmen ist es einfach riesig ja klar man richtet sich auf die Hand Hand wenn man so eine Modellbahn so eine fipslige Modellbahn hat ja ganz anders ein das ist richtig konzentrieren darauf auf diese Größe dann so dann erzähl mal was zu deinen Motiven bei der Modellbahn du hast uns ja ganz viele Bilderchen geschickt was sehen wir denn da alles ja gut man sieht jetzt zum Beispiel das ist das Drucktastenstellwerk das wurde in einen Koffer integriert man sieht unten die einzelnen Industrie Relais über das dann praktisch alles gesteuert wird sind auch natürlich die bestimmten Widerstände drin für die LEDs was man hier jetzt zum Beispiel nicht sieht oder es nur sehr schlecht sieht mal an den Weichen beziehungsweise an den Signale sind LEDs eingearbeitet die dann die dann natürlich auch das tatsächliche Licht Bild anzeigen also wenn ich zum Beispiel Hb1 habe habe ich grünes Licht Hb2 in dem Fall grün gelb und Hb0 natürlich auf rot dann ja dann wollen wir uns die Landschaft betrachten ja ja so ja gut wir haben jetzt hier die gesamte Strecke muss ich mal so sagen besteht aus einer zweigleisigen Hauptbahn mit Oberleitung Oberleitung Betrieb ist tatsächlich voll funktionsfähig ich habe das also so gemacht wird aber in der Regel nicht verwendet das läuft also die Unterleitung und die Oberleitung läuft auf einen Trafo sozusagen und dann haben wir noch eine Nebenbahn die sieht man ganz im vorderen Teil die fährt also praktisch oben über eine sogenannte noch Behelfsbrücke ich wollte da eine andere Brücke mit einbauen ich habe auch die Teile schon zu Hause aber ob das jemals fertig wird ist die andere Frage was man noch sieht an der Oberleitungsmast der steht an einer an einer Böschung und unterhalb dieser Böschung kommt da praktisch auch nochmal diese Nebenbahn sozusagen nach oben weg ich kann auf der Nebenbahn habe ich drei Züge zwei Züge fahren in die eine Richtung und zwar so nach oben weg und wenn dann praktisch ein Zug unten wieder ankommt dann wird ein Zug der Gegenzug sozusagen freigeschaltet und der kommt dann unten aus wenn man es auf der rechten Seite sieht man dann die Brücke der kommt dann praktisch unten raus mit 16 Güterzugwagen dann also schon ja wie hat immer einer gesagt den rechter Flotzirkus ist das eine Anlage mit der Sie auf Ausstellungen zu bewundern sind war ich ja bis 2009 war ich immer wieder auch auf Ausstellungen und in letzter Zeit habe ich leider Gottes sehr sehr wenig Zeit für die Anlage gehabt die ist zur Zeit auch so verstaut ich konnte gar praktisch gar keine neuen Bilder jetzt mehr machen weil das wäre ein riesen Aufwand geworden da deswegen muss ich mir auch entschuldigen die Bilder selber sind natürlich nicht gerade vom Feinsten aber das sind in der Regel alles noch Analog Bilder die dann praktisch eingelesen wurden naja es entspricht ja der Bauzeit was hattest du gesagt 30 Jahre her sind sie aber ganz respektabel man sieht ja im Grunde genommen so ein Grundthema bei dir in der Epoche ist glaube ich die Epoche 4 oder ja ich bin eigentlich da in der Richtung epochenfrei also bei mir kann natürlich auch mal einen Dampfzug fahren ich kann natürlich jetzt eine Geschichte zu der Anlage erzählen also was es darstellen soll wir haben jetzt hier zum Beispiel noch Ringlokschuppen für natürlich Dampflokomotiven beziehungsweise auch Diesel wir haben jetzt hier den Ringlokschuppen wenn wir jetzt hier an der Drehscheibe zum Beispiel nach unten weitergehen dann haben wir hier schon modernere Lokschuppen drin die ja also in erster Linie für Dieselmaschinen gedacht sind dann auf der rechten Seite da sieht man gerade noch so ein kleines Eck das ist jetzt natürlich weg ok jetzt hat man jetzt beim nächsten Bild hat man es oben gesehen spielt keine Rolle da sieht man so ein kleines Eck noch das ist das E-Log BW ganz das kleine das ist so glänzer wie soll man sagen gerade so ein Seitenteil sieht man noch hinter dem blauen LKW ok und die Modelle hast du alle selber gebaut ja gut teilweise sind Eigenbauten beziehungsweise sind Bauten von Brava soviel ich weiß Busch haben da was gehabt Faller hatte soviel ich weiß noch nicht groß Kipri war einiges und das wurde dann dementsprechend einfach abgeändert dass es praktisch reinpasst ich habe zum Beispiel wir haben ja hier die Häuserzeile unterhalb von dem BW das ist ein Teil das lässt sich komplett rausnehmen weil da die Hauptverkabelung durchläuft unter anderem man muss ja irgendwo mal rankommen falls mal irgendwas sein sollte diese Brücke die man da jetzt die obere Brücke die man jetzt da oben rüber sieht das ist eigentlich nur als Übergang gedacht gewesen ich wollte da praktisch eine Brücke aus Messingteilen bauen die eigentlich ja logischer ist weil in dem Fall sind die halt zusammengeleimt im Prinzip und es müsste normalerweise überall müssten ja Pfeiler drin sein ist aber nicht möglich weil ja unten nochmal die gesamte Anlage durchfährt ich habe ja hier insgesamt vier Ebenen von der Höhe her okay oben sieht man jetzt auf der linken Seite einen See das war mal ein Verpackungsmaterial das hat sich so angeboten ich habe das Verpackungsmaterial angeguckt habe ich gesagt okay in Ordnung das gibt einen See gut sehr praktisch ja praktisch gedacht im Grunde genommen macht es ja auch den Modellbau glaube ich aus und das wird uns Mike sicherlich heute auch noch mehrfach sagen dass man ja praktisch mit allen Materialien was machen kann also nicht nur mit vorgefertigten die man kaufen kann sondern man kann ja auch praktischerweise mit allen mit Kartons mit Zeitungen etc. pp im Modellbau arbeiten genau das ist richtig also ich habe hier auch sehr viel mit Styropor Styrodur draht was noch noch drahtgas sehen natürlich für die flächeren Sachen und dann natürlich mit Papier dementsprechend halt drüber gezogen so die Modellbahn habe ich im Vorgespräch schon gehört von dir betreibst du die eigentlich noch sehr aktiv oder ist die mehr im Koffer ja diese Modellbahn die ist zurzeit im Koffer ja wir selber haben natürlich eine andere Anlage aber das ist natürlich ob das noch Modellbahn ist ist die andere Frage verraten bitte was die andere Anlage ist den Zuschauern was du machst wir haben im Jahre 2001 eine Anlage ins blühende Barock eingebaut es ist diese sogenannte Kleinbahn in Ludwigsburg genau richtig und da diese wurde bis jetzt von uns betrieben diese ganzen Schienen wurden selber geschweißt die Maschinen wurden größtenteils selber hergestellt sie wurden teilweise selber konstruiert auch Dampflokomotiven die dort sind das sind natürlich Echtdampfmaschinen in dem Fall natürlich schon von der Größe her und ja das ist was ich da wo ich hauptsächlich dran hänge weil die Maschinen müssen natürlich permanent gewartet werden die Schienen müssen gewartet werden bei den Weichen und so weiter wie schon gesagt die Anlage besteht jetzt seit 22 Jahren und wir fahren eigentlich tagtäglich bis auf jetzt jetzt sind wir nur noch bis zum 4. Dezember nur noch bis nur noch am Wochenende dann unterwegs aber auch mit Dampf dann dementsprechend also liebe Modellbahn Freunde da draußen die haben es gehört auf nach Ludwigsburg genau genau auch genau lieber Wolfgang wir bedanken uns ganz herzlich dafür dass du uns deine Anlage vorgestellt hast dass du uns Einblicke in dein Modellbahn Leben gegeben hast wünschen dir weiterhin viel Spaß und hoffen dass wir uns irgendwann mal in Ludwigsburg sehen müsst ihr euch beeilen ich bin eigentlich bloß noch bis zum 4. Dezember da die Anlage wird ja übergeben jetzt dann anders bin ganz einfach ist es einfach irgendwann hört es einfach auf alles klar gut und trotzdem alles Gute alles Gute vielen Dank euch beiden und vielleicht sieht man sich doch mal irgendwo vielen Dank aber auf jeden Fall danke danke tschüss so liebe Freunde das war Wolfgang Marx aus Ludwigsburg nein nicht ganz aus Feying Enz so ergrinst mich ich tappe nicht in die Falle aber alles Baden-Württemberg Großraum Baden-Württemberg Großraum Stuttgart jetzt kommt die Überraschungsschalte doch noch zustande ich habe gerade Zeichen bekommen ich begrüße jetzt ganz herzlich im fernen Norwegen Finn Mu da ist er Hallo Finn grüß dich grüßt euch beide Frank und Hagen schön euch zu sehen wir freuen uns auch dass es geklappt hat am internationalen Tag jetzt habe ich den Zuschauern ja schon versprochen dass der Finn uns in seinem großen Modellbahn Superstore begrüßt in Oslo oder Uslo oder wie sagt er immer Uslo Uslo da wollen wir natürlich zum Tag da wollen wir natürlich zum Tag der Modellbahn eigentlich mal jetzt in deinen Laden gucken was hast du denn eigentlich alles zu bieten bei dir oh das ist ziemlich viel 750 Quadratmeter technische Hobbyladen Modelle Eisenbahn Plastik und alle mögliche Farbe ich drehe ich drehe mein Telefon rundherum können wir ein kleines Passiergang machen ja mach das bitte ja so jetzt hat das Telefon gedreht und noch ist irgendwie die Leitung abgebrochen auch das kann passieren Finn was hast du gemacht jetzt wir sehen dich wieder wir sehen dich wieder hallo hat nicht geklappt dreht Leute guckt euch das mal an das ist doch ein Modellbahnladen hier ist Lars unser Maler Spezialist er macht unsere Farbe er ist auch Plastikbausatz Spezialist und Farbeabteilung ist da wir gehen langsam durch Werkzeug abzuheilen zu Landschaft ein nein nein alles gut sag mal Finn welche Marken hast denn du eigentlich alle bei dir im Laden außer jetzt deine eigene das ist das ist das ist also das ist vor allem Bruchgo das ist jetzt ist er wieder weg im Funkloch er muss wieder zurück ja Finn komm wieder zurück du bist im Funkloch ja liebe Freunde auch das ist live so gehört das wohl dazu den Bluch und Segen der Technik machen wir weiter bis er wieder zu sehen und zu hören ist was sagst du zu dem Geschäft ja ich wusste es gar nicht dass der so ein großes Geschäft hat ich weiß dass er wir müssen es einfach mal sagen NMJ ist noch gar nicht gefallen das ist ja die Firma der er vorsteht und die es schon seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten gibt dass er ein Modellbahngeschäft hat wusste ich nicht also das ist mir völlig neu und ich bewundere es weil das ist ja ein riesen Geschäft es ist ja auch ich sag jetzt mal so ich hatte es auch glaube ich schon mal dem Finn selber gesagt er wurde ja am Anfang wenn er auf Messen war wenn er mit seinem NMJ-Stand kam und seinen brutalen norwegischen Modellen ein bisschen belächelt und als Außenseiter gehandelt aber heute ist er aus der Szene eigentlich nicht mehr wegzudenken nö und er ist glaube ich jetzt auch wieder da ja ja ich bin wieder da du warst im Funkloch ich weiß es ist es ist es war ein Funkloch in meinem Laden da ja gut also analog halt ja ja wir haben lieber Finn es ist ja sehr schön in deinem Laden aber irgendwas fehlt noch ich habe es noch nicht entdecken können was denn ja das kann ich dir sagen also wir waren ja in Oebesfelde mal zum Filmen ja im Februar ja es war es war recht windig und kalt wunderschön ja da haben wir eine Weihnachtsglock gesehen aber zu der fehlt eigentlich noch eine ganz bestimmte ja das ist die Inproduktion hat lange gedauert weil diese Bedruckungsarbeit ist sehr aufwendig ich kann euch vielleicht eine Probeluchtkasten zeigen ja bitte also für die Modellbahner das ist die Nordlichter für die Modellbahner die jetzt wahrscheinlich nicht so richtig wissen von was wir sprechen also die Weihnachtslog ist ja bekannt die Inorhab aber wir waren ja zu Dreharbeiten zum Rollout dieser des Originals der Nordlichter-Lok und ist ja wirklich viel fotografiert worden an dem Tag und auch sicherlich jetzt schon immer unterwegs bin da ist sie gucke das Gehäuse ist schon mal da das ist schon viel wert ja das sieht ja auch gut aus super weil diese Bedruckungsarbeit darauf mit diesem Nordlicht da kann man nicht so richtig einfach drucken weil diese Schatten da und diese Fallsteigungen und Abschluss da macht das sehr schwierig aber jetzt kommt es ziemlich bald also die Herausforderung habt ihr jetzt schon einigermaßen bestanden denke ich ja ja Lukasen ist fertig Fahrwerk ist fertig es fehlt nur ein bisschen Montage und dann kommt es dann hoffentlich vor Weihnachten das wollte ich doch jetzt hören genau das war der Satz das war jetzt deine Intention hier dass die Nordlicht Lok zu Weihnachten bei uns fahren kann das wäre das wäre was sonst habe ich ja was ganz Neues zu zeigen die die B7 Wagen von der Belgenbahn ja halt jetzt halt ein bisschen mehr vor das Gesicht bitte ja so alles rum ja sehr schön neugangekommen fünf Wagen von wie heißt es heute die Belgenbahn ok hier ist die Stapel eine Stapel vom Wagen davon die verkaufen sich gut sehr gut das glaube ich gerne sieht doch schön aus sag mal wie wann zu welchen Zeiten ist dein Geschäft geöffnet von 10 bis 18 Uhr jeden Tag also Samstag dann von 10 bis 4 ok also heute können wir nicht mehr vorbeigehen bei ihm 18 Uhr sitzen wir ja hier das schaffen wir nicht ganz aber morgen kommen wir mal vorbei Bärisch 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 Absolut Finn wann sieht man dich mal persönlich wieder auf welcher Ausstellung wirst du im kommenden Jahr zu sehen sein Dortmund im jeden Fall im April ok ja ich weiß nicht ob Nürnberg gemacht wird dieses Jahr ich habe nicht mehr von Nürnberg gehört und Nürnberg hat vielleicht ein bisschen Bedeutung verloren für die Modellisenden Branche weil die ist sehr teuer geworden und Hotelzimmer kostet eine Vermögenheit ich wollte schon ein Zimmer haben aber ich darf kein Hotel kaufen ich möchte nur ein sauberes Bett ein sauberes Bad ja das ist glaube ich du sprichst etwas an Finn die Szene hat sich durch Corona in den letzten zwei Jahren verändert und viele Modellbahnhersteller produzieren ihre Neuheiten Filme selber oder lassen sie produzieren und das funktioniert auch ganz gut also ich glaube du bist auch auf so einem Weg ja wir haben wir haben durch Corona wir haben eine Umsatzsteigerung gehabt unglaublich weil Leute die konnten nicht aus dem Haus gehen und die mussten was zu tun haben die konnten und die waren nicht im Restaurant war irgendwo war das Geld übrig und wir haben davon profitiert ein Anteil von dieser Gelder bekommen natürlich und dadurch ist auf dieser neue Wege Marketing zu machen entstanden und dann so eine reine Fachmesse wie Nürnberg wird schwieriger Dortmund sehe ich ein bisschen anders weil dort können wir auch verkaufen und da gibt es die kostendeckung ja also dann freuen wir uns auf Dortmund dass man dich endlich mal wieder sieht genau ich weiß ja gar nicht wie du aussiehst jetzt ist er ja braun gebrannt kommt er kommt ja früh aus dem Urlaub da kann man natürlich mal so glänzen ja ich war in Italien und hat meine Oliven geendet das ist sein zweites dunkles Geheimnis wunderbares Leben ja lieber Finn wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für diese Schalte und für diese Auskünfte die uns gegeben hast die größte Freude hast du glaube ich einer ganz großen Gemeinde heute gemacht dass im Dezember noch die Nordlichter Lok kommt ja und das ist ja eine Kult Lokomotive und du trägst diesen Kult ja eigentlich immer weiter durch deine Hilfe und durch dein Engagement also da sage ich jetzt auch schon mal schönen Dank vielen Dank dafür ich einfach begeistert und ich freue mich auf das Modell und ich muss eins sagen die Szene die Welt der Modelleisenbahn ist so facettenreich und diese No-Hub mit den einzelnen Bedruckungen ist ein Bestandteil und der gehört einfach dazu er ist nicht mehr wegzudenken und der Mann der das zu Werke bringt gucken Sie sich den Anliebemodell weil dann merken Sie sich dieses Gesicht Vantage steht drüber und drunter No-Hub Fien No-Hub Team No-Hub Fien No-Hub das passt schon vielen Dank danke dir mach's gut viele Grüße nach Oslo tschüss 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 so jetzt machen wir weiter im Text passend im Norden ist es ja immer kalt ja und da schneit es doch schon ach ja und da gibt es einer einen Startlöcher und der will noch was überstehen ja und 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 Mike schafft es binnen kurzer Zeit eine Winterlandschaft vor sich hin zu drapieren ja ja Mike du hast das Wort genau müssen wir noch einen Spruch zum Winter sagen oder so Kling Glöckchen Klingelingeling oder so ähnlich oder das geht voll zu aber ich bin noch ein bisschen erfreundlich denn die die Lokomotive vom Fien Mo diese Nordlichter Lok das ist schon was Schönes also das würde ja hier auch gut drauf passen ja 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 wenn dort Schienen liegen würden ja ja und wenn der Fien das noch gehört hat hätte dann hätte es vielleicht registriert ja naja gut ich habe trotzdem schon mal was vorbereitet und zwar eine schöne Winterlandschaft weil ich habe gedacht wenn wir hier schon am 2. Dezember Aufnahmen machen dann geht es natürlich nicht ohne Schnee ohne Winterlandschaft zumindest auf der Modellbahn zumindest auf der Modellbahn genau das ist eigentlich auch ein ganz tolles Thema und was mich immer wundert ist man sieht selten auf Ausstellungen es kann natürlich auch daran liegen dass so eine Anlagen dann sehr sehr aufwendig zu pflegen sind weil das natürlich alles weiß ist weil es hell ist Verschmutzung sieht man schnell aber trotzdem ist es ein tolles Thema gerade für einen Dioramenbau wie ich finde und das kleine Diorama was ich vor mir habe ist mal in einer Zusammenarbeit in einer Kooperation entstanden die Firmen Busch und Auhang haben mal zusammen etwas gewagt und da haben wir das mal gebaut und ich habe natürlich auch noch was anderes vorbereitet und möchte zeigen wie man so eine Winterlandschaft baut was ist dafür notwendig dafür muss ich das hier mal zur Seite stellen danke Frank und Schneidematte nehmen wir mal weg sonst ist die nachher hin ich habe hier einfach mal einen Rohbau gemacht so ähnlich wie das was wir da zu stehen hatten nur in klein also ich habe hier ein Stück Straße aufgeklebt das ist einfach eine Straßen Platte die einmal eine Lasur erfahren hat damit sie nicht mehr so ganz ja kunststoff mäßig glänzt und jetzt sieht man schon das Diorama vielleicht kann man das mal so ein bisschen ich versuche es mal so zu sehen das ist schon rechteckig und kantig das heißt das muss jetzt erst mal in Form gebracht werden jetzt wird schmutzig jetzt naja schmutzig aber ein bisschen Arbeit muss hier schon sein Konzentration so jetzt kann ich natürlich ich habe hier so eine schönen roten Werkzeuge ja so sieht man die extra für diesen Leichtbau Schaumstoff angefertigt wurden die sind dafür geeignet und ich wäre jetzt damit einfach das ganz ein bisschen in Form bringen so schneit schon fast hat das so Zähnchen dran oder ja genau also man sieht das hier das ist so ein bisschen gezahnt gröber und feiner hier das kann ich gut für die Gestaltung von Felsen nehmen ja das ist recht unregelmäßig grob gezackt gezahnt und dann habe ich halt einfach noch Spachtel das ist das Werkzeug was glaube ich vor jahr vorgestellt wurde genau das haben wir vor jetzt vorgestellt genau und das Material hier hat auch noch eine Besonderheit ich kann das wirklich mit der Hand bearbeiten ja also das Material ist Styrodor oder wie heißt das dieser Werkstoff nennt sich eigentlich Modul oder nicht eigentlich der nennt sich Modul das ist ein geschäumter Werkstoff und der hat eine ganz tolle Eigenschaft er ist absolut Hitze und Feuer unempfindlich also ich könnte jetzt hier drauf wirklich einen Lötkolben ablegen da passiert gar nichts da verkokt die Oberfläche und das war es nachher für den Landschaftsbau ist das natürlich ich sag mal schon fast ein Segen weil das Zeug ist wahnsinnig leicht und ich kann es mit Heißkleber kleben jeder der schon mal mit Styropor oder Styrodur im Landschaftsbau gearbeitet hat der weiß das kann ich nicht mit Heißkleber kleben das muss ich dann umständlicherweise mit Weißleim kleben oder mit Spezialklebstoffen die es im Baumarkt beispielsweise gibt hier kann ich ganz normal mit Heißkleber arbeiten das heißt das ist eine stabile schnelle Verbindung und im Gegensatz zu Styropor oder Styrodur hat dieser Werkstoff wirklich noch eine Eigenschaft ich greife mal hier nach hinten schnell während ich Styropor und Styrodur nicht mit einem Cuttermesser schneiden sollte weil die Klingen da drin hängen bleiben kann ich den also wirklich ganz gefahrlos und einfach schneiden ist auch so eine schöne Eigenschaft die man nutzen kann so jetzt muss ich mal den Platz ein bisschen sauber machen ich muss auch aufpassen dass das nicht alles in Kaffertasse krümelt mal ein bisschen abklopfen und das wichtige bei Winterlandschaften ist jetzt einfach dass ich fließende Formen habe dass ich nicht so viele Ecken drin habe es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten wie ich Schnee aufbringen kann ich kann ja nur eine Möglichkeit hier zeigen aber die bedingt natürlich dass ich einen relativ glatten Untergrund habe fließende Formen habe denn wenn ich irgendwo dann Kanten habe oder Absätze sieht es ja auch nicht mehr schön aus und Schneelandschaft ja so richtig dick verschneit vor allem wenn es richtig schön viel geschneit hat ist das ja alles schön gerade und eben und zugedeckt gibt es ja keine Kanten genau jetzt müssen wir natürlich das Ganze ein bisschen vorbereiten und dafür brauche ich zuallererst ich bin ja hier fantastisch ausgestattet ganz normales handelsübliches Klebeband das ist so ein Krebsach maler Krebs und damit klebe ich mir zuerst die Kanten der Straßen ab denn ich muss eine Sache machen die ganz wichtig ist bevor ich auf diesem Material arbeite ich muss weiß das einer von euch naja jetzt ich muss zwei fragende Gesichter geguckt ja ich muss es vorgrundieren das hätten beiden auch gewusst so man muss es vor grundieren ganz genau warum muss ich das vor grundieren wenn ich hier rüber fasse ich habe mir extra schwarze handschuhe angezogen damit meine Hände noch drauf seht wenn ich hier rüber fasse dann ist das ganze Material sehr sandig hier muss ich noch mal ein bisschen was abschneiden so ist das Material sehr sandig und wenn ich da einfach versuche mit einer spachtel masse oder ähnlichem drauf zu arbeiten dann perlt mir das alles wieder runter das kann man sich so ein bisschen vorstellen als wenn man auf einer tisch oberfläche mehl aufgestreut hat man nimmt das mehl runter aber so ein ganz feiner belag bleibt davon immer noch noch so ganz feiner film bleibt davon immer noch drauf und wenn ich dann versuche da irgendwas raufzukleben oder sowas wird es mir nicht gelingen warum weil das natürlich staubt also vorgrundieren ich habe hier eine ganz normale modellbaufarbe in rein weiß so mache ich mal ein bisschen was ins schälchen dann habe ich hier ganz normal einen alten pinsel den man so zum vorgrundieren nehmen kann das gibt es auch in ganz vielen verschiedenen ausführungen ich habe hier sowas der da sieht man der hat schon richtig gelitten aber für vorstreich arbeiten reichen so eine pinsel völlig aus jetzt ist eine sache ganz wichtig kaffeetasse muss man ein stück rücken ja nicht dass die tassi umwelt nicht dass ich einen pinsel drin aus habe so bevor ich mit dem pinsel in die farbe gehe immer den pinsel nass machen so dann kann ich die farbe aufnehmen und vielleicht wird man es jetzt ich mache es mal hier oben wird man sehen dass die farbe so ein bisschen wie zurückgezogen wird ja und deswegen ist es wichtig dieses material vor zu grundieren und damit ich jetzt an der straße relativ zügig arbeiten kann dafür habe ich es mir eigentlich nur abgeklebt ich kann da drauf auch mal über den rand malen und die art und weise streiche ich dann das ganze diorama vor wenn das fest geworden ist dann kann schon weitergearbeitet werden und damit frank nicht den ganzen moderationsplan umschreiben muss habe ich da natürlich schon was vorbereitet ich stelle das mal zur seite hat sich vorbereitet so sieht das ganze dann aus wenn man es einmal komplett vorgestrichen hat ich zeige es nochmal so im schnitt kann man gut erkennen ist im prinzip das gleiche was ich eben hatte nur schon komplett vorgestrichen weil ich habe hier natürlich nicht die trockenzeiten das ist klar bevor ich weiter arbeite wie lange trocken das ist ja je nach raumtemperatur also ich lasse sowas gerne mal einen tag stehen also in der nacht aber ich sage mal im falle eines weißt du der werkstoffhagen ist ja auch dafür geeignet dass ich hier wirklich mit dem Föhn drauf kann ich muss ein bisschen mit der straße aufpassen weil das eine kunststoffplatte ist ansonsten kann ich hier mit dem Föhn drauf arbeiten könnte die die farbe aber die reißt nicht beim trocken mit dem Föhn oder nö 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 das macht sie nicht so gut ich wasche bloß mal schnell den Pinsel aus so das stellen wir zur seite und jetzt kommt was ganz tolles wie macht man eigentlich Schnee da gibt es Produkte für ich habe hier natürlich Auhangenprodukte klar aber die gibt es auch von anderen Herstellern also wer jetzt sagt hier der Lorbeck kommt bloß immer mit Auhangen um die Ecke nein gibt es auch von anderen Herstellern zum einen haben wir hier das Schneepulver da ist gleich so eine Art Glitter drin wobei ich den immer noch ein bisschen suche spielt auch keine Rolle denn dafür gibt es den sogenannten Winterzauber das ist so ein ja was wie würde man das beschreiben das ist so ein bisschen wie Glasbruch es sieht augenscheinlich ein bisschen aus wie Zucker also ich muss es nachher auch wegstellen weil hier sind alles Kaffeetrinker so ja da steht ja auch Hagen dran das Material was ich hier habe dieses Schneepulver das ist einfach eine Sache die mit Weißleim zusammen im Verhältnis 1 zu 1 im Maßstab das ist im Verhältnis 1 zu 1 wird das angerührt und das habe ich natürlich auch schon vorbereitet dann ich versuche es mal ein bisschen kann man das sehen ach ich habe ja oben eine Kamera das ist praktisch so so also das ist einfach bloß ich gehe mal mit dem Pinsel rein das ist einfach das sieht ein bisschen aus wie so ganz dünner Gips ja so kann man sich das vorstellen und den trage ich jetzt auch mit dem Pinsel einfach hier auf wobei der jetzt wirklich sehr jetzt klebst du nicht mehr ab nein jetzt klebe ich nicht mehr ab warum zeige ich dir ich will ja hier auf die Straße auch so ein bisschen so ein unregelmäßigen Rand kriegen na na ich muss ja fragen weil es wird mehr gerügt wegen weil man nicht wusste immer fragen wusste man es nicht genau und jetzt wissen wir es und jetzt brauchen wir es jetzt brauchen wir es nicht mehr so ist das immer so ist der Mike also das trage ich hier erst mal ganz vorsichtig so ein bisschen an den Rand auf so ich mache erst mal nur das untere Teil davon ich zeige gleich warum denn die Straße kann natürlich nicht so grau bleiben na so halt so so sieht es jetzt aus da ist die Kamera so und man sieht aber schon das wird eine recht feine Fläche werden wenn die Kamera ganz ich weiß gar nicht ob die Kamera das sieht wenn man ganz genau hinguckt sieht man dass sich so ein bisschen Löcher auftun das ist aber ganz normal das ist einfach in diesem Produkt was stark gerührt wurde sind Luftblasen drin und die entweichen jetzt ist also kein Problem das darf so sein und nachher wird es eine richtig glatte Oberfläche bevor das Zeug jetzt trocknet die Sprachtelmasse mache ich noch eins ich nehme mir den diesen Schnee den Zucker für den Tee den Zucker der Kameramann kriegt bei mir hier der eskaliert hier schon weil ich bin immer weg ich bin immer aus dem Bild so jetzt nehme ich diesen Schneeglitter ja und streue den einfach lose erstmal nur in die Fläche ein das gibt nachher so ein bisschen den Effekt dass diese Schneefläche so ein bisschen samtig aussieht weil Schnee ist ja eigentlich nicht eine homogene Fläche ja wenn man mal ganz genau guckt dann sieht das ja so ein bisschen samtig aus im Prinzip ich klopfe mal den Rest hier drüben ab das glitzert schon wir sehen es ja das sieht schon cool aus das sieht schon cool aus ja jetzt widmen wir uns der Straße und da könnte ich jetzt eins machen ich könnte natürlich einfach mit dem Pinsel drüber fahren dann ist die Straße auch weiß das sieht aber nicht so aus wie das was wir eigentlich dann draußen sehen sondern draußen haben wir auf der Straße eigentlich immer Fahrspuren und ich habe mir jetzt hier ein Abklebeband das ist so handelsüblich das bekommt man im Modellbaufachgeschäft bestimmt hat das auch der Finmo im Programm so ja klebe ich mir hier da ist ja mal Winter da oben fast das was hier rum getuschelt wird so klebe ich mir hier Fahrspuren ab und jetzt kann ich mir mal zwei Fahrzeuge nehmen ich habe hier mal zwei verschiedene die kommen nachher auch nochmal ins Bild die müssen hier heute auch noch arbeiten und gucke mal wie breit muss ich denn ungefähr die Fahrspur machen denn wenn es nachher zu schmal wird dann sieht es etwas unrealistisch aus machen wir es zu breit dann schaut das auch nicht mehr schön aus so also ganz normales Abklebeband das kriegt man auch im Übrigen in verschiedenen Stärken ja also das ist hier glaube ich ein Zentimeter was ich habe jetzt kann der eine oder andere natürlich sagen warum klebt dann das mit eine Fahrspur mit einem Zentimeterbreiten stark so breit sind gar nicht die Reifen oder Räder aber es fährt der Nummer nicht wie auf Schienen sondern die Fahrspuren variieren natürlich immer ein bisschen nach Fahrzeug und Lkw-Breite also ich glaube hiermit bin ich schon recht zufrieden so die beiden stelle ich mal wieder in die Garage dann das Klebeband gut andrücken jetzt kommt ich bin schlecht vorbereitet ich suche einen bestimmten Pinsel hier ist er jetzt kommt ein etwas feinerer Pinsel zur Anwendung und damit nehme ich mir hier wieder meine Spachtelmasse die ich dann erstmal sehr sehr vorsichtig über die an die Klebebänder ran trage das Material hier auf der Straße auf das mache ich jetzt auch mit einem weichen Pinsel weil ich einen recht flüssigen Anteil nur oben rausnehme von der Spachtelmasse die setzt sich natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen ab ganz klar und ich nehme oben nur einen flüssigen Teil raus und gehe vorsichtig über die Klebebänder so ein bisschen rüber im Randbereich dass das nachher nicht das Klebeband abhebt das sind ja auch sogenannte Maskierbänder sagt man auch dazu ein Maskierband hat nun mal die Eigenschaft das klebt nicht so stark wie man das von einem normalen Klebeband kennt ich mache bloß mal hier noch die eine Seite das ist erst mal Material aufgebracht und jetzt muss ich noch einmal lang gehen damit man diese Pinsel Stupser nachher nicht sieht die Farbe fängt schon an anzuziehen merkt man schon so zu empfehlen ist es auch da hier Weißleim in der Farbe ist die Pinsel sofort gut auszuwaschen also zumindest wenn man sie ein zweites Mal verwenden möchte und ich habe zum Auswaschen der Pinsel das zeige ich nachher auch nochmal habe ich immer zwei Gefäße in einem wird das grob erstmal vorgespült und in dem anderen dann nachher fein ausgewaschen so jetzt kann ich die Klebebänder auch schon wieder abziehen pack ich mal da hinten hin und jetzt sieht man schon jetzt haben wir eigentlich schon sehr schöne Fahrspuren jetzt gibt es noch ein Problem mit der Fahrspur denn da wo die Reifen rollen ist überhaupt nichts weiß und das gefällt mir natürlich noch nicht aber da kann man Abhilfe schaffen indem man einen Pinsel nimmt hier nehmen wir den ich nehme hier einen Borsten Pinsel der ist also wirklich recht hart den auch vorher ein bisschen nass machen dann nehme ich mir hier nochmal meine weiße Farbe meine Vorstreich Farbe die ich hier vorhin hatte im Näpfchen sie erinnern sich so nehme ein bisschen was auf dem Pinsel streiche das so ein bisschen aus ist eine Pappe auf den Tisch und jetzt wird noch ganz leicht Schnee aufgebracht also der wird wirklich nur ganz leicht rauf gebürstet denn die eigentliche Straße soll man ja noch erkennen drunter erkennen genau so dann zum abschluss nochmal da wo die Fahrstreifen sind Pulver drauf und dann glanz das die ganze geschichte drauf so nochmal diesen Winterzauber heißt das glaube ich bei auch ich schau nochmal ja Winterzauber drauf so wunderbar noch mal abklopfen das ist gut bei so einem kleinen Dioramen kann man es immer abklopfen wie bei ihrer Anlage das sieht dann natürlich ein bisschen anders aus da wird es schwierig aber dafür gibt es Staubsauger glaube ich und man verbraucht ja hier nicht so Material also so sieht es jetzt vielleicht fängt die Kamera kurz ein so sieht es jetzt erstmal aus wenn man es bewegt sieht man schon das glitzert was mir natürlich noch nicht gefällt ist dass das völlig nackig aussieht ja also nackig im sinne von hier vorne ist nichts los und sie haben es schon auf dem anderen Diorama vorhin gesehen da waren Bäume drauf da sind Sträucher drauf und so weiter und auch die kann ich ganz einfach nachbilden und zwar gibt es da ein ganz tolles Produkt von Auhang das nennt sich direkt junge Bäume Winter so so sehen die aus da ist wieder die Kamera so und da sieht man schon die haben eigentlich so ein Holzgestell noch drumrum ich weiß nicht wie das genau heißt damit junge Bäume damit die nicht abknicken wenn ich mit den Bäumen fertig bin sehen die dann erstmal so aus also das Holzgestell habe ich Äste natürlich noch ein bisschen zurecht gebogen und die werde ich jetzt in meine frische frisch gestaltete Landschaft stecken dafür nehme ich eine Pinzette und kann das Ganze dann hier verwenden mitunter passiert ist wenn man diese kleinen Äste biegt das ist natürlich alles nur Polysterol ganz weicher Kunststoff dass die abbrechen aber das ist nicht etwa Abfall sondern die kann ich gleich als kleines Strauchwerk weiterverwenden so ich stecke bloß mal ein paar davon ein und dann bekommt diese ganze Geschichte schon ein bisschen Leben Blätter brauchen wir ja nicht wunderbar da kann man sich schon ganz gut vorstellen wie die Straße aussieht und dann nehmen wir noch einen weichen Pinsel da brauchen wir den wie gesagt vor dem Arbeiten Pinsel immer schön nass machen dann nochmal die Vorstreich Farbe nehmen ich vermute jetzt werden die Äste eingestellt und jetzt werden noch ganz klein ganz fein meine ich die Äste ein bisschen nachbehandelt gar nicht so viel denn auf den Ästen bleibt ja nicht so viel Schnee liegen das weht ja meistens alles runter und wenn du die Äste gleich von Hand in die Farbe tunken würdest ja das ist mir dann zu viel also wer möchte kann das ausprobieren aber mir wäre es ein bisschen zu viel ich möchte wirklich nur immer kleinteilig hier arbeiten das eben nur wenig Farbe nur wenig Schnee auf meinen Ästen liegt aber das Problem wird auch sein wenn man das wirklich in die Farbe eintaucht dann gibt das nachher von allen Seiten einen wahnsinnig dicken Überzug und das sieht eigentlich dann nicht irgendwie so ab aber es ist überall Farbe dran und deswegen mache ich es lieber mit dem Pinsel das ist zwar ein bisschen aufwendiger aber man hat immer diesen Lichtschatten Effekt nachher weil du mit dem Pinsel immer nur eine Seite des Astes erreichst egal wie ja so so sieht's aus so sieht's aus ich werde das jetzt noch fertig bauen und wir machen weiter dann würde ich sagen macht ihr weiter denn jetzt müssen wir jetzt weiter eine Übergabe danke lieber Maik dass du uns diese tolle Vorführung gemacht hast und Vorführung ist wiederum das Stichwort wir sind jetzt hoffentlich live miteinander verbunden zur Modellbahn Gemeinschaft Gärmering und die beiden Herren sind jetzt sehen wir im Bild die hören uns wahrscheinlich auch recht gut und die werden uns jetzt ihre Anlage vorstellen wunderbar herzlichen Morgen das lockt sehr viel Zuschauer an und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch entschlossen dann eine Gleichstrom H0 Modulanlage zu bauen die wir da vorführen aber auch viele Gastaussteller bei uns immer sehr regelmäßig auch gern bereit sind bei uns mitzuhelfen dazu habt ihr uns ja auch ein paar Bilder geschickt fangen wir gleich mit dem ersten Bild an Stichwort Zuschauer da sehen wir ein Teil eurer Modulanlage und erzählt mal ein bisschen was dazu vom Bahnhof beziehungsweise vom Bahnhofs Vorplatz auf den sechstgläsigen Bahnhof man sieht ja vier Bahnsteiggleise zwei Durchfahrtsgleise dann geht es über in eine zweispurige Hauptbahn die nicht elektrifiziert ist also eine Dieselstrecke und ja das Bild stammt von der diesjährigen Ausstellung wir haben direkt eine Woche nachdem es quasi wieder erlaubt war uns gewagt und quasi hochgepokert uns gewagt den Termin festzulegen und die Ausstellung durfte man dann auch sowieso durchführen Maske musste man keine tragen aber viele haben sie getragen und ja also wir sind sage ich mal fast quasi überrannt geworden dieses Jahr also das Interesse ist auf jeden Fall sehr groß gewesen Was habt ihr haben Rockrail System dahinter aber wir haben keine komplette Automatik Steuerung das ist eher so eine Halbautomatik Steuerung die ist nur zur Absicherung da weil wir nach den ersten Ausstellungen festgestellt hatten dass es doch zum einen oder anderen Unfall kommen kann und dann haben wir das eben eingeführt ja das Bild zeigt ein Diorama das ich jetzt gebaut habe das ist der Bahnhof Gerne Unterpfaffenhofen oder Unterpfaffenhofen Gerne wie es damals hieß im Zustand der Öffnung der Bahnlinie Pasing Kersching also München Pasing nach Kersching raus aus dem Jahr 1903 ich habe da im Bayischen Staatsarchiv und im Bayischen Hauptstaatsarchiv recherchiert nach Pläne nach Vorlagen nach historische Aufnahmen genommen und versuche anhand dessen auch noch mit heutigen Satellitenaufnahmen das Ensemble nachzubauen und so zu gestalten wie es damals vermutlich aussah baut ihr hauptsächlich nach Vorbildern also das Germeringer hat die Orangawan Vorbild die Anlage die wir haben unsere Modulanlage mit dem Bahnhof Fichtenau so heißt zugesehen auch die Anlage die ist keinem konkreten Vorbild entstanden das soll halt einfach vorbildgerecht ausschauen aber es wird nichts konkret nachgebaut in dem Sinne nein ist es ist es so dass ihr diese Module nur in Anführungszeichen für diese Ausstellung zusammenbaut oder habt ihr einen Raum wo ihr damit auch spielen könnt sage ich mal das ist leider unser großes Problem wir haben kein eigenes Vereinsraum Vereinsheim die Module die sind ja ein Meter mal 60 Zentimeter die lagern bei verschiedenen Mitgliedern ich glaube bei drei oder vier Mitgliedern sind die verteilt immer irgendwo im Keller im Eck die Anlage hat auch mittlerweile eine Länge von ungefähr 15 Metern wir haben eine L Anlage Kurve fehlt noch eine weitere Schleife dass man einen U oder einen Kreis machen könnte wir sind aber halt da auch an der Grenze mittlerweile angelangt von dem was möglich ist weil sage ich mal die Lagerkapazitäten bei unseren Mitgliedern jetzt langsam ziemlich ans Ende gehen und daher und daher auch der Weiterbau ein bisschen stockt weil wir nicht mehr wissen wo man die Module lagern kann wenn keine Ausstellung ist ja also müssten wir jetzt mal den Obhof starten in Germering und Umgebung liebe Hausbesitzer liebe Immobilienbesitzer wenn ihr irgendwas leer stehen habt was ganz preiswert ist die Germeringer Modellwaren würde sie freuen ja wir haben leider das Problem dass es gäbe zwar Gewerbeflächen aber die wollen natürlich nur marktüblichen Preis was für uns als nicht kommerziellen Verein nicht machbar ist zu finanzieren und was wir auch nicht wollen jetzt vor Corona und der Energiekosten sage ich mal sind wir in gewisser Weise auch ganz froh dass wir diesen Gewerbeflächen sind momentan auch recht rar weil zwei große Geschäftsgebäude am Ort abgerissen werden und dadurch natürlich alles wie es frei war durch das Gewerbe belegt wurde was ja auch schön ist aber da bleibt natürlich fünf Vereinleiter recht wenig offen übrig also es gibt eine Hoffnung in das ehemalige Kasernen-Wifu-Gelände wir haben ja hinten Richtung Kreiling ein großes Tanklager da gehörten Teil der Gebäude der Stadt Germering die wollten aber irgendwann hin und erstmal auf Eis gelegt da müssen wir einfach mal abwarten wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben vielleicht ergibt es sich noch mal eines Tages aber was wir hier im Bild sehen wäre doch schon mal eine richtige Unterbringungsmöglichkeit für uns genau war vor ein paar Wochen im Oktober da waren wir eingeladen auf der Ausstellung im VG Museum in München das war natürlich auch eine sehr schöne Geschichte die Anlage mal im Umfeld von historischen Fahrzeugen unterzubringen ja genau das Bild zeigt das noch eine weitere Anlage eine Nebenbahnanlage von uns Gräfenstein nennt sich das die hat ungefähr drei Meter mal 60 Zentimeter ist momentan nur in einem Stück da planen wir eventuell auch einen Anbau dass man einen Schattenbahnhof hat und ein bisschen im Kreis fahren kann und noch ein bisschen ansprechender oder interessantere Fahrmöglichkeiten zu bieten vielleicht sogar einen Anschluss an die Modulanlage mal schauen was die Zukunft so bringt wie trefft ihr euch dann wenn ihr kein Vereinsheim habt wir haben jetzt einmal im Monat einen Stammtisch das ist also nicht nur unser Vereinstreffen sondern auch ein öffentlicher Stammtisch wo jeder uns besuchen kann wir haben durchaus auch verteilt Interessenten die sich für unseren Verein interessieren da treffen wir uns jetzt einmal im Monat immer in einer Sportgaststätte in einem Nebenraum aber das ist kein Vereinsheim da haben wir nur unseren Stammtisch und wie gesagt einen festen Raum wo wir uns auch außerhalb dieser Zeiten treffen können existiert leider nicht deswegen ist es nicht hoch genug anzurechnen liebe Freundin Germaring dass ihr diese trotz der vielen Schwierigkeiten euer Hobby nachgeht und aufrecht erhaltet sozusagen dem Engagement der Mitglieder natürlich auch geschuldet die dann im Keller ach welches schreckliches Wort die Module unterbringen aber es ist zumindest erst mal ein Anfang und wie gesagt der Aufruf nochmal an der Stelle Germaring München Umgebung wer was hat und wer da wagt Mensch die können bei mir in einem stillgelegten Geschäft da können die alle rein haben wir noch eine Schaufensteranlage bitte helft den Germaringern unbedingt denn diese Anlage hat es mit Sicherheit verdient auf jeden Fall und wann kann man sie im kommenden Jahr wiedersehen habt ihr schon das Ausstellungsdatum ja das Ausstellungsdatum für nächstes Jahr steht fest wir sind am 11. 12. März 23 wieder in der Stadthalle Germaring zu besuchen das ist ja gar nicht mehr so lange nö und wir haben auch schon viele Anmeldungen von interessierten Teilnehmern also wir können auch dieses Jahr Sachen bieten die noch nie zu sehen gewesen sind kann ich gleich vorweg sagen dann wünsche ich euch viel Erfolg viele Besucher schöne Anlagen und vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt ein Domizil in Germaring und Umgebung vielen Dank vielen vielen Dank nach Germaring dass ihr die Anlage vorgestellt habt Hagen hat sich sehr gefreut ich genauso und ich drücke euch alle Daumen dass ihr in der Richtung vorwärts kommt vielen Dank schöne Grüße danke auch so liebe Freunde das war der zweite Block die zweite wie viele haben wir denn noch vor uns nur noch sechs nur noch sechs Blöcke es geht weiter ja liebe Zuschauer es ist der zweite Dezember 2022 der internationale Tag der Modelleisenbahn und den begehen wir mit einer achtstündigen Sendung Und da gibt es viele Eisenbahnen, viele Tipps, viele Gesprächspartner. Und einen begrüße ich jetzt ganz, ganz herzlich. Es ist Wieland Fissmann von der Firma Fissmann. Herzlich willkommen, Wieland. Hallo. Du hörst uns, genau. Wie geht es dir denn am Tag der Modelleisenbahn? Sehr gut. Ich bin glücklich in der Branche wie je zuvor. Oder glücklich auch wie je zuvor. Wir haben ja dieses neue Baby, CarMotion. Also erst einmal auch von meiner Seite, von Rettichhausen, hier, Hartzfeld-Rettichhausen. Herzlich willkommen zum Tag der Modellbahn aus dem Hause Fissmann. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja. Du sprachst gerade dein neues Baby an. Wieland, du sprachst gerade dein neues Baby an. Ja, wir haben ja dieses... Das war ja die Überraschung des Jahres. So kann man es nennen. Ja, für mich auch. Dass das so gut ankommt und dass das letztlich so gut gelungen ist, wundert mich selbst. Wir haben das jetzt im Frühjahr noch vorgestellt. CarMotion sind seit circa vier Jahren am Entwickeln. Und was dabei rausgekommen ist, ist wirklich sensationell. Das muss man schon so sagen. Und wir hatten zum Beispiel auch jetzt am Wochenende wieder Fachhändler hier im Haus. Wir haben das in Instagram, auf den Social-Medien-Kanälen ja schon vorgestellt, mit Print, auf den Messen und so weiter. Und es ist wirklich eine sensationelle Neuheit. Wir haben das ja auch bei dir schon mal vorgestellt im Frühjahr auf deinen Kanälen. Und ich möchte es noch mal wiederholen. Das ist also jetzt erst einmal der LKW. Aktros aus dem Hause Kibri, den wir motorisiert haben. Seit zwölf Jahren ungefähr haben wir Kibri im Hause. Und uns war damals schon klar, diese Fahrzeuge alle müssen irgendwann nicht nur beleuchtet sein, sondern auch motorisiert. Also haben wir uns ja auch zuerst einmal die Aufgabe gestellt, ja, ähnlich wie der Wettbewerb. Wir fahren halt im Stahldraht oder einem Magnetband geführt nach und fahren im Kreis. Aber im Laufe der letzten vier Jahre hat sich das so toll entwickelt, dass wir zuerst einmal uns die weitere Aufgabe gestellt hatten. Wir machen die gesamte Technik, die gesamte Elektronik unten ins Chassé rein. Das ist zum Beispiel hier das Chassé. Die gesamte Intelligenz ist im Fahrzeug drin, Unterflurantrieb. Die gesamte Beleuchtung ist hier vorne integriert. Wir haben hinten die Stoßstange voll beleuchtet mit Steckkontakten für den Anhänger hinten drin. Ich kann das auch gerne mal einschalten. Das ist auch ein Clou. Das heißt, die Fahrzeuge müssen nicht von der Anlage genommen werden, über den Mikroschalter eingeschaltet werden, sondern ich kann die hier mit dem Magnetstift einschalten. Zu dem Zweck haben wir auch so einen riesen Teleskopstab, wo man auch Fahrzeuge entfernt, einen Meter auf der Anlage ein- und ausschalten kann. Das geht genauso gut mit dem Magic-Stift, dass ich die Fahrzeuge ein- und ausschalten kann. Das Signal wird gemeldet, indem die Innenbeleuchtung, die Kabinenbeleuchtung angeht. Das war die nächste Herausforderung. Das heißt, auch das Führerhaus durchsichtig zu machen. Nicht blockiert von irgendwelchen Akkus oder Motoren. Der Motor liegt hier auch unten drin. Unterflur, das, was hier so glänzt in der Mitte, das ist der Motor. 7 mm HS-Motor, sehr robust. Die Fahrzeuge haben eine Steigfähigkeit von 15 Prozent. Mit Anhänger und man kann sie noch mit dem Gewicht, des Eigengewichts vergleichbar beladen, sodass die auch sauber die Hügel hochfahren. Akkulaufzeit, wir haben auch Experten hier im Haus, sodass wir hier unten im Führerhaus hier unten drin liegen. Und hinter dem Fahrer zwei Lithium-Akkus drin haben, die Ionen-Akkus, die sehr lange halten. Die fahren im normalen Fahrbetrieb auf der Anlage vier bis viereinhalb Stunden, die Fahrzeuge. Bei Volllast, auch bei Steigungen und so weiter mindestens immer noch zweieinhalb Stunden. Und das Tolle dabei ist, dass wir halt ja erst am Anfang der Entwicklung sind, sodass wir im nächsten Jahr, übernächsten Jahr sicherlich die Fahrzeuge auch überhaupt nicht mehr von der Anlage runternehmen müssen, sodass die sich während dem Betrieb auch aufladen können. Das ist das nächste Entwicklungsziel bei den LKWs. Wir haben dazu eine Infrarot-Steuerung. Das heißt, hier vorne im LKW sind zwei Infrarot-Empfänger. Hier hinten an der Stoßstange ist ein Infrarot-Rückstrahler. Das heißt, der sendet nach hinten die Geschwindigkeiten aus und so weiter. Zuerst einmal haben wir gedacht, naja gut, prima. Wir machen erst einmal die Abstandsregelungen, die Kollisionsschutzreihen, sodass die Fahrzeuge nicht aufeinander fahren. Und dann haben unsere schlauen Techniker gesagt, naja, pass auf, wenn wir schon die Infrarot-Technik hier drin haben und haben vorne die Empfänger, dann nehmen wir eine Fernbedienung, die es überall gibt, die auch jeder kennt. Mit der Fernbedienung hier kann ich alle Funktionen des Fahrzeugs schalten, Licht ein- und ausschalten, Geschwindigkeit regeln mit Plus und Minus im 10 kmh-Kilometertakt. Das heißt, bis auf 0 kann ich die 10 kmh-Takt hochschalten oder auch runterschalten. Ich habe hier durch die Rückwärtstaste auch die Möglichkeit, das Fahrzeug rückwärts fahren zu lassen. Wie gesagt, ich kann alle Funktionen schalten, zum Beispiel hier Licht ein- und ausschalten. Das Fahrzeug hat Fernlicht und Abländlicht, wenn die Fahrzeuge aufeinander treffen. Das heißt, auffahren würden, bremsen die nicht nur, weil das vordere Fahrzeug die Geschwindigkeit nach hinten aussendet, sondern auch das Abländlicht wird automatisch eingeschaltet, die Bremslichter gehen an und damit eben der Fahrer im vorderen Fahrzeug wie in Wirklichkeit nicht geblendet wird. Insofern, das sind Funktionen, die es so nicht gibt. Philosophie der ganzen Geschichte ist die, dass wir sagen, okay, die gesamte Intelligenz muss nicht wie beim Wettbewerb extern verwaltet werden, programmiert werden oder wie auch immer, sondern das sieht man hier nochmal ganz deutlich. Das Chassis, das gesamte Chassis in dem Fahrzeug hier ist eine Riesenplatine mit Mikroprozessoren vorne drauf, sodass wie in Wirklichkeit die Fahrzeuge die Intelligenz integriert haben, sodass man die lokal steuern kann. Der Clou dabei ist noch der, dass wir hier unten einen Haltsensor drin haben, der auf Dauermagnete reagiert, sodass wir ohne Verkabelung auf den Anlagen die Fahrzeuge steuern können. Wenn zum Beispiel ein Dauermagnet, hier zum Beispiel kann man so einen Teil sehen, ich habe jetzt gerade keinen dabei, hier ist ein kleiner Dauermagnet drin, 3 mm Durchmesser, 4 mm lang, kann man in die Fahrbahn integrieren. Man kann die Magneten mit dem Südpol nach oben, mit dem Nordpol nach oben einbauen, sodass das jeweils für die Fahrzeuge eine andere Bedeutung hat. Man kann mehrere Magnete hintereinander schalten, sodass man auch verschiedene Befehle an die Fahrzeuge abgeben kann. Nordpol, Südpol, Nordpol heißt zum Beispiel, du bleibst in den nächsten 10 cm stehen, machst die Bremslichter an, bremst langsam und dann fährst du nach 10 Sekunden wieder los, langsam Anfahrgeschwindigkeiten und du fährst jetzt 30 cm mit 50 kmh weiter und dann schaltst du hoch, dann kommt das Ortsschild, dann ist der Ort zu Ende, dann fährst du 80 kmh oder wie auch immer. Und das Schöne dabei ist, über unseren Car-Manager, der ist mittlerweile auch im Internet kostenlos frei runterladbar, mit diesem Car-Manager kann jeder sein Fahrzeug individuell programmieren. Wir haben dann hier ein kleines Programmiergerät, das gibt es auch. Das heißt, mit diesem kleinen Stecker hier kann ich die Fahrzeuge nicht nur aufladen, sondern auch programmieren über den Computer, über das USB-Kabel hier, kann ich jedem Fahrzeug individuell sagen, zum Beispiel wenn du über einen Dauermagneten fährst, Südpol nach oben, dann bleibst du stehen, das nächste Fahrzeug hat eine ganz andere Funktion dabei, fährt zum Beispiel bei Nordpol, Südpol, die Magnete werden im 2 cm Abstand installiert in der Straße, ohne jede Verkabelung, dann kann ich jedem Fahrzeug individuell sagen, du machst den Blinker rechts, du machst den Blinker links, du schaltest das Licht ein oder aus, wie auch immer, so dass man jedes Fahrzeug mit dem Car-Manager individuell programmieren kann, so dass wir einen Fahrbetrieb haben, wie in Wirklichkeit. Da ist es ja auch so, dass der Fahrer selbst sagt, ich fahre jetzt links weg, ich fahre rechts weg, ohne dass das ferngesteuert ist. Das spart insofern wirklich Geld, weil die Fahrzeuge müssen ja auch irgendwo bezahlbar sein. Und indem wir die Intelligenz im Auto drin haben und alles gleich ist, brauchen wir auch keine externe Steuerung, keinen Funkverkehr mit den Autos, das heißt auch keine Zentrale, die aufwendig programmiert werden muss und so weiter. Das sind alles Vorteile, die wir hier integriert haben. Und die Fahrzeuge sind auch so, jetzt schon in der Auslieferung seit vier Wochen, so dass man die jederzeit auch updaten kann, auf den neuesten Stand bringen kann, auch in Hinsicht auf die Neuentwicklungen mit anderen neuen Funktionen, die wir jetzt noch entwickeln, so dass man da flexibel ist und wirklich ein ganz tolles System hat. Und ich sehe das auch immer wieder jetzt auf den Messen, zum Beispiel in Leipzig waren wir gewesen oder bei unserer Fachhändlerschulung letzten Sonntag, die sagen, naja, man liest auch in den Foren, ist noch ein Car-System schön, Fissmann macht auch noch ein weiteres Car-System, aber man muss das wirklich erleben, die Fahrzeuge mal fahren sehen, sehen, wie die Anfahrrampen, die Bremsrampen, wie schön leise die laufen, wie gut die funktionieren. Das ist schon sensationell, wenn man das mal erlebt hat, auch jetzt auf der Leipziger Messe haben wir das gehabt, dass die Besucher total überrascht waren von der Laufruhe der Fahrzeuge, von den Funktionen und von der einfachen Handhabung und Installation. Der Dauermagneten. Nächste Frage wäre... Nein, Quatsch, lieber Wieland, das war ja jetzt ein Dauervortrag eines Professors, der jetzt war es totenstill hier im Studio, wo du gesprochen hast. Jeder hat aufmerksam zugehört. Man merkt dir die Begeisterung auch an für dieses Produkt. Du stehst dahinter, das merkt man förmlich und dieser nahezu gnadenlos Vortrag über die Funktionsweise uns nochmal aufgeklärt ist. Es ist ganz toll, aber ich habe ja auch noch ein paar Fragen im Gepäck von Zuschauern, die mir gesagt haben in der letzten Woche, rufen Sie doch mal Fiesmann an und fragen Sie einfach mal. So, und jetzt gebe ich mal die erste Frage weiter. Die Starterpacks sind ja jetzt ausgeliefert, also noch in der Auslieferung. Wann sind denn erst mal die nächsten Einzelfahrzeuge, die man dann kaufen kann, lieferbar? Kommt das noch im Dezember jetzt? Ja, das soll noch vor Weihnachten kommen. Mir wurde versprochen von unserer Produktionsfirma, dass die noch ausstehenden Bestellungen noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Ob wir das schaffen, hoffe ich mal stark. Aber die Nachfrage ist wirklich, war so groß, dass ich persönlich da so ein bisschen Zweifel habe. Aber sicherlich kommen noch ganz viele Fahrzeuge und ob wir zum Schluss jeden bedienen können, würde ich mir wünschen, aber ich möchte es nicht versprechen. Also Willan, dann kommen ja noch die nächsten Fragen hinterher. Ich meine, das ist ja nur die eine Frage. Danke ich dir erst mal. Die Zuschauer haben es wahrgenommen und gehört, die schon spitz drauf sind und darauf warten. Gestern hatte ich ein Gespräch im Auto auf der Herfahrt hierher von einem Kunden, der gesagt hat, wissen Sie, Herr Buttig, ich sage da, fragen Sie doch mal den Herrn Fiesmann, ob er auch Epoche 3 Fahrzeuge baut. Das ist natürlich logisch, dass wir jetzt die Vielzahl der Fahrzeuge aus dem Pre-Hybrid-Programm, gerade die Epoche 3 Fahrzeuge, den Mercedes Rundhauber, den Magirus Eckhauber, ganz viele Anhängerfahrzeuge und so weiter, möchten wir jetzt in Verbindung mit diesen Jetzt ist die Verbindung abgerissen. Aber es war eigentlich ein eindeutiges Ja. Es war ein eindeutiges Ja. Ich wollte ja gerne noch eine andere Frage loswerden, eine ganz wichtige auch von Zuschauern gestellt. Vielleicht kriegen wir ja die Verbindung in der Zwischenzeit nochmal, aber da ging es immer um die Frage, werden die auch mal kleiner, die Autos? Das heißt also Pkw. Das ist ja immer das Spannende. Ja, aber das ist ja logisch. Bei Wieland würde ich sagen, okay, der fummelt so lange rum, bis er reinträgt hat. Ja, genau. Aber, ja. Und dann noch die Frage, gibt es auch Autos aus der ehemaligen DDR? So. Aber, aber weißt du was? Ich glaube, das technische Problem entfremdet uns jetzt von Wieland. Vielleicht können wir die Antworten nachliefern. Also ich hätte da schon eine gute Idee, Multicars zum Beispiel. Beispielsweise, ja. Das wäre doch auch mal so eine Idee. Das ist nicht nur eine gute, das ist eine naheliegende Idee. Da hätte ich noch eine andere Idee, aber die wäre dann, glaube ich, okay. Okay. Gut, dann sagen wir einfach Danke, lieber Wieland. Danke an der Stelle, Wieland. Es war atemlos, was er erzählt hat. Und es war, die Begeisterung hört man aus jeder Pore von ihm. Genau. Und jetzt wollen wir auch begeistert sein. Jetzt sind wir begeistert. Jetzt gehen wir in unsere Jungen. Jetzt sind wir mal dran, liebe Freunde. Ja. Nicht immer nur die anderen. Nö, wir haben ja auch Begeisterung. Ja. Ja, der Hagen hat hier vorn ein kleines Tischchen oder unser Moderationstischchen mit einer schönen Eisenbahn aufgebaut. Die fährt auch richtig. Das eine ist, was jetzt innen fährt, der Innenkreis ist die Busch-Feldbahn. Richtig. Und das andere ist die Feldbahn von Minitrains. Das ist H0F und das ist H0E, beides Feldbahnen. Ja. Und ich bin ja nun ein Freund von winzigen und kleinen Fahrzeugen. Das ist einfach großartig. Ja, und ich weiß, dass Andreas Schönfeld von Minitrains ein großer Fan der Eggerbahn ist. Eggerbahn, die hat ja auch einen guten Namen, eine lange Tradition, eine Bahn aus den späten 60ern, frühen 70er Jahren. Und auf dessen Spuren ist er quasi mit Minitrains unterwegs. Und das ist jetzt die ganz kleine Spur H0F. Und hier vorne steht noch ein ganz winziger Zug. Das ist eine ganz andere Spur. Das ist auch Holz. Und das, weil wir ja auch hier und da einen persönlichen Einwurf machen. Als ganz kleiner Bub zum zweiten Geburtstag, hat mir meine Mutter erzählt, weiß ich nicht mehr, durfte ich mir in einem Spielzeuggeschäft in Zwickau, unserem Heimatort damals, ein Spielzeug aussuchen, was ich haben wollte. Und ich habe mir den kleinsten Zug ausgesucht, den es gab, so etwa in dieser Größe. Und dann hat mir meine Mutter gesagt, den habe ich ganz lange festgehalten, so ein Schatz. Und als ich abends ins Bett musste, habe ich mich geweigert, diesen Zug aus der Hand zu legen. Ich habe mit diesem Zug übernachtet. Und das war irgendwie so ein eindeutiges Zeichen dafür. Ortlauf und Eisenbahn, das ist ein liessorisches Leben. Ja, was macht der Fahrdienstleiter da? Ich meine, der ist ja nur etwas sehr groß. Na gut, der Fahrdienstleiter spielt Eisenbahn. Also das ist ja... Also der spielt bei der kleinen Eisenbahn? Ja, natürlich, siehst du doch. Und dieser Fahrdienstleiter, das ist eine Figur, die verhältnismäßig neu ist. Die hat KM1 gemacht. Das ist meine Wenigkeit, die da dargestellt wird. In einer Uniform, soll eigentlich königlich-sächsische sein, aber den gibt es auch in unterschiedlichen Formen. Und vorhin in dem Film aus Leipzig hat man ja das Ehepaar gesehen, was diese Figuren anmalt. Übrigens eine zufällige Begegnung. Das ist das Schöne an Messen. Da kommt jemand auf einen zu und sagt, Herr von Ortlauf, so und so. Und die haben gesagt, wir haben sie angemalt. Ein anderer Zuschauer, ein anderer Besucher hat mir vor Jahren mal gesagt, Herr von Ortlauf, kennen Sie mich? Da habe ich gesagt, nee. Aber Herr von Ortlauf, ich habe Ihnen doch vor zwei Wochen einen Brief geschrieben. Aber das sind alles so diese Begegnungen, die einfach nett sind, die Spaß machen. Und ja, die Welt der Eisenbahn ist wunderschön. Und ich versuche, diesen Traum zu leben, solange ich noch träumen kann. Wann hast denn du eigentlich deine erste Eisenbahn geschenkt? Also das war die erste, mit zwei Jahren. Nein, ich meine, die so richtig elektrisch gefahren. Elektrisch. Ich muss da vorschieben, ich habe so ein doppeltes Leben geführt, führen müssen. Ich bin ja in Dresden bei meiner Oma dann aufgewachsen, bis zum 11. Lebensjahr. Und meine Eltern haben die DDR verlassen, anno 53, und lebten dann in der Nähe von Stuttgart, also in der Nähe von Heilbronn, in einem kleinen Ort, wo es auch ein sogenanntes Landesdurchgangs- oder ein Flüchtlingslager gab. Und dort habe ich ab und zu mal Besuche gemacht. Und beim ersten Besuch 1954 hat der kleine Hagen zu Weihnachten eine elektrische Eisenbahn von Merklin bekommen. Da sind wir wieder bei Merklin. Da sind wir jetzt wieder bei Merklin, und da bleibe ich natürlich auch. Und diese Eisenbahn, da müssten wir eigentlich mal hingehen. Müssten wir hingehen. Ja, aber jetzt habe ich erzählt, was ich als erstes gekriegt habe. Du musst mir vorher noch erzählen, was du gekriegt hast, und dann gehen wir an den Tisch. Dann gehen wir zur Eisenbahn. Oder du gehst schon mal zum Tisch, und ich erzähle in der Zwischenzeit den Zuschauern, was meine erste Eisenbahn war. Können wir ja auch machen, da kannst du schon mal die Trafos scharf stellen. Meine erste Eisenbahn war eine Pico-Eisenbahn, liebe Freunde. Eine Dampflok der Baureihe 50, die ich geschenkt bekommen habe, im zarten Alter von neun oder zehn Jahren. Und einen gehörigen Zug dazu. Und das wurde dann immer peu à peu sozusagen erweitert. Vor allen Dingen dann zu Weihnachten gab es mal dann zum Oval, zum Schien-Oval. So fängt man ja an auf dem Teppich. Fängt man an, dann kriegt man eine Weiche, dann kriegt man ein Signal. Natürlich alles Pico. Und Pico war damals ja auch noch mit Pappgleisen. Der eine oder andere wird es sicherlich noch wissen. Ja, und dann würde ich sagen, ich höre schon Geräusche da hinten. Hagen hat also die Trafos schon scharf gestellt. Dann werden wir Ihnen jetzt natürlich ganz klar zeigen, mit welcher Eisenbahn wir sozusagen groß geworden sind. Auch meinen ersten Zug habe ich mitgebracht. Der ist auch auf der Anlage zu fahren. Ja, und dann gehe ich einfach mal weiter. Und dann gucken wir mal, wie das hier auf der Anlage funzt. So, gleich bin ich da. Hagen lässt es schon mal rollen. So, das ist dein erster Zug, oder was? Das ist mein erster Zug. Und es gibt auch noch ein Bild. Der kleine Hagen. Ich weiß nicht, ob ich das in die Kamera halten kann. Das ist der kleine Hagen mit fünf Jahren. Ein Kreis. Meine Mutter hat damals noch eine Kirche aus Pappe gebaut. Ein Tunnel, kleine Häustin. Und die TM800, der Niederbordwagen, der Kranwagen, die Lore und der Kesselwagen. Und genauso fährt dieser Zug jetzt auch durch die Gegend. Wobei es noch einen fünften Wagen gibt. Den habe ich ein Jahr später geschenkt bekommen, den Schlusslichtwagen. Jetzt wollen wir natürlich den Leuten noch mal die Eisenbahn zeigen. Sollen wir sie anhalten? Der Herr Kameramann wird mal so freundlich sein. So, ein bisschen laut. Ich würde sagen, Hagen, du hast erst mal deinen Zug im Vordergrund mal... Sollen wir deinen mal anhalten oder meinen mal anhalten? Sollen wir meinen erstmal anhalten und deinen halt mal vorn an im Bereich, dass wir in der Kamera den einfangen können. Also halte ich deinen mal an? Ja. So. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir jetzt anfangen zu spielen. Nö, wir fangen nicht an zu spielen. Wir spielen die ganze Zeit schon. Eine Lok Baureihe 86. Ne, das ist eine Baureihe 80. Eine Baureihe 80. Ja, TM800 hieß sie, hat damals 29 Mark und 50 gekostet. Okay. Und das war eine Lok aus Metall. Und das war so, ja, wie gesagt, ein Geschenk, was sich in seiner Emotion bis zu meinem jetzigen 73. Lebensjahr durchgehalten hat. Und hast du bis heute so viele Jahre als Schätzchen behalten. Genau. Genau. So, dann lassen wir mal die Baureihe 50 kommen. Ich lasse mal meinen jetzt aus. Ja. Und jetzt kriegt deiner Bühne frei. Bühne frei für Pico. Für Franks erste Eisenbahn. Wir mussten sie ja auch ein bisschen erstmal das Leben einhauchen bei dieser Lok. Ja, also dank unseres Kameramanns Fred, der sich hervorragend mit der Modelleisenbahn auskennt und sie ein bisschen geölt hat. Die war etwas stark verharzt durch das lange Liegen. Aber sie hat schwer zu ziehen, Hagen. Der Zug ist voll besetzt. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Schülerverkehr sieht man ja. Also jede Wagenstücke. Ja, da sieht man also die Baureihe 50 noch mit Originalglühlämpchen und der Vorläufer, das Rad vorn ist dann gleichzeitig mit der Kupplung gekuppelt. Das war immer so ein Problem über Weichen. Entgleisungsgefahr, die Donnerbüchsen hinten dran und ja, das war das, wo ich als kleiner Frank mal angefangen habe zu spielen. Ja, und das ist einfach diese Emotionen, die sind in einem dann einfach drin, was auch schön ist. Ich lasse ihn mal anhalten. Der kriegt jetzt nochmal ein bisschen Öl und dann darf er nachher noch ganz, ganz weit fahren. Wir müssen übrigens noch ein Versprechen einlösen. Wir haben ja gesagt, den 470. Den haben wir auch. Die Baureihe 470 ist richtig. Dieser Doppelstockkriegwagen darf jetzt fahren. Falls es jetzt mal zu sehen ist, der steht hier. Der Haken geht an die Regler. Und das ist jetzt die TT-Ausführung. Das ist die Spur-TT, die Ausführung. Das, was wir in der ersten Stunde besprochen hatten und auch Sebastian Fischer angesprochen hatten. Und was wir ihm ja auch versprochen hatten, dass wir das Modell hier fahren lassen. Das muss unbedürmt sein. Vielleicht nehmen wir mal ein paar Loks hier rüber, dass wir nach Vorbeifahrt haben, vielleicht von der Kamera gut eingefangen werden kann. Die können wir ja einfach mal ein bisschen zur Seite stellen. Komm, wir stellen die mal beiseite. So, wir machen jetzt mal freies Blickfeld für die Kamera, dass die Vorbeifahrten gelingen möge. Wir haben hier übrigens sehr viele Spuren, liebe Freunde, auf diesem schönen Tisch, Messetisch ausgebreitet. Sag doch mal was zu den Spuren, was wir noch alles haben. Naja, wir sind ja Spielkinder und wir haben gesagt, wenn wir schon den Tag der Modellbahn begehen, dann zeigen wir doch mal alles, was möglich ist. Wobei alles geht natürlich nicht. Aber schon seit vielen Jahren. Wir haben einfach gesagt, auf diesem Tisch fahren ganz unterschiedliche Baugrößen. Angefangen von H0 Gleichstrom, H0 Wechselstrom, dann gehen wir einen Stock tiefer, TT. Dann kommen wir zu N. Das ist der N-Zug. Ich habe dummerweise nur Feldbahngleise da, deswegen kann diese Lokomotive nicht fahren. Aber wir haben noch eine kleine Rangier-Lok, die den vierachsischen Umbauwagen zumindest in Bewegung setzen kann. Stilgerecht. Stilgerecht, wir sind Spieler. Das ist eine H0 E-Lok, die einen vierachsischen Umbauwagen, sagen wir mal, jetzt schwindelig fährt. Darf sie ja. Darf sie. Aber mit dem schwindelig fahren. Man kann es ja auch schwindelig gucken. Ja, du bist viel schneller als ich. Als die Polizei erlaubt. Ja, du bist zur Mittagspause, ich weiß. Ich wollte noch sagen, dass wir jetzt nachher deinen Zug und meinen Zug auch wieder fahren lassen. Und dann werden wir noch ganz klein. Die bisher bekannte kleinste Baugröße war Z. Die darf jetzt auch losfahren. Na, das ist da die falsche Richtung. Das war Z. Und dann geht's. Und... Oh, oh. Unfall. Grand Malheur. Alles live, liebe Freunde. Die sind Draht hängen geblieben. Wendt? Ja. Live ist live. Na, 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 na. Jetzt sind die Wagen auch noch hier. Also, ich komme vielleicht von hier besser dran. Ja, die fährt aber noch gelockt. Deswegen. Ja, dann machen wir so aus. Brrrr. Halt. So. So kann's gehen. Hennens soll's nicht gehen. Wir können ja noch ein bisschen weiter erzählen. Ja, genau. Bis vor zehn Jahren war die Baugröße Z die kleinste Größe. Das ist die Baugröße T. Das ist nichts. T für Tiny. Jetzt sind wir erst noch bei der Z-Lok. Okay. Ja, ich wollte einfach noch mal die Größenverhältnisse zeigen. Das ist nichts für Leute mit angeworener Sehschwäche. Also, die ist etwas sehr klein. Aber schön. Dankeschön, dass du das. So. Aber die, die, was hast du gesagt? T? T. Jetzt, jetzt sagen wir erst mal Z. Ja, sagen wir erst mal Z. Jetzt lassen wir Z laufen. Wie fährt noch? Halt's mal an. Oder? Eieieieiei. Gott. Jetzt. Ja, und jetzt komme ich mal zu dir. Jetzt kommen wir zur Baugröße T. Ich weiß nicht, ob das für Tiny steht. Also für winzig. Das hätte man doch weh nehmen können. Winzig. Aber das ist ja eine chinesische Entwicklung oder japanisch. Ja, und also wie gesagt, das ist jetzt die Baugröße T, Maßstab 1 zu 480. Drei Millimeter breite Gleise. Dann lassen wir aber jetzt mal die Z-Spur anhaltende. Das muss man genießen, so eine kleine Bahn. Sonst sehen wir sie nicht. Oder kriegen wir die scharf gestellt. Dann lassen wir mal fahren. Also, was hast du gesagt? Wie viel Millimeter? Drei. Drei Millimeter, liebe Freunde. Drei. Und die Räder drehen sich. Es ist abartig. Und die Beleuchtung vorne und hinten mit rotem Rücklicht ist auch zu sehen. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, kleiner geht's nimmer. Ja. Das sollte man nicht sagen. Aber das sollte man nicht sagen. So, und jetzt lassen wir die anderen auch laufen. Oh, jetzt warten wir einfach. Jetzt warten wir einfach. Ja. 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 die erste Aufzieheisenbahn bekommen, Spur 0 mit Urbergantrieb. 1954 zu Weihnachten hat die zweite Oma also mir aus Versehen noch eine Anfangspackung geschenkt. Dann hatte ich zwei Ovale und ich kann mich genau daran erinnern, also wie ich abwarten konnte, dass das Abendessen vorbeigeht, was ich sonst immer so genossen habe. Tisch frei machen, zwei Ovale aufbauen und beide Züge gleichzeitig gegenläufig fahren zu lassen. Das war meine erste große Intelligenzleistung. Damals war ich ganz stolz drauf mit vier Jahren. Und dann kurze Zeit später, ein, zwei Jahre später, habe ich dann die erste elektrische Bahn bekommen. Erst von Fleischmann und dann hat mein Vater, der war bei der Feuerwehr, von seinen Kollegen erfahren, dass Märklin das beste sein soll. Und dann gab es dann Märklin-Blechgleise, dann ab 1956 hatte ich dann Märklin-Bahn und die habe ich so ungefähr elf Jahre betrieben. Und damals war das für mich schön genug. Mich hat das nicht gestört, dass die Gleise nicht so besonders echt aussehen. Also das war für mich als Kind gut genug. Heute würde mir das nicht mehr reichen. Irgendwann nach der Jugend und Sturm und Drangzeit ist ja sicherlich wieder bei dir der Wunsch zu einer Modellbahn gewachsen. Wie ging es dann weiter? Also mit meiner Frau zusammen dann, wir hatten uns eine Dachgeschosswohnung gekauft in Neukölln, 185 Quadratmeter, habe ich ein Jahr renoviert. Und als alles fertig war, saßen wir so auf dem Sofa und ich dachte, das ist ja schön, hier neun Meter lang das Wohnzimmer. Da könnte doch eigentlich auch ein Schienenbus irgendwie so durchs Regal fahren. Meine Frau fand das ganz witzig, die hatte sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt und war aber grundsätzlich nicht dagegen. Dann fiel mir ein, das ist ja meine Wohnung, ich kann auch ein Loch in die Wand bohren, das ist ja meine Wand. Und daraus ist dann eine 42 Meter lange Strecke durch sieben Räume geworden. Und wir haben aber nicht geschafft, also das vollständig zu Ende zu bauen und zu detaillieren, weil dann nach ein paar Jahren, also der Gedanke war, eine Wohnung zu verkaufen und uns lieber an einem Vorort von Berlin ein Haus zu kaufen. So Senioren-, Alterswohnsitz mit Garten und frischer Luft und so, haben wir auch gemacht. Und da war eine Voraussetzung für den Kauf des Hauses, dass wir auch Platz für Modellbahn haben. Und bevor wir das Haus hier gekauft haben, haben wir gleich mit dem Nachbarn verhandelt, ob wir die ehemalige Doppelgarage noch verlängern dürfen auf 60 Quadratmeter, weil ich sowas brauche ich ja für die Modellbahn, das ist ja das Mindeste. Und nach einem Jahr Renovierung des Hauses habe ich dann damit angefangen. Und auch wieder Ringstrecke durch alle Räume, einmal ringsrum durch sieben Räume, durch die Wand durch in die ehemalige Garage und da auf 60 Quadratmetern baue ich dann das, was normalerweise eine Vereinsanlage ist. Und ich habe mir schon ausgerechnet, wenn ich das in der Qualität hinbekommen möchte, wie ich gerne hätte, müsste ich mindestens 125 Jahre alt werden. Also das ist wohl kaum noch zu schaffen. Aber immerhin, also einige kleine Stellen sind ja schon einigermaßen so, dass ich da ohne zu erröten das vielleicht zeigen kann. Aber naja, ich baue noch. Man kann sich an den vielen Details auf dieser noch nicht ganz fertigen Modellbahn nicht genug satt sehen. Es sieht wie eine realistische Momentaufnahme aus, egal wo man hinschaut. Und schon philosophiert Reinhard weiter, wie er sich Modellbahn vorstellt. Über seine Beziehung zur Bahn und 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 und. Und an der Eisenbahn interessiert mich eben, also neben der eigentlichen Technik, so dieser philosophische Bereich, diese von Fernweh bis Melancholie, Maloche und sowas, diese seltsame Mischung. Und ich versuche das auf der Modellbahn, soweit ich eben kann, das so nachzuahmen. Ich muss das heutzutage ein bisschen genauer machen als damals im Alter von sechs Jahren, weil ich inzwischen besser weiß, wie es in Wirklichkeit aussieht. Ja, also glänzende Plastikhäuser reichen nicht mehr. Es muss ja so gut aussehen, dass die Illusion aufkommt, dass ich mich darin verlieren kann in dieser Traumwelt. Und da ich eben sehr genau weiß, wie es in Wirklichkeit aussieht. Als Fotograf habe ich immer sehr genau hingeguckt. Muss es jetzt auch sehr genau aussehen, sonst funktioniert es nicht. Ich möchte da eintauchen in diese Traumwelt für ein paar Stunden. Und das Auftauchen ist so besonders schön, wenn man aus dieser Traumwelt wieder auftaucht und wieder in die Realität zurück muss. Dann kann man für einen kurzen Moment die Realität von außen sehen und sieht sie viel genauer, als wenn man drinsteckt. Und das ist ein interessanter Effekt. Das ist so, wie wenn man einen ganz starken Film sieht, in dem man sich so verlieren kann. So ähnlich ist das hier auch. Das kann ich hier sozusagen auf Knopfdruck machen, bei mir zu Hause. Und weil ich eben in Berlin-Neukölln groß geworden bin, im nördlichen Teil von Berlin-Neukölln und eben nicht irgendwo auf dem Lande, habe ich keine lieblichen Landschaften hier gestaltet mit Wassermühlen und Förster im Wald, der auf den Hirsch wartet oder so ähnlich. Das kann man alles machen. Aber das ist nicht meine Grintheit. Ich bin in Berlin groß geworden, vier Stöcke Mietskasernen, Gaswerk, Fabriken, Kanal, auch ein bisschen morbide teilweise. Und das versuche ich hier nachzubauen. Also solche Häuser zum Beispiel kann man gar nicht kaufen. Das gibt es ja nicht. Das muss man irgendwie selber bauen. Die sind zum Teil aus Pappe, aus Gips, Mischung aus verschiedenen Materialien, Teile aus Bausätzen, Teile selbst gebaut. Und auch in der maßstäblich richtigen Größe. Die meisten Modellhäuser sind ja viel zu klein vom Volumen. Und das darf nicht so super neu und glänzend und frisch aussehen. Also wirklich hat es das ja auch selten. Und das versuche ich hier eben nachzumachen. Also da ist eben auch hier mal der Asphalt aufgebrochen oder weiß ich. Oder das Haus ist da ein bisschen schmuddelig vielleicht. Und das möchte ich so nachmachen. Und das ist ihm sehr realistisch gelungen. Wie bereits erwähnt, ist das große Vorbild der Anlage an Berlin der 60er bis 80er Jahre angelehnt. Viele nachgebildete kleine Details erzählen ihre eigene Geschichte. Ob Straßenszenen, typische Hinterhöfe, kleine Handwerksbetriebe, alte Fabriken oder die alte Laderampe mit kleiner Spedition. Man kann sich nicht genug satt sehen. Es ist die perfekte Illusion, die Reinhard da geschaffen hat. Schicken wir jetzt einen Zug auf die Reise durch die Räume des Hauses. Vom Schattenbahnhof aus, in der Garage, macht sich ein Personenzug, gebildet aus Eilzugwagen und einer E44, auf die Reise. Der Zug erreicht nach kurzer Fahrt die Küche. Das ist auch Reinhards Lieblingsplatz. Von jetzt an geht es immer an der Wand lang. Hier kreuzen sich jetzt die Züge aus der Gegenrichtung. Es ist die legendäre Baureihe 601, die auf unseren Eilzug warten muss. Weiter geht es dann durch einen Mauerdurchbruch ins Bad. Vorbei an Waschmaschine und Sanitärkeramik, um das Treppenhaus zu erreichen. Die Hintergrundkulisse übrigens begleitet den Zug durch alle Räume. Eine geniale, realistische Gestaltung. Nach dem Treppenhaus verschwindet der Zug unseren Blicken, um kurz darauf im kleinen Vorraum dem Entree des Hauses wieder aufzutauchen. Bevor der Zug hier weiterfahren kann, muss Reinhard Hand anlegen und die Gleise an der Eingangstür herunterklappen, damit der Zug anschließend das Gästezimmer durcheilen kann. Nach passieren des Gästebettes verschwindet der Zug wieder in der Wand, um anschließend aus dem Bücherregal im Wohnzimmer wieder aufzutauchen. Nach Durchquerung des großen Wohnzimmers erreicht unser Zug wieder den Schattenbahnhof in der Garage. Was für eine Reise eines Modellbahnzuges. Eine wichtige Rolle im Leben und der Modellbahn spielt auch Reinhards Frau. Sie hat sich auch von dem Modellbahnvirus, dank Reinhard, infizieren lassen. Mein Mann war in der Lage, mir das so nahe zu bringen, dass es wirklich eine echte Lebensbereicherung auch geworden ist für mich. In dem, nicht nur in diesem kleinen Abbild des Modells, wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, sondern auch natürlich in der Wirklichkeit dadurch einen ganz anderen Horizont bekommen haben. Oder ich ihn bekommen habe und auch seitdem sehr viel mehr auf Bahnereignisse, auf Bahnen, auf Schienen, auf Gleise, auf Signale achte. Und ich empfinde das als eine totale Bereicherung in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Ja, und nachdem das in der Wohnung eigentlich wirklich eine sehr schöne Sache war, sehr konstruktiv, es herrschte überall, nicht überall, aber an vielen Stellen, aber zu jeder Zeit eigentlich irgendwo eine Baustelle, die, ja, da darf man dann so hausfraulich nicht so ganz genau hingucken, aber das ist jetzt auch nicht so sehr ein Problem für mich gewesen oder ist es auch immer noch nicht. Aber diese Baustellen überall empfinde ich auch als total konstruktiv, weil da entsteht etwas Neues, etwas, was mehr ist, als vorher da war. Also insofern, sagen wir mal, die Tatsache, dass mein Mann es geschafft hat, mir das so sehr schön auch nahe zu bringen und die tatsächliche Umsetzung dessen hat sich schon so verselbstständigt, dass ich ohne diese Modellbahn auch gar nicht mehr sein möchte. Die Modellbahn ist ja digitalisiert. Wer hat das von euch bewerkstelligt? Mein Part daran ist zum Teil der PC, wenn man so will, aber auch eigentlich mehr Hard und Software im Anfang gewesen, weil um diese Modellbahn zu betreiben, braucht man alles digitalisiert und es muss dann halt auch mit einer Software gesteuert werden. Da habe ich mich anfangs sehr eingebracht. Das ist aber nun auch schon einige Jahre her. Also das Thema läuft jetzt eigentlich. Da muss man ab und zu mal Fehler beheben, was manchmal Nerven kosten kann. Oder wenn es dann so ist, dann kostet es Nerven. Aber zum Glück läuft alles relativ stabil von dieser Seite aus gesehen. Die Einrichtung dieser Software auf dem Rechner habe ich gemacht. Das ist aber jetzt auch nicht sehr kompliziert. Und um die Bahn jetzt zum Laufen zu bringen, muss man sie natürlich individuell anpassen, also ein Gleisbild konfigurieren. Das haben wir gemeinsam anfangs gelernt, wie man sowas macht. Aber die Einrichtung des jetzigen Gleisbilds hat eigentlich Reinhard ganz alleine gemacht. Es ist ja auch viel Landschaftsbau notwendig an dieser Anlage. Machst du da mit? Also die einzige kleine Gestaltung, die ich bisher vorgenommen habe in dieser großen Modellbahn, sagen wir mal ungefähr 0,1 Prozent vom Ganzen, ist ein kleiner Garten. Und auf den bin ich stolz wie ein Schneekönig. Und vielleicht würde ich tatsächlich erst mal mit sowas Einfachem anfangen. Jetzt nicht unbedingt ein Garten, aber mehr Landschaftsgestaltung vielleicht tatsächlich. Mancher Modellbahner am Bildschirm wird jetzt sicherlich ein bisschen neidisch auf euch sein. Kann er das? Ja, unbedingt. Also ja, doch muss ich schon sagen. Denn wenn ich es jetzt nur auf die Modellbahnen beziehe in unserem oder meinem Leben, ist das wirklich ein, ja, es ist ein Universum, diese Modellbahnen. Grundsätzlich wahrscheinlich für viele oder für alle, die sich dafür interessieren. Und für mich hat es einen solchen Stellenwert bekommen, dass ich es mir ohne diese Modellbahn gar nicht mehr vorstellen kann, weil es gibt einfach so viel zu gucken. Insbesondere, weil die Gestaltung, die mein Mann ja überwiegend auch alleine macht, so gelungen ist, dass man so gerne hinguckt und sich das anguckt. Und ich habe das im Grunde ja überall, egal in welches Zimmer ich gehe oder ob ich ihn in der Modellbahnstube besuche. Es gibt überall extrem viel zu gucken. Und ich finde das so einerseits schön, romantisch, andererseits eben aber auch von dieser technischen Seite so konstruktiv, dass ich, ja, würde man sagen, wenn man also da eine Freude dran hat, an sowas sind wir schon zu beneiden. Man sagt ja immer, Modellbahn wird nie fertig. Stimmst du dem bedingungslos zu? Ich würde da sehr zustimmen. Diese Modellbahn insbesondere wird wahrscheinlich nicht fertig werden, weil es wirklich eine sehr große Anlage ist, die in erster Linie Reinhardt ja ganz alleine macht. Und die Menge der Dinge, die er getan hat oder die noch in der Zukunft zu tun ist oder die Detaillierung, auf die er sehr viel Wert legt, dauert doch schon sehr lange, sodass vermutlich es keinen Zeitpunkt gibt, wo man sagen kann, sie ist fertig. Aber es wird Stück für Stück das gemacht, woran wir Freude haben. Und dann ist auch im Grunde das erfüllt, was die Modellbahn erfüllen kann, nämlich, dass man sich daran erfreut und Freude, also einen Lebensantrieb vielleicht auch daraus hat. Fertig werden wird sie nicht. Mit diesen Schlussgedanken verlassen wir wieder die beiden mit ihrer Modellbahn immer an der Wand lang. Es waren interessante Einblicke, wie Reinhardt und Petra gemeinsam an ihrer Modellbahntraum Freude und Erfüllung haben. Was kann es Schöneres geben? Nur in einem möchten wir Reinhardt widersprechen. Wir wollen nicht warten, bis er seinen 125. Geburtstag feiert. Wir wollen eher wiederkommen. Die Anlage ist einfach viel zu schön. Und in zwei, drei Jahren ist sicherlich auch wieder viel geschaffen worden. Und das werden wir uns dann wieder ansehen. Versprochen. So, liebe Freunde, weiter geht's im Modellbahn-Marathon zum Tag der Modellbahn. Wir haben jetzt eine kurze Mittagspause genossen. Sie durften einen wunderschönen Film sehen, nämlich den von der Familie Gorn mit dem Titel Immer an der Wand lang. Und wenn die Technik uns jetzt kein Schnippchen schlägt, müssten die Gorns irgendwo jetzt auftauen. Da sind sie. Hallo. Liebe Grüße aus Thüringen. Hallo. Schöne Grüße zurück. Ja. Vielen Dank. Wolltest du noch was zu der Anlage sagen? Du hattest dir ja den Film auch schon angesehen. Ja, ich war beeindruckt. Also das ist großartig, was euch da gelungen ist. Und mir hat ganz besonders gefallen die Echtheit der einzelnen Gebäude. Ja, also wenn du so ein bisschen mit die Augen zukneifst und drauf schaust, weißt du es wirklich nicht mehr, ob es echt ist oder ein Modell ist. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Ja, dann hatte ja der Reinhard in dem Film gesagt, dass er ja eine Anlage noch weiter bauen muss und er mindestens 126 Jahre alt werden muss, um das zu vollenden. Da habe ich schon immer gesagt, das glaube ich ihm nicht, denn der Modellbahn wird nie fertig. Er wird da ganz steinalt, der Reinhard. Aber es ist trotzdem in der Zeit, seit dem Film 2018 war es, glaube ich, bis zur heutigen Zeit tatsächlich was weiter entstanden. Und in diese Welt will uns Reinhard Gorn jetzt entführen. Und dazu haben wir erst mal den ersten Film-Einspieler. Und dann kann der Reinhard gleich sagen, was wir da sehen. Die Nummer eins. Ich habe damals 125 gesagt. Und heute würde ich 150 sagen. Ach was, da habe ich noch ein bisschen übertrieben oder was? Ja, heute war ich 150 Jahre. So, okay. Es geht los. So, Reinhard, wo sind wir denn jetzt hier? Naja, das ist jetzt in der ehemaligen Mitte. Das ist der Mittelteil der Anlage, die Südseite. Links sieht man die weiße Wand, die ungefähr acht Meter lang ist. Der Raum ist zehn Meter lang. Und dadurch habe ich dann, ich glaube, acht Meter und dann 16 Meter. Also man kann auf der Rückseite dann wieder acht Meter fahren. Und wir fahren jetzt in Richtung dieser sogenannten Altstadt, die ich jetzt in den letzten Monaten fertiggestellt habe, die so ein bisschen höher liegt am Hintergrund. Und die ist so zu 95 Prozent fertig. Ein paar Kleinigkeiten kann man noch machen. Und also ich habe versucht, das nachzubauen, was ich in meiner Kindheit und Jugend so erlebt habe. Ich bin ja in Berlin groß geworden, in einem sogenannten Arbeiterbezirk. Ich habe so vierstöckige Mietskasernen, Hinterhöfe und so weiter. Industrie, Gaswerk am Kanal und Schrebergärten und natürlich eben die Eisenbahn. Und das habe ich so versucht nachzubauen. Und da muss man vieles selber bauen, weil es gibt kaum jetzt irgendwelche Plastikbausätze, die so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Und glänzende Plastikhäuser mag ich sowieso nicht. Also ich habe die aus Gips gebossen und dann noch verfindet. Ich habe auch viele Gebrauchshäuser gekauft auf Modellbahnflohmärkten, die zersägt anders zusammengebaut oder mit Gipsteilen kombiniert. Das ist auch dieser Mittelteil. Hier kann man ungefähr erkennen, die verschiedenen Ebenen. Das sind so insgesamt etwa vier Ebenen. Es gibt ja vier Schattenbahnhöfe für etwa 50 Züge. Im Hintergrund, also ganz rechts, ganz weit hinten ist diese Altstadt, an der ich jetzt zuletzt gebaut habe. Und später werde ich dann hinter dieser weißen Wand den nördlichen Teil der Altstadt bauen. Das ist ja eine Jahrhundertbaustelle, also das dauert noch. Das sind so diese typischen Berühmärkten. Und das geht jetzt aus dem hinteren Teil, also aus dem vorderen Teil in Richtung Altstadt, was man normalerweise nicht sieht. Eines dieser Bilder, von denen ich auch meinte, das sieht ja wirklich aus wie echt. Ich würde gerne mal wissen, du musst ja mit wahnsinnig offenen Augen durch das Leben und durch die Stadt gehen, um sowas dann zu sehen, zu erkennen und auch die Fähigkeit haben, das dann auch abbilden zu können im Modell. Naja, das ist ja eigentlich der Grund, warum ich überhaupt so etwas mache. Also mich interessiert immer die Atmosphäre. Ich bin, auf der einen Seite bin ich der Ingenieur und auf der anderen Seite bin ich der Träumer. Ja, also hier sieht man die Stelle, wo die Altstadt dann entstanden ist. Also ganz rechts in der Ecke hier, auf dieser Fläche, ganz hinten stehen schon ein paar Häuser. Die habe ich ja außerhalb der Anlage gebaut und dann später draufgestellt. Und das ist jetzt seit ein paar Monaten im Großen und Ganzen verertigt. Da sieht man noch ein Loch in der Wand. Da geht dann die Straßenbahnstrecke und Straße durch. Und auf der Rückwand entsteht dann die Nordseite der Altstadt demnächst. Das kann man dann vielleicht auch mal in irgendeinem Filmbericht zeigen. Ja, hier sieht man auch noch mal wieder diese Durchfahrt da durch die Wand. Und im Großen und Ganzen ist es fertig. Ein paar Kleinigkeiten könnte man noch machen. Mir fehlt dann noch hier, in der Mitte müsste noch eine Straßenbahnhaltestelle hin und vielleicht dann ein kleines Wartehäuschen. Also ein paar Kleinigkeiten kann man schon noch machen, aber im Großen und Ganzen ist es schon erkennbar, was ich machen wollte. Das sieht man von der Altstadt aus, also in Richtung Westen. Die ganze Strecke ist etwa acht Meter, was man hier sieht. Rechts sieht man diese weiße Trennwand. Und dahinter entsteht dann der Nordteil später. Im Hintergrund oben links sieht man noch die Wendel, 14 Umdrehungen, weil ich die anderen vier Ebenen habe. Hinter dieser Wendel kommen die Bahnen aus der Küche dann durch die Wand. Links oben sieht man jetzt nicht, ist der Schattenbahnhof für die Ringstrecke und da gibt es noch drei Schattenbahnhöfen, insgesamt 50 Züge. Das ist ja ein allerherzlichst liebstes Bild, muss ich sagen, was wir hier sehen. Das ist jetzt so aus deiner Erinnerung, Reinhard, ja? Ja, ich bin in einem Stadtteil groß geworden, der so ähnlich aussieht und habe versucht, diese Atmosphäre so nachzumachen. Das machen wahrscheinlich viele Modellbahner, dass sie ungefähr das nachbauen, was sie in ihrer Kindheit und Jugend so erlebt haben. Und mich entzieht immer diese Atmosphäre. Ich mag nicht dieses glatte, perfekte, diese glänzenden Plastikhäuser, wo alles so künstlich und unbelebt aussieht. Ja, das ist nichts für mich. Und in diesem Durchfahrt dann von Nordstadt, naja, da muss ich noch arbeiten. Aber ihr seid ein Team, ne? Ihr arbeitet beide an der Anlage oder wie habe ich das zu verstehen? Naja, ich habe ja das Glück, dass meine Frau das nicht nur duldet, sondern sich selbst dafür interessiert und mir im Digitalbereich da schon eine Menge geholfen hat. Aber sie hat auch schon angefangen zu bauen. Naja, nun muss ich tatsächlich sagen, dass ich ja seit einigen Monaten jetzt zu Hause bin und nicht mehr berufstätig, habe es aber leider in der Zeit noch nicht geschafft, so richtig Fuß zu fassen bei diesen kleinteiligen Arbeiten, sondern ich bin tatsächlich mehr mit dem Rechner beschäftigt. Wir wollen auch beginnen, jetzt langsam so kleine Videos zu drehen. Und da ist so mein eigentlich Hauptschwerpunkt, so ein bisschen mich in diese Verarbeitung von solchen Sachen hineinzuarbeiten. Also da sieht man jetzt ein älteres Ingepahl, dem es nicht so geht wie bei uns. Also die haben sich wohl nicht mehr so viel zu sagen, wie es aussieht. Und da wird es schon anders. Aber dann kommt es mal. Wie viele Stunden, wie viele Stunden seid ihr denn so gemeinsam pro Woche mit der Anlage beschäftigt? Wie kann man das so in einen Wert halten? Das ist schon unterschiedlich. Ich würde sagen, so pro Woche, so an drei, vier Tagen, so jeweils so drei, vier Stunden etwa. Aber es gibt natürlich auch viele andere Dinge, die mich interessieren. Also die Fotografie und ich bin da nicht alleine. Es gibt auch hier noch Sachen, die mich interessieren. Ich will ja nicht nur ein Modell machen. Wichtig ist für mich der Wechsel. Also wenn ich einerseits in der Realität unterwegs bin und dann aber wieder in der Modellbahnwelt. Hier kann man so ein bisschen über die Wand gucken, in diesem nördlichen Teil, der da noch entsteht. Der Bahnhof ist technisch schon fertig, ganz links oben, der Nordbahnhof. Da fehlt aber die Gestaltung noch. Da muss natürlich noch gebaut werden. Wir wollten uns heute eigentlich auch sehr, sage ich mal, mit der Altstadt beschäftigen, weil ich glaube, das ergänzt die Bauten, die Anfahrt des Zuges zur Stadt eigentlich hervorragend. Das ist mit gutem Auge beobachtet und auch gebaut worden. Das passt alles so ein bisschen hervorragend zusammen. Den Nordbahnhof oder die Nordseite haben wir mal ein bisschen ausgespart. Naja, die ist ja noch im Bau. Das dauert noch 50 Jahre. Also im Abschnitt alle 25 Jahre. Wenn man wieder neue Hauptbahnhof macht. Also wie gesagt, damals habe ich 125 Jahre gesagt. Heute würde ich sagen, ich brauche 150, um das so hinzukriegen in der Detaillierung, wie ich mir das so vorstelle. Ja. Ja, sprich dauernd. Ja, nun verlassen wir wieder die Altstadt unterirdisch, beziehungsweise auf der Paradenstrecke. Genau, das ist jetzt. Also links sieht man die alten Häuser da dann. Jetzt fahren wir also Richtung Westen. Rechts die weiße Wand, dahinter ist der Nordteil. Hier sieht man wieder diese typischen Berliner Häuser auf der linken Seite. Und wie gesagt, die Nordseite ist noch im Bau. Da können wir dann vielleicht später mal berichten. Wichtig ist mir auch hier große Radien, dass die Kurven auch überhöht sind. Und eben so Feinheiten, dass zum Beispiel Ehloff mit angelegten Fotografen fahren, mit eingekleppten und so was. Das ist für mich wichtig. Das soll einigermaßen echt aussehen. Sonst kommt für mich diese Illusion nicht auf, wenn das so in echt aussieht. Sagt mal, habt ihr dann auch einen YouTube-Kanal, auf dem man zuschauen kann, wie die Anlage fortschreitet? Also im Moment noch nicht, aber wir haben tatsächlich den Plan, eben auch ein paar kleine Videos zu drehen. Aber es ist ja ein weites, weites Feld, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Nicht die Videos selber, aber die Technik, die dann danach kommt. Also wir planen es zu tun, haben es aber derzeit noch nicht. Und bevor es soweit ist, liebe Freunde, da draußen vor dem Bildschirm, bis die Gorns ihren eigenen YouTube-Kanal haben, stehe ich immer beim Reinhardt und bei der Petra auf der Matte und kann Ihnen jetzt schon versprechen, das ist wirklich kein leeres Versprechen, zu Weihnachten wird es dann einen Film geben. Reinhardt hat versprochen, er steht mir zur Verfügung. Wir nehmen das Thema Altstadt und den Bau da hinten und was dann hintenrum noch so fehlt, mal unters Auge. Und Reinhardt wird uns dann mal gekonnt in seine Welt entführen. Aber diesen Film gibt es erst zu Weihnachten. Welches Weihnachten? Welches Weihnachten? Nee, das war jetzt nicht nett. Nee, aber ich kann euch, ich kann euch oder ich muss euch und möchte euch einfach meine Hochachtung aussprechen für diese Leistung. Also von Lebenswerk zu sprechen, da scheue ich mich immer ein bisschen. Aber so eine riesengroße Anlage im Prinzip zu zweit zu bauen, das ist schon eine, oder fast schon alleine, das ist schon eine wahnsinnige Leistung und da habe ich also aller, allergrößte Hochachtung. Und ich kann nur sagen, weiter so, es ist, man kann sich nicht satt sehen daran. Dankeschön. Dann danke ich euch beiden, dass ihr auf den Mittagsschlaf verzichtet habt. Den könnt ihr nachholen. Es haben alle sehr gespannt gelauscht hier, alle Leute, die hier rumsitzen und geguckt, was Reinhardt und du, Petra, vor allen Dingen da zu Wege gebracht hast. Es ist wirklich toll, kann mich nur den Worten vom Hagen anschließen. Es ist für mich auch immer eine Freude, wenn ich diese Anlage sehe. Leider habe ich nicht immer so viel Zeit gehabt, aber vielleicht ändert sich das ja bald. So, das war es eigentlich in dem Sinne. Viele Grüße nach Falkensee. Macht weiter so und wir sehen uns. Ja, wir freuen uns. Alles klar. So, liebe Freunde, jetzt werden wir wieder international, zum zweiten Mal schon in der Sendung, gehen allerdings wieder nach Skandinavien. Ich weiß nicht warum, aber Skandinavien ist einfach schön. Wir haben jetzt eine Live-Schalte nach Schweden zu Magnus Hellström. Den hatten wir ja eigentlich schon mal vor längerer Zeit auch bei einer Live-Schalte gehabt. Jetzt ist er wieder da. Ja, Magnus Hellström ist ein Admin von der Märklin H0 Gruppe in Deutschland. Also er ist nicht nur in Schweden tätig und aktiv, das wird er uns gleich erzählen. Hier habe ich nochmal einen Screenshot gemacht von der Märklin H0 Forum. Dort ist er also ein sehr eifriger Admin. Und der Magnus hat ja auch eine ganz besondere Anlage. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Es gibt ja eigentlich immer nur Anlagen, die im Frühling oder Sommer stattfinden. Es gibt ganz wenig Anlagen im Winter. Da hat uns aber der Maik heute schon ein paar Denkanstöße gegeben, wie das zu funktionieren hat. Aber der Magnus hat eine ganz besondere Anlage. Der hat sich nämlich den Herbst ausgesucht. Hallo, Magnus. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Tja, Magnus, wie geht es? Wie ist es mit deiner Anlage weitergegangen? Ja, so bautechnisch ist nicht so viel passiert. Aber ein paar Details sind dazu gekommen. Da gibt es immer was zu tun. Und ich habe ja nur 827 Preiseleine auf der Anlage. So 5, 6 mehr könnte auch nicht schaden. War die Zahl jetzt richtig? 827? 827. 827. Da staunen Leute. Ich hatte Leute hier, die durften da raten. Und keiner ist in der Nähe gekommen. Wie findest du denn eigentlich die Idee, den internationalen Tag der Modellbahn? Umgekehrt, so war es richtig. Finde ich absolut top. Unser Hobby, das ist das beste Hobby der Welt. Ein Hobby für Jung und Alt. Und dem sollte es sich viel mehr widmen. Und wir brauchen so eine Plattform wie diese jetzt, um auszureichen, finde ich. Vielleicht für den Nachwuchs und so. Okay, genau so. Dann werden wir uns mal größere Mühe geben dazu, dass wir das auch hinkriegen heute. Zumindest mit der Sendung versuchen wir das. Wir versuchen das in jeder Wendung. Du hast uns natürlich auch ein paar Bilder geschickt. Bevor ich dann noch auf die anderen Sachen zu sprechen komme, lass uns mal über deine Anlage oder über deine Bilder, die du uns geschickt hast, kurz sprechen. Wir spielen jetzt das erste Bild mal ein. Wieso steht das auf dem Kopf? Nein, steht nicht auf dem Kopf. Die Schrift steht auf dem Kopf. Nein, das ist richtig so. Das war der Anfang in meiner Zweizimmerwohnung. Ich wohnte allein damals. Und das Interessante an dem Bild ist, dass das Sperrholz hier, das ist dasselbe wie in der jetzigen Anlage. Das Sperrholz ist geblieben. Also im Grunde genommen hast du als Teppichbahner angefangen. So, ja, aber von Anfang an digital sieht man auch hier mit digital. Ich kenne die analoge Zeit nicht. So. Ja. Und ein paar Jahre später in einer neuen Wohnung, ja, da habe ich quasi um dieses Sparholz oder um dieses Bahnhofsgebiet eine Anlage gebaut mit Hundeknochen. Und, ja, also das war eine Dreizimmerwohnung, aber dann mit meiner Frau. So viel Platz gab es immer noch nicht und gibt es wohl auch nicht heute. Aber dann durfte ich ein Möbelstück bauen um die Anlage. Erstmal eine Anlage und dann ein Möbelstück um die Anlage. So, dann habe ich die Anlage auf Rollrädern hingeschoben und da konnte ich damit spielen. Das ist heutzutage nicht möglich. Denn die Anlage ist ziemlich festgebaut jetzt, wie man auch sehen kann. So, da sehen wir natürlich jetzt das Bild, wo sie schon fertig ist. Wie viel Zeit ist zwischen dem Bild und dem Vorgehen im Vergangenen? Es wird ja zum Frühjahr jetzt 20 Jahre. So von 2003 bis 2023. Und die Anlage ist ja nie umgebaut worden, sondern nur angebaut und erweitert. Ja, aber irgendwann ist das Zimmer doch zu klein geworden oder wird zu klein. Da kann man nicht mal viel um oder anbauen, oder? Ja, das geht ja jetzt. Nein, stimmt. Es geht von Wand zu Wand. So, ja. In dem Sinne ist es eine ziemlich fertige Anlage. Das darf man sagen. Ja. Was ist denn jetzt das Motiv der Anlage? Beziehungsweise wo ist die angesiedelt? Schweden kann es ja wohl nicht sein, wie ich an den Fahrzeugen sehe. Nein, ich habe es vor. Ich sage ziemlich ungenau süddeutsches Vorbild. Das ist was für ein Hagen. Ja, es ist auf jeden Fall im bayerischen Gebiet angesiedelt. Okay. Das hatte ich vor. Den Hintergrund kennen wir ja von, das ist ja der Blick vom Schloss Neuschwanstein. Ja. Und dann passt es auch mit den Farben und ja, mit den härtlichen Farben. Hier sieht man zum Beispiel. Wir haben noch eine kleine Detailaufnahme. Ja. Mit dem Faller Wasserturm, den erkenne ich gerade hier. Ja, das ist ein bisschen mal klasse. Ist ja mehr so für amerikanische Bahnen. Aber es ist schick. So, dann haben wir hier Holiday an der Eisenbahn. Ja, das ist richtig. Da ist Forumstreffen und Forumfeier. Das hatten wir ja vor einer Woche in Hamburg wieder. Und da ging es ungefähr so los mit Bier, Maßen und mit gutem Essen, schöner Gemeinschaft. Ja. Das wollte ich auch wiedergeben. Ja. Also hast du praktisch die Forumstreffen, die jedes Jahr stattfinden. Seid ihr da immer im Miluwa, im Mibula? Im Mibula? Ja, zum Herbsttreffen. Wir treffen uns zweimal im Jahr. Und das Frühjahrstreffen war in Brackel, Modellbundesbahn. Aber das Herbsttreffen ist immer in Hamburg, in Mibula. So, jetzt haben wir einen Blick durchs Schlüsselloch gehabt. Ist das richtig oder was ist das? Das ist durch das, also in die Klosterkirche. Ja. Und sämtliche Bauten haben auch Inneneinrichtung und Beleuchtung und Figuren und so weiter. Deswegen 827, das geht schnell. Also dir war auch wichtig, die Gebäude innen zu beleben, sozusagen in Anführungsstrichen. Manche stellen ja nur die Gebäude in und machen eine Birne rein, damit es ein bisschen brennt. Aber du legst wirklich Wert darauf, dass dann auch das Ganze mit sogenannten Leben erfüllt wird. Ja. So. Alle Achtung. Ja, und auch hier sieht man, man sieht ja, diesen Schienenbus zum Beispiel ist eine Sonderanfertigung von Modellbahnschopf Meiße. Ja. Spezial drauf. Und das ist die linke Anlagenseite zur Seite. Okay. Hier. Das ist außerhalb. Ach, jetzt kommt eine Geschichte, die du uns erzählen möchtest. Das ist eine lustige Geschichte. Ich wurde dann kontaktiert über Instagram von einem Reklamunternehmen und sie wollten meine Anlage in einer Werbung verwenden. Der Auftraggeber ist Darlux, ich heiße Türe. Und sie sind mit einem ganzen Team von neun Personen zu uns gekommen und haben Aufnahmen gemacht, haben gedreht, alles Mögliche. Nur, sie wollten nicht mich als den typischen Modelleisenbahner haben. Ich entsprach nicht dem Sinnbild eines typischen Modelleisenbahners. Das war laut dem Auftraggeber. Er muss ja entscheiden dürfen, was passt und nicht. Und sie haben dann Fotos von mir ihm dann zugeschickt und er sagte, nein, so sehen sie gar nicht aus. Und dann haben sie diesen zu beneppten Typen gecastet und sie wollten ihm auch eine Mütze, so Mütze und Kelle draufsetzen und mit Kelle in der Hand und so weiter. Und da habe ich gesagt, dann gehen wir ein bisschen zu weit. Das tun wir lieber nicht. Und sie haben mir zugehört, Gott sei Dank. Ja, da sieht der Fröhliche aus. Ja, das passt. Das passt, ja. Es gibt verschiedene Aufnahmen, es gibt Aufnahmen, wo er richtig betrübt aussieht und wirklich so konzentriert. Aber die Botschaft von der Werbung ist, dass die Sicherheitsstüre, dass sie schützen das, was dir viel wert ist. Okay, das passt auch. War das eine Versicherungswerbung? Ja, das ist, ja, genau. Für solche Sicherheitsstüre. Ach so, okay, Sicherheitsstüre. So, dann sehen wir mal die Anlage von der Breitseite. Oder wollen wir gleich mal über sprechen, was du drunter liegen hast? Ja, wie schon erwähnt, die Anlage ist zimmererfüllend und geht von Wand zu Wand mit einer anhängbaren Kehrschleife sogar. Also ich komme in keine Richtung weiter. Ich komme nur nach unten. Dann habe ich eine N-Bahn gebaut. Das sind die Anfänge von meiner N-Bahn. Und das ist auch, man sieht direkt, das hat einen Schattenbahnhof, ist Hundeknochen, aber diesmal quergestellter Bahnhof statt Bahnhof in einer Kehrschleife. Ja, und wann müssen die N-Bahn fertig haben? Ah, okay, in 20 Jahren. In 20 Jahren oder was? Nein. Ja, ja, ah ja, was weiß ich. Wahnsinn. Keine Hektik. Ja, ein Foto, das mir sehr gefällt. Das sind alle zwei Leute auf dem Bild, außer mir. Und sie kommen gerne zu Besuch und wir fahren Bahn und es wird rangiert, es wird geklönt, es wird Bier getrunken. Und wir haben es einfach genial zusammen. Es wird gespielt, mit anderen Worten. Es wird Betrieb gemacht. Oh, klar. Nein, 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 nein. Es wird gespielt. Es wird gespielt. Es gibt, ich fahre ja mit Rockrail und da kann man alles halbautomatisch einschalten. Sondern das Programm stellt die Weichen und die Signale, alles richtig, aber du fährst. So was machen wir zum Beispiel. Ja, na lass uns nochmal bitte zurückkommen. Erstmal vielen Dank, dass du die Anlage so wunderschön präsentiert hast. Wir haben auch noch eine kleine Überraschung dann dranhängen, während wir jetzt sprechen. Lass uns nochmal über das McLean Forum sprechen. Es ist ja eigentlich das Größte in Deutschland, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall merkt man das Größte. Und ich meine, ich bin ja heilfroh, dass es da junge Gesichter gibt. Ich meine, die Schilderung jetzt, dass wir in so einen Topf gehauen werden, es müssen nur olle Leute da irgendwo sitzen. Alte Tatterkreise mit dem Rollator wollen wir eigentlich nicht haben. Wir wollen ja die Modellbahn auch jünger haben. Wie ist denn das bei euch im Forum? Wie ist denn dein Altersdurchschnitt? Kannst du das ungefähr sagen? Also leider im oberen Bereich. Also ich bin als Jungspund quasi dabei. Ich bin 50. Aber beim letzten Treffen konnten wir schon feststellen, es gibt Nachwuchs. Es gibt junge Menschen, es gibt junge Paare, die zu uns kommen und zusammenbauen. So wie das Ehepaar, das wir kürzlich hier getroffen haben. Und so, das kommt vor. Und ich weiß nicht, ich habe zwei Töchter, die sind jünger als meine Bahn. So, es gab ja die Bahn immer für sie als Kind. Und wenn sie Freunde einladen, dann finden vor allem ihre Freunde das geil mit so einer Anlage. Da wird gespielt. Ja, genau. Hier tut sich was. Ja, genau. Hier sehen wir deine Anlage. Das sind alte Bilder. Man sieht, okay, da kam ja die Frage, was ist neu? Die Bäume sind neu. Das Bereich hier mit den Bäumen, das ist alles neu geworden. Das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen bei dir, bei dieser Modellbahn. Das ist ja nur Bilder von 2018 gewesen, die du mir damals geschickt hast. Ja. Ist ja schon wieder jetzt vier Jahre dazwischen, fünf Jahre sogar bald, fast fünf Jahre dazwischen. Da ist es klar, aber ich wollte einfach nur noch mal so einen Eindruck vermitteln, was du damals gemacht hast. Ich fand damals schon die Farben so toll, diese Herbstlandschaft. Ja, die Farben sind geblieben. Ja, die Farben sind alles geil. Also keine, also immer noch Herbstbäume habe ich, habe das mit so einem Seemoos, die sind von noch, diese Seemoos-Naturbäume. Ja, ja, ja. Das sieht prima aus. Ja, lieber Magnus, dann danken wir dir ganz herzlich für diese Präsentation deiner Anlage, für das tolle Gespräch. Und jetzt darfst du wieder in die Schule gehen, denn was die meisten vielleicht nicht wissen, da ist Lehrer. Ja. Darf oder musst oder wie das, ja. Ja, darf. Nee, das gibt ja vier in der Schule, die sind top alle. Na, das freut uns. Gut, Magnus, viele Grüße nach Schweden. Vielen Dank für deine Präsentation und man hört und sieht sich. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Da ist es, danke. Tschüss. 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 Dann würde ich sagen, Hagen, wir wollen ja nochmal spielen zusammen. Ja, ja. Was ja ganz wichtig ist. Und um Betrieb machen. Das hat gesessen. Betrieb machen. Das hat gesessen. Ja, ja. Okay. Gut, liebe Freunde, dann gehen wir an unsere Spielanlage. Hagen geht schon mal vor, sonst wird das Gedränge hier hinten etwas zu viel. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie etwas wiedersehen werden, was er auch schon in Leipzig präsentiert hat, einschließlich der Anekdote dazu. Und ich sehe gerade, der Hagen steht schon an den Reglern, es ist alles soweit, sodass ich jetzt auch zur Anlage gehen kann. Ich nehme an, dass gleich das Bild zugeschalten wird. Ich will es jetzt nicht ganz leer machen vor Ihnen. Da ist der Hagen zu sehen, okay, ich geselle mich jetzt zu ihm. Und da ist diese zweite Spielanlage, die wir hier aufgebaut haben. Ja. Hagen, ich gehe mal um dich rum. Gehst du um mich rum. Also, das ist jetzt eine Spielanlage, also wir machen nicht Betrieb, wir spielen. Das ist der Ursprung meiner Spur-S-Sammlung. Spur-S muss ich nochmal erklären. Spur-S ist im Prinzip die halbe Größe von 1. Also Maßstab 1 zu 22,5 und Quatsch, 1 zu 64 und die Spurweite ist 22,5 Millimeter. Und das war meine erste Packung, die ich in den späten 70er Jahren gekauft habe. Die hat mir so gut gefallen. Das war einfach, das ist Emotion pur. Und das ist ein Aufziehzug und da muss ich jetzt sagen, gestern bei der Probe ist mir diese Lok kaputt gegangen. Das tut mir jetzt leid. Also bei der nächsten Ausgabe oder bei der nächsten Sendung, wo wieder eine Spur-S-Anlage dabei ist, ist diese Lok repariert und dann zeige ich euch, wie die fährt. Weil mit die kann man sogar durch das Signal beeinflussen, dass sie stehen bleibt und wieder fährt. Aber wie gesagt, das Zeug ist älter als wir alle hier zusammen. Die ist vom Jahrgang, glaube ich, 1947, also 1947. Und der ist es auch gestattet, dass sie mal ein bisschen schwächelt. Aber wir haben noch andere Fahrzeuge in der Spur-S. Und Frank hat vorhin auf eine Sache angelegt oder hat sich da noch erinnert, was mir damals schiefgegangen ist. Auf der Messe in Leipzig wollte ich die junge DDR zeigen mit ihren Produkten, mit der Spur 0, mit der Spur-S. Mit H0 und dann auch später mit TT. Und wir haben bei mir zu Hause gesucht. Ich wusste, ich hatte Doppelstockwagen. Und die waren weg. Die waren weg. Sie waren nicht zu finden. Und ich habe dann nochmal jeden Koffer, ich habe, glaube ich, 30 Koffer zu Hause, jeden durchgeschnitten, überall drauf, was drin ist. Und da habe ich dann irgendwann mal in den Koffer reingeschaut, wo Bub Güterwagen drauf stand. Und was war drin? Die Doppelstockwagen. Und die musste ich mitbringen. Frank hat gesagt, die müssen hier fahren. Und wir lassen sie jetzt aber mit einer französischen Lok fahren. Von der weiß ich, dass sie vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten mal einen Weltrekord gefahren ist. Und ich finde, so eine deutsch-französische Kooperation ist nie verkehrt. Und jetzt gucke ich mal, ob wir das auch zum Laufen bringen. Danke dir. So, es startet mit viel Getöse, wie das bei Blechschienen halt so üblich ist. Das ist kein Soundmodul dabei. Das braucht man, glaube ich, nicht mehr. Das brauchst du nicht. Nein, und das ist einfach etwas, was die speziell kleinen Zuschauer in Leipzig so begeistert hat. Diesen Zug, der ja nun wirklich auch sehr, sehr echt aussieht. Hat übrigens auch die Älteren, die dann sich erinnern konnten, oh, das hatten wir auch mal oder sowas. Oder das war ja nicht so sehr verbreitet. Das hat dann der Freund oder der Onkel gehabt. Und wir lassen quasi diese Geschichte wieder aufleben. Denn in der DDR war es anders als in der Bundesrepublik. In der DDR haben die Doppelstockzüge in der Realität einen Siegeszug erlebt. In der Bundesrepublik waren sie kaum vorhanden. Es gab noch die Reste der Lübeck-Büchner Eisenbahn. Und es gab, glaube ich, drei neu konstruierte Fahrzeuge in den 50ern. Aber man hat auf andere Entwicklungen gesetzt. Und in der DDR, das weiß ich selber, da waren wir noch, bin ich noch mit diesem Zug gefahren. Ich bin sehr gerne oben, saß sehr gerne oben, war aber schon ziemlich knapp. Knapp oben hat man immer viel gesehen, das war immer am schönsten. Ja, aber man musste gucken, dass er den Kopf nicht einhaut. Denn die Doppelstockwagen sind ja eigentlich erst nach der Wende 90, 91 in die Bundesrepublik gekommen. Im großen Stil, weil man erkannt hat, dass man auf kleiner Fläche viele Leute unterbringen kann. Man konnte also Züge kürzer fahren und hat trotzdem die gleiche Menge weggebracht. Und wenn du heute in der Schweiz unterwegs bist, im Nahverkehr, hast du nur... Kann man da kaum noch wegdenken. Hast du nur natürlich und in Frankreich sogar der Touche-V-Pferd im Doppelstock. Also toll. Ich bin gerade in Frankreich. Ich glaube, ich frage mal, die Technik stört das von der Lautstärke her beim Reden? Ja, dann lassen wir es mal... Mach mal ein bisschen weg. Mach es einfach mal aus. So, ja, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen... Ja, ja. Aber wir wollten halt das Gefühl über den Einen alten Eisenbahn. Dann habe ich natürlich auch noch die Spur Null mitgebracht. Ja. Die Spur Null ist für meine Begriffe eine Faszination aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, dass sie dann an den Blech schienen. Aber es hat bis in die 70er Jahre dann auch in Deutschland, in Frankreich gab es auch Produzenten. Das ist Justra, also Spielzeug aus Straßburg abgekürzt. Und das ist ein Fahrzeug, das fährt nicht ganz so laut. Und es ist etwas Besonderes. Es fährt mit Batterie. Ja. Also du musst es nicht verkabeln. Ja. Die Batterie ist in dem Fahrzeug drin. Und du siehst ja oben den Knopf. Mit dem kannst du die Richtung wechseln. Das geht hier bei dem Modell nicht. Jetzt ist vielleicht die Batterie zu Ende. Oder es heißt, wir sind zu laut, deswegen schalten wir das jetzt ab. Und das sind einfach Fahrzeuge, die mir richtig gut gefallen. Und dieses Fahrzeug passt in einen Zyklus, den ich mit Revoluz, mit meinem Freund Revoluz, zusammen aufgebaut habe. Und den zeigen wir auch auf verschiedenen Ausstellungen. Zuerst auf den Münchner Wissenschaftstagen im vergangenen Jahr. Wir zeigen die unterschiedlichen Antriebe. Das finde ich auch genial und schön, dass man auch mal in der Geschichte rumwuselt und sagt, Menschenskinder, so ist die Modellbahn groß geworden. Und vor allem ist es auch ein Zeugnis davon, wie rasant die Entwicklung in den vielen Jahren gegangen ist, bis heute zu diesen höchstechnischen Wunderwerken. Es ist ja fast kein Spielzeug mehr. Man muss es ja schon ganz vorsichtig anfassen, weil sie auch preislich hoch angesiedelt sind. Aber man sieht, wie einfach das gestaltet war. Man hat damit gespielt. Das war irgendwo angelehnt an irgendeine Form. Ja, und es geht auch darum, dass du die Entwicklung eines Kindes dann natürlich auch spielzeuggerecht mitverfolgst. Also beispielsweise, ich hole es mal ganz kurz, ein kleines Spielzeug von der Firma Lehmann. Die ist ja bekannt für die Gartenbahn. Und Lehmann hat, ich stelle das einfach mal hier hin, Lehmann hat in den, ich glaube, 50er oder 60er Jahren eine sogenannte Lilliputbahn gebaut. Und diese Lilliputbahn, das ist der Karton dazu, da denkst du, das ist ja ein Wahnsinnsteil. Es ist ein bisschen kleiner, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Aber du kannst dieses Fahrzeug, diesen Triebwagen, kannst du antreiben, indem du kurbelst. Also das ist quasi ein Antrieb über einen Pfaden, über ein Seil. Und da kann er die Richtung auch wechseln. Und wenn du auf dieses Fahrzeug dann selber drauf schaust, da schauen Leute aus dem Fenster. In dem Bahnhof sind Lithographien dran. Also das ist ein Bestandteil unserer Demonstration. Der andere Bestandteil ist, wie gesagt, dieses Fahrzeug mit Batterieantrieb. Dann gibt es noch die Aufzieheisenbahn. Es gibt die elektrische Eisenbahn. Es gibt, das haben wir jetzt leider, können wir das bei dem Wetter heute nicht machen, eine Möglichkeit über einen Sonnenkollektor Energie zu generieren. Das geht heute leider nicht. Und, das habe ich jetzt aber nicht dabei, es gibt eine Möglichkeit einer echten Dampflokomotive. Auch in H0, du füllst Wasser rein und dann wird es erhitzt und dann fährt er aus eigener Kraft. Und sowas versuchen wir den Besuchern zu zeigen, was es alles für Möglichkeiten des Antriebes gibt. Weil der Sonnenantrieb, also die Sonnenkollektoren, sind ja etwas Zukunftsweisendes. Und das versuche ich zu zeigen. Die Technik ist relativ alt, aber sehr funktionsfähig. Und die Eisenbahn ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens. Und es gibt unterschiedliche Arten, diese Welt im Modell darzustellen. Und das machen wir. Apropos Modell darstellen. Sie werden das schon bemerkt haben, liebe Freunde, hier stehen auch Häuser. Und ich weiß, dass es ein Lieblingsthema von Hagen ist. Und dann wollen wir Ihnen erst mal das meistverkaufteste Modellhaus vorstellen. Ja, wir haben das einfach hier so gestellt. Toskana stimmt nicht ganz. Das ist jetzt quasi das Gebäck für den Nachmittagscafé. Aber darauf steht diese Villa im Tessin. Und das ist für meine Begriffe ein zeitloses Dokument. Es kommt aus den 60er Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. 60er Jahre, das ist schon, wie lange ist das her? Ach, mehr als 20, gell? 80 Jahre. Und es hat, ich glaube, 60 Jahre mehr als 20. Das ist wieder so ein genialer Spruch. Und man darf eines nicht vergessen. Dieses Haus, die Zahlen habe ich jetzt nicht hundertprozentig parat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, mehr als 300.000 Mal wurde dieses Haus verkauft. Und wahrscheinlich ähnlich oft dann auch zusammengebaut. Und ich finde, solche Dokumente liebe ich zu zeigen, weil es ganz einfach ein Blick in die Geschichte ist. Die Firma Faller oder beziehungsweise die Gebrüder Faller haben das Gebäude in der Schweiz gesehen. Und sie haben in Gütenbach im Schwarzwald, wo ihre Firma ist, ein ähnliches Gebäude hinbauen lassen. Das war dann ihr Familienwohnsitz. Also großartige Sache. Ja, ich hatte es auch auf der Bordellbahn. Ja, ich glaube, das haben viele gehabt. Und dann, wenn wir gerade dabei sind. Hier sind noch Häuser, die entstammen oder die habe ich aus dem Erzgebirge. Und zwar war das eine Geschichte, ganz genau wurde sie mir bis jetzt noch nicht beantwortet. Aber es steht bei verschiedenen Häusern, unten drunter steht der Name und 7b. Also es sieht aus, als wäre es eine Klassenarbeit, dass man halt kleine Papphäuser mit fotorealistischem Karton versieht und die dann in diese Form bringt. Also da gibt es ein ganzes Dorf davon mit, also das ist jetzt ein Holzgebäude, das gehört eigentlich nicht da rein, aber es passt für meine Begriffe so gut. Und das sind einfach Dinge, die bringen Leben auf eine Anlage. Und ich habe es dem Frank vorhin schon gesagt, wir sind Spielbahner. Das heißt also, der Maßstab stimmt nicht, die Epoche stimmt nicht, aber die Emotion stimmt. Ja, die Emotion ist da und das ist etwas, was ich immer wieder versuche, in die Anlagen reinzubringen. Du hast jetzt hier noch eine Kirche von Falla. Ich werde jetzt nochmal noch ein bisschen fortsetzen, die Sache mit Falla, weil wir die Villa im Tessin hatten oder Toskana. Das war dann in so einer Verpackung, nicht in der, denn die Verpackung hat eine, der Bausatz 235, das war auch eine sehr moderne Kirche. Ja, das war natürlich die moderne Zeit, die dann auch abgebildet worden ist. Man findet dann aber auch, das war so wunderschön, auch in der Verpackung, das ist das Stadttor. Es wurden halt diverse Produkte, wurden halt auf dem Karton dann auch abgebildet. Genau, wurden dann also mit beworben, die Produkte entsprechend. Aber das war eben die alte Falla-Zeit. So, und wenn wir schon von alten Eisenbahnen reden, auch die Firma Fleischmann hatte sich früher sehr viel Mühe gegeben im Verkauf ihrer Produkte. Das würde man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so finden. Guckt euch das mal an. Dieses Modell habe ich auch als kleiner Kind, als kleiner Junge geschenkt bekommen. Da war ich ganz stolz. Ich hatte die ersten Westwagen an meinem Zug hängen, hatte nur ein Problem. Die Fleischmänner hatten eine andere Kupplung als die Bügelkupplung. Aber irgendwie haben wir dann immer trotzdem noch dran gehangen. Aber man, ich meine, hier war noch eine Klarsichtscheibe davor, aber diese feinen Ausarbeitungen, da hat man sich noch ein bisschen Mühe gegeben. Und auch versucht, irgendwie Emotionen zu wecken, indem man gleich das Produkt dann nochmal irgendwie anders beworben hat. Es gibt ja auch eine Dampflok mit irgendwelchen Wagen. Und da kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen. Hier eine Abbildung des, nicht Santa Fe ist es nicht, sondern... Nö, aber das FP7 wahrscheinlich. Also so quasi die berühmteste Diesellok, die es damals in Amerika gab. Genau, also Fleischmann warb schon damit, mit diesen Produkten, dass sie das also auch hatten. Und jetzt werden die Augen glühen von unserem Mike. Er guckt schon ganz interessiert rüber. Auch das ist Modellbahn gewesen. Der Bausatz ist noch original erhalten und zu der Karton. Ein Marmos-Bausatz, Stellwerk, Radeburg. Gibt es das eigentlich noch? Radeburg? Das Stellwerk ist wirklich noch im Programm. Das ist ein H0. H0-Bausatz sein, glaube ich. Es ist ein H0-Bausatz, ja. Und es ist noch ein Marmos-Bausatz. Ein Marmos-Bausatz, genau. Marienberger Modellspielwaren, glaube ich, war das. Marmos, ja. Ja, Vero-Mamos. Das heißt, oben hat es ja auch noch diese kleine Vero-Ecke. Das war ja dieser Firmenzusammenschluss. Also eine sehr interessante Sache. Und die Schachtel, die du da hast, das ist sozusagen so ein Zwischending. Weil es gibt noch ältere, lieber Frank, da war dann wirklich noch von der Auhagen KG die Rede. Und dann später eben diese Marmos-Vero-Schachteln und so weiter. Und dann kam Gott sei Dank wieder Auhagen. Gott sei Dank wieder Auhagen. Jetzt möchte ich Ihnen die Augen noch ein bisschen drehen lassen, liebe Freunde. Welche Kamera gucke ich jetzt? Ist egal, ich gucke in eine. Es sind ja auch noch die Preise drauf. Ich muss jetzt mal sagen. Also dieser Vero-Mamos-Bausatz-Stellwerk hat früher 5,75 Mark DDR-Mark gekostet. Also 5,75 Mark war dieser Bausatz ihre. Und dieser wunderschöne Reko-Personwagen, der wurde in Esslingen gekauft zum Preis von 6 Mark 75, D-Mark. Nur mal so ganz nebenbei. Gut, das war so mein... Meine alte Bimmelbahn, und da würde ich das abschließen, hat 5,77 Mark gekostet in den 50er Jahren. Also war schon noch ein bisschen die Preise-Stabilität da. Ja, wenn wir die Zeit noch haben, würde ich das noch sagen. Ich habe ja gesagt, ich hatte ja so eine doppelte Jugend. Ich lebte in der DDR und habe aber ab und zu mal Besuch bei meinen Eltern im Westen machen dürfen mit meiner Oma. Und da habe ich die Märklin-Eisenbahn gehabt. Und in Dresden hatte ich die Bimmelbahn. Und das ist etwas, was ich dann als großes, wie soll ich sagen, als Spielzeug unglaublich geliebt habe. Obwohl es ja eigentlich für einen, der schon eine elektrische Eisenbahn hat, nicht wirklich würdig ist, wieder zurück zum Holzspielzeug zu gehen. Aber mir war das einfach eine ganz, ganz liebe Bahn. Die kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Und die war dann ausgeschmückt mit diversen Bäumen und Figuren waren dabei. Und so ein paar, also so war es. Du hattest auch einen Bahnübergang mit Schranke noch und ein Leutewerk. Und du hattest einen Bahnhofschef und so Sachen. Naja, musstest du auch ein bisschen kreativ sein beim Spielen, glaube ich. Ja, also kreativ muss man ja beim Spielen immer sein. Fast immer. Und je kreativer, umso besser ist es. Ich meine, weil du sagst besonders, du hast diese Bahn geliebt. Die konntest du selber hin und her fahren. Da musst du dir Geschichten ausdenken beim Spielen. Also das ist dann schon ein bisschen... Ja, und ich bin dann immer nach Schmorkau gefahren. Wo hin? Schmorkau heißt der Ort. Okay. Der liegt so, ich würde sagen, 25 Kilometer von Dresden entfernt. Da waren dann Verwandte von uns, die dort lebten, die ein Haus hatten. Und da bin ich mit meiner Oma immer hingefahren. Mit dem Dampfzug natürlich, wie es sich gehört. Der Bahnhof lag, glaube ich, anderthalb Kilometer außerhalb. Und das sind so Dinge, die bleiben dir natürlich im Leben erhalten. Und diese Schachtel habe ich dann natürlich, wenn du dann ein gewisses Alter erreicht hast, ist es zerspielt oder verschenkt oder jedenfalls ist es irgendwann mal weg. Und ich habe mich an diese Bimmelbahn immer erinnert. Und ich habe vor 10 oder 15 Jahren ist mir die mal angeboten worden. Und da habe ich sofort zugegriffen. Und das ist quasi jetzt meine von damals. Also dieser Zwischenraum ist jetzt weg. Also die Bimmelbahn habe ich 1955, ich glaube, zum sechsten Geburtstag gekriegt. Ich weiß es nicht. Also fünfte oder sechste Geburtstag habe ich es gekriegt. Und ja, und jetzt habe ich es immer noch. Tja, ja. So, dann sind wir eigentlich jetzt mit Spielen durch. Wir spielen noch weiter. Wenn wir noch, jetzt die Frage an die Regie, ist schon jemand da, mit dem man... Es ist noch nicht da, aber dann können wir doch noch mal spielen. Hier haben wir noch ein ganz interessantes Aufziehspielzeug. Das stellen wir jetzt dahin, wo es die Kamera am besten einfangen kann. Soll ich dann ein bisschen hier vorgehen? Das ist ein... Frank, wenn du guckst, räum es erst mal auf und dann zeige ich. Das ist von der Nürnberger Firma Technofix, die ja sich einen großen Namen gemacht haben mit solchen Bewegungsspielzeugen aus Blech in den 50er Jahren, in den 60er bis in die 70er. Und das hier ist das Spielzeug Bergbahn. Und da fahren die Gondeln. Und unten ein Auto. Und das Auto wird durch einen Elevator nach oben getrieben. Fährt nach oben. Müsste eigentlich hier in der Tankstelle kurz halten. Und dann dreht er seine Runde wieder. Also ein Spielzeug. Gut, es wird, wenn du es 100 Mal gespielt hast, sicher langweilig. Aber die Ausstrahlung gefällt mir bis heute. Und auf Ausstellungen lasse ich das auch gerne ab und zu mal fahren. Aber nicht so häufig, weil wenn du das überdrehst, ist es halt geliefert. Ist da eine Wendel drin, die den hochgefahren wird? Ja, es ist eine Wendel drin, die den nach oben schiebt. Quasi so wie so ein rotierendes Messer, was einen dann hochdreht. Und jetzt ist er oben. Und wenn der Motor dann ausgelaufen ist, dann ist auch wieder ein bisschen Ruhe bei uns. Und dann gehen wir möglicherweise wieder an den Platz. So, wir kriegen jetzt das Zeichen. Wir machen mal aus, liebe Freunde, dass wir wieder eine Live-Schalte haben. Jawohl, das geht von selber zu Ende. So, liebe Freunde, die nächste Live-Schalte steht an nach unserem Ausflug in die Spielwelt. Wir haben es genossen, ich und Hagen eben in diese alte Spielwelt vorzuführen. Das ist immer wieder schön. Ja, das macht richtig. Aber jetzt wollen wir nicht in die alte Spielwelt. Jetzt blicken wir nach vorn. Jetzt blicken wir nach vorn. Jetzt geht es in die moderne Spielwelt. Und dann, liebe Freunde, habe ich Ihnen heute anzubieten. Und da begrüße ich ganz herzlich Jürgen Linder, den Geschäftsführer von ASU. Und das ist wiederum eine internationale Schalte, wenn ich so sagen darf. Denn der Jürgen sitzt nicht in Europa. Der Jürgen sitzt in den USA. Toll. Herzlich willkommen. How are you? Guten Morgen. Grüßt in den USA. Schönen Nachmittag nach Deutschland. Vielen Dank. Ja, Jürgen, wir wollen dich natürlich ein bisschen löchern zum Tag der Modellbahn. Wäre die erste Frage, wie findest du denn die Idee eines Tages der Modellbahn? Was bedeutet das für dich? Für jemanden, der natürlich jeden Tag sich mit Modellbahn beschäftigt, schon wenn er morgens aufsteht und unter der Dusche steht, ist natürlich die Modellbahn als solches schon für mich mit einer besonderen Bedeutung natürlich behaftet. Grundsätzlich finde ich die Idee natürlich mega toll. Weil die Amerikaner würden sagen, world's greatest hobby. Also das beste Hobby, was man auf der Welt überhaupt haben kann. Ich finde es gut, dass man das ein bisschen ins Bewusstsein bringt. Und insofern finde ich das, was ihr hier macht, natürlich mega toll. Ja, wir haben ja auch ein umfangreiches Programm. Vielen Dank für die Worte an der Stelle. Es sind ja acht Stunden, die wir heute hier zu absolvieren haben. Und wir wollen ja den Modellbahnen mal das gesamte Spektrum, die gesamte Welt der Modellbahnen zu Füßen legen. Wie hat es mal angefangen? Beziehungsweise was sind die Trends? Apropos Trends. Wir hatten ja von ESO dieses Jahr wirklich eine Reihe von Überraschungen serviert bekommen. Das fing an mit der KG 230, die ja auch recht lange schon bei euch in der Pfanne lag. Gibt es denn da eigentlich noch Modelle davon? Also die KG 230, wenn wir von Innovationen sprechen, ist natürlich eine Lok, die als Privatbahn-Lok überall irgendwo tätig war. Das weiß ja keiner besser als ihr beide, die ja letztes Jahr dieses Promo-Video da gemacht habt und da drauf rumgeturnt habt auf der Lok. Und die scheinen auch wirklich nicht zu sterben. Sprich, die sind seit den 60ern im Einsatz. Insofern muss ich sagen, wird es da schon noch einiges geben, was da kommen wird. Ja, das klingt ja sehr interessant. Die Frage erspare ich mir jetzt. Okay, ich sage, das klingt interessant, aber die Frage erspare ich mir jetzt. Sag es sowieso nicht. Ja, Frank, du fragst ja immer, und was gibt es sonst noch? Egal, was wir machen, kommt ja immer die Frage. Und immer muss ich sagen, ich muss dich leider etwas vertrösten. Aber es ist halt nun mal so, wir wollen natürlich auch ein bisschen den Überraschungsmoment eben auch erhalten, weil ich finde, das ist ja auch ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte. Und ein bisschen Vorfreude und ein bisschen abwarten können, finde ich, schadet uns allen nicht. Das sind sehr wahre Worte. Da hat er recht. Da hat er recht. Vorfreude ist die schönste Freude. Vorfreude ist die schönste Freude. Aber so eine ganz kleine Richtung, kannst du die vorgeben oder sowas? Worauf man sich freuen kann? Also man kann sich nächstes Jahr auf einiges aus dem Dieselbereich wieder freuen. Das wird aber auch was Elektrisches geben für die Leute, die mit Fahrdraht fahren wollen. Und ja, das sind so die nächsten Sachen, die wirklich so nahe sind, dass man schon ein bisschen andeuten kann. Wir versuchen immer, möglichst viele unterschiedliche Interessen der Modellbahner abzudecken, weil, wie die Kölner sagen würde, jeder Jack ist anders. Also auch jeder Modellbahner hat andere Bedürfnisse. Der eine fährt moderne Epochen, der andere ist eher in den älteren Epochen zu Hause, was aus der Kindheit noch kennt. Und so müssen wir natürlich oder wollen wir als ESO natürlich für jeden irgendwas bringen, damit es sich auch identifizieren und wiederfinden kann. Aber da kommt was. Da kommt was. Das kann ich euch nicht vertreten. Aber natürlich, liebe Frau. Wie du siehst, ich sitze gerade in meinem Büro in den USA, beziehungsweise man kann es natürlich nicht sehen, dass das in den USA ist. Aber das glaubt ihr mir hoffentlich. Das Schöne an der Modellbahn ist tatsächlich, wenn ich jetzt so von der Messe komme, ich war gerade auf dem Trainfest in Milwaukee, wenn man mit Modellbahnen spricht, die Begeisterung, die das Hobby eben hat, das ist wirklich international gesehen eigentlich immer gleich. Das heißt, die Freude an der Nachbildung der Miniatur, das vorbeigerechte Nachstellen von Betriebsabläufen, auch die Freude an kleinen Dingen, wenn da irgendwann ein Auto blinkt oder ein Bahnübergang, die Schranken runtergehen oder wenn eine Lok einfach nur tutet, hupt und die Ditchlights blinken beim Hupen. Diese Freude an dem Hobby und an der gelungenen Nachbildung von der Realität, die sieht man überall. Und ich hoffe, dass die auch noch recht lange erhalten bleibt, sagen wir mal so. Denn die Modellbahn krankt ja, wie man hört, allgemein so ein bisschen Nachwuchssorgen. Die Jugend ist nicht mehr ganz so interessiert an der Modellbahn. Es gibt zwar noch welche, vielleicht machen auch die Alten was falsch, die Jugend nicht richtig ranzuführen oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, ja. Es ist schwierig, ja. Aber auf Messen, und das hast du ja auch gesehen jetzt, Friedrichshafen, Leipzig, die Begeisterung der Besucher, alt und jung, ist riesengroß und ungebrochen. Und das gibt mir persönlich doch Hoffnung, dass es mit unserem Hobby, auch wenn wir schon lange nicht mehr da sind, dass es dieses Hobby auch noch gibt. Also ich gehe mal schwer davon aus, ihr seid noch sehr lange da. Und ja, das stimmt natürlich. Man muss natürlich sehen, jede Zeit hat natürlich andere Attraktionen auch. Und ja, gerade in unseren modernen Zeiten gibt es natürlich für die ganz Jungen natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, sich auch zu betätigen. Aber wir merken eigentlich schon, auch jetzt gerade, ich bin sehr positiv überrascht, auch von Milwaukee und von Friedrichshafen, es sind also auch durchaus jüngere Leute dabei und jetzt vielleicht nicht zwingend Kinder, aber ich sage jetzt mal so in den 30er, 40ern kommt doch sehr, sehr viel Nachfrage und Fragen und Leute bleiben auf dem Stand stehen und gucken sich das alles an. Das gibt mir eigentlich schon in gewisser Maßen die Bestätigung, dass wir hier nichts machen für Leute, die bald sozusagen, ja, nicht nur für Rentner oder so. Also es ist wirklich quer durch und ich würde auch sagen, das Publikum, habe ich so das Gefühl, das verjüngt sich ein bisschen. Also ich mache mir da jetzt momentan keine Sorgen. Klar, wir müssen natürlich auch versuchen, die Leute entsprechend abzuholen. Der technische Anspruch ist hoch. Mein Hagen, du hast natürlich in Friedrichshafen so eine Eisenbahnanlage mit einer Kurbel gezeigt, quasi zum Energiesparen. Ich finde das ja eigentlich ganz toll. Natürlich hoffe ich auch immer trotzdem, dass genügend Strom da ist, dass man mit unseren Esologs und mit allen digitalen Funktionen rumfahren kann, inklusive Rauchgenerator, weil natürlich das auch primär das ist, was wir machen. Und um eine Esolog per Kurbel zu betreiben, müsstest du ganz schön schnell da dran drehen, weil die brauchen natürlich ein bisschen mehr Strom. Aber top, die Wette gilt. Also ich weiß nicht, wo du wieder bist, auf welcher Messe. Ich bringe den Kurbelgenerator mit und dann werden wir das probieren. Okay, top, die Wette ist angenommen. Wir werden definitiv eine Esolog mit Smoke Generator zu dir bringen, dann kannst du dir mit der Hand ankurbeln. Ich bin gespannt. Aber ich glaube, ich weiß ja, du bist ziemlich fit. Ich mache mir da vielleicht gar nicht so die großen Sorgen. Was ich eigentlich sagen wollte, gerade diese vielen Funktionen, das berührt natürlich schon auch die Allerjüngsten. Also wenn es da Rauch quietscht und blinkt, bösgesprochen, dann sind die Jüngeren immer dabei, aber auch die Älteren. Ich sehe es ja an den Gesichtern, an den leuchtenden Augen, wie die Leute da mit den Handykameras wirklich teilweise minutenlanger Messestand stehen und filmen. Das fasziniert mich immer wieder. Und ich hoffe auch, dass die Leute sich da dann wirklich erfreuen und einfach da Freude aus dem Hobby ziehen. Also ich bin bei dir. Die Freude, die spürt man. Also die haben wir am Stand gespürt und die haben die Händler gespürt. Also das ist tatsächlich da. Und diese Emotionen, die kann man nicht auch, die kann man nicht irgendwie abtöten oder so. Die sind drin und die werden durch uns, hoffe ich zumindest, so gut verstärkt, wie es irgend geht. Ja, das stimmt. Da macht ihr ja einen tollen Job. Wir bemühen uns. Wir sagen, wir bleiben bescheiden. Wir sagen, wir bemühen uns. Wir versuchen ja, acht Stunden lang die Freude der Modellwaren rüberzubringen. Deine Worte hier dazu haben eigentlich schon dazu beigetragen, dass man Hoffnung hat, dass es doch, Polen noch nicht ganz verloren ist, wie man sagt, sondern die Hoffnung hat, dass es weitergeht. Und ja, wir glauben einfach daran. Ja, es wird auch weitergehen. Da bin ich bei ihm. Es geht weiter. Es wird vielleicht ein bisschen anders, aber es geht weiter. Weil die Abbildung der Welt im Miniaturmaßstab ist etwas, was schon alle Zeiten faszinierend war, von unseren Urgroßeltern bis zu uns. Also es wird auch, und unseren Enkeln, es wird weitergehen. Also da bin ich ganz bei mir. Es wird auch weitergehen mit tollen Modellen, die der Jürgen uns nicht verraten will. Ich nehme nochmal Anlauf. Aber mit Diesel hat er gesagt. Er will es uns nicht verraten. Lass mal mal so stehen. Wir bedanken uns ganz herzlich, lieber Jürgen, bei dir für dieses nette, tolle Gespräch. Grüße zurück oder guten Morgen in die USA. Was machst du heute? Danke. Ich werde heute noch ein bisschen langweilige Sachen machen. Ich werde hier bei uns im Büro einige Besprechungen abhalten, was wir nächstes Jahr so alles anbieten werden. Das ist natürlich nicht langweilig, aber letztendlich muss man halt auch jetzt gucken, dass wir, es ist ja die Weihnachtszeit jetzt, die vor der Tür steht, dass wir gucken, dass die Modellbahner auch die Produkte kriegen, die sie brauchen zum Basteln. Weil das ist auf jeden Fall hüben wie drüben das Gleiche. Die Leute wollen sich für Weihnachten und die Feiertage eindecken. Und ich werde heute Abend auch wieder zurückfliegen und ich mache mir definitiv keine Sorgen mit der Modellbahn. Glaubt mir, ich mache es jeden Tag. Ich habe Modellbahner international überall und die Freude ist überall gleich. In dem Sinne, Jürgen, das war ein gutes Schlusswort. Da brauchen wir nichts mehr dazu sagen. Vielen Dank. Vielen Grüße. Vielen Dank. Und man sieht sich. Und viel Spaß euch noch. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Tja, liebe Freunde. Das war ein sehr schönes Gespräch, was also auch mal die andere Seite beleuchtet. Wir sehen es vielleicht immer zu negativ. Kann das sein? Nö. Nö. Du musst es ja auch negativ sehen. Du kannst ja immer nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen haben, sondern du musst auch mal einen anderen Blick oder den Blick von der anderen Seite nehmen. Und eine gewisse Skepsis hier und da ist ja nie verkehrt. Nur grundsätzlich muss die Begeisterung und die Freude an erster Stelle stehen. Und steht ja bei ihm auch, wie du hast ja gehört, auch wenn er uns nicht verrät, was Neues rauskommt. Aber Diesel ist es. Und Fahrdraht. Und Fahrdraht. So, jetzt frage ich nochmal in die Technik. Ist Janine Deutscher vielleicht online gegangen? Nein. Nein, dann machen wir mit dem nächsten Programmpunkt weiter, würde ich sagen, bevor wir uns hier lange aufhalten. Und der Programmpunkt sitzt hinter dir? Der Programmpunkt sitzt rechts hinter mir. Das ist der liebe Mike, der uns ja schon gezeigt hat, wie Winter gemacht wird. Und jetzt macht er Sommer. Macht er Sommer, aber bevor er den Sommer macht, hätte ich gern noch das Ergebnis vom Winter gesehen. Aber selbstverständlich, Nico. Danke. Selbstverständlich guck das. Na gut, das Auto ist jetzt ein bisschen unterwegs. Das schlittert gerade. Das ist völlig richtig. Also ich habe es noch fertig gebaut. Du siehst, es ist eine kleine Winterlandschaft geworden. Gerade schön, wenn man mal vielleicht ein schönes Modellauto hat wie hier. Ich glaube, das ist ein Land Rover von der Firma Busch. Und da ist so kalt, frostig eingefroren, die Türen sind weiß. Und was machst du jetzt mit diesem Stück? Signierst du es und verkaufst du es? Nein. Ich stelle es erst mal zur Seite, weil es kommt ja jetzt schon wieder ein neues Thema. Ja. Na dann los. Dann sind wir mal gespannt. Auch mit Diesel oder? Nein. Es geht nicht um Diesel, sondern wir bleiben bodenständig. Es geht um Erdgestaltung. Ja. Das ist ein interessantes Thema. Ich hatte ja vorhin schon ein Material vorgestellt, diese Modellbauplatten. Sehr leichtes Material. Und ich habe ja auch schon gezeigt, dass man das sehr, sehr einfach bearbeiten kann. Styrodur. Und ich möchte, ja, Modur. Modur heißt das, ja. Weil Styrodur und Styropor bekommt man nicht mit diesen Werkzeugen einfach so bearbeitet. Da müsste ich schon wieder mit einem Heißdrahtschneidegerät oder mit ähnlichen arbeiten. Die gibt es ja auch als Handgerät. Und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen in dieses Material verliebt. Ich möchte zwei Sachen machen. Ich möchte zum einen einen Acker gestalten und ich möchte dann einen Feldweg gestalten. Und einen Acker gestalten, da muss ich ein bisschen was vorbereiten. Ich habe hier schon mal angefangen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt es die Kamera besser. Ich habe hier schon eine Struktur eingearbeitet. Ja, wunderbar. Klasse. So, jetzt sieht man es, glaube ich. Ja, ich habe hier schon eine Struktur eingearbeitet. Und das geht mit diesem Werkzeug hier zum Beispiel sehr einfach. Ich kann mir damit also einfach ganz schnell eine Ackerstruktur einarbeiten. Jetzt sieht das natürlich noch nicht nach Acker aus. Ein paar Arbeitsschritte muss ich da jetzt noch machen. Und das erste, was ich wieder machen muss, genauso wie bei der Winterlandschaft, ist natürlich grundieren. Das mache ich aber nicht mit Weiß, sondern dafür nehme ich diesmal eine braune Abtönfarbe. Und jetzt kann ich hier drauf nochmal genau den Unterschied zeigen zwischen maschinell geschnittenem Landschaftsbaumaterial und dem bearbeiteten. Weil auf dem geschnittenen kriege ich die Farbe relativ zügig verteilt. So, das sieht man auf dem bearbeiteten Teil sieht man also das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass sich hier immer diese kleinen Fribbeln bilden. Also man hat hier so ein bisschen wie Staub drauf, wie Sand. Hier muss ich also ein bisschen intensiver die Farbe aufstreichen. Wobei ich immer darauf achte, dass ich einen weichen Pinsel nehme. Keinen Haken, sonst zerstöre ich mir die Strukturen, also das Material, das hatte ich ja schon erwähnt, einfach zu bearbeiten. Ich streiche jetzt auch nicht hier das ganze Modul vor, denn natürlich habe ich schon was vorbereitet. Ich bin in der Kochsendung. Ja, ja klar. Du guckst ja mal auf die Uhr. Aber ich habe jetzt, um das mal zu sehen, wenn du das einstreichst, man sieht doch wunderschön dann, wie die Struktur rauskommt. Ja, ne? Das ist eine tolle Sache. Ja. Ja. Das habe ich jetzt schon fertig gemacht. So sieht es aus, wenn es aufgetrocknet ist. Ich habe jetzt hier einen Untergrund, mit dem kann ich richtig gut arbeiten. Ich stelle mal das Näpfchen nach vorne. Den Pinsel brauche ich jetzt eh. Den brauche ich nur ausstreichen, denn man kann natürlich alles selber machen. Also gerade auch, wenn wir Seminare machen, ist immer ein Thema Bodengestaltung. Und dazu kann ich mir Spachtelmassen selber anrühren. Das funktioniert relativ einfach mit einem Sand-Weißleim-Farbgemisch. Der Vorteil dabei ist, dass ich es mir in einer bestimmten Konsistenz herstellen kann, sodass ich also etwas haben kann, was ich aufstreiche. Eine Masse, die so ist, dass ich sie aufstreichen kann. Und ich kann eine Masse herstellen, die ich eben formen kann. Und das ist bei bestimmten Sachen sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel eine Ufergestaltung habe, wo ich eine schräge Böschung habe, die weggeht vom Fluss und das Material ist zu dünn, dann läuft es mir halt in den Fluss rein. Das kann ich nicht gebrauchen. Also muss ich da die Masse ein bisschen, ja, wie sagt man, viskoser gestalten, also ein bisschen fester. Ja, währenddessen, wenn ich halt nur einen dünnen Überzug brauche, dann kann ich diese Masse eben wesentlich dünner anrühren. Aber sowas gibt es auch mittlerweile als Fertigprodukt, gibt es von verschiedenen Firmen. Ich habe hier mal drei Produkte mitgebracht und fange hier an mit dem erdbraunen, mit der erdbraunen Paste. Und die würde man ja erwarten, trage ich mit einem Spachtel auf. Mache ich hier aber nicht, weil wenn ich das mit einem Spachtel auftrage, dann schmiere ich mir ja diese Ackerstruktur zu. Und das will ich natürlich nicht. Ich gehe jetzt nochmal ganz klein wenig ins Wasser, feuchte den Pinsel an, hole die Struktur raus. Also man kann auch erkennen, glaube ich, wenn die Kamera reinguckt, ja, das ist eine sehr weiche Paste. Das ist schon fast ein bisschen Nutella-artig. Und die streiche ich jetzt einfach auf den vorgestalteten Acker auf. Auch wieder mit einem weichen Pinsel, also nicht mit einem Borstenpinsel arbeiten, sondern mit einem weichen Haarpinsel. Das kann jetzt hier auch ein bisschen breiter sein, sieht man ja. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich hier nebenan einen Feldweg angelegt habe. Den möchte ich natürlich genauso bearbeiten, aber da sollen später Pfützen drin stehen. Das soll so ein bisschen schlammig sein. Das glänzt jetzt hier natürlich der Acker, weil noch viel Feuchtigkeit drin ist. Ich habe das trockene Stück auch schon vorbereitet. Bei dem Material, was ich hier zur Verfügung habe, ist es relativ einfach, schöne Feldwege zu gestalten. Dazu nehme ich hier nochmal die nicht behandelte Fläche und ich hatte mir hier einfach ein LKW mit einer relativ starren und stabilen Achse mal genommen. Und damit kann ich jetzt in dieses Material einfach Fahrspuren eindrücken. Die müssen auch nicht gleichmäßig werden. So. Durch mehrmaliges Hin- und Herfahren kann ich mir hier also einen Feldweg einarbeiten. Ich zeige es mal hier in die Kamera. So sieht man es, glaube ich. ganz gut. Ja, hier sind jetzt die Fahrspuren drin. Das Ganze wird dann natürlich wieder vorgestrichen. So wie ich es hier gemacht habe. Also auch einfach die Fahrspuren mit dem Fahrzeug eingearbeitet. Die Geschichte vorgestrichen. Und jetzt passiert was total Schönes. Da gibt es diese Paste. Die nennt sich Muddy Ground. Also Matsch. Farbe. Auch die streiche ich mit dem Pinsel auf. Aber die wird ein bisschen dicker aufgetragen. So. Die ist auch etwas gröber. So. Ja, wunderbar. Schön verteilen. Jetzt habe ich natürlich die Fahrspuren wieder zugesetzt mit der Paste. Aber ich nehme jetzt mein Fahrzeug und werde hier einfach die Fahrspuren nochmal nachfahren. Aber richtig schmutzig. Ja, das soll auch so sein. Ja, so. Mehr mache ich jetzt gar nicht. Jetzt muss ich bloß aufpassen, wo ich das Fahrzeug hinstelle. Das lasse ich jetzt gut abtrocknen. Ja, man sieht also, dass die Fahrspuren hier wirklich sehr schön durchgekommen sind. Das lasse ich jetzt abtrocknen. Und wenn es abgetrocknet ist, sieht es nachher so aus. Also man sieht, dass der Bereich auch noch so ein bisschen schlammig glänzt. Hier habe ich den Acker, habe hier auch nochmal Fahrspuren reingemacht. Da könnte ich noch einen Traktor reinsetzen. Und eine Sache fehlt jetzt noch. Und zwar sollen hier Modderpfützen stehen. Und auch dafür gibt es ein Produkt. Das nennt sich direkt Paddels, also Pfützen. Und das Schöne ist, ich brauche hier nichts weiter zu machen, als dieses Produkt einfach nur einlaufen zu lassen. Das sieht jetzt auch noch so ein bisschen schlammig aus. Das hat so einen ganz schlammigen Charakter hier. Aber ich zeige gleich, wie es aussieht, wenn es weggetrocknet ist. Das Schöne ist, das hat also auch wirklich so eine kleine Dosierspritze. Und wir haben das witzigerweise, dieses Produkt, mal in einem Auhagen-Seminar ausprobiert. Die Seminarteilnehmer wussten nicht, dass sie mit nagelneuen Produkten arbeiten. Wir haben den einfach mal in die Hand gedrückt. Und die Ergebnisse sind wirklich zauberhaft geworden auf unserem Seminardiorama. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Ich lasse das mal zum Vergleich hier liegen, wie es frisch aussieht. So, und dann hole ich mal ein Diorama rüber, was nämlich genau in diesem Seminar entstanden ist. Ich versuche es mal ein bisschen anzukippen. Kannst du es einfangen? Aha, ja, jetzt wunderbar. Man sieht hier vorne schön die gestaltete Ackerfläche. Und hier oben drüber sieht man also den schlammigen Feldweg. So sieht das nachher fertig aus. Wir haben hier nochmal eine Ecke, da kann man das vielleicht auch ganz gut erkennen. Ja, also wirklich sehr, sehr schöne Produkte. Mit denen kann man also toll arbeiten, vor allen Dingen einfach und schnell arbeiten. Und ich glaube, dass wir nachher, glaube ich, haben wir nochmal so ein bisschen was zum Thema Begrünung. Ja, kann das sein? Wir werden nachher noch begrünen. Da werden Sie die Teile nochmal sehen. Und ich würde jetzt einfach zurückgeben an unsere beiden Moderatoren. Ja, liebe Freunde, da kann man sich nur beim Mike bedanken für seine bodenständigen Geschichten. Es war sehr interessant, was er uns da dargelegt hat mit Ackerbau und wie man das alles anlegt. Und wir machen flugs weiter mit der nächsten Live-Schalte zu einem Modellbahner, nämlich zu Rainer Ehle. Ich hoffe, dass er mir jetzt zugeschalten ist. Da ist er, da sehen wir ihn. Hallo. Willkommen zum Tag der Modellbahn und in unserer Sendung. Was sagst du zum Tag der Modellbahn? Ist das okay so? Ich finde das toll, dass es mir einen eigenen Tag gibt. Allein nur, wo mir Modellbahner so ein bisschen mal herausgehoben werden für unser Hobby, das ja wirklich für mich, für mich wirklich super ist. Hast dir schon ein Bier zur Seite gestellt, angestoßen mit uns und gesagt, jetzt geht's los. So, lieber Rainer, du hast uns eine Riesenanlage zu bieten. Und da würde ich gleich mit einem kleinen Film einsteigen, den du uns ja dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hast. Vielleicht kannst du uns dabei schon mal ein paar allgemeine Angaben zu dieser Anlage erzählen. Der Film startet gleich los und wir würden schon mal gerne wissen, wie groß ist das Ding, welche Spurweite und alles, was so Interessantes ist rund um die Anlage. Vor allen Dingen auch welche Motive. So, da sind wir schon. Jawohl, also die Anlage habe ich vor etwa über 20 Jahren begonnen und in dieser Zeit ist die Anlage immer wieder weitergewachsen. Nach zwei Umzügen hoffe ich, dass es jetzt am Zielbahnhof ist und die Anlage misst aktuell 25 Quadratmeter, ist auf drei Ebenen aufgeteilt. Ich habe drei Schattenbahnhöfe unter der Anlage und fahre dann über Wendeln nach oben. Und hier seht man jetzt mein neuestes Projekt. Das ist eine ICE-Brücke, die ich da gebaut habe. Alles, wie gesagt, in Eigenregie, alles selber gemacht. Und da fährt jetzt gerade eine schöne 43er aus dem Tunnel raus. Der hat es ein bisschen schwer. Der hat es ein bisschen schwer, ja. Könnte ein bisschen schneller fahren, ja. Ja, und das war für mich auch ein sehr interessanter Zug, der auf der Neubau-Strecke unterwegs war. Ja, das ist der Schorsch, den gab es letztes Jahr neu von Märklin und den musste ich natürlich haben, klar. Da ist auch der ICE oder ein IC unterwegs, der wahrscheinlich gleich auf die Neubau-Strecke fahren wird. Du fährst ja digital, ne? Ist das richtig? Richtig, ja. Ich fahre mit der Märklin-Zentrale und habe alles digitalisiert. Okay. Hier sind wir jetzt auf der Nettenbahn-Strecke. Da geht es am Fluss entlang, durch eine Altstadt unterdurch. Und hier ist die Gutach-Brücke, die ich auch selber nachgebaut habe. Ja. Sagen wir mal, wie viele Züge, sagen wir mal so, ist eine Riesenanlage, da kommt unser Zug mit Schwung wieder. Wie viele Züge und Triebwagen insgesamt befinden sich denn jetzt auf dieser Anlage oder fährst du? Ja gut, durch das, dass ich drei Schattenbahnhöfe habe mit je vier Gleise und eben die Strecken verlaufen, man kann so 20 Züge etwa fahren lassen. Das ist natürlich schon ganz beachtlich, würde ich sagen. Wo steht diese Anlage? Die steht bei mir im Keller in Rolbronn. Nicht weit weg von Ihnen. Ein größerer Keller? Ja, das ist ein größerer Keller. Wir haben nochmal neu gebaut vor vier Jahren und da durfte ich mir meinen 52 Quadratmeter Keller gönnen. Das sind ja fürstliche Verhältnisse, sind bestimmt, manche Modellwaren-Clubs jetzt neidisch auf dich. Ja, ja. Du sagtest gerade, du hast die Brücke selbst gebaut. Bist du dann mit Zollstock losgerannt oder hast du das, wie man so schön sagt, auf Deutsch freisch Schnauze gemacht? Ja gut, ich wusste, dass ich eine Scheitelhöhe von 27 Zentimeter habe und eine Länge, die eben beengt war. Und dann habe ich einfach die Gutach-Brücke genommen mit einem Foto und habe es in CAD gezeichnet, groß ausgeplottet zweimal und dann gesägt. Und dann verkleidet das Ganze mit Heki. Tja, das sieht ja schon ganz arg eindrucksvoll aus, muss ich sagen. Also die Berge sind gewaltig. Gewaltig, ja. Wie viele Stunden bist du dann so pro Tag im Schnitt im Keller? Das ist eher so am Wochenende, denke ich einmal. Ja, unter Tage schaffe ich das nicht, aber gerade in den Wintermonaten hat man ja mehr Zeit und das sind schon einige Stunden. Also du kommst aus dem Keller am Wochenende gar nicht raus? Zu wenig, meint manchmal meine Frau, ja. Ah ja, dann kommt eine Frage aus dem Hintergrund, nämlich der Maik, unser Modellbauer sitzt hier gleich neben uns. Er möchte gerne wissen, wie viel Preis allein du auf der Anlage stehen hast. Oh, das sind sehr viele. Ich habe alleine auf dem Bahnhof, denke ich mal, so rund 400, 500 werden es so sein. Das ist ja richtig was los auf dem Bahnhof. Ja, da fahren die Leute noch mit dem Zug, siehst du, da ist ja genug Betrieb. Die wollen alle einsteigen, ankommen und weiterfahren. Ja. Ja, lieber Rainer, dann bedanken wir uns ganz herzlich für diese Präsentation deiner Anlage. Es ist schon ein gewaltiges Stück, würde ich sagen. Ja. Ja, unglaublich. Hochachtung, sage ich da nur. 52 Quadratmeter Platz. Ja, nicht mehr. Vielleicht baut er ja nochmal an, man weiß es ja nicht. Ja, und die meiste Zeit im Winter im Keller. Die meiste Zeit im Keller, ja genau. Es war schön, deine Anlage kennenzulernen. Hat uns allen Freude gemacht. Wir wünschen dir auch weiterhin viel Freude und vor allem am heutigen Tag. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Sehr gerne. Macht's gut. Wir bedanken uns bei dir ganz herzlich. Tschüss. 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 So, liebe Freunde, nun müssen wir ja irgendwie weitermachen. Ja, weil es ist schon beeindruckend, atemberaubend, was der junge Mann da gebaut hat. Also manche Keller, muss ich sagen, also ich beneide solche Leute, die da so maßlos viel Platz haben und sagen, baue ich mal eine Alkohol. Und wo ist denn der Krempel, der sonst im Keller ist? Wo wird der aufbewahrt? Der hätte mich ja mal fragen können. Dann ist es zu spät. Können wir nicht machen. So, liebe Freunde. Ja, wir haben ja ein bisschen durcheinandergekommen sind oder etwas in der Zeit hängen, müssen wir ja ehrlich zugeben. Aber es ist egal, weil wir die Mittagspause verkürzt haben, die Technik manchmal nicht so will, wie wir wollen. Und haben wir jetzt die nächste Schalte und dann frage ich mal, wer sitzt in der Leitung? Ah, wir sind nach Marien. Hallo, ihr zwei. Hallo, du einer. So, der Programmablauf hat ja eigentlich vorgesehen, dass der Maik sich mit Markus unterhält. Bist du noch bereit? Ja, aber ich bin immer bereit. Er ist immer bereit, dann würde ich sagen, übergeben wir jetzt mal, ah, Prost, ja. Übergeben wir jetzt an Maik und Maik wird sich jetzt mit Markus über Auhagen und das, was wir vielleicht noch zu erwarten haben, unterhalten. Wir geben zurück an Maik. Wir geben zurück an Maik. So. Na, jetzt. Hallo, Markus. Hallo, Maik. Grüße dich. Ja, grüße dich auch. Ungewohnt, dass wir beide diesmal so kommunizieren, sonst stehe ich ja immer neben dir. Ja, ja. Und guck mal, aus was ich hier heute Kaffee trinke. Ja, das ist natürlich angemessen, weil wir hier in einem Schloss sind. Ja. Ja. Du hast schon gesehen, ich habe natürlich die Standardtasse. Ja, ich habe die ja sonst auch immer. Aber jetzt ist es auch. Ja, das ist klar. Ja. Markus, von der Tasse mal abgesehen, was war denn dieses Jahr so dein Highlight, deine Lieblingsneuheit? Das hat man ja schon mal, das Thema beim Auhagentreff. Und meine Lieblingsneuheit habe ich auch hier. Und zwar ist es mal wieder die Schmittstraße gewesen. Und zwar haben wir ja dieses Jahr die Halbrejew-Varianten dazu gebracht. Und besonders gefällt mir dort ja immer, dass wir angefangen haben, jetzt ins Detail die Ausgestaltung noch mehr in den Fokus zu nehmen, sodass wir auch die Inneneinrichtungen von den Schaufenstern haben. Ich habe mal hier noch ein Modell stehen. Wir müssen gucken, wie rum hier. Also, ich hoffe, man sieht es, dass es nicht so verspiegelt ist. Aber wir haben die Geschäfte halt wirklich komplett innen ausgestaltet. Und das kommt auch bei den Kundenboot an. Und das war mein Highlight für dieses Jahr. Und ich glaube, in die Richtung geht es weiter. Aber auch auf den Messen, wir hatten ja jetzt Leipzig, hatten wir erst gemacht, hat man eigentlich auch guten Zuspruch dafür gehabt. Ja, also die Sachen sind auch sehr gut angekommen beim Kunden. Die haben sich wirklich gefreut. Wir haben ganz viel positive Resonanz dazu. Und man sieht es auch bei anderen Modellbahnprodukten überall dort, wo es mehr ins Detail geht. Das ist gefragt. Und ja, eine schöne Straßenszene damit kann man wirklich gut gestalten. Wir haben inzwischen jetzt bei den Halbrejew-Sachen auch eine neue Dachvariante mit dazu gebracht. Sodass man dort auch Abwechslung reinbringt. Und ja, auf den Messen haben wir viel Zuspruch dafür gekriegt. Und das freut uns natürlich. Und das ist immer für das Team natürlich sehr schön, dass man auch mal was Positives hört. Und mal gesagt, kriegt die Produkte, die ihr gebracht habt, das ist in Ordnung. Die gefallen uns. Macht weiter so. Und auf der Messe war ja nicht nur die Schmittstraße als Halbrejew zu sehen, sondern da war ja diesmal sogar was in Bewegung zu sehen. Wir haben dieses Jahr eine sogenannte Spillanlage gebracht und da ist ein Motor dabei. Das ist so ein bisschen ein Einstieg für uns in die technische Variantenvielfalt, wo wir sagen, Bewegung muss auf die Anlage. Das zieht bei den Kunden immer gut. Und ich habe es nochmal hier. Das war die Spillanlage. Und ich habe jetzt den Motor, da drinne war, den habe ich nochmal einzeln. Also der Motor sitzt hier in dem Gehäuse. Und die Umhausung ist aus einem speziellen Kunststoff gemacht. Der ist gummiartig. Und der dämpft natürlich dann die Geräusche, die der Motor macht. Wenn ich den Motor so auf die Anlagenplatte schrauben würde, dann überträgt sich die Resonanz natürlich. Und dann hat man das unschöne Geräusch von dem Brummen. Und dem haben wir quasi entgegengewirkt, indem wir hier für den Motor so ein Gehäuse gebaut haben. Genau, das ist alles dafür entwickelt erst. Genau, das haben wir extra dafür gemacht. Alles made in Germany, alles bei uns im Erzgebirge entstanden. Und im vorderen Bereich, da hat man noch den kleinen Haken. Gucken, ob man es irgendwo sieht hier. Und hier, wo das aufgewickelt wird, da ist eine sogenannte Rutschkupplung. Eine Rutschkupplung, genau. Wenn ich helfen kann. Ja, ist halt leid. Und die Rutschkupplung kann man in drei verschiedenen Stufen einstellen, sodass man dann dort wirklich individuell für seine Fahrzeuge das ausgleichen kann, wie viel muss die Spillanlage jetzt ziehen. Genau, also da sollte man noch dazu erklären, dass die Spillanlage dafür konzipiert wurde, wirklich Wagen oder vielleicht auch eine freilaufende Lokomotive zu ziehen. Früher hatte man das ja gerade in kleinen Betrieben, die sich keine Lokomotive leisten konnten oder wo einfach eine Lokomotive auch viel zu teuer und offennig geworden wäre, hat man sogenannte Spillanlagen gehabt. Man hat also einen Elektromotor gehabt mit einem langen Seil, einen Haken dran. Und dann wurden diese Wagen verschoben. Genau, die wurden dann in die Werkhalle gezogen oder quasi wirklich als Ersatz für die Betriebe, die halt wirklich keine eigene Betriebslok hatten. Die gleiche Art und Weise kam auch im Schiffverkehr, gerade bei Schleusen oftmals, zum Einsatz, dass man dann dort die Kähne ein Stück weit reingezogen hat. Ja genau, also das ist ja ein Modell, also schon wieder 500 Ideen im Kopf, was man damit alles so machen könnte. Aber wir haben ja schon, eine Idee hatten wir ja schon umgesetzt auf dem kleinen Messediorama. Und ich habe ja auch gesehen, ich habe ja in Leipzig genau daneben gesessen und habe ja auch gesehen, dass die Leute also permanent stehen geblieben sind und da geschaut haben und interessiert waren. In Friedrichshafen auch, sagt der Hagen. Ja, das war die beste Idee, fand ich, oder die eindrucksvollste Neuheit von Auhagen für mich in diesem Jahr. Also ich bin jetzt noch mit Revoluz dabei, die in die Realität umzusetzen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber vor Weihnachten schaffen wir es noch. Und ich bin von dieser ganzen Neuheit, bin ich sehr, sehr beeindruckt. Das muss ich an dieser Stelle sagen, ja. Ich weiß ja nicht, wer die Idee hatte, aber sie war gut. Ich glaube, die Idee kam aus dem Hause Auhagen. Ja, die Ideen finden sich ja dann oftmals bei uns in der Gruppe. Wir haben ja ganz viele Zuschriften von unseren Kunden, Anregungen. Und wir haben zum Glück auch Leute im Haus mit guten Ideen und dann auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Und von daher, oftmals kann man gar nicht genau so sagen, wer, also es gibt jetzt keine einzelne Person, wo man sagen kann, der hatte die Idee. Oftmals wirft jemand was ein, wenn wir uns dann zusammensetzen und darüber diskutieren oder darüber reden, was könnte noch zu uns ins Sortiment passen. und dann kommt man von einem ins andere und dann irgendwie ist es dann immer ein Gemeinschaftsprojekt und der eine hat eine Idee, der andere hat noch ein besseres Argument dazu und so nach und nach entsteht dann das Produkt. Und von daher, wie gesagt, als Teamleistung bin ich da immer sehr stolz drauf, wenn wir dann solche Produkte haben und natürlich noch schöner, wenn sie dann auch angenommen werden. Und gerade, wenn der Hagen sagt, es gefällt mir und er setzt das jetzt mal um als Beispiel. Ich bin gespannt. Ich freue mich da. Ich bin auch sehr gespannt. Sehr gut. Ich höre dein Lachen. Ja. Nein, es ist ein Wohl. Es ist ein Wohl. Aber es ist ja eine Sache, die er jetzt unterschlagen hat, glaube ich, der Markus. Oh, was? Markus? Ja. Du hast uns was unterschlagen. Echt? Ja. Ich habe ein neues Modell entdeckt und du hast es nicht erwähnt. Steht hinter dir. Das wäre, oder? Dann nicht mal um. Die Pyramide. Die Pyramide. Mann. Genau, Markus, ich habe hier schon ein bisschen Landschaftsbau gezeigt. Natürlich auch wieder mit Auhang-Produkten. Kannst du zum Thema Landschaftsbau noch ein bisschen was erzählen? Ja, Landschaftsbau, sagen wir mal, sind wir ja nun nicht so bekannt für die Super-Top-Produkte jetzt in diesem Bereich. Aber wir werden das so nach und nach doch ein bisschen ausbauen. Und dazu wird es hoffentlich dieses Jahr noch neue Produkte geben, die sich dann finden werden. Wir hatten verschiedene Sachen jetzt schon mal bei uns im Seminar ausprobieren lassen von unseren Seminarteilnehmern. Und die waren damit sehr zufrieden, was so ein paar Fasern betrifft und so ein paar Sachen, um einen Weg zu gestalten. Und da sind wir jetzt dabei, die letzten Schritte zu gehen, dass die dann auch vertriebsfertig da sind und wir die dann in den Handel geben können. Was jetzt alles genau ist, das verrate ich mal noch nicht. Ja, okay. Nichts verrät. Aber sag mal, Thema Auhang ist ja auch Minicar. Was gibt es da? Erzähl mal. Ja, Minicar haben wir ja dieses Jahr im Frühjahr die ersten Modelle gebracht, was die Multicar-Reihe betrifft. Wir haben die Gouillard-Modelle gebracht. Ich habe ja auch ein paar Muster vorbereitet. Hier zum Beispiel ist, mal gucken, wie rum. Gucken, dass es nicht so sehr spiegelt. Also das sind die Serie der Gouillard-Modelle. Da haben wir quasi die Modelle von 3K übernommen und haben die jetzt in unsere Verpackung gesteckt und haben dazu die Spiegel noch gemacht. Das ist natürlich sehr silikran. Ich glaube, man sieht es. Ja, 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 jetzt genau. Wobei ich ja, wenn ich da mal kurz dazwischen grätschen darf, Markus, man darf ja nicht nur sagen, ihr habt die nicht nur in eure Verpackungen gesteckt, diese Modelle, sondern die wurden ja ursprünglich mal bei euch entwickelt. Ja, genau. Die Entwicklung komplett sowie der Spritzguss und der Werkzeugbau ist schon bei uns gewesen. Das ist damals mit dem Herrn Katzung zusammen bei uns im Haus realisiert worden. Und der Herr Katzung hat es jetzt abgegeben. Und da lag es natürlich nahe, dass wir das mit bei uns im Sortiment mit aufnehmen. Und das dann unter der Marke Minicar in den Handel geben, das hat sich sehr, sehr angeboten. Und wir haben zwei Varianten jetzt gebracht mit Farben und Bedruckungen in diesem Jahr. Und dann wird es natürlich auch irgendwann nächstes Jahr auch mal noch eine Formneuheit geben, was den Goliath Express betrifft. Also da sind die Vorbereitungen schon ganz gut vorangeschritten. Ja, sonst zum Minicar-Sortiment. Ich habe mal hier ein Modell vom Frühjahr. Das war der M24 mit der KIM-Bedruckung. Und hier sieht man bei dem Modell, sieht man mal, dass das Fahrerhaus auch gekippt dargestellt werden kann. Und vielleicht sieht man es ein bisschen, da ist ein, sagen wir mal, der Motor ist angedeutet, sodass man da schöne, wirklich lebendige Szenen gestalten kann. Ja, den Motor konnte man erahnen, aber es lag jetzt mehr am Licht. Ja, im Erzgebirge ist alles finster. Ja, ja, ja. Ach, wunderbar, der Kohlenmulti-Car, ja, genau. Hochbordkolle. Genau, der Kohlenmulti-Car. Und bei diesem Modell sieht man mal, dass die Türen, kann man geöffnet darstellen. Es ist alles ringsherum bedruckt, das Nummernschild ist bedruckt, die Ringe von den Scheinwerfern sind bedruckt. Und ja, solche kleinen Spielereien gehen natürlich auch, das Fahrzeug rollt. Also wirklich sehr viel Liebe hergestellt, ja. Aber das sind dann Bausätze, oder? Das sind Bausätze, ja. Das ist aber so ein bisschen auch das Anziehen von unserer Marke, dass wir auch sagen, es gibt auch Fertigmodelle, aber der Modellbauer kommt dann nicht zu kurz und der kann sich damit auch länger beschäftigen und nicht nur irgendwas hinstellen in die Vitrine, sondern man hat damit auch etwas zu tun. Es ist ein filigran Bausatz, aber jetzt nicht irgendwie ganz, ganz kompliziert. Und eine Fahrerfigur gibt es auch? Ja, kommt noch. Bei dem einen hat man es, glaube ich, gesehen. Also hier habe ich mal eine Figur. Ich muss mal gucken. Es gibt ansonsten auf dem Markt keine Figuren, die in unseren Multicar reinpassen. Und da haben wir eine passende Figur gemacht. Die ist den Bausätzen unbemalt beigelegt, aber mit etwas Geschick kann man da auch wirklich was machen. Und ich habe hier mal ein Muster und mal einen reingesetzt. Also sieht schon gut aus. Und jetzt noch, wenn wir bei Multicar sind, wir sind dabei, in den Handel auszuliefern noch zwei Sachen für dieses Jahr. Wir haben einmal den M25 mit einer IFA-Bedruckung. Das war quasi ein Modell, was so als Messeausstellungsmodell vorgestellt wurde. Ja, klar, es ist jetzt kippbar, aber mit Plane eher weniger. Wie gesagt, die gehen jetzt an den Handel. Da sind wir in den letzten Zügen. Und es ist ein H0-Modell, beide H0-Modelle. Und als zweites Modell gibt es in H0 den M24-0 mit einem Schiebeschild. Das ist auch beweglich. Und kleiner Plane, sehe ich, ja. Und das ist so eine kleine dreieckige Plane. Ja, schön. Ja, natürlich, da sieht man natürlich auch alles Nummernschild bedruckt. Ja, sehr gut. Lampen sind bedruckt, so wie man das von der Millicar-Sache gewohnt ist. Ja. Das ist absolut klasse. Du weißt, ich bin ja selber so ein kleiner Modellauto-Freak. Und sag mal, die Frage muss natürlich kommen, wenn wir dich hier schon am Tag der Modellbahn am Hörer haben oder am Bildschirm haben. Markus, einen kleinen Ausblick nächstes Jahr. Hau mal einen raus. Ja, nächstes Jahr gibt es natürlich wieder auch in Richtung Fahrzeuge-Modelle. Wie gesagt, in Goliath Express wird es eine Formneuheit geben. Das kann ich schon soweit verraten. Es gibt wieder Varianten zu den Multicar-Geschichten in den Spurweiden. Und ich habe hier mal, wir sind quasi dabei, die Neuheiten für nächstes Jahr vorzubereiten. Hier habe ich ein paar Muster. Das sind Gasflaschen. Ah, okay. Die gehören wozu? Ja, die gehören zu einem Thema mit Gasflaschen. Wie gesagt, mehr verrate ich jetzt noch nicht. Aber es wird eine spannende Geschichte. Ich finde es schon mal wirklich cool. Ich freue mich drauf. Aber mehr verrate ich euch nicht. Gut, also er verrät es uns jetzt noch nicht. Aber du merkst, ich habe alles versucht. Ja, ja, ja. Mehr ging jetzt nicht. Ja, ja. Und sonst wird es natürlich auch Gebäudemodelle geben in den Spurweiden H0, TT und N. So wie wir das schon immer gemacht haben. Sodass wir dann alle unsere Kunden auch mit neuen Sachen erfreuen können. Aber was genau und wann, einfach mal dann noch die vier Wochen warten. Und im Januar wird es dann bekannt gegeben. Und also auch die TT-Bahner dürfen gespannt sein. Wir werden, also ihr werdet wieder was für TT bringen. Und das, ja. Na, selbstständlich. Gut. Markus, dann danke ich dir. Ja. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Es war ein interessantes Gespräch. Und ich würde sagen, ich gebe dann an die beiden Herren zurück. Weil die gucken, glaube ich, hier schon mächtig auf die Uhr. Naja, die drängeln wieder, ne? Naja, das ist immer so. Kennst du ja. Das soll nicht heißen, dass alte Herrschaften immer drängeln. Das kann ja wohl nicht sein. Glaubst du das? Ja, ja. Die Jungspunde hier. Die Jungspunde, ja. Bis dann. Ciao. Danke dir. Danke dir. Es war sehr interessant. War schön. Vielen Dank. Und dann freuen wir uns mal alle auf die Neuheiten. Ja. Die er nicht gesagt hat. Von denen wir nichts wissen. Von denen wir nichts wissen. Außer Gasflaschen. Außer Gasflaschen. Okay. Okay. So, liebe Freunde. Lieber Mike, danke, dass du uns mal ein bisschen die Arbeit abgenommen hast. Ja. Wir haben jetzt etwas ruhen dürfen. Altersgerecht, ne? Ja, ja. Ja, ihr braucht eure Pause. Aber ich jetzt auch. Du brauchst nachher gleich wieder hierher Platz. Du kannst hier Platz nehmen und dann kannst du weitermachen. So, die machen wir weiter im Programm. Frau, gib mal, wer da ist. Faller, ist der Herr Braun da? Ich glaube, jetzt ist die nächste Schalte fällig. Ich hatte es ja schon gesagt, wir sind etwas in Zeng geraten. Aber es wäre ja auch zu schön, wenn alles auf Anhieb klappen würde. Aber ich denke, es ist auch ganz schön so. Warum soll es denn klappen? Dann überziehen wir halt. Dann überziehen wir halt. Macht das Fernsehen ja übrigens auch so. Und die schämen sich nicht mal. Nur, wenn es Herr Gottschalk ist. Genau, genau. Herr Gottschalk hat ja auch schon mal eine Stunde überzogen. Aber wir sind nicht Gottschalk und wetten das. Wir sind am Tag der Modellbahn in einem Schloss. Das ist viel, viel schöner. Und ich hoffe, dass der Andreas Braun von Faller mir jetzt zugeschalten ist. Da ist er. Hallo Andreas. Ja, hi. Hallo. Du musstest ja noch etwas länger warten, aber es hat sich gelohnt. Und wir sind dabei geblieben. Und wir würden uns gerne mit dir mal unterhalten über das, was diesem Jahr Faller so alles gemacht hat, beziehungsweise was da gekommen war. Wir hatten uns ja auf der Messe schon mal unterhalten. Und ja, was sagst du eigentlich mal vom Anfang gesehen her zum Tag der Modellbahn? Wie findest du so eine Idee? Ich finde es klasse, dass es einen extra Tag für die Modellbahn gibt. Und der liegt meiner Meinung nach auch zeitlich eigentlich perfekt, dass die Leute, die sich früher immer mal wieder mit Modellbahnen beschäftigt haben, gerade zur Weihnachtszeit dann vielleicht wieder den Impuls kriegen. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, die Modellbahn vielleicht wieder aus dem Dachboden abzustauben oder einfach aus dem Keller zu holen. Und ja, einfach wieder loszulegen. Das schöne winterliche Thema, das man ja eigentlich auch das ganze Jahr betreiben kann, aber ja viele doch nur im Winter machen. Und sich quasi dem Hobby wieder in Gänze zu widmen. Darüber sprechen wir dann gleich mit dem Hobby. Das ist nämlich einer, Hagen, der sein Hobby auch zum Beruf gemacht hat oder umgekehrt sein Beruf zum Hobby gemacht hat. Das wollen wir uns dann ansehen. Wir wollten uns eigentlich mal über die drei Dinge, die du uns besonders ans Herz legen wolltest, noch mal unterhalten. Das waren ja die drei Neuheiten, die wir ja im Januar, wo wir bei euch bei Faller waren, ja besprochen hatten. Da ging es los, glaube ich, mit dem Bahnhof Winterberg. Das war ja eigentlich mal eine ganz interessante Sache und das ist auch eine interessante Konstruktion. Ganz modernes Gebäude. Ja, ein modernes Gebäude. Der Bahnhof Winterberg haben wir uns natürlich dieses Jahr zum Tag der Modellbahn rausgesucht, weil es ein schönes Bahnthema ist, was schön modern ist. Dem einen oder anderen könnte vielleicht das Original von dem Modell bekannt vorkommen, weil es sticht ja doch schon sehr ins Auge mit dieser Welle oben auf dem Dach. Also alle, die mal ins Sauerland reisen oder da mal unterwegs sind im Urlaub, können ja mal gucken, ob sie das Original auch entdecken. Und in unserem Fall bietet sich das halt einfach als Bahnthema schön an. Die kompakte Größe, beziehungsweise so kompakt ist er ja gar nicht, aber der Bahnhof hat einfach eine schöne Größe, um den bei sich auf der Anlage quasi als Highlight zu setzen. Und wie man hier auch in den Bildern schön sieht, man hat viele Ausgestaltungsmöglichkeiten. Also durch diese Glasfront kann man reingucken. Und dadurch hat man halt auch die Möglichkeit, das innen drin schön auszugestalten mit vielen witzigen Szenen. Ich finde es ja immer wieder schön, muss ich sagen, dass auch Modellbauer in der Branche sich mal den Bahnhöfen widmen. Bisher gab es ja immer nur die klassischen Ollenbahnhöfe. Wenn ich mal so überlege, so was wie den Bahnhof Winterberg, das ist eigentlich schon eine Ausnahme. Naja, es liegt einfach auch daran, dass die Modellbahnanlagen alle einen Bahnhof haben. Müssen. Ja, das ist ja im Prinzip das erste Gebäude, was neben dem BW draufkommt. Und deswegen hast du da halt immer die normalen, herkömmlichen Bahnhöfe drauf. Und ich finde Winterberg auch eine ganz interessante Geschichte. Und es würde mich mal interessieren, wie er gelaufen ist oder wie er angenommen ist. Ob diese modernen Gebäude auch in die moderne Zeit, in der wir jetzt leben, passt. Das werden wir dann wahrscheinlich im Januar erfahren. Andreas hat sich jetzt gerade Notizen gemacht, um uns die Zahlen dann mal zu nennen. So, dann hast du uns noch ein kleines Filmchen mitgebracht. Eine weitere Neuheit diesen Jahres. Also es ist nicht nur eine Neuheit, sondern es sind eigentlich ganz viele Neuheiten. Wir haben uns jetzt nochmal intensiver mit dem Thema Lampen beschäftigt, weil wir da einfach gemerkt haben, auf so einer Anlage, die Welt wirkt einfach nochmal deutlich realistischer mit solchen schönen Lampen auf der Anlage. Da haben wir jetzt einfach das Sortiment nochmal deutlich erweitert. Also hier sind jetzt hauptsächlich kaltweiße Lampen zu sehen in den Videoaufnahmen. Und wir haben jetzt eben ganz speziell auch noch die warmweißen Lampen in Einer- und in Dreiersets. Und für die, die sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennen mit Elektronik, haben wir natürlich auch den Vorteil, die Widerstände davor. Also es sind LED-Lampen, die halten schön lange und die Widerstände sind schon vorverlötet. Ich muss quasi nur noch die Lampen an den Trafo anschließen und es leuchtet. Sehr schön. Es sind sehr stimmungsvolle Bilder. Es stimmt, das Thema Lampen ist wohl ein bisschen verschlafen worden irgendwo, denke ich mal langsam. Ja, es gibt halt Themen, die dann plötzlich wieder ins Gesicht fällt. Die kommenden beiden Lampen scheint es gerade der Fall zu sein. Weil die Technik ist natürlich auch anders geworden. Früher hast du halt kleine Birnchen gehabt, die dann immer kleiner wurden. Aber jetzt mit den LEDs, da kannst du ja sogar Spur-T-Fahrzeuge beleuchten. Also die Welt ist in der Richtung natürlich unglaublich voran und die Technik ist unheimlich vorangeschritten. Das meinte ich auch damit, denn ich denke mal auch die LED-Beleuchtung bietet ja die Möglichkeiten, die Anlagen nicht taghell zu beleuchten. Nicht, dass du nur eine Lampe brauchst und die ganze Anlage strahlt, wie es mit den Glühlampen war, mit den kleinen, sondern mit den LEDs kann man schon gezielt Lichtszenzen. Ganz punktuell Lichtszenzen, ja. Ja, dann hast du uns ja noch einen Film mitgebracht. Jetzt ist der Ton weg, oder? Ja, hört man mich noch? Ja. Ja, wir haben auf der Messe ja kurz darüber gesprochen, Frank. Unsere Tunnelbohrmaschine. Das hat dich ja ein Stück weit überrascht, dass wir doch nochmal mit sowas Großem auffahren, jetzt gerade kurz vor Weihnachten. Hat eine Länge von knapp einem Meter und ist auch eher ein bahnaffineres Thema. Alle, die sich mit der Schweiz auskennen und den Tunnelbauprojekten in der Schweiz, kennen sich ja auch diese Gripper-Tunnelbohrmaschine. Und es bietet halt auch wieder extrem viele Möglichkeiten für eine Ausgestaltung. Und ich finde es natürlich auch toll, dass sich was bewegt. Also gerade ich persönlich mag Modelle, die sich bewegen, die nicht nur dastehen, sondern die einfach so eine kleine Bewegung drin haben, die man vielleicht mit einem Knopfdrücker auslösen kann. Und hier, das ist halt mal was ganz anderes als so ein typisches, klassisches, ich nenne es Fallerhäusle, sondern jetzt halt mal was ganz Modernes, Weißes. Ja, einfach schön. Also es ist eine sehr imposante Maschine. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Klar, wer auf der Anlage noch ein bisschen Platz hat, was hast du gesagt, Meter? Knapp, ja, 970 Millimeter. Also, wer noch ein bisschen Platz hat auf der Anlage, kann ja eine Neubaustrecke bauen und dieses wunderschöne Technikmodell, dieses imposante da, mit einbauen. Das würde doch eigentlich gehen, oder? Was sagst du? Von mir aus gerne, ja. Von dir aus gerne. Dann hattet ihr ja auch auf der Messe noch eine Neuerung eingeführt. Finde ich praktisch, finde ich gut. Ist nicht Rittersport, sondern es wurde an der Anlage, werden, sind neuerdings an den Dioramen, die er da ausstellt, QR-Codes angebracht. Das hat den Vorteil, dass nicht jeder Einzelne dann beim Andreas oder bei den anderen Kollegen sich die Wusche fusselig reden muss, sondern wer ein Handy hat und den QR-Code einliest, sieht genau, was auf der Anlage steht und auch noch die Preise dazu. War richtig so, ja? War genau richtig so, ja. Also kriegt jegliche Informationen, die vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter nicht in dem Moment parat hat. Und oft sind wir ja mit den Neuheitenanlagen auf der Messe, die noch gar, also die Modelle sind noch gar nicht im Handel draußen. Und bei uns auf der Webseite haben wir ja mit diesem kleinen Herz die Möglichkeit, sich das auf die Merkliste zu setzen. Und dadurch hat man halt dann da seine Merkliste im Shop, kann sich das auf der Messe gleich zusammenstellen oder sofort theoretisch bestellen, wenn man Lust hat. Und dadurch kriegt man halt nochmal die Möglichkeit, wirklich auf jedes Modell einzugehen auf der Messe. Also oft ist ja so, es gefällt einem vielleicht irgendwie was und man traut sich vielleicht auch nicht, den ein oder anderen Mitarbeiter anzusprechen. scannt den QR-Code ein, kann sich angucken, okay, hier, das sind die Modelle und vielleicht auch zu Hause dann einfach nochmal in Ruhe stöbern damit, wenn gerade die Messestände so voll sind beim Gedränge, was ich dann in Ruhe nochmal die Modelle angucken kann. Also quadratisch praktisch gut. Die Idee finde ich klasse, wenn man sich das zu Hause dann nochmal in Ruhe angucken kann. Und im Messebetrieb ist es ja immer ein bisschen schwierig. Und wenn da wirklich Neuheiten sind, dann ist es auch für die Mitarbeiter sicherlich schwierig, da rauszukommen. Klar, so, nun hattest du uns ja nochmal, ich hatte dich darum gebeten, nun verrate ich Ihnen mal was, der Andreas hat natürlich auch privat eine Modellbahn. Das ist ja selten, muss ich sagen, dass Leute, die in der Modellbahnindustrie arbeiten, bei der Modellbahn arbeiten, zu Hause eine Modellbahn haben. Ich glaube, die können kaum noch Modellbahn sehen. Ich weiß nicht, ob das so selten ist, aber Sie sagen es häufig wahrscheinlich nicht. Ja, die verneinten, weiß nicht, die auch zu Hause eine Modellbahn haben. Und Andreas hat gesagt, nee, ich habe eine Modellbahn und da hat er uns ein paar Bilderchen geschickt und dann darf er uns das jetzt mal erzählen. Ja, meine Dauerbaustelle. Bitte? Wie groß ist die Anlage? Die Anlage ist 4,50 Meter auf 1,20 Meter in einer L-Form. Okay. Also, wie man sieht, ich komme ja eher aus der alpineren Ecke und oft ist dann einfach so, dass man das, was man zu Hause vor der Haustür hat, dann irgendwie nachbaut. Und so kam es dann bei mir bei der Anlage auch. Also, ich habe angefangen mit einem einfachen Tisch im Prinzip, wo eine Startpackung drauf war und dann war irgendwie dieser Kreis nachher zu langweilig. Dann ist es weiter gewachsen und gewachsen, dann kam ein Berg dazu. Und ja, wie man hier sieht, wird dann halt etwas Größeres draus. Ja, dann gucken wir uns gleich mal das nächste Bild an. Da gibt es noch, das ist das L, was gewachsen ist? Nee, das ist nicht das L, was gewachsen ist, sondern das Problem ist an der Stelle, die Anlage steht nicht dort, wo ich wohne. Die steht bei meinen Eltern. Und jeder, der schon mal eine Anlage gebaut hat mit etwas größeren Ausmaßen, weiß, so eine Anlage aus einem Haus wieder rauszukriegen, ist nicht so ganz einfach. Und weil ich nicht so oft dann bei meinen Eltern bin, um da weiterzubauen, habe ich gesagt, ich kann nicht ganz ohne irgendwie was Modellbauerisches unterwegs sein. Und so habe ich die Gunst der Stunde genutzt, quasi dadurch, dass ich bei Faller bin, hier mal ein kleines K-System-Diorama aufzubauen. Das ist quasi noch in der Arbeit ein Verkehrsübungsplatz. Und da fährt dann einfach das K-System-Fahrzeug verschiedene Übungen ab. Hinten sieht man schon, stehen ein paar Pylonen auf der Strecke. Da fahren die Autos dann hintereinander Slalom. Und so konnte ich quasi dann einfach mal mich dem Thema K-System bei Faller noch ein bisschen näher widmen und zu Hause ein bisschen rumprobieren. Das ist ja mal echt eine coole Idee, muss ich sagen. Also Fahrschulübungsplatz auf einer Modellbahnanlage habe ich noch nicht gesehen. Was sagst du, Hagen? Nö, wenn du an der Quelle sitzt, ist es ja auch gut. Ja, klar. So, was sind wir da? Genau, da sehen wir jetzt einfach nochmal die große Anlage von der anderen Seite, dass man ein bisschen Übersicht hat. Aber es ist irgendwie so, man fängt an einem Stück an, baut was und dann fallen einem wieder neue Ideen ein. Man reißt was weg. Und dieser Berg, der wächst halt einfach Schritt für Schritt und wird sicher auch, also ich gehe davon aus, dass diese Anlage nie fertig sein wird. Ihr werdet es wahrscheinlich selber von euch auch wissen. So eine Anlage endet eigentlich nie. Man kommt wieder auf neue Ideen und baut dann einfach Stück für Stück weiter. Ist auf der Anlage eigentlich die Villa im Tessin zu finden? Leider nicht, nee. Also die Villa im Tessin können wir da bieten, muss ich sagen. Die haben wir hier stehen. Da findet sich aber sicher noch ein Platz, wenn ich die vielleicht mal baue. Das habe ich mir gerade gedacht. Gibt es wohl bei euch nicht mehr? Die kommt immer wieder. Da habe ich keine Sorgen oder zur Note finde ich da sicher noch irgendwie den Weg, an eine Villa zu kommen. Sag mal die Zahl, die aktuelle Verkaufszahl. Also Hagen hat geraten vor zwei Stunden. Nee, nee, ich habe das irgendwie so gehört. Also 300.000 waren es auf jeden Fall. Puff, das kann ich jetzt leider nicht genau sagen. Also es sind einige, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel es ist. Diese Villa wurde ja auch über 40 Jahre produziert, glaube ich. Also da kommen schon ein paar zusammen. Ein paar zusammen, ja. Also denk dran, wenn du das nächste Mal uns deine Anlage präsentiert, wollen wir die Villa sehen. Können wir machen. Kein Problem. Das hast du versprochen. Ja, ja. Das hast du gerade versprochen. Wir haben es alle gehört hier. Alle Mann. Okay. Lieber Andreas, danke für deine Präsentation. Wenn mich nicht alles täuscht, sehen wir uns nachher nochmal wieder. Wir sehen uns wahrscheinlich wieder, wenn es technisch funktioniert. Wir kümmern uns drum. Also, dann bedanken wir uns erstmal dafür, dass du uns die Produkte von Faller nochmal vorgestellt hast, die dieses Jahr so ein bisschen im Mittelpunkt standen, dass wir an deiner Anlage teilhaben durften. Am L. Am L und am Fahrschulübungsplatz. Das muss ich mir mal merken. Da brauche ich mal Bilder oder sowas davon, wenn es fertig ist. Vielen Dank, Andreas. Liebe Grüße in Schwarzwald. Grüße zurück und bis demnächst mal wieder. Bis demnächst mal wieder. Alles klar. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau. War ganz spannend, ne? Ja, muss ich sagen, es war sehr interessant. Fahrschulübungsplatz. Das lässt mich gerade nicht los. Das finde ich auch eine gute Idee. Hatten wir noch nie. Nee, nee, nee. Ja, wie laufen wir jetzt weiter, lieber Hagen? Wir laufen einfach dem Ende entgegen. Oder gehen wir jetzt Kaffee trinken? Nein, das können wir nicht. Kaffee trinken machen wir erst nach dem nächsten Gespräch. Bei mir steht noch MECR Grad. Aber vielleicht wird der MECR Grad ja gerade Kaffee trinken. Ah, na gut, dann machen wir jetzt auch Pause. Wollen wir mal gucken? Kaffeepause oder gucken? Wollen wir mal gucken? Was sagt die Regie? Macht der MECR Grad gerade Kaffeepause? Nee. Nee. Nö. Hallo und herzlich willkommen zum Tag der Internationalen Modellbahn. Schön, dass ihr dabei seid. Danke, ich weiß. Als weitersprechen. Vielen Dank. Ich war jetzt etwas irritiert. Also, wie gesagt, herzlich willkommen. Wie findest du den Tag der Internationalen Modellbahn? Was verbindest du damit für Gedanken? Grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Im Speziellen zur Nachwuchsgewinnung, die ja so ein bisschen ein Problem, ich sag mal, unseres Hobbys darstellt. Ja, okay. Ja, man muss ja alles versuchen, um dieses Hobby in die nächsten Generationen hineinzutragen. Und das war halt ein Gedanke, vor ein paar Jahren so einen Tag zu installieren, der dann immer wieder genannt wird und die Modellbahn in die Köpfe der Leute hineinbringt. Und ich hoffe, dass wir diesen Weg weitergehen können, ja. Ja. So, nun wollen wir uns natürlich über eure Anlage unterhalten, die du uns mitgebracht hast, zumindest visuell. Eine Frage, wie groß ist denn eigentlich der Club? Wie viele Mitglieder seid ihr denn? Rund 40 Mann in einer Halle von rund 250 Quadratmetern haben wir unsere Anlage stehend aktuell. Boah. Das ist schon ein Stückchen größer als beim Herrn Ehle. Na gut, der macht es ja alleine. Der macht es alleine. Wie sieht das bei euch aus denn eigentlich mit dem Nachwuchs? Also ich meine, den müsst ihr ja nicht selber machen. Da kommt ja vielleicht zu euch. Habt ihr Sorgen im Bereich Jugendarbeit oder Mitglieder? Wir haben eine gewisse jüngere Gruppe dabei. Allerdings die Jugend, sagen wir unter 20, ist aktuell leider etwas unterrepräsentiert. Woran liegt das? Ist das zu langweilig oder kein Interesse von den Jugendlichen? Erreicht ihr niemanden? Es gibt sicherlich heutzutage deutlich mehr Dinge, die man in seiner Freizeit machen kann, als zu unserer Jugendzeit. Und da sind sicherlich viele dann anderweitig. Es finden sich aber genügend Leute, die immer noch Interesse haben. Aber es ist halt etwas aufwendiger heutzutage, an diese Personen heranzukommen. Okay. Wie sieht denn das aus? Seid ihr in einem festen Gebäude untergebracht habt, habt ja feste Räumlichkeiten. Denn wir hatten ja heute schon die Erfahrung machen müssen, beim MC Germering zum Beispiel, dass die Hände ringend eine Bleibe suchen. Ist das bei euch einigermaßen in trockenen Tüchern? Ja, wir haben aktuell, wie gesagt, eine Halle von rund 250 Quadratmetern angemietet, wo auch dann kein Bedarf besteht, etwas zu ändern. Zumindest aktuell nicht. Okay. Dann schauen wir uns mal die große Halle an und die Eisenbahn, die drinnen aufgebaut ist. Wir fangen mal mit dem ersten Bild an. Zwei wunderschöne Zuggarnituren. V200. V200, das Klassische mit den entsprechenden Zügen dran. Epoche 3, 4. Ja, das ist auch vom Prinzip das Hauptthema der Anlage. Epoche 3, 4 im Rheinland-Bergischen Land. Und daher haben unsere ganzen Bahnhöfe auch Namen aus der Region hier, die allerdings nur Namensgeber und nicht Vorbild entsprechend sind. So, dann gucken wir uns mal die nächste Abbildung an. Die klassische V100. Mit klassischen Gebäuden. Mit klassischen Gebäuden. Ja, also ich denke mal, die sind wahrscheinlich auch typisch eurer Gegend angepasst, oder? Vorrat sagen wir, wir haben auf die handelsüblichen Modelle zurückgegriffen, allerdings teilweise halt entsprechend anders lackiert. Von daher mehr oder weniger passend, aber stilmäßig schon hier die Region treffend, ja. Okay, also ihr legt sozusagen Hand an, um das ein bisschen anzupassen. Ja. Gut. Ja, dann sehen wir einen sehr langen Zug mit Panzern. Ich nehme an, von der Bundeswehr. Ja, wir haben halt auch Mitglieder im Verein, die, sagen wir, bundeswehraffin sind. Okay. Und damit haben wir eben keine grundsätzlichen Probleme. Von daher sind ja auch interessante Fahrzeuge. Ja. Und so als Gangszüge machen die auch schon was hier. Ja, man sieht es ja auch selten auf Anlagen. Ich meine, eine Armee ist in jedem Land vorhanden. Also warum sollte man bei dem Thema auch nicht die Armee auf die Modellbahn bringen? Warum nicht? Gute Sache. Da haben wir wieder so einen klassischen Zug. Das wird sich wahrscheinlich auch bei den Bildern weiterziehen. Sind die Bahnsteiglängen, die ihr da habt, vorbildgerecht oder sind die verkürzt? Nein, nicht vorbildgerecht. Wir können Züge von circa sieben D-Zugwagen an den Bahnsteigen halten lassen, was für eine Modellbahn ja schon eine ganz ordentliche Länge eigentlich darstellt. Das ist richtig. Aber er könnte, wenn er will, länger, denn bei 250 Quadratmetern geht da schon was rein, oder? Ja, die Anlage füllt den Raum aber in ihrer gesamten Länge zwischenzeitlich. Insofern wird es schwierig, die Bahnsteiglänge zu machen. Okay. Das mal ein Bild des gesamten Hauptbahnhofs von uns. Und da sieht man ja auch einen Zug mit sechs D-Zugwagen. Das passt also genau da rein. Hier haben wir dann das nächste Bild mit viel Betrieb auf großer Fläche. Den Triebwagen drüben rechts als Einzelstück. Interessantes Teil. Akku-Triebwagen. Ja. Kenne ich das richtig? Dann haben wir was Moderneres. Ich glaube, das ist der S-Linger von Brickina. Ja. So. Dann sind wir in etwas modernerem Bereich. Das ist ein bunter Zug. Den habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Das ist der Mauszug. Das ist der mit der Maus. Das gab zum Geburtstag der Maus. Zum 50. Geburtstag der Maus gab es diesen Zug. Gut hängt. Ist aber auch schon ein paar Jährchen hier. Und du guckst ja die Maus auch schon ein paar Jährchen nicht mehr an. Ich wollte gerade sagen, also guckt jemand von hier euch die Maus? Ne, alle schütteln mit dem Kopf. Doch, da hinten. Naja gut, wenn du Kinder oder Enkel hast in dem Alter, die müssen die Maus gucken. Die müssen die Maus gucken, ja. Aber sehr interessante Szenen. Vor allem auch die etwas alten Postfahrzeuge da im Vordergrund. Das finde ich schon eine interessante Mischung. Ja, also eigentlich ist die Anlage angesiedelt eben in den 60er, 70er Jahren, wo der auf Autofuhrparken natürlich hingehört. Während die auf der Anlage gezeigten Fahrzeuge sicherlich deutlich moderner sind, sowohl der Schweizer Zug als auch der Mauszug. Aber das sehen wir nicht zu eng. Von daher dürfen bei uns also auch Leute, die die ganz modernen Epochen als Vorbild nutzen, gerne mitmachen. Ja. So, das ist wahrscheinlich ein Teil des BWs mit der Drehscheibe. Ja, das ist eine, genau, Drehscheibe und eine selbstgebaute Besandungsanlage von einem Kollegen. Ui, die habe ich so noch nicht gesehen. Ja, bei Selbstbau ist das wahrscheinlicher, dass man die noch nicht gesehen hat. Nö, Besandungsanlagen kenne ich nur eine, die steht in Schöneweide. Stimmt's, Mike? Ja, und Schöneweide, sondern auch auf vielen Anlagen mittlerweile. Denn die gibt es ja auch in kleinen. Können wir der Empfehlung mal geben, die Schöneweide. Aber nein, die soll ja in die Landschaft und vor allen Dingen auch reinpassen. Aber es ist eine interessante Form, ob das mal ein Wagen gewesen ist früher, den Sie da hochgesetzt haben. Hauptsache, dass es ein Fahrzeug ist. Der Kollege hat das damals aus Messing-Profilen, das Gerüst gebaut und dann oben mit Holzleisten und Ähnlichem, den Rest auch dargestellt, eben das aufschiebbare Dach, damit der Begurlungskran, der sozusagen weiter links auf dem Bild theoretisch noch wäre, halt aus einem Fahrzeug den Sandbunker da oben benachfüllen kann. Ja. Okay. Was erzählen wir denn hier? Du siehst aber so anders aus. Nein. Ich kann gerade sagen, das bin auch nicht ich. Das ist ein Kollege. Gleiche Stelle wie vorher. Diesmal rechts ist der Sandbunker halt nochmal kurz zu sehen. Das ist die Einfallgruppe von unserem Abstellbarer, die man da sieht. So, dann kommen wir mal was auf Moderneres, der Metronom. Genau. Wie eben schon gesagt, wir haben auch Kollegen, die die Epochen 5 und 6 als ihr Gebiet sozusagen betrachten. Und auch da haben wir keine Probleme mit, dass diese Fahrzeuge auf unserer durchaus in einer anderen Epoche angesiedelten Anlage dann verkehren können. Da steht was Interessantes drauf bei diesem Haus. Die Aufnahme hast du mir wahrscheinlich absichtlich geschickt. Ja, es ist ja so, die letzte Tankstelle von der Autobahn oder ähnliches. Da haben wir ja immer mal die letzte Kneipe vor der Modulkante. Und der Name ist Programm. Das ist der Name der Kneipe, in der wir regelmäßig unsere Kegel haben oder ähnliches verstellen. Finde ich eine nette Idee, den Leuten zu sagen, wo es lang geht. Das ist ein interessanter Doppeltriebwagen bzw. Diesellok. Eigentlich, Hagen, das ist eine Diesellok. Ja, das ist eine Diesellok, aber nicht von ESO. Nein, die ist nicht von ESO, das ist richtig. Das muss man sagen, das ist noch das Meckling-Judel. Die gab es auch von Trix, oder gab es das von Trix, ne? Es wird einem ganz Kohlezug abgebildet auf der Anlage. Das muss ja Spaß machen, auf so einer großen Anlage mit so vielen Zügen oder mit langen Zügen zu fahren. Vor allen Dingen, ich glaube, das ist dann schon ganz okay. Ja, wir können grob zehn Züge a zweieinhalb Meter verkehren lassen. Und das ist dann schon natürlich was ganz Ordentliches. So, nun hat sich ein etwas modernerer Zug der Schweiz noch verirrt gehabt. Haben wir jetzt noch im letzten Bild gesehen. Der passt aber nicht mehr ganz in die Poche 3, 4. Nee, aber wie schon gesagt, wir sehen es nicht zu eng, wenn Mitglieder halt aus ihrem Privatfundus ihre Fahrzeuge mitbringen, da der Verein keinerlei Fahrzeuge besitzt, sind da halt dann Fahrzeuge zwischen, die aus allen Epochen kommen. Kurz zur Einblendung. Mein Name ist bitte ohne Erden. Okay, wir versuchen erst gleich zu korrigieren, dass wir es richtig machen. So. Ah, wunderbar. Wunderbar. So, das muss ja auch gesagt sein. Das muss ja auch stimmen. Ordnung muss sein, das gehört dazu. Danke, lieber Stefan Bückmann, für deine interessanten Ausführungen von einer Riesenanlage. In einer Riesenhalle. In einer Riesenhalle. Ich muss das Wort nochmal sagen, 250 Quadratmeter. Das ist unglaublich. Schafft man das überhaupt alles zu beackern, Mensch? Oder die Halle zu kehren? Oder es ist eine Frage der Zeit und der Anzahl der Mitglieder, die aktiv mitmachen, dann geht das schon. Das ist wieder im Betrieb, die Neuen müssen ran, die Lernigen müssen erst parkieren. So ungefähr. Alles klar. Ja, wir haben Staubsaugen, genau. Genau. Vielen Dank für die interessante Darbietung, für eure Anlage, für eure Clubanlage vom 1. MC Erkrat. Erkrat. Habe ich das richtig gesagt? Absolut. Erkrat am Fuße der Stahlrampe. Am Fuße der Stahlrampe? Stimmt, ja. Düsseldorf-Uberteil. Alles klar. Vielen Dank, viele Grüße dahin. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Grüße zurück, bis demnächst. Tschüss. Danke, tschüss. So. Und jetzt machen wir Kaffeepause. Das war das Wort zum Nachmittag. Genau. Mit meinem Eingangszitat mit dreimal umgezogen beginnt meine Geschichte über einen Modellbahnclub, der in der Szene als Umzugsweltmeister bekannt war. Es ist der MC 93, der hier in diesem Gebäude am Sterndamm in Berlin-Johannesthal zu Hause ist. Hört und seht nun die Geschichte eines Clubs, die turbulenter nicht sein könnte. Denn er ist nicht nur Umzugsweltmeister, nein, er gewährte auch einem zweiten Club, die sich übrigens auch als Umzugsprofis profilierten, sozusagen Asyl. Um diese zu erfahren, habe ich mich deshalb mit Jürgen Gräsler verabredet. Er war der Mann der ersten Stunde und gründete damals 1984, Achtung Wortmonster, im VEB Berliner Metallhütten- und Halbzeugwerk Niederschöne Weide, einem Betrieb des Mannsfeldkombinats Wilhelm Pieck, eine Modellbahngruppe. Ja, 1983 haben wir mit der Werkleitung so ein Gespräch gehabt und haben die Möglichkeit gefunden, mit der Werkleitung gemeinsam extern, also das heißt nicht im Betriebsgelände, eine Modellbahnanlage zu gründen. Wir waren ganz begeistert von diesem Konstrukt einer Arbeitsgemeinschaft. 1984 hatten wir dann im Sommer die Räume, die mussten wir natürlich auch erst herrichten und dann ging es los mit der Anlage. Mit seiner Idee, eine Modelleisenbahn-Arbeitsgemeinschaft zu gründen, so hieß das damals in der DDR offiziell, fand er offene Ohren bei der Werkleitung des VEB. Schließlich musste ja auch der Kulturplan erfüllt werden. Nur mit Gründung der Modelleisenbahn-Arbeitsgemeinschaft war ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in der ehemaligen DDR. Auch Modelleisenbahnartikel waren schwer zu bekommen oder mussten irgendwie besorgt werden. Getreu dem Slogan, Beziehung schaden nur dem, der keiner hat. Die Modellgleise kamen ja aus Sebnitz von VEB Kunstblume als Konsumgüter. Und jetzt wird festhalten, war ein Kombinatsbetrieb von uns. Die gehörten zu unserem Kombinat. Also habe ich die beiden BGLer aufeinander aufgehetzt. Die sollen sich mal darum kümmern, wir brauchen so und so viel Meter, Meter Ware, Modellgleis und die entsprechenden Schwellenbänder und Weichen und so weiter. Weil das war ja eine Ware, die ich im Handel gekriegt habe. Mal zwei Weichen und mal fünf Meter Gleis. Und dann kriegte ich nach einer Woche oder einer guten Woche die Ansage, ich soll mich mit denen telefonisch in Sebnitz in Verbindung setzen. Habe ich dann gemacht und dann war mein Termin ausgemacht, wo ich dann zwei Taschen mit nahe genommen habe mit Tomaten und Bananen und alles, was man so in Berlin kriegte, was eben dort nicht zu kriegen war. Und dann bin ich nach Kunstblume in Sebnitz gefahren und habe das geholt. Man hat mich dort sehr, sehr freudig, dank meiner beiden Taschenimpfer. Und das Material ist noch viel, viel schlimmer. Aber ich habe eine ehemalige Schulkameradin, mit der ich sogar mal befreundet war, wiedergefunden. Die hat den Spielwarenladen, Alis Puppenstube. Und die handelte auch mit Modelleisenbahn. Und da stand dann folgendes, wir haben uns früher ja immer montags getroffen. Und dann bin ich immer Montag, Quatsch, Mittwoch hat die immer Ware gekriegt. Und dann bin ich Mittwoch, bevor sie die Ware rausgegeben hat, die angelieferte Ware, durfte ich sichten, was wir davon haben wollen. Der Rest ist dann nach draußen gegangen. Also das wurde dann auch an ganz normalen Kunden verkauft. In der sozialistischen Planwirtschaft war die Finanzierung von Arbeitsgemeinschaften dagegen gar kein Problem. Ja, finanziert hat es der VEB. Wir hatten zwar einen Mitgliedsbeitrag, das war aber mehr oder weniger, naja, dass wir mal auch was unternehmen konnten, dass wir also auch mal eine Exkursion machen konnten. Wir sind nach Dresden zum Beispiel ins Verkehrsmuseum gefahren oder haben dies oder das gemacht. Und da musste von irgendwas finanziert werden. Und dann haben wir noch was ganz Schlimmes gemacht. Wir haben also teilweise die Waggons, die ich gekauft habe oder die ich besorgt habe, die haben dann Mitglieder zurückgekauft. Und dieses Geld ging dann in die sogenannte bunte Kasse. Und mit der konnten wir dann auch mal so eine Dresdenfahrt sauber finanzieren. Und so entstand eine im Laufe der Zeit trotz Mangelwirtschaft zu DDR-Zeiten eine Anlage, die sich sehen lassen konnte. Nun will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, liebe Freunde. Hier kommen die Bilder zur Anlage. Die ca. 27 Quadratmeter große Segmentanlage ist in L-Form ausgeführt. Das Anlagenthema ist keinem konkreten Vorbild nachempfunden. Auf dem Hauptschenkel befindet sich ein neungleisiger Durchgangsbahnhof namens Hoppenburg. Von diesem zweigt die Nebenbahnstrecke ab. Der Endbahnhof der Nebenbahn heißt Schwarzburg. Auf der Nebenbahnstrecke befindet sich noch der Haltepunkt Brickengrund. Angeschlossen auf der Anlage ist auch ein BW für Dampfloks. Der Bahnhof Hoppengrund hat zwei Bahnsteige für die Hauptbahn und einen Bahnsteig für die Nebenbahn. Dann sind noch drei Gleise für Güterzüge vorhanden. Das Bahnhofsgebäude befindet sich höher und die Bahnsteige werden über eine Brücke erreicht. Die Nebenbahn fährt vom Hauptbahnhof auf dem rechten Schenkel über den Haltepunkt Birkengrund zum Endbahnhof Schwarzburg. In Schwarzburg gibt es eine Schmalspurbahn, die das Sägewerk bedient. Die Clubanlage präsentiert sich im Wesentlichen bis heute im ursprünglichen Zustand, bis auf eine Ausnahme. Das Digitalzeitalter hat auch auf diese Anlage Einzug gehalten. Zunächst aber erstmal auf der Hauptbahn. Die Nebenbahn soll noch peu a peu folgen. Gesteuert wird die Hauptanlage mit Trenkontroller 8 bzw. 9 Silber. Von Anfang an bis heute war der Bau der Anlage immer ein gemeinschaftliches Planen und Gestalten. Darauf legt Jürgen Gressler immer großen Wert. Bis hierhin scheint alles eine Modellbahn-Idylle. Nichts deutet auf das bewegte Umzugsvorleben des Modellbahnclubs hin. Diese Geschichte muss uns Jürgen aber unbedingt noch erzählen. Es fing damit an, dass wir mit dem Abschluss der DDR, wenn man so will, auf der Straße standen, wir hatten ja nichts mehr. Und mit ihm auf der Straße stehen ging die Suche los. Dann hatten wir in einer Nacht- und Nebelaktion, sind wir dann bei ihm Gartenfreund, auf dem Dachboden gelandet. Und Dachboden, kann sich jeder vorstellen, was das heißt. Im Sommer 40, 45 Grad und mehr. Und im Winter knapp über 0 Grad. Das war dann schon ein bisschen bedenklich. Und wenn man dann mit Modellgleis arbeitet, waren dann die Schienenstöße manchmal ein bisschen groß geworden. Da sind dann die Räder einfach reingefallen. Die Leute aus dem Haus freuten sich darüber, dass der Dachboden vernünftig genutzt wurde, kamen auch uns besuchen. Und dann kamen zwei Jahre später die Grundsanierung dieser Häuser vom Hausverwalter angesagt. Wir waren da schwarz und es wusste keiner, dass wir da sind. Kam die Grundsanierung, wir mussten alle raus, weil die Häuser vom Dachboden bis zum Keller saniert werden sollten. Saniert werden heißt, alles raus, das Haus wurde entkernt. Und jetzt kommt die große Frage, wohin mit der Anlage? Jetzt kam, stand ja theoretisch, der dritte Umzug. Jetzt kann man zählen, wie man will. Im Prinzip stand der dritte Umzug an. Wir wussten jetzt nicht, kommen wir jetzt in den Container, wird die Anlage verschrottet oder und. Und dann kam ein Wink, ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der an entsprechender Stelle saß, wo er etwas machen konnte, sagte uns im Herbst, im Frühherbst zu, er will sich kümmern, er hätte eine Chance für uns. Er würde etwas für uns machen können. Worüber wir uns erst mal sehr gefreut haben, aber dann war erst mal Ruhe, es passierte nichts, es meldet sich keiner. Und am dritten Weihnachtsfeiertag meldet sich genau dieser Mitarbeiter und sagte, ich habe für Sie Räume. So, wie, wo? So, dann hieß es, Buchberger Straße, einer der Schwarzbauten der Deutschen Reisbahn, an der Uffahrt der B1 B5 an der Brücke Lichtenberg. Gut, ich habe gesagt, sofort, ich komme. Also rin in das Auto, dritten Feiertag, dahin, Auto und das angucken. Ich habe es sofort zugesagt. Die anderen Mitglieder wussten ja nicht davon, aber wir hatten erst mal eine Chance, die Anlage wurde erhalten, das war erst mal wichtig. Und wir hatten wieder einen Dach über den Kopf, wir hatten ein Dumizil. Also wurde das alles eingetitelt und jetzt kam der Umzug, und jetzt, damit ich festhalten, am 1. April. Aber genau, April, Schatz, hat funktioniert. Hat wirklich funktioniert. Wir sind dort in diese Räume eingezogen und konnten die Anlage fast bis auf ein Plattensegment fast komplett aufbauen, in U-Form. Ja, naja, und wie man so weiß, ist ja bei der Deutschen Bahn nichts unendlich. Und genauso haben dann der Punkt, dass, wie alles bei der Deutschen Bahn, leider damit endet, dass man wieder ein Mietverhältnis auflösen muss. Das Gebäude wurde verkauft. Das ist heute irgendein Studentenheim oder sowas alles. Das ist eins von den Gebäuden, die damals aufgebaut worden sind, steht heute noch. Wir mussten umziehen, wir zogen dann um in die... Man muss dazu sagen, wir haben uns immer verbessert bei den Räumen. Wir zogen dann um in den Magrafendamm, alles reißbare Gelände, und kriegten dann in die Gebäude, ich glaube, war die Nummer 11, kriegten wir in der 6. Etage einen Raum, zugewiesen an der Giebelseite, wo die gesamte Anlage reinpasste. Und jetzt passt auf, mit Klimaanlage. Wir waren plötzlich im Scharaffenland. So, und dann hat man noch zwei Nebenräume dazu gehabt, sprich Werkstatt und Lagerraum. Also, es ist... Wir fühlten uns einfach toll. Ja, acht Jahre gingen ins Land, und dann wurde auch dieses Gebäude verkauft. Wir mussten wieder raus. Der Gebäude steht heute noch. Die Räume sind heute noch nicht genutzt. Dann fahr auf die noch da vorbei, guckt da hin. Also ging wieder los, neue Suche. Jetzt kam die neue Suche, fiel dann Umzug nach in die S-Bahn-Hauptwerkstatt an, nach dem Bahnhof Schöneweide. S-Bahn-Hauptwerkstatt, Schöneweide, Lehrwerkstatt. Wer das kennt, ist zwischen Sportplatz und Gelände, ein flachstehender, zweissachiger Bau, in Stahlskelettbauweise, gebaut in den 60er Jahren. Noch bessere Räume, noch bessere Räume. Ihr könnt euch das ja nicht vorstellen. Wir haben uns wieder verbessert. So, und dann natürlich große Freude. Dann haben wir da auch wieder Wände rausgerissen. Und natürlich konnte man in diesem Gebäude alles machen. Man konnte alle Wände rausreißen, man durfte nur nicht an die Stahlskelettbauweise haben. Wir leben da halt irgendjemand am Dreher gesichtet, das wäre übel ausgegangen. Also haben wir dort einen wunderbaren Raum gehabt, über Eck, sodass wir eine Anlage in Elfungen aufbauen konnten. Ja, mit einem wunderbaren Flur, den wir auch mehr oder weniger nutzen konnten, mit Lagerraum und, und, und. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und nach acht Jahren erklärte man uns, das ist aus. Wir wurden wieder gekündigt. Und dann stand der nächste Umzug an. Und eine Modellbahnanlage verbessert sich natürlich mit jedem Umzug. Weil so gesamte Kollateralschäden einfach dazu führen, dass was erneuert werden muss. Zwangsläufig. So, und das sind dann so Dinge, die dann ungewollterweise kaputt gegangen sind. So, ja, und so sind wir jetzt denn je gelandet in dem Gebäude derselben Bauart, aber mindestens zehn Jahre älter, aus Holz. Und das hat die Eigenschaft, wenn wir alle zu Hause ruhen, dann arbeitet dieses Gebäude. Eine ganz tolle Arbeitsleistung. Hier in Türen, auf die kein Mensch mit rechnet. Der Fußboden hat einen Charakter, das alles, was runterfällt und rollt in die Mitte des Raumes, also wie eine Kegelbahn, wenn jeder weiß, um was ich da rede. Und wir suchen händeringend Räumlichkeiten, in denen wir bleiben können, der S-Bahn-Bereich. Und jetzt kommt's, die müssen auch bezahlbar sein. Das ist ja das größte Problem. In Berlin bezahlbare Räume. Und da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, die sind schon ja nicht mehr gut zu machen. Und dann gibt es ja leider Vermieter, wenn die das Wort dann hören, Bahnsozialwerk. Bahn, die hören das Wort Bahn. Und dann läuten bei denen schon sämtliche Glocken. Und dann leuchten schon die Dollarzeichen in den Augen auf. Aber in Größenordnung, die können ja nicht mehr kicken, die sehen nur noch die Dollarzeichen. Wir waren in Verhandlungen gewesen, jetzt haltet euch hier fest, ich muss es einfach sagen, wir waren in Verhandlungen, wir waren bei 5 Euro für einen Quadratmeter. Ist schon eine stolze Summe. Aber als die Bahn gehört haben, waren wir bei 11 Euro. Und das war dann jenseits von jeder Bezahlbarkeit, der Möglichkeit, der Räumlichkeiten. Also ich hätte ja schon beim dritten Umzug das Handtuch geworfen. Das wollte der Modellbahnclub im ProSport Berlin 24 e.V. auch fast. Und da beginnt meine Geschichte in der Geschichte. Der 1966 frisch gegründete Modellbahnclub fand im ProSport Berlin 24 e.V. eine Bleibe. Und jetzt konnte also losgewerkelt werden. Der sogenannte Unterschlupf beim Postsportverein währte nicht lange. Zwei Monate später, im Jahre 1966, zog der Verein hier in die neuen Räume nach Langwitz in die Siemensstraße. Dort stand mit ca. 350 Quadratmetern eine riesige Fabriketage zur Verfügung. Ein Traum. Jetzt konnte ganz groß geplant und mit dem Bau der ersten Anlage begonnen werden. Aber es kam wieder anders. Die Hälfte der Fläche musste an die Tischtennisabteilung abgegeben werden. Und eine weitere Fläche von 40 Quadratmetern wurde der sogenannten Beutelreserve der Deutschen Bundespost zugeordnet. Zwei Jahre später, 1968, zog der Verein wieder aus, weil die alten Räumlichkeiten samt Gebäude abgerissen werden sollten. Es musste eine neue Bleibe her. Die fand man in der Dessauer Straße in den Kellerräumen im Postzeitungsamt nähe Potsdamer Platz. Die neue Anlage wurde in Relais-Technik betrieben und zur Stromversorgung standen zwei 12-Volt-Akkus im Pufferbetrieb zur Verfügung. Anfahren und Bremsen wurden automatisch geregelt und mit zwei miteinander verschlungenen Hauptstrecken, einer Zahnradbahn und zwei Schattenbahnhöfen konnte schon ordentlich Betrieb gemacht werden. 1977 musste der Modellbahnverein wieder ausziehen. Das Postzeitungsamt war der Städteplanung im Weg und sollte einer Umgehungsstraße weichen. Mithilfe des Postsportvereins gelang es noch 1977, neue Räumlichkeiten in der Ringbahnstraße in Tempelhof zu beziehen. Und es wurde wieder an einer neuen Anlage gebaut. Und die wurde dank elektronischen Fortschritts mit einer Computersteuerung versehen. Jetzt konnten erstmals Betriebsabläufe automatisiert erfolgen. Die Anlage hatte bis Ende 1991 beträchtliche Abmaße angenommen. 1991. Sie ahnen bestimmt, was kommt, mussten die Räume in Tempelhof wieder aufgegeben werden. Noch brauchbare Materialien wurden für mehrere Monate in Kellerräumen des Fernmählamtes III zwischengelagert und es begann die Suche nach einer neuen Bleibe. In Adlershof in der Agerstraße wurde dann eine Holzbaracke ausfindig gemacht und dem Verein zur Verfügung gestellt. Nun hieß es also, wieder Ärmel hochkrempeln und neu anfangen. Aber auch die Agerstraße in Adlershof war kein dauerhaftes Domizil für den Verein. 1997 mussten sozusagen wieder die Koffer gepackt werden. Jetzt war der Verein erstmals obdachlos. Durch Vermittlung des Vereinsmitglieds Ulrich Berner gelang es, im Telekomgebäude in Berlin-Bedding in der Seestraße eine Bleibe zu finden. Hier endet der kleine Ausflug in die Geschichte des Vereins. Ich sage nur Hut ab vor so viel Ausdauer. Nach diesen vielen Umzügen war man in der Seestraße in Berlin-Bedding angekommen. Von hier kann ich euch auch Archivaufnahmen aus dem Club präsentieren. Mittelpunkt ist die große H0-Anlage Posthausen mit ca. 80 Quadratmeter Grundfläche. Hier sind 800 Meter Gleise verbaut, 190 Weichen eingebaut, 72 Oberleitungsmasten aufgestellt und mit ca. 30 Meter Fahrleitung versehen. 72 Lichtsignale und 9 Flügelsignale sichern die Fahrwege der Züge ab. Einmal Direktor. Kein Sometime. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Hauptbahnhof Posthausen, drei Nebenbahnhöfe, sechs Schattenbahnhöfe, eine Güterabstellgruppe, eine Abstellgruppe für Wendezüge, ein Dampflok-BW, ein Diesel-BW und ein E-Lok-BW sorgen für traumhafte Bedingungen für einen abwechslungsreichen Zugbetrieb. Die Anlage wird komplett digital im DCC-Format gesteuert. Vom Hauptbahnhof Posthausen aus will ich mir einen kleinen Überblick über die Anlage verschaffen. Die gesamte Anlage in allen Einzelheiten vorgestellt, würde allerdings den Zeitrahmen dieser Sendung jetzt sprengen. Links neben dem Kopfbahnhof befindet sich die fünfgleisige Abstellgruppe und ein Bahnbetriebswerk für E-Loks. Gegenüber befindet sich das BW für Dampf- und Diesel-Loks. Über die zweigleisige Hauptstrecke nach links mit Abzweig einer eingleisigen Nebenbahn gelangen die Züge zu einem fünfgleisigen Schattenbahnhof oder zum Bahnhof Werz, an denen sich eine sechsgleisige Güterzug-Abstellgruppe befindet. Beide Strecken führen über Cairn wieder zum Hauptbahnhof Posthausen zurück. Beide Strecken Beide Strecken Der Betrieb am und neben dem Hauptbahnhof Posthausen zieht mich für einen Moment in den Bann. Viele Details gibt es hier zu entdecken. Und wie es sich für eine ordentliche Modellstadt gehört, ist die Straßenbahn und der Bus für den Nahverkehr zugegeben. Vom Hauptbahnhof Posthausen nach rechts führen zwei zweigleisige Hauptstrecken, auf denen die Züge den idyllischen kleinen Bergbahnhof Wendelstein erreichen. Unter dem Bahnhof Wendelstein befindet sich eine achtgleisige Abstellgruppe. Über diese Abstellgruppe gelangen die Züge über eine Kehrschleife wieder zurück in den Hauptbahnhof. Der kleine verträumte Bahnhof Schwarzburg ist ebenfalls vom Hauptbahnhof aus erreichbar. Hier kann man noch richtige Nebenbahnromantik erleben. Diese Bilder sind gut für die Modellbahnseele, stimmt's? Aber erstens kommt es anders als zweitens, wie man denkt. Wir waren ja in einem Telekom-Gebäude untergebracht und die Telekom hat im Jahre 2018 das Gebäude verkauft. Und der neue Besitzer hatte sich dann die Verträge angeguckt und hat dann festgestellt, dass wir eigentlich mehr oder weniger für Nullerwehr in diesem Gebäude in den Räumlichkeiten sitzen. Und der sagt, dass dieses also so nicht geht, hat uns ein sehr gutes Angebot gemacht, was wir allerdings letztendlich nicht annehmen konnten, weil wir eigentlich an der Größe gescheitert sind. Weil dieser Raum unten oben, der hatte so um die Runde 400 Quadratmeter gehabt. Und das hätten wir also mit 25 Mitgliedern also nicht stemmen können. Und in diesem Zuge waren wir dann leider gezwungen, das Mitverhältnis von unserer Seite aus kündigen zu müssen. Na, schwant euch was? Und so war der Klub im Ergebnis wieder obdachlos. Der Verein wurde zum 31.12.2019 aufgelöst. Also, wie weiter? Aufgeben? Nö, sagten sich einige Mitglieder. Das kommt nicht in die Tüte. Dann war der Gedanke gewesen, na gut, vielleicht können wir uns noch mal irgendein anderem Modellbahnverein anschließen. Und dann ging da die Suche los und ja, und hier beim MC 93 hat es dann geklappt, weil die Konstellation war, dass der MC 93 relativ wenige Mitglieder hat und neue Mitglieder gebraucht hat. Und zum anderen in den Räumlichkeiten, wo der MC 93 zurzeit untergebracht ist, noch etwas Platz war, der noch dazu gemietet werden konnte. Und so kam es nach kurzer Suche und Telefonaten zu einem ersten Treffen mit dem MC 93 im BSW, dem Bahnsozialwerk und der Regionalleiterin Ost, Nadja Lück. Und von nun an ging es wieder bergauf. Das Spiel mit Räume herrichten, Malern, Werkeln, Laminat verlegen begann wieder von vorn. Nach dem Herrichten der Räume entsteht also wieder eine neue Anlage. Wir bauen diesmal in einer reine Segmentanlage, nicht wie früher in Kompaktanlagen, die wir dann im Prinzip komplett abreißen müssen, sondern wirklich eine Segmentanlage, dass man die zerteilen kann und dann auch wieder irgendwo anders mit hinnehmen kann. Die ganze Anlage ist 14 Meter lang, zwei Meter breit, besteht aus drei Ebenen. Das heißt, die unteren zwei Ebenen sind Schattenbahnhöfe und die oberste Ebene wird dann der sichtbare Bereich. Auf der linken Seite hier, auf unserer Fensterseite, wird also nur eine zweigleisige Hauptstrecke sein mit einer eingleisigen Nebenbahn. Und auf der rechten Seite, also Türseite sozusagen, wird ein kleiner mittelstädtischer Bahnhof sein. Die Idee ist, eventuell auch ein kleines Container-Terminal noch hinzusetzen. Aber das müssen wir dann sehen, wie wir da mit dem Platz auch hinkommen nachher. Und welchen Zeitrahmen habt ihr euch gesteckt? Wann soll die Anlage denn fertig sein? Uns drängelt keiner. Also, das heißt, wenn ich die Wendel soweit jetzt ungefähr fertig habe mit den entsprechenden Ebenen, dass ich die Ebenen anschließen kann, dann kann ich jetzt diese Ebenen entsprechend, wir haben ja auch schon einen Teil der Leitung, liegen ja schon, die müssen jetzt bloß auf die entsprechenden digitalen Komponenten angeschlossen werden, dann kann man schon zumindest in der Wendel schon mal fahren. Und dann geht es eigentlich relativ schnell mit der unteren Ebene eigentlich weiter. Und das war da im Prinzip durch den kompletten unteren Schattenbahnhof dann erstmal fahren können. Mit dem Eintritt des alten Clubs, dem ProSport Berlin 24 e.V., entstand übrigens der mitgliederstärkste Modellbahnclub von Berlin-Brandenburg in der Stiftungsfamilie des BSW. Und hier endet erstmal die unglaublich irre Geschichte mit hoffentlich dauerhaften Happy End zu diesem Club. Ich werde dranbleiben und hin und wieder mal vorbeischauen. Ja, es fehlt mir eigentlich jetzt nur noch ein guter Schlusssatz. Ach, ich habe es. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Das finde ich gut. Weiter geht es, liebe Freunde, im Modellbahn-Marathon des Internationalen Tag der Modellbahn. Wir haben eine neue Live-Schalte aufgebaut und zwar reden wir jetzt mit Rüdiger Stock vom Ersten. Er ist der erste Vorsitzende. Die Abkürzung ist etwas schwierig, aber das ist mal Clean Insider Clubs. Bindestrich HI für Hildesheim. Richtig. Für Hildesheim, genau. Hildesheim und Umgebung sind wir dort unterwegs. Genau. Da sind wir ja heilfroh, dass es nicht Bielefeld ist. So weit reicht unser Einzugsgebiet halt nicht. Nein, das ist so. Ja, willkommen in unserer Sendung, lieber Rüdiger. Ja, vielen lieben Dank, dass wir uns auch hier sein dürfen. Klar. Tag der Modellbahn. Findest du die Idee gut? Das finde ich eine super Idee. Also ich persönlich finde das super, auch wir vom Stammtisch aus, auch in unserer Modulgruppe, die wir dort irgendwann implementiert haben, finde das eine super Idee, dass wir die Modellbahn halt dementsprechend hier ein bisschen weiter im Vordergrund drücken. Und es gibt ja auch verschiedenste Aktivitäten dort im Bundesgebiet, die da auch ein bisschen darauf hinweisen. Das finden wir eine gute Geschichte. Ja, und die acht Stunden, die wir machen wollen, ist das zu lang für euch? Nein, ich weiß nicht, es wird ja aufgezeichnet. Man kann sich das ja auch nachträglich noch bei YouTube angucken. So habe ich das verstanden. Ich finde das eine gute Geschichte. Vor einigen Jahren war das ja schon mal gewesen. Und da habe ich das echt live miterlebt, also live mitgeguckt. Ich hätte ja jetzt erwartet, da hätte gesagt, von Eisenbahn kann man nicht genug kriegen. Aber okay. Ja, aber nach acht Stunden Eisenbahn darf man doch mal ein bisschen müde sein. Das ist richtig. Ja, da darf man auch mal müde sein. Okay. Ja, kommen wir mal zu eurer Anlage. Habt ihr eigene Clubräume, Vereinsräume? Nee. Also wir sind ja, merkt ihr Insider-Stammtisch, wir treffen uns einmal im Monat halt dementsprechend. Und da sind wir halt irgendwo daraus entstanden, irgendwo auf dem Tisch zu etwas laufen zu lassen. Das war dann irgendwie ein bisschen zu wenig. Und da hat er, wir haben Gott sei Dank so einen Tischlermeister bei uns dabei. Und er meinte, wollen wir nicht mal Länge zugefahren lassen und zwar dem Thema Modulbau ein bisschen näher widmen. Und irgendwann vor 2011 hat er dann irgendwann mal so ein Modul mitgebracht. Und wir waren irgendwie acht Leute, gleich die Feuer und Flamme waren und haben gleich 15 Module dementsprechend geordert. Und so sind wir halt entstanden mit unserer Modulgruppe. Und haben einfach erstmal gesagt, ach, wir machen erstmal nur so ein bisschen. Und machen das nur so für uns und hatten dann irgendwie Glück, da irgendwo mal eine Räumlichkeit zu finden. Wo wir dann mal ein bisschen was aufbauen konnten und ein bisschen spielen konnten. Aber mit der Eisenbahn spielen und lange Züge fahren lassen vor allen Dingen. Was für mich immer faszinierend ist, dass die Module, die dann einzeln irgendwo gebaut werden, zum Schluss zusammengeschoben werden und es passt. Da hätte ich mal bedenkt. Ja, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das ist toll. Genau, das ist richtig, Hagen. Da muss man sich erstmal Gedanken machen, irgendwann, man muss schon ein paar Regeln haben. Und die muss man halt frühzeitig definieren und dann passt das auch. Das ist wie im richtigen Leben auch. Also so ist es ja nicht. Genau. Das ist ja irgendwann auch genormt, ja, oder diese Norm kann sich ja jeder für sich selber machen und die wird ja am Anfang festgelegt. Genau, genau. Und jeder, der da mitmachen will, der muss sich halt an diese Normen halten. Oder er darf nicht mitspielen. Oder er darf halt nicht mitspielen. Oder er baut halt so viele Module und kann halt in seinem Modul Blog, wo er unterwegs ist, da einständig unterwegs sein. Ja, aber sowas macht man doch lieber als Gruppe als alleine. Also ich verstehe diese Gedanken gut und das macht auch für meine Begriffe Sinn und Spaß, wenn man dann so verschiedene Leute sich irgendwann zusammenfindet. Und dann spielt man zusammen und dann geht jeder wieder mit seinem Modul auf der Schulter nach Hause. Wieder nach Hause und baut zu Hause und man trifft sich ab und zu mal. Wie gesagt, wir haben so einen Tischler dabei an der Gruppe, der hat auch natürlich eine Werkstatt mit Werkzeugen. Und dann gibt es auch mal so Bautreffen, wo sich halt mehrere zusammenhotten und dann mal irgendwie so einen Modulblock bauen. Ja, genau. Also von daher ist das noch echt eine ganz gute Geschichte. So, dann wollen wir uns mal über die Module hermachen und die vielen Bilder, die wir da bekommen haben, mal besprechen. Das ist ein relativ neues Bild. Wir waren in Friedrichshafen gewesen jetzt erst vor anderthalb Wochen und durften da unsere Modulanlage auch ausstellen. Genau, ja. Das ist unsere Modulanlage. Wir haben insgesamt 50 Module ungefähr. Wir haben hier im Friedrichshafen irgendwie so 35, 36 ausgestellt aus Platzthematiken. Das ist unser Hauptbahnhof, den wir dort haben. Ja. Der ist relativ früh schon entstanden. Es gibt schon wieder neue Ideen, einen weiteren Bahnhof zu bauen. Ja, der wird ein bisschen... Natürlich, man entwickelt sich ja auch weiter mit den Jahren, was den Bau angeht, was Landschaftsgestaltung angeht. Ja, das ist dann wieder bei dem Thema, eine Modellbahn wird nie fertig. Da haben wir neue Ideen aber weitergebracht. Ja, ist ja auch kein Ziel, dass eine Modellbahn fertig wird. Das machen wir immer. Ja, genau. Ja, ein schönes Stillleben. Ja, das ist ein toller Modellbau. So, wie lange wir... Wenn die ja Moodle in die Jahre kommen, dann werden die auch mal wieder aufgehübscht. Und wie gesagt, neue Ideen sind halt immer da. Und mittlerweile sind auch 16 Leute unterwegs. Und was ich ganz gut finde, was wichtig ist, dass wir auch einige Jungen dabei haben. Ja, schön. Wie viele sind denn dabei? Also wir sind 16 momentan. Nein, ich meine jetzt von den Jungen. Fünf Leute, die unter 30, um die 30 rum sind. Ja, ja. Ja, ja. Das ist also schon... 30 Prozent haben wir da irgendwie... Und die sind auch sehr engagiert, haben auch Ideen. Und gerade auch... Wir fahren so ausstellen in so einem Automatikbetrieb. Und da ist natürlich auch viel IT und Technik mit inkludiert. Und da gehen die auch ganz gut drin auf dann. Eine wunderschöne gealterte E-Lok. Habt ihr das selber gemacht? Oder ist das... Nein, sowas kann man erwerben beim Märklin. Genau. Ja, die ist nicht selbst gestaltet. Okay. Die steht jetzt in unserem Bereitstellungsbahnhof. Hat vielleicht auch so ein bisschen ein Highlight bei uns. Den Herrn kennen wir ja auch, ne? Ja. Ja, genau. Kennst du nicht? Nee. Muss ich mir mal erklären. Ja, genau. Ja. Alles klar. Schöne Bahnsteigszene. Den Herrn kennen wir nicht. Haben wir gerade festgestellt. Aber er steht auf verschiedenen Modell- und Modulanlagen. Das habe ich jetzt mir im Laufe der Zeit auch erzählen lassen. Es macht mich in gewisser Weise irgendwie... Stolz ist der falsche Ausdruck. Aber es freut mich unheimlich, dass einer, der eine Modellbahnsendung geleitet hat, dass der dann als Figur dieses Thema im Prinzip weiter beackert. Auch wenn es nur im Maßstab 1 zu 87 ist. Also das ist toll da. Oder unser ganzes Team. Ja, der Kameramann, der Andreas Stirrl, mit dem ich ja auch, ich weiß nicht, 20 Jahre oder wie viel unterwegs war. Und der Michael Frick, der Tonmann, der nicht mehr zu dem Team gehört, aber der halt auf andere Art und Weise sich verdient macht, um die Know-Hubs, die er ja in Oebesfelde hat. Also das ist toll. Du siehst hier also auch auf dem Bahnsteig, dass die Welt der Miniaturen auch fortgesetzt werden kann in die Realität hinein. Und das ganze Ding erzählt eine Geschichte. Wenn man sich das anguckt, das ist... Das erzählt eine Geschichte. Genau. Super. Hey, das ist die nächste Geschichte. Ja, das ist auch relativ neu entstanden. Wir haben uns mal überlegt, so eine Waldbühne aufzubauen, so ein bisschen mit Musik und so. Und das ist halt irgendwie entstanden. Und ja, ist auch eines der Module, die wir jetzt überarbeitet haben in der letzten Zeit. Genau. Und da haben wir auch die Möglichkeit, ein bisschen Musik abzuspielen. Ist das die Bühne von Noch? Das ist eine ganz frühe Noch-Bühne, ja. Das ist eine ganz frühe Noch-Bühne gewesen. Die hatten sie, glaube ich, damals, das ist schon länger her, nur in so einer Tausenderauflage gehabt. Und da haben wir auch lange drauf gewartet. Gab es da nicht so ein Display hinten mit dran, irgendwie? Nee, nee. Also das ist wirklich nur die Bühne gewesen. Also ich habe da, glaube ich, lange drauf gewartet. Auf alle Fälle freuen sich die Fans wie verrückt. Sie jubeln irgendjemanden zu. Auf alle Fälle. Ja, wenn das auch immer sein mag. Da geht die Post ab, Veronika Fischer. Ja, oder so. Da scheinen sich denn noch die Geistern, ne? Nein. So, ein klassischer Schnellzug. In den Farben gefällt mir die Deutsche Bundesbahn oder die Deutsche Bahn am besten. Also wir versuchen die Realität nie, ne? Nein, nein, nein. In der Realität hast du sie so nie gefahren. Müsst du eigentlich nur 103 dran. Ja, das ist richtig. Das war unsere Sonderaktion, die von einem Händler, von einer Händlergruppe da sind. Oder Händlergruppe, ja. Aber die Farben sind schon... Ach, die Farben sind großartig. Die waren elegant. Das war halt aus den 50er Jahren, beziehungsweise frühen 60er. Ja, genau. Ja, alles vergänglich, auch die Farben. So, das finde ich am allertollsten, denn hier werdet ihr nämlich euren Namen gerecht, Stammtisch. Richtig, genau. Das ist, das ist halt auch die Idee der Modulgruppe raus entstanden, unser Stammtisch heißt. Ja, wir haben irgendwie unsere Adressenliste, haben wir so 30 Leute mittlerweile. Letztes Wochenende waren zum Beispiel drei neue dabei. Ich bin ja gespannt, ob die wiederkommen, hoffentlich. Und wir sind so zwischen 15 und 20 Leute am Tisch. Und dann bauen wir halt so ein bisschen Eisenbahn auf und lassen uns über alles. Und ganz viel über Eisenbahn. Ja, und das ist doch ein wunderbarer Stammtisch. Ja, was lasst ihr denn, was für Züge da fahren überhaupt? Bringt ihr da irgendwas mit, die da rumfahren? Ja, klar. Genau, jeder, was er möchte. Wir haben auch mal so Mottoabende, dann gibt es mal ganz Züge oder mal Epochenparaden. Das ist ganz unterschiedlich. Gute Sache. Oder auch mal, wir fahren auch mal nur komplett analog, so wie sich das gehört. Da gibt es ein paar ältere Herren, die dann da ihre ganz alten Schätze mitbringen. Und das ist dann echt spannend. Ja, dann haben wir noch ein kleines Video dran gehangen, was ihr uns geschickt habt. Genau, so ein bisschen Action auf unserem Bereitstellungsbahnhof. Noch mal so ein bisschen gucken, was da so abgeht. Die Ludmilla ist auch gerade dabei. Na super. Ja, wir fahren ja auf unserem Grund, was gefällt, über alle Epochen hinweg. Also ihr seid nicht so solche, wie sagt man immer, Pufferküsser und Nietenzähler, die da ganz genau darauf achten, dass sogar die Beschriftung an den Wagen zur Lok stimmt. So was macht ihr nicht? Ne, wir fahren das, was uns gefällt. Und es gibt einige Leute, die fahren halt nur Epoche 6, die finden das ganz toll. Andere sagen, ich bin Epoche 3 Fahrer oder wir haben auch Epoche 1 Fahrer dabei. Und da müssen wir natürlich auch die Bahnsteige alles nach ausrichten, weil das doch ein bisschen dann in den einzelnen Maßstäben was anders ist. Aber zumindestens, wenn ihr alle Pochen fahrt, ist es doch so, dass man alle Fahrzeuge, die es mal gegeben hat oder gibt, die euch gefallen, auf einem Schlag auf einer Anlage zu sehen sind. Das ist doch gut. Eher kommen wir alles, genau. Ja, das ist richtig. Ja, ich finde das die einzige Möglichkeit, weil jeder hat seine Vorliebe und in so einer Gruppe oder in einem Stammtisch oder auch im Verein, soll doch jeder sich in einer Weise einbringen und es darf nicht dann so von oben dann so ein Diktum kommen, nur Epoche 3, bei uns fährt niemals ein ICE oder sowas. Das ist der völlig falsche Ansatz. Aber ihr könnt das fahren, das ist doch etwas, was der ganzen Gruppe zugutekommt. Das erweitert einfach den Blick. Genau, auf allen Fällen, das passt dann auch. Und wir wollen ja auch neue Mitglieder oder neue Mitstreiter finden, sage ich immer. Und das kriegt man dann ja auch nur in die Idee, die man sich halt öffnet auch. Auch gerade was die jungen Leute angeht. Genau, das muss man auch mal machen lassen oder auch mal Ideen entwickeln lassen. Das ist dann ganz gut. So, ja, dann freuen wir uns mal riesig, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, an deinem Club-Leben teilnehmen zu lassen, an deiner Anlage oder an deiner Club-Anlage. Sehr gerne. War mal interessant zu sehen und auch die Meinung dazu ist für mich immer wieder interessant. Und ich fand es toll. Vielen Dank. Ja, wir bedanken uns auch, dass wir die Möglichkeit hatten. Ja, und Gruß nach Hildesheim. Gruß nach Hildesheim. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, macht's gut. Danke, tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt geht's weiter im Text. So ein Stammtisch, so ein Modellbahnstammtisch ist toll. Also mein Stammtisch in Stuttgart. Das Stammtisch hat mir gefallen, muss man sagen. Ja, mein Stammtisch in Stuttgart, der heißt ja auch Lokomotive Ochseplatz. Und da fahren ab und zu auch Eisenbahnen auf dem Tisch. Und unsere Wirtin, die Karin, die hat uns extra eine Steckdose unter unsere Bank legen lassen, am Stammtisch, damit wir da unten Strom haben. Ja, aber eine nette Wirtin. Das ist eine nette Wirtin, die ist großartig. Das ist ja super, dann lad mich doch mal ein, da komme ich mal vorbei bei dem Stammtisch. Das muss ich sehen. Außer, wenn du den... Was muss ich mitbringen? Deinen Einstand musst du zahlen. Bier musst du nicht mitbringen. Du lädst uns dann zu einer Runde Schnaps ein. Birnenschnaps. Oder zwei. Die harten Sachen. Na gut, aber auch das ist gut. Du kannst auch Guinness trinken bei uns. Ja. Das wird auch gedroht. Singt ja auch Lieder. Nein, nein, nein. Nein, nie. Auch nicht, wenn du nach Hause gehst. Nein, wir trinken Geishirtele. Das ist so eine bestimmte Birnenart und daraus dann der Schnaps. Und die meisten trinken Pilz, einige trinken Guinness oder alkoholfrei. Also ich trinke dann immer alkoholfrei nach dem Guinness, weil ich muss ja noch Auto fahren. Ah. Okay. Gut. Das muss ja auch mal gesagt werden. Mal dein interessanter Einblick in deinen Club. Nur freitags. Lokomotive Ochseplatz. Ja, wie hieß das? Lokomotive Ochseplatz. Wie hieß dein... Revoluz. Nein, dein Birnenschnaps. Was hast du gesagt? Geishirtele. 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 Toller Name. Finde ich klasse. Tja, jetzt müsste rein theoretisch wieder jemand zugeschalten sein bei uns. Ich bin aus Franken. Aus Franken. Hallo. Der FEC Fürth e.V. Jawohl. Jawohl. So ist das. Ich grüß dich. So, du hast uns auch eine Modulanlage, glaube ich. War es richtig? Richtig. Wir haben mehrere Segmentanlagen. Das heißt, im Augenblick haben wir drei. Zwei Herr-Lud-Anlagen und unsere Endanlage. Aber wenn man es genau nimmt, sind es eigentlich Segmentanlagen. Weil das müssen wir uns mal anhören, wenn wir eine Modulanlage wären. Dann wären wir kompatibel mit anderen. Aber wir haben unsere eigene Modulnummern, also sind wir eine Segmentanlage. Okay. Musste jetzt mal gesagt werden. Das war eigentlich... Gute Erklärung. Gute Erklärung. So. Du hast uns natürlich auch eine Anlage oder Bilder deiner Anlage mitgebracht. Aber zuvor möchte man gerne mal wissen, wie viel Mann seid ihr denn eigentlich? Und wo seid ihr untergebracht? Also wir sind im Augenblick in Verdammtach, haben hier ein älteres Gemäuer, sind 42 Mitglieder. Haben aber so wie viele andere Vereine auch die Herausforderung, dass wir nur noch einen begrenzten Mietvertrag haben. Und sind theoretisch Ende 2024 sind wir heimatlos. Haben jetzt hier 120 Quadratmeter, klingt zwar nach viel, sind aber viele kleine Räume. Und das schränkt uns halt in unserer Bautätigkeit enorm ein, weil drei Räume haben wir nur als Lager und haben hier ein großerer, wo ich jetzt auch bin, da haben wir einen Teil für unsere Segmentanlage aufgebaut. Aber die richtig große Anlage, die können wir eigentlich immer nur dann aufbauen, wenn wir auf große Publikumsmessen sind. Also ihr müsst sozusagen die Anlage durch alle Räume fahren oder führen sozusagen. Genau, also wir haben sich halt eingelagert, haben da auch schöne Bilder geschickt, wo alles aufeinander gestapelt ist. Und dann, wenn wir auf Messen sind, haben wir wirklich die einzige Möglichkeit, dass wir unsere Anlage noch richtig ausfahren können. Wie sieht das aus bei euch mit den Mitgliedern? Sind das jetzt etwas, sage ich mal, vorsichtig nur Ältere oder habt ihr auch Nachwuchs oder habt ihr Nachwuchssorgen? Wir haben drei Jüngere, die sind acht, sieben und acht. Und mein Schliffführer hat er mal vor einiger Zeit mal ausgerechnet. Also das Durchschnittsalter ist bei uns 56 Jahre. Also das ist dann auch eher so eine Rentner-Band, sage ich immer so, zu meinen Älteren. Aber bis es natürlich auch besteht, dass wir jüngere Mitglieder wieder gewinnen, aber es ist nicht ganz so einfach. Na super, dann wollen wir doch mal über die Anlage her machen. Ja. Da haben wir schon was. Welche Baugröße ist denn das? Das ist die Spur N 1 zu 160. Das ist jetzt der linke Teil von unserem Hauptbahnhof. Das ist schön in dem Hauptbahnhof. Das haben wir jetzt hier im Pfarrheinsheim mit unserem BW aufgebaut. Das heißt, den können wir jetzt hier autark laufen lassen, können aber auch hinten die gesamte Anlage nochmal andocken. Und dann haben wir eine gestreckte Länge von fast 60 Metern. Das ist natürlich ganz ordentlich. Der Betrieb ist natürlich digital, ne? Ja, also jetzt auch wieder was Besonderes bei uns. Wir haben hier den Train-Controller im Einsatz, im sichtbaren Bereich. Können wir Fahrstraßen schalten. Aber unsere ganzen Triebfahrzeuge sind jetzt bei dieser Anlage analog. Und wir haben auch neben der Maus einen ganz normalen Fleischmann drauf, wo wir dann praktisch auch die Lokomotive im Bereich des Bahnhofs dann analog steuern können. Genau das ist die Gesamtübersicht der Anlagen, wie wir es jetzt im Verein aufgebaut haben. Und auf der Strecke haben wir ein Blockstellensystem. Das heißt, die Züge steuern sich dann gegenseitig. Wir sehen hier ja vorne auch ein wunderschönes BW. Ein riesengroßes Teil. Ist ja leider verschwunden in der Öffentlichkeit. Aber zum Glück auf der Modellbahn erhalten geblieben. Auf jeden Fall, ja. Wenn wir jetzt hier einen großen Windlock schicken, da haben wir unsere Diesel-Locks und Dampf-Locks. Und vorne haben wir noch ein kleineres BW. Das ist dann mit einer Oberleitung versehen. Da haben wir auch eine Oberleitungspinne, überall von der Drehscheibe. Und haben praktisch hier zwei BWs nebeneinander. Vorne den elektrischen Bereich und hinten den Diesel- und Dampfbereich. Okay. Und wie viele Fahrzeuge habt ihr insgesamt im Club vorhanden? Also so Triebfahrzeuge haben wir ca. um die 100. Und das Schöne ist auch immer, das ist jetzt oben im ersten Stock. Das Schöne ist auch immer, dass unsere Vereinsmitglieder kommen und sagen, da können sich die großen Züge mal auf einer großen Anlage richtig schön ausfahren lassen. Das ist jetzt oben unser Oberleitungstock. Das ist unsere H0-Segmentanlage, die ist noch im Entstehen. Das sieht man schön noch an den Holzrohbauten. Die haben wir erst vor einiger Zeit begonnen. Da haben wir eine zweigleisige Hauptstrecke, eine eingleisige Nebenstrecke. Und unser Ziel ist es, dass wir die in den nächsten Jahren fertigstellen und die dann auch der großen, breiten Öffentlichkeit dann vorstellen können. Okay. Dann sind wir noch ein Teil einer unfertigen Baustelle. Ja, das ist eine Kibri-Brücke aus den 60er Jahren. Die haben wir dann mit Pfeilen und Sägen bearbeitet und dann auch nachgestaltet. Also die Brücke ist ziemlich einzigartig, weil die aus drei Bausätzen entstanden ist. Und da haben wir jetzt schon angefangen mit dem Geländebau. Und da wollen wir jetzt auch unsere jungen Mitglieder dazu animieren, dass wir sagen, hey Leute, das ist gar nicht so schwer, hier mit Gips und Spachtel und mit brauner Farbe hier ein Gelände zu gestalten. Na klar. Und da kommt jetzt unten die Hauptstrecke aus dem Funnel raus und die Nebenstrecke kreuzt dann hier die Hauptstrecke. Und wenn man das jetzt von der anderen Perspektive betrachtet, ist das ein wunderbares Modul von der Ansicht her. So, hier stehst du, glaube ich, an den Reglern. Da stehen wir am Regler. Genau das sieht man. Jetzt unten die kleine Öffnung. Da ist praktisch der Trafo. Und der Kollege hat dann hier gefilmt. Und da haben wir unseren Hauptbahnhof in der Übersicht, hat unten die Gütergleise. In der Mitte haben wir die Personengleise und oben haben wir sogar noch einen Kopfbahnhof. Von oben drüber haben wir sogar noch eine Straßenbahn. Also wir fahren im Endeffekt hier auf drei Etagen. Jetzt nochmal die rechte Ansicht vom BW. Wenn man jetzt ganz nach rechts guckt, sieht man unterhalb vom Lokschuppen, sieht man da rechts eine schwarze Öffnung. Und da können wir praktisch unsere Segmentanlage andocken. Und dann können wir, wie gesagt, 60 Meter gestreckte Länge fahren. Und ansonsten haben wir unterhalb von dem BW eine Wendeschleife drin. Das heißt, wir können hier auch im Verein mit der Anlage richtig schön Farbe machen. Das ist die Mittenübersicht. Da haben wir rechts die zwei Drehscheiben. Und in der Mitte haben wir dann hier Wagongruppen. Also Gleise, wo wir dann die Züge zusammenstellen können. Und unser Ziel ist es jetzt, dass wir diesen Bereich digital steuern wollen. Weil das ist ein idealer Spielplatz, wo man dann richtig schön rangieren kann, zügig zusammenstellen kann. Und die dann später nach links an den Hauptbahnhof übergeben können. Ich meine, insofern ist ja die Spur N eine ideale Spur. Man kann so wirklich viel Verkehr auf kleiner Fläche machen. Das ist schon so. Was sehen wir denn hier? Das ist der Übergang vom BW zum Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof, muss ich mal kurz die Maße, der ist 5,20 Meter auf 1,30 Meter. Und das BW in sich ist 4 Meter, Moment, muss ich kurz rechnen, 5,10 Meter und auch nur einen Meter breit. Das heißt, wir haben jetzt circa 11 Quadratmeter, wo wir wirklich enorm viel an Spur N am Laufen haben. Von rechts kommt jetzt gerade ein Ding, es ist ein Personenzug reinfahren vom unteren Bereich, fährt in den Bahnhof ein. Und wenn er links den Bahnhof verlässt, kommt er unten auf der Hauptstrecke wieder raus. Und andersrum geht es genauso. Wenn wir rechts in den Tunnel reinfahren, kommen wir unten in einen dreigleisigen Schattenbahnhof, haben eine Kehre und kommen wieder nach oben. Also so sehen wir uns genau ein bisschen langgezogen, ein Hundeknochen, die ganze Anlage. Wann habt ihr damit begonnen, mit dem Bau dieser Anlage? Das war 2001, haben wir diesen Bahnhof praktisch modernisiert und erneuert und haben da dann 16 Jahre lang einen intensiven Anlageneinsatz gehabt. 2017 haben wir uns dazu entschlossen, den mal einzulagern. Jetzt zur Zeit haben wir dann praktisch wieder zum Leben erweckt. Jetzt sind wir gerade dabei, den wieder technisch herzurichten, dass er mal wieder einsatzbereit ist. Ja, ja, stand. Allzeit gute Fahrt, kann man da nur sagen. Kann man nur sagen. War interessante Ausführung über eure Anlage und über das Konstrukt generell, muss ich sagen. Und über den Verein, ja. Immer wieder unterschiedliche Sachen, die wir heute schon kennengelernt haben und dann immer das Bemühen der Leute aus dem Vorhandenen doch noch was zu machen. Ja, mit so vielen Jungen, also drei Nachwuchs, ein Modellbahner im Alter von 8, 8 und 7. Also bewahrt euch die oder holt noch ein paar dazu, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man diese Altersgruppe dann auch an das Thema so heranführt, dass sie davon auch selber profitieren und Freude daran haben. Ja. Toll. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanken wir uns. Viele Grüße nach Franken, ins Frankenland. Nach Franken, ins Frankenland. Man hört das gar nicht so raus, das Fränkische. Ja, ja, ich bin so schrecklich unterwegs, Deutschland vor allem. Achso, du hast das abgewöhnt. Okay. Alles klar. Alles gut. Dann würde ich sagen, dann grüßen wir mal Fürth. Den Verein. Den Verein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. So, liebe Freunde, das war jetzt Fürth. Der MEC Fürth. Der MEC Fürth. Jetzt kommen wir zum Herrn Lorbeer. Zum Herrn Lorbeer. Ja. Wer ist denn das? Der Herr Lorbeer ist ein begnadeter Modellbauer. Er hört auch auf den Namen Heckmolenreiter. Er sagt mir klar, dass du Mike meinst. Ja, wir haben es jetzt ein bisschen spannend gemacht. Was wird er denn uns erzählen heute? Das muss er selber sagen. Ich zucke immer ein bisschen zusammen. Wenn du sagst, der Herr Lorbeer, du weißt ja, das ist wie in der Schule, da denkt man immer, man hat was verkehrt gemacht. Du hast ein schlechtes Gewissen bekommen. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja vorhin gezeigt, wie wir einen Feldweg bauen und Ackerfläche gestalten. Genau. Das habe ich jetzt hier mal abgeklebt. Und der findige Beobachter wird feststellen, da hat sich schon was getan. Da ist nämlich schon eine kleine Begrünung drauf. Ich glaube, das hier ist jetzt mein Kamerafreund hier. Das ist sogenanntes Wintergras. Das habe ich jetzt aufgebracht. Erstmal, Grassorten gibt es natürlich verschiedenste von verschiedenen Herstellern. Da muss man jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Das, was ich hier aufgebracht habe, ist eine 2,5 Millimeter Faser. Also eine kurze Faser. Und das nutzt man in der Regel als Untergras. Das Aufbringen ist relativ einfach. Ich werde mal hier noch eine kleine Ecke machen. Ich nehme dafür ganz normalen Weißleim. Gibt es ja auch von verschiedenen Firmen. Und mit einem festeren Pinsel trage ich jetzt den Kleber auf. Allerdings fange ich nicht an, den Kleber aufzustreichen, sondern ich mache es hier unten mal. Ich tupfe es, denn bei mir darf auch immer noch ein bisschen Erde durchscheiden. Also wenn man so eine Wiese mal von oben betrachtet, wird man feststellen, die ist gar nicht so grün, wie sie zu Anfang aussah. Da scheint immer noch ein bisschen Erdreich durch. Das darf es bei mir auch. Und ich habe hier auf der Fläche, ich glaube, das konnte die Kamera schon ganz gut sehen, habe ich mal ein Teil grün eingefärbt. Weil man muss nicht immer braun grundieren. Man kann natürlich auch das Ganze mit grün machen. Und vielleicht werden wir nachher auch einen Unterschied sehen, wenn ich es begrünt habe, wie die Untergründe, die vorher eingefärbt wurden, die Helligkeit des Grases dann doch beeinflusst. Dann muss man mal gucken, ob wir das hier mit dem Licht ein bisschen einfangen können. Okay, begrünen werde ich mit einem sogenannten Elektro starten. Den habe ich hier schon vorbereitet. Und hier vorne in dem Gerät drin sind die Grasfasern. Ja, es gibt auch andere Methoden, wie ich das Gras aufbringen kann. Es gibt zum Beispiel so eine Schütteldosen, die kann ich verwenden, das Gras rein, ein bisschen durchschütteln und dann aufpusten. Das geht natürlich auch. Ein bisschen schöner werden die Ergebnisse mit einem Elektrostaten. Gibt es auch von verschiedensten Firmen, gar keine Frage. Und den Bereich werde ich jetzt einfach mal begrasen. Warum macht man das eigentlich mit einem Elektrostaten? Naja, weil ich will, dass die Grasfasern drauf stehen bleiben. Die sollen ja senkrecht stehen. Und das bei grünen geht dann relativ einfach. Ich versuche einfach mit dem Elektrostaten so viele Fasern wie möglich stehen drauf zu bekommen. So, ich klopfe das mal ab. Und die Kamera kann jetzt mal einfangen, dass selbst diese 2,5 mm Fasern, also schon, ja, ich glaube, so sieht man es ganz gut, dass die schon ganz gut stehen. Die stehen also wirklich senkrecht. So, als Untergras ist das genial, aber das würde mir persönlich so noch gar nicht reichen. Und vor allen Dingen dieses recht helle Gras, das sieht natürlich noch nicht so nach Wiese aus, was man eigentlich haben möchte. Wenn ich jetzt mit einer zweiten Faser raufgehe, ich habe jetzt hier eine Faser, die ist gut 4,5 mm lang, eine andere Farbe, in grün diesmal. Achso, ich muss ein größeres Sieb nehmen, weil die Faser ist natürlich länger. So, die werde ich jetzt sozusagen auf die hellen Fasern aufdoppeln und auch an den Stellen, wo ich noch nicht begrünt habe. Der Effekt, der daraus entsteht, ist einfach, dass die Wiese nicht wie ein Golfrasen aussieht, sondern verschiedene Höhen bekommt. Allerdings werde ich das nicht mit diesem Pinsel machen, man sieht, der ist wirklich recht grob, ja, sondern ich nutze dafür einen Schwamm. Ja, das ist so ein ganz handelsüblicher, haushaltsüblicher Schwamm, den habe ich mir jetzt in ein kleines Stück geschnitten. Dann nehme ich den Weißlein. Warum mache ich das eigentlich? Na ja, wie gesagt, mit dem Pinsel, wenn ich jetzt hier Kleber drauf habe und streiche hier über die Fläche, dann drücke ich die ganzen Fasern nieder. Das möchte ich ja nicht, ich möchte schon, dass die stehen bleiben. Und jetzt nehme ich auf den Schwamm ein bisschen Kleber rauf. Also, ich tauche auch nur die untere Fläche vom Schwamm ein und streiche die jetzt nicht ab, weil wenn ich die abstreiche, ich mache es einfach mal, dann passiert nämlich das, ich habe nachher gar kein Kleber mehr auf meinem Schwamm drauf. Ja, das reicht nicht aus, sondern ich brauche ja ein bisschen Kleber auf dem Schwamm. Also tupfe ich das ab, so sieht es dann aus. Das reicht, den Kleber gut wegstellen oder den Deckel wieder rauf machen, sonst ist der nämlich gleich mit zu begrünt. Und jetzt kann ich daher gehen und mir Stellen aussuchen, wo ich Gras hinstellen möchte. Eigentlich hinstellen ist auch nicht richtig ausgedrückt, denn diese Fasern werden ja eigentlich, ja, man kann sagen eingeschossen in die Anlage. So, jetzt kann man sehen, dass hier oben auf den Grasfasern so ganz kleine Klebetröpfchen drauf sind. Ja, und jetzt gehe ich daher mit der großen Faser, so, und stelle die auf die kleinen Fasern auf. Und ich mache das immer ganz gerne, dass ich nicht alles zu begrüne, sondern dass wirklich Teilbereiche noch sichtbar sind. Ich möchte auch das Untergras teilweise noch sehen. So. Ich klopfe es mal wieder ab, dann sieht man es doch ein bisschen besser. Und wenn ich es jetzt abklopfe, da passiert auch noch nichts, weil die Fasern, die jetzt in die Klebetropfen eingeschossen werden, die stehen sofort drin, also die halten. So, wenn ich das jetzt mal in die Kamera zeige. Ah, nee, so rum. Ja, sieht man wunderschön, dass die Fasern also aufgedoppelt sind. Ich habe hier noch einen kleinen Randbereich, den mache ich gleich mit. Denn ich glaube, die beiden Herren wollen ja nachher wieder ein fertiges Ergebnis sehen. Genau, also mache ich das Ganze nochmal. Das ist hier mal der Gegenpol, den ich einstecke. Manch einer legt auch eine Ringleitung rum. Das kann man machen, wie man möchte. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht unbedingt ein richtig oder falsch. Ich glaube, man kann dieses Prasseln ganz gut hören, oder? Ja. Ja, also wie diese Fasern eingeschossen werden. So. Eine Sache ist natürlich auch ganz wichtig. Ich habe hier ein Gerät, das arbeitet mit 55 kV. Da ist also eine 9-Volt-Block-Batterie drin. Das heißt, tunlichst nicht vorne reinfassen. Und was aber fast noch viel wichtiger ist, nie vorne reingucken, weil diese Fasern kommen schon von alleine raus. Und das sind im Prinzip, wenn man es mal so ausdrücken möchte, sind das Kunststoffstäbchen. Ja, und wenn ich die im Auge habe, dann muss ich, glaube ich, nichts weiter zu ausführen. Also nie in so eine Geräte reingucken und reinfassen. Ja, also ich würde es nicht machen. Manchmal passiert es, aber naja gut. Also, ich klopfe das mal ab. So sieht jetzt die Begrünung aus. Und ich würde es jetzt einfach noch ein bisschen weiter fertig machen und gebe aber erst mal zurück an die beiden Herren. Die gucken ganz interessant. Also das ist echt ein Bild für Götter. Ja, gucken hier echt interessiert. Begeistert, weißt du. Also ich sage immer, wenn man das Thema Begrasung begrünen, ist immer ein Thema, kurioserweise. Da werden wir auch immer sehr oft gefragt, könnt ihr nicht mal nochmal zeigen und dies und jenes. Also ich finde das immer spannend und ich finde auch immer dann ganz spannend, wie es hinterher aussieht. Ja, und du siehst auch ganz schnell etwas. Ja, also du hast jetzt innerhalb von wenigen Minuten da aus diesem Acker, hast du jetzt plötzlich so eine Grünfläche gezaubert, aber die sehr unterschiedlich ist. Und das finde ich einfach, das ist per se faszinierend. Ja, und es ist wirklich so, ich grätsche nochmal ganz kurz dazwischen. Es ist wirklich so, wenn man sich beim Begrünen an ein paar Sachen hält, was ich jetzt gerade gezeigt habe. Also der Kleber muss richtig dosiert sein auf dem Schwamm. Die erste Fläche kann ich natürlich mit einem Pinsel bearbeiten. Ich habe vernünftige Grasfasern, die also auch nicht so schwer sind, die nicht wieder umfallen. Dann kriege ich auch sofort, und das ist das, was unsere Seminarteilnehmer ja dann mitbekommen, kriege ich sofort ein richtig gutes Ergebnis hin. Ohne dass ich, ich sage mal so salopp, dafür ein Abitur gemacht haben muss. Ja, und die meisten sind erstaunt, dass sie es können. Die meisten sind dann wirklich über ihre Ergebnisse sehr erstaunt, wo ich mich natürlich dann auch darüber freue und sage, guck mal, so einfach kann es gehen. Ja, so einfach kann es sein. Gut, also dann, liebe Freunde, ich mache noch ein bisschen weiter. Ich habe das ja selber schon gemacht, aber ich bin immer wieder fasziniert, dass das so eine Wirkung entwickelt und erzielt. Toll. Also bevor wir jetzt zum nächsten Talk kommen, ein Kleinod oder ja, eines meiner Kleinode, ich sammle nämlich Eisenbahnkinderbücher aus unterdessen drei Jahrhunderten, hört sich ziemlich gut an. Und ein paar Sachen sind einfach so schön, dass man sie zeigen muss. Schreibers Stehaufbücher. Wenn du dir das dann anschaust, ich klappe es nochmal zu, und dann entwickelt es sich quasi dreidimensional. Warte, die fahren gerade noch eine Kamera ein, das müssen wir nochmal zeigen den Leuten, weil das ist wirklich so affengeil. Ich kann mich erinnern, ich hatte früher ein Märchenbuch, Hänsel und Gretel. Da hatte man auch was aufstellen und konnte man auch noch schieben, die Figuren. So, wir machen mal hier hoch. Wir haben es aufgestellt. Guckt euch das mal an, liebe Freunde. Das sind alles Figuren, die dann, wenn man das Buch aufklappt, sich aufstellen. Ja, und dann quasi den vom zweidimensionalen ins dreidimensionale übergehen. Genau, und dann steht auch hier unten auch gleich. Also die waren vier Zeilen noch dabei. Ja, du kannst es besser lesen als ich. Panette Geschichten. Ja. Irgendwas mit Joachim hat Geburtstag. So, jetzt die nächste Szene in diesem Buch, schaut euch das mal an. Das ist also wirklich dreidimensional. Das sind einfach dann so Alltagsszenen, aber die durch diese dritte Dimension einfach besonders werden. Es wird plastisch und gucke ich mal schnell auf den Spruch. Mit schrillem Pfiff rollt sie davon, die Wagenreihe wartet schon. Der Zug fährt ein zur rechten Zeit und steht zur Abfahrt jetzt bereit. Ja, wunderbar. Kann man doch gar nicht besser formulieren. Das sind Schreibers-Stehauf-Bilderbücher. Ja, die sind aus den 30er Jahren. Da gab es mehrere davon. Ich habe nur dieses eine, aber ich finde, das ist so faszinierend. Das musste jetzt einfach gezeigt und gesagt werden. Genau. Und das ist hier, das ist ein sogenanntes Leparello. Das ist ein zick aufstellbares, da reicht der Platz gar nicht, aufstellbares Zick-Zack-Buch. Ja, komm, ich halte die Seite mal fest. Und wir halten das mal drauf. So, ich gehe dann einfach mal weiter. Also der Haken geht jetzt zur Tür raus. Ja, nee, du siehst einfach jetzt einen Zug zu Reichsbahnzeiten, der von der Lokomotive über den Gepäckwagen, über den Speisewagen bis hin zum letzten Wagen geht. In einer Länge von etwa zwei Metern und überall noch ein kleiner Spruch drauf. Und wie gesagt, das kommt aus den 30er Jahren. Das hier ist allerdings ein wieder aufgelegtes Teil aus den 80er Jahren. Aber deswegen ist es noch so gut. Aber die Faszination, ja, weil ich es halt gut halte. Die Faszination ist toll. Nein, dieses, wenn wir auf Messen gehen, ist das immer aufgeklappt auf der Anlage zu sehen. Weil das einfach auch ein wunderschöner Hintergrund ist. Du hast das Teil dahinter stehen und da fährt dann davor die Züge vorbei. Du hast wirklich Schätzchen. Ja, und ich versuche aber die Schätzchen mit anderen zu teilen. Das ist aber sehr schön. Weil ich einfach eine Freude dran habe. Und darüber freuen wir uns auch sehr, muss ich sagen. Wir fahren und wir fliegen. Mein Gott. Ja, und ich habe eins davon vor ein paar Monaten einem Eisenbahnfreund empfohlen, da wurde es gerade angeboten, bei ZVAB, beim Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher, zu einem bezahlbaren Preis. Also sprich, da lagen wir irgendwo Mitte der 20, also 22 oder 24 Euro. Da muss man zuschlagen. Ja, aber das geht überhaupt nichts. Das muss sein. Ja. Und was machen wir jetzt? Jetzt schlagen wir zu. Ja, ich weiß allerdings jetzt nicht, wer uns zugeschaltet ist. Die Eisenbahnfreunde Schwarzenbeck müssten das jetzt sein. Und Michael Hagel müsste jetzt sozusagen uns live zugeschaltet sein, dass wir die Reihe des Vorstellens des Spektrums der Eisenbahn- und Modelleisenbahnclubs innerhalb von Deutschland, da ist er zu sehen, da ist er uns jetzt live zugeschaltet. Wunderbar. Wunderbar, er rennt, nein, er geht, er schreitet durch die Hallen. Wunderbar, dass wir uns jetzt schon mal so einen kleinen Vorab-Einblick kriegen. Und wollte nur sagen, es ist wirklich, also wir haben ja von Süden bis jetzt hoch in den Norden ja verschiedenste Clubs und wir werden dann nachher noch andere Clubs kennenlernen, aus der Lausitz zum Beispiel. Es ist interessant, die Herangehensweise der einzelnen Clubs. Und bei den Eisenbahnfreunden Schwarzenbeck habe ich mir immer sagen lassen, und ich war ja auch schon einmal dabei, der Michael Hagel macht immer fantastische Sommerfeste. Deswegen warst du dabei. Deswegen war ich dabei. Es ging ja gar nicht um die Anlage, um die Eisenbahn. Weil da sind wirklich ganz, ganz viele Leute unterwegs und auch Besucher. Und da ist auch alles geregelt mit Zubringerverkehr. Und er repräsentiert und präsentiert da in aller Öffentlichkeit seine Anlagen. So, jetzt machen wir erst mal. Jetzt lassen wir ihn einfach mal zu Wort kommen, oder? Jetzt lassen wir ihn einfach mal zu Wort kommen und sagen einfach Hallo Michael. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Und ja, wir wollen jetzt mal über dein Reich sprechen, sozusagen in Anführungsstrichen. Mein Reich, ja. Und es wird schon wieder zu eng. Ja, also ich meine, wenn man zu viel Platz hat, kann man immer sagen, es wird zu eng. Das ist ganz klar. Nein, aber du hast ja dann in den einzelnen Hallen ja verschiedene Spurarbeiten und Baugrößen untergebracht. Ja, hier vorne in Halle 1 ist die Spurweite N, mit der wir damals vor elf Jahren angefangen haben. Dann kam die Idee, dass wir da auch H0 machen könnten. Dann war die Frage, was macht es so, wie er wächst, Trittstrom oder Gleichstrom. Dann haben wir es probiert mit beiden zusammen, auf einer Anlage. Das hat aber alles nicht so funktiert. Dann haben wir mit Merking. Merking lief gut an, das kam immer mehr dazu. Und dann kam plötzlich, wenn Merking läuft, läuft Gleichstrom vielleicht auch. Und ja, jetzt lief oder läuft beides. Und jede Anlage hat ihre eigene Halle quasi. Eine Frage noch zum Club. Wie viele Mitglieder seid ihr denn insgesamt? Wir haben jetzt gerade die 250-Mitgliedermarke geknackt. Und wie viele sind davon aktiv? 140, schätze ich. So viele? Und die sind dann aber an den unterschiedlichen Projekten dann beteiligt. Also die Merking-Leute machen ihre Wechselstromanlage und so. Richtig. Dann muss man ja auch noch dazu sagen, dass Michael Hagel ja noch ein Außengelände hat mit einer Feldbahn, mit einer funktionierenden. Ja, dieselbetrieben. Das sind glaube ich zwei Loks, die du hast, oder war das nur eine? Ne, wir haben jetzt zwei Diesel-Loks und eine E-Lok. Die Wagen, die hinten dran sind, sind umgebaut. Damit macht er dann diese Fahrten auch vor allen Dingen zu den Festen in der Öffentlichkeit. Da sind Gartenbänke draufgeschraubt. Dann kannst du durchs Gelände fahren lassen. Herrlich. Wunderbar. Ja, also die Sitz-Geregenheiten auf den Wagen sind schon deren angepasst. Das sind keine Gartenbänke. Aber ja, die Besucher, die hier hochkommen, das ist ja meistens auf dem Samstag mal der Fall, die können nur mit der Bahn, lassen wir keine Spende da. Und was sind das für Hallen? Was war die ursprüngliche Nutzung davon? Die ersten beiden Hallen war früher mal ein Versandhandel für Akkus. Die sind aber umgezogen und dann stand das leer. Und ja, wir sind hier rein und Halle 3 wurde extra für uns gebaut. Die jetzige Mäcklin-Halle. Ja, dann wollen wir uns mal die Bilder anschauen, die du uns mitgebracht hast. Und fangen gleich mit dem ersten Bild an. Das ist deine Parade der N-Anlage, würde ich sagen. Das ist in der Mäcklin-Halle. Nein, stopp. Jetzt lag ich falsch. Das ist in der Mäcklin-Halle. Das ist die Mäcklin-Halle. Genau. Das ist aber auch eine sehr große Anlage. Wie viele Quadratmeter hat die denn? 225. Ja, ja. Klotzen und nicht kleckern, würde ich sagen. Ich meine, wenn die schon Platz haben, dann macht man das richtig ordentlich. Das nächste Bild wäre dann, das ist die N-Anlage. U-N. Genau. Das ist quasi da, wo ich jetzt verstehe. Genau. Mich interessiert dabei natürlich, also ich sage jetzt mal so, der Blickfang auf diese Anlage ist dieser Ringlock-Schuppen mit zwei Drehscheiben. Und die ist ja, glaube ich, einem Original entsprungen, ne? Ja, genau. Das ist das ehemalige Bahnbetriebswerk in Hamburg-Alknöner. Wie viele Züge fahren denn eigentlich auf deiner Anlage? Auf der N-Anlage? Also zum Sommerfest sind hier 14 Züge gleichzeitig gefahren. Okay. Oh, das ist natürlich... Auf dieser Anlage. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, ich meine nicht so groß genug, also... Ja, trotzdem. Ja, ist toll. So, und dann schauen wir uns mal das nächste Bild an. Das ist jetzt nochmal die... Da ist die Draufsicht nochmal von den... Mit diesen beiden Drillscheiben. Wie steuert man denn eigentlich diese drei, diese beiden Bühnen? Ist das Eigenbau, sind da zwei zusammengesetzt worden oder wie habt ihr das gemacht? Das sind zwei Fleischmann-Drillscheiben zusammengesetzt worden. Das Ganze ist nicht von mir gebaut worden, sondern einfach übernommen worden. Gebäude hat es mal Sönke Friedrichs. Ein Riesenteil. Der Kohlebansen ist ja genauso groß. Das hat mal dafür gesprochen, dass da ganz viel Dampfloks unterwegs waren in den frühen Tagen. Hamburg war ja auch, glaube ich, Altona war ja auch ein bisschen... Ja, so ein bisschen Treffpunkt der Loks, ne? Ja, war ja auch mal dänisch, ne? Die, ich weiß nicht, bis 1800 Ungrad war ja Altona, dänisch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, okay. 1860, glaube ich. Nochmal eine wunderschöne Detailaufnahme einer Länderbahn-Lok, die da vor dem Lokschuppen steht. Neben diesen Ring-Lokschuppen waren ja noch mehr Bilder dabei. Da waren also noch andere Anlagen zu sehen. Ja, das ist zum Beispiel, was ist das Laser-Cut-Modell? Habt ihr das selber gebaut? Das ist von Tricks. Ich würde sagen, wir wollen es nicht in Länge ziehen. Brech mal an der Stelle ab. Vielen Dank. Vielen Dank, wenn du uns noch hören solltest. Denn wie gesagt, es hat keinen Sinn, wenn das Bild nicht weiterläuft. Das ist schlecht. Ja, ja. Also, vielen Dank nach Schwarzenbeck. Schwarzenbeck. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Wenn du jetzt Schwarzenbeck sagst, dann sagen die, boah, das ist ein Haag. Schwarzenbeck. Ja, ja, ja. Liegt nahe Hamburg. Das weiß ich, ja. Okay, also an der Stelle nochmal, wie gesagt, vielen Dank auch Michael Hagel. Leider war die Verbindung etwas sehr schlecht mit ihm. Ja, wie machen wir weiter, Hagen? Wir gehen weiter in die letzte, in die vorletzte. Normalerweise würde ich sagen, der Mike kann uns noch ein bisschen was bauen. Aber, also wir sind jetzt hier durch. Ja. Jetzt kommen wir quasi auf unsere vorletzte Seite. Gut. Und die vorletzte Seite, Moment. Okay. Auch das ist live, liebe Freunde. So, jetzt steht in der Warteschlange noch jemand. Jetzt steht wirklich Wangen in der Warteschleife. Und da ist er. Machst du dein Mikro noch an? Das Mikrofon bitte. Das Mikrofon müsste an sein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wunderbar. Alles klar. Jetzt haben wir ihn. Hallo. Wir grüßen nach Wangen. Hallo. So, ja. Club-Anlage möchten wir gerne natürlich von euch sehen. Zuvor aber erstmal ein paar Fragen in der Richtung, wie viel Mann seid ihr und habt ihr auch ein bestes Gebäude? Denn wir haben heute schon ganz komische Sachen gehört. Ja, also aktuell kann man so sagen, wir sind so circa 30 Mann ungefähr. Unser Verein ist auch noch nicht ganz so alt. Der wurde gegründet im Jahre 1998. Das heißt, nächstes Jahr ist großes 25-jähriges Jubiläum. Und ja, wir haben inzwischen tatsächlich ein festes Gebäude. Also nach langer Suche kann man sagen, wurde uns dann vor einigen Jahren doch ein Gebäude zur Verfügung gestellt, eben durch die Stadt. Genau hier sieht man es jetzt. Das wurde quasi von einem anderen Verein benutzt, war also in einer völlig anderen Nutzung und wir konnten es dann übernehmen und haben es dann in Eigenregie quasi komplett innen renoviert. Komplett neu gedämmt und eben für unsere Zwecke, sage ich mal, eingerichtet und hatten das besondere Glück, sage ich mal, dass wir beim Umbau des Lindauer Reutiner Bahnhofes eben dieses Doppelflügelsignal noch zur Verfügung gestellt bekommen haben, sodass wir das dann quasi noch direkt vor unserem Vereinsheim haben auch aufstellen können. Ja, also ist der MEF in der glücklichen Lage, im gesicherten Verhältnis in seinem Hobby nachgehen zu können. Denn wir haben ja heute schon andere Sachen gehört, wenn ich an Gärmering denke, die verzweifelt Räume suchen, andere überhaupt keine Räume haben und dafür eine Modulanlage gebaut haben. Da seid ihr ja wirklich in der glücklichen Lage etwas Eigentum. Ich denke, dass es das vielleicht ist oder ist es bloß gepachtet? Eigentum ist es nicht. Wir sind quasi auf lange Sicht da mit der Stadt eben übereingekommen, dass, wenn wir das jetzt renovieren, dass wir das dann auch als Nutzungsrecht haben. Wie viele Leute seid ihr denn? 30 ungefähr. Und wie viele sind davon aktiv? Das ist die gute Frage. Ich würde einfach sagen, die klassische Frage sage ich mal, ich würde sagen, 10, 15 Leute sind auf jeden Fall nur aktiv. Okay. Und wie sieht es aus bei euch mit Nachwuchs, sprich mit jungen Leuten? Da würde ich sagen, also vor allem in der Führungsetage haben wir eigentlich so ein bisschen den Generationenwechsel vollzogen. Also da sind wir jetzt tatsächlich doch sehr weit runtergekommen vom Alter her. Was leider unsere Jugendgruppe bzw. unsere Bemühungen, eine neue Jugendgruppe, auch eine neue Vereinsräumlichkeiten auf die Beine zu stellen, sehr gestört hat, war jetzt eben die Corona-Pandemie. Das heißt, wir waren gerade fertig mit der Sanierung, hätten dann eigentlich wirklich starten können und dann kam Corona und quasi eineinhalb Jahre war das Vereinsleben ja praktisch nicht mehr möglich. Naja, jetzt geht es ja vorwärts, Gott sei Dank, muss ich sagen. Genau. Und da wollen wir uns jetzt mal über eure Bilder freuen. Wir hatten gerade schon das erste kurz eingeblendet, wenn wir das nochmal kriegen können. Was sehen wir denn da? Da sehen wir den Bahnhof Wangen, nachgebaut von unserem Vereinsmitglied Paul Heinl, der den damals für die erste Wangener Anlage, also die erste Anlage, die damals den Bahnhof Wangen dargestellt hat, gebaut hat. Und der uns eigentlich seither begleitet. Die Anlage wurde jetzt, man könnte sagen zweieinhalb Mal eigentlich neu gebaut, aber der Bahnhof bzw. das Bahnhofsgebäude wurde quasi in dieser Form dann doch immer erhalten und mitgenommen. Ja, genau. Super. H0, Gleichstrom, Wechselstrom? H0, Wechselstrom sind wir in dem Fall jetzt aktuell unterwegs. Es gibt noch einzelne Vereinsmitglieder, die jetzt andere Spurweiten fahren, aber unsere Vereinsanlagen sind H0, Wechselstrom digital. Wie viele habt ihr? Wie viele Anlagen? Wir haben jetzt quasi die Anlage Wangen an sich. Das ist eine große Segmentanlage, also besteht aus Segmenten, dass man sie theoretisch auch abbauen und transportieren könnte. Mit der Anlage waren wir auch schon, sagen wir mal, in Deutschland öfters unterwegs, bis damals zu der Intermodellbau in Dortmund. Genau, das ist so wie unsere Hauptanlage. Die unterliegt auch immer wieder größeren Änderungen. Und zusätzlich haben wir jetzt quasi in den letzten Jahren noch einen weiteren Bahnhof gebaut. Das ist quasi der nächste Bahnhof auf bayerischer Seite, denn wir sind ja noch im württembergischen Allgäu bei uns. Bahnhof auf bayerischer Seite ist Herrgatz. Das ist eigentlich so ein bisschen das große Drehkreuz, wo sich die zwei Bahllinien eben Memmingen-Leutkirch-Lindau und Memmingen-Kempten-Lindau treffen. Und die Hauptspur oder halt die Doppelgleis-Anlage ist eben Herrgatz, dann weiter über Röthenbach und dann eben nach Kempten. Und die haben wir jetzt eben auch nachgebaut. Okay. Und das sind jetzt alles Bilder eben von der Wangeranlage im Zustand circa um 1970. Was man jetzt hier rechts sieht, also diese ganzen alten Lagerhallen und Schuppen, sind alle leider nicht mehr vorhanden. Die hatten wir jetzt in den letzten Jahren peu à peu alle abgerissen. Und sagen wir mal von den ehemaligen sechs Gleisen, wie wir sie jetzt hier auch auf unserer Anlage dargestellt haben, sind auch nur noch zwei vorhanden. Zumindest wird auf der Anlage auch gefeiert. Genau, das ist ja wichtig. Also ich meine, ja. Vorm Vereinsheim war ja auch sowas wie ein Biergarten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, 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 ja. Ja, da war Grillfest. Das war Grillfest, ne? Das macht den Verein sympathisch. Wenn du im Sommer hinkommst, kriegst du erstmal kühles Bier. Ja, das ist ja in Ordnung, dafür ist ein Verein. Absolut. Genau. Also da sollte immer ein Vorrat vorhanden sein. Okay, eine lustige Hochzeitsgesellschaft haben wir gerade gesehen. So, das ist was? Ist wieder der Bahnhof Wangen? Das ist immer noch Bahnhof Wangen, genau. Genau. Güterverkehrsszene, Häuslebauer. Ja, ja. Richtig. Schaffe, schaffe. Das ist eben auch so ein Punkt, das wissen viele, selbst die Einheimische, nicht mehr unbedingt. Damals gab es tatsächlich direkt gegenüber dem Bahnhof noch einen Tennisplatz. Das ist heute komplett verbaut. Aber wie gesagt, damals war es noch relativ offen und direkt gegenüber dem Bahnhof stand eigentlich ein Tennisplatz. Naja. So, da haben wir Pärchenbetrieb. Da wurde ein E-Log abgeschleppt. Genau. Das ist jetzt praktisch der Bahnhof Herrgatz. Quasi mit der Doppelgleisspur, die jetzt in weitere Richtungen, Richtung Dindau geht. Und das ist gerade der Zustand, wo man damals quasi eine E03 nach Oberstorf abgeschleppt hat. Dies gab es also wohl wirklich. Ob die dann durch Herrgatz hundertprozentig gefahren sind, weiß ich nicht. Aber der Kollege hat jetzt gerade seine E-Sulogs dabei und dann haben wir die in der Form jetzt quasi aufgestellt. So, und da haben wir dann die Wochenend-Auto-Reparierer-Putzer. Genau. Die dann am Wochenende vor der Wohnung, was ja nicht mehr stadthaft ist eigentlich. Ja gut, aber zu den Zeiten durfte man es noch. Zu den Zeiten, als die Anlage oder die, was die Anlage darstellt, darf man das. Ja, da sind wir schon durch mit einem kleinen Einblick in eure Anlage. War sehr interessant das Gespräch mit euch oder mit dir persönlich, muss ich sagen. Wir haben uns ja noch nie persönlich kennengelernt, aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Und ich bin in Wangen, ist aber sehr weit im Süden. Das ist weit im Süden. Muss ich lange fahren? Ja, aber es ist schön dort. Und außerdem ist die Feier dann nächstes Jahr, 25. Geburtstag, also da kannst du ja hinkommen. Okay. Gut. Immer herzlich eingeladen. Ich werde den Andreas Braun mal kontaktieren. Genau. Lieber Benedikt Krammer, es war sehr schön, mal hier mit dir geplaudert zu haben. Und ja, netter Club. Ja, mit vielen jungen Leuten, jüngeren Leuten, zumindest im Vorstand. Ja, also. Und weiter so. Weiter so, würde ich sagen. Na, macht's gut. Dankeschön. Vielen Dank. In dem Sinne, Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. So, liebe Freunde. Sollen wir mal noch eine kurze Kaffeepause machen? Ich glaube, wir machen schnell mal eine kurze Kaffeepause und dann geht es weiter. Liebe Freunde, der Tag der Modellbahn, der Acht-Stunden-Marathon ist ja fast geschafft. Und dann möchte ich Ihnen gern den Mann vorstellen, der das verbrochen hat. Neben mir sitzt Frank Hilverkus, der zweite Vorsitzende des Modellbahnverband in Deutschland. Nein, nicht verbrochen hat. Wir haben da schon zusammengearbeitet und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir gemeinsam heute hier diese Acht-Stunden machen dürfen. Und Frank wird uns natürlich ein bisschen was über die Clubarbeit erzählen wollen. Ja, vielen Dank, Frank. Erstmal nochmal vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Es war ein tolles Erlebnis. Auch wir als Verband können uns nur bedanken für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ja, was ich mich natürlich darüber freue, dass wir heute uns als Verband ein bisschen präsentieren können. Und ich möchte gerne so ein bisschen Ausblick geben, was wir aktuell planen. Das wichtigste Konzept, wir haben heute sehr viele Clubs von uns gehabt, die das Thema Jugendarbeit so ein bisschen in den Weg gesetzt haben. Und da ist ganz wichtig eben, dass wir die Jugend erreichen möchten. Das heißt, wir möchten die Begeisterung, die Euphorie unserer Modelleisenbahn an die Jugend übertragen. Da sind natürlich unsere Clubs ganz wichtig. Wir unterstützen die Clubs aktuell mit einem neuen Jugendkonzept, was wir ausarbeiten. Wir haben ungefähr einen Anteil in dem Clubleben, wir haben ungefähr 6.500 Mitglieder. Und aktuell knapp 1.300 Mitglieder, die jünger sind als 30. Das heißt, man hört sich doch schon mal gut an. Das hört sich der Trend ja fort, was wir eben auch von den Clubs gehört haben. Mit Wangen zum Beispiel. Das ist uns sehr positiv aufgefallen. Nee, muss ja auch sein. Das ist ganz wichtig, weil wir brauchen, wie man so schön sagt, neues, frisches Blut. Und das macht uns halt auch sehr viel Spaß. Mir persönlich halt auch. Wir haben damit entsprechend auch jetzt Erfolge feiern können mit verschiedenen Veranstaltungen. Und vor allem ganz wichtig, uns schützt auch die Modellbahnindustrie. Und das ist auch ganz wichtig. Wir brauchen Hilfestellung von der Industrie, auch von den Verbänden. Wir arbeiten auch mit den anderen Verbänden zusammen, damit wir eben unser Hobby Modelleisenbahn nach vorne bringen können. Und vor allen Dingen, ihr seid ja der Lobbyverband der Modellbahner. Wir sind der Lobbyverband. Anführungszeichen Ende. Nein, ich wollte auch dazu sagen, es ist auch wichtig. Und können denn eigentlich auch Einzelmitglieder, also jetzt nicht nur Clubs zu euch kommen und sagen, hier, hallo, ich bin der Franz Lehmann aus Bremen und ich möchte gerne als Mitglied bei euch werden. Geht das? Das geht bei uns. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Wir gewinnen auch gerade durch Corona aktuell viele neue Einzelmitglieder. Und was für uns auch noch wichtig ist, Familienmitglieder. Ja. Mein persönliches Erlebnis war dann auch entsprechend vor ein paar Jahren, dass ich im Endeffekt in MOBA eingetreten bin mit meiner Frau, auch mit meiner Tochter. Also ich habe zwei ältere Töchter mittlerweile, die mich auch begleitet haben, Modellbahntechnisch gesehen jetzt aktuell ein bisschen ausgesetzt haben, weil sie im Alter halt sind, wo das Modelleisenbahnthema nicht mehr ganz nach vorne kommt. Ich hoffe aber, dass wir zukünftig dann, wenn ich Opa werde, irgendwann... Ich wollte gerade sagen, die Saat muss ja gesät werden und gut behandelt werden, dass sie aufgeht. Und ja, ich hoffe, dass diese Saat aufgeht. Mir macht die Jugendarbeit sehr viel Spaß. Und wir sehen natürlich auch noch einen Schwerpunkt aktuell. Ich darf es mal offen sagen, ich bin Baujahr 68. Wir sehen halt auch sehr viele neue Mitglieder in unserer Altersklasse. Wir haben noch einen Bezug zur Modelleisenbahn. Bei mir war der Bezug vor allem durch meinen Großvater infiziert worden. Ich bin ihm vieles zu verdanken. Macht mir unheimlich viel Spaß. Er war Enthusiasmus halt pur für mich. Immer so ein bisschen Vorbild für mich gewesen. Bautechtig, muss ich ehrlich sagen, war er besser als ich. Aber wie gesagt, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und das ist, was braucht man halt. So muss es auch sein. Und damit wollen wir gleich auch überleiten zu einem Club, dem du angehörst. Ja, das sind... Man muss ja dazu sagen, liebe Freunde, erwarten Sie jetzt nicht eine V200 oder irgend sowas. Also das ist, glaube ich, in dem Club nicht so angesehen. Nein, sondern heißt, ich lese mal vor, IGM, sagt man das so, Wiens-US-Modell-Railroad. Ja, Interessengemeinschaft, das ist halt auch ein Modell, was der MOBA-Verband mit unterstützt, dass wir Interessensgemeinschaften aufnehmen bei uns in dem Vereinsleben des MOBA. Und das war auch für mich ein Grunde, da MOBA reinzugehen und dass wir da unterstützt werden. Jetzt hätte ich fast IGM gesagt, aber wenn es Interessengemeinschaft hat, ist es ja wieder ein deutscher Begriff. Gut, haben wir die Schalte dahin, Frage an die Regie. Da sitzen zwei Herren, die lachen schon. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo zusammen. Der Frank sitzt neben uns, hat auch schon einiges erzählt. Und jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen was vom Club-Leben wissen. Und da kann der Frank doch einfach mal in die Vorlage gehen, denn das ist so speziell, was ihr macht. Da würde ich sagen, Frank, da bist du der Bessere. Ja, vielen Dank, Frank. Da, der Frank. Wie man halt sieht, hinten steht eine ganz große Flagge, typisch nordamerikanisch, amerikanisch. Ja, ich habe die beiden und natürlich auch meine anderen Mitglieder der IGM Beans kennengelernt über das Vereinsleben. Und mein Schwerpunkt dort ist im Endeffekt ein bisschen Chaos zu verbreiten in diesem Club halt. Und ja, das macht mir halt viel Spaß. Links darf ich vorstellen, ist aktuell ist Andreas Wölfel, mit ins Theater, mit Begründer, CAO sozusagen, Founder der IGM Beans. Rechts unser gutes Herz, unser guter Mittelpunkt, unser Wunderknabe sozusagen für modellbautechnische Sachen, der Harald Günther, genannt Harry. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und würde dann gerne mal an euch beide überleiten, dann gerne. Ja, aber da habe ich trotzdem erst noch eine Frage. Wie kommt man denn dazu, in Lokomotiven, die Übersee sind, so herrlich toll zu finden? Ja, eigentlich muss man sagen, war ich so der Hauptinitiator. Vor etlichen Jahren bin ich halt bei unserem Hauptladen in Düsseldorf mal vorbeigeschlendert und da fing das so an mit dieser amerikanischen Welle und habe dann Big Boy im Schaufenster gesehen in H0 und war direkt hin und weg und ja, das war dann der Startbeginn, um die ganze Sache hier ins Rollen zu bringen und ja, bin eigentlich dann auch im MECR gerade, daher kennen wir uns eigentlich alle, damals eingetreten und der Bernd Lotz, der der zweite Namensgeber von Beans ist quasi, hatte mich dann mal gefragt, was wir denn so machen wollen und was ich für Träume hätte. Und da habe ich halt gesagt, ja, mal so eine riesen, also eine große amerikanische Anlage zu bauen, wo man halt auch lange Züge, so mit 50, 60 Wagen fahren lassen kann. Und ja, das war erst so ein bisschen Träumerei und dann sagt er ja irgendwann mal, ja, sollen wir nicht einfach mal bauen? Und da nahm das Ganze dann seinen Lauf leider. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Ganze ein bisschen schwierig ist, Übersee, die Lokomotiven und die Wagen und die Landschaft und dann hier sowas aufzubauen. Aber es gibt hier Internet, ich würde sagen, top, die Wette gilt. Schauen wir uns mal die ersten Bilder an, die ihr uns geschickt habt dazu und vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen. Ja, das ist, mal jetzt durchgucken, ist in Carst, ne? Ja, das ist in Carst. Da waren wir auf einer Modellbauausstellung in Carst gewesen und da war eigentlich gemischt, deutsch, holländisch und alles andere. Aber der Carst Club hat halt auch eine kleine Abteilung, die amerikanisch machen. Und ja, da sind wir mit unserer Anlage eingeladen worden. Und in der Ausstellungsvariante 17,5 Meter Länge. Und das ist schon ganz ordentlich, weil da haben wir dann auch ungefähr so 11 Meter Abstellgleise da. Und das kann, glaube ich, kaum ein anderer Club machen, in der Größenordnung da halt auch so lange Züge, nicht nur fahren zu lassen, sondern auch zu parken halt. Und da... Gibt es denn eigentlich bei euch auch Epochen, die gefahren werden? Oder so wie in Deutschland? Oder wie ist das? Wir haben natürlich auch Epochen. Ja, wir machen Epochen. Meistens, wenn wir auf Ausstellungen sind, die so zwei Tage oder drei Tage sind, ist der erste Tag und der zweite Tag dann den älteren Epochen Dampfloks, die ersten Dieselloks vorgesehen. Und am letzten Tag fahrt man dann sehr modernes Zeug. So, da sehen wir wieder eine große Ausstellungsanlage. Ja, das ist jetzt ein Blick von der anderen Seite. Vorne ist unsere Stadt Dakota City mit dem Bahnhof rechts im Bild zu sehen. Und ein Blick dann auf den Yard, also auf den Güterbahnhof von Dakota City zur rechten Seite. Links ist über diese Kulisse praktisch abgedeckt die Lodzberg-Seite. Das ist so eine ländliche Seite. Da sieht man auch noch den Turm der Grain-Verladung, der Getreideverladung. Okay. So. Ah, da kommen die Loks, die wir so lieben. Ich habe da mal Videos gesehen, wenn die starten, brennen die halb ab, oder? Ja, vor allem die machen mordsmäßigen Lärm. Also da gibt es zum Beispiel den Big Blow. Ja. Einer der größten, lautesten UP-Loks im Bereich. Wird mit einer Turbine von Boeing betrieben. In den 60er Jahren betrieben worden. Gibt es nicht mehr. Gibt es leider nicht mehr. Ja, beziehungsweise es gibt es das aktuell. New Pure Museum in Cheyenne ist die aktuelle ausgestellte. Wird auch wieder aufgearbeitet. Ja. Also das wird wieder ein Erlebnis sein. Diese Höllenmaschine war es im Sinne des Wortes zu erleben. Und da haben wir uns halt drüber gefreut. Haben lange darauf gewartet, dass das Modell gekommen ist. Und ist entsprechend jetzt ein Modell, was wir uns dann halt auch geleistet haben. Vor knapp zwei Jahren, vor Corona. Wer sind denn die Hersteller dieser Loks? Ist das denn amerikanische Hersteller, oder? Das sind verschiedene amerikanische Hersteller. Unter anderem natürlich auch ESE USA. Wir hatten eben das Bild mit Jürgen Lindner gehabt, der gerade in Milwaukee halt war. Also einmal beim Trainfest in Milwaukee. Ja. Hat leider nicht alles so gesagt, was da noch rüberkommt. Wir hoffen, wir werden das noch erfahren. Diesel. Diesel Loks vor allem dann halt Bereich. Ich denke, wir sollten ihn nochmal anrufen. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal eine Nachfrage. Das war heute auch. So, eine Diesel-Lok-Parade. Ja, ganz einfach. Wir haben ein großes Station aufgebaut, ein sogenanntes Depot. Wir haben hier verschiedene Modelle. Aktuell von General Electric, von GE, GP-Bereich, dann GP9. Wir haben Hersteller, mal sagen darf, es ist ESAN dabei. Es ist dabei Scale Trains. Die auch mit ESO zusammenarbeiten. Wir haben BLI, Bottle Limited International mit dabei. Verschiedene Hersteller. Auch verschiedene Epochen. Wie man sieht, es gibt verschiedene Epochen dort. Wir haben moderne Maschinen laufen, wie auch ältere Maschinen. Was besonders schön ist für uns, oder wichtig ist, wir haben sehr viele Rangiermöglichkeiten in dieser Anlage. Und das ist eigentlich das, was mich fasziniert am amerikanischen Eisenbahn. Allein schon die Dimension, diese Tiefe, die man eben halt wirklich dort entsprechend luxuriös betreiben kann. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal meinen Kollegen Andi abgeben, weil das ist auf seinen Bereich gebaut. Das ist eines der kleinen BWs, die wir halt haben. Vielleicht kann dann Andi ein bisschen was dazu sagen. Ja, das ist das K&R W, ein Fantasie-BW, das es also in Original natürlich nicht gibt. Auch die Bahngesellschaft nicht. Die ist ja von mir selber gegründet worden. Und die soll halt so ein bisschen im ländlichen Bereich sein. Und den Lokschuppen, den man da jetzt zum Beispiel sieht, das ist kein gekauftes Teil, sondern komplett aus Holzleistchen und Zubehörteilen selber designt und entworfen, gebaut. Weil der sollte eine bestimmte Größe haben für die Fläche da. Und da gab es leider nichts Fertiges. Und das ist eben auch so unser Anliegen, dass wir halt versuchen, so weit wie es geht, Gebäude halt eben auch selber zu bauen. Oder dann, wenn fertige Bausätze sind, die dann halt noch zu modifizieren und zu erweitern. Vor allem zu wässern auf alle Fälle. Also da kommt bei uns auf die Anlage, ist kein Gebäude gekommen, was nicht mindestens optisch gealtert worden ist. Und das macht halt eben auch den Reiz aus, basteln und selber bauen teilweise halt. Das ist jetzt, also ja, Frank? Ja, das ist dann wieder einer der langen Kohlezüge. Im Vordergrund eine Dash 9. Entsprechend, wir haben Mehrfachtraktionen, was im Endeffekt für europäische Verhältnisse sehr außergewöhnlich ist. Wir haben verschiedene Zuglängen dort. Wir haben aktuell bis 11 Meter lange Züge dort fahren. Das heißt, wir haben massiv da Betrieb aufgebaut. Wir haben eine sehr schöne Sammlung zusammenbekommen in den Jahren. Also wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Was schön ist, wir stimmen uns intern halt ab. Jeder hat so seine Bahngesellschaft. Ja, da ich drüben halt war, Schüleraustausch im UP-Land in Fort Wurst, habe ich meine Liebe zu UP bekommen. Wir haben aber auch viele Nebenbahnen, die wir entsprechend dort laufen haben. Und das macht halt viel aus, viel Abwechslung halt. Sieht schon gigantisch aus. Das Bild war auch so ein bisschen die Erinnerung für mich, dass es ja auch irgendwo noch No-Hub-Lokomotiven sind. So eine gewisse Ähnlichkeit hat das Teil ja. Ja, nicht ganz. Aber ich sage mal so, im Endeffekt hat das schon eine gewisse Bewandtnis. Deswegen ist auch meine Liebe für No-Hub so ein bisschen geweckt worden. Das ist ein anderer Hersteller. Wir haben hier einen der ganz berühmten nordamerikanischen Züge, Southern Pacific Gesellschaft. Eine der größten Gesellschaften drüben. Und dort entsprechend dann den City of Los Angeles. Der ist gefahren in zwei Zugbereichen. Dahinter haben wir auch noch einen berühmten Zug. Ist eigentlich sogar angesiedelt aktuell in Iowa. Wir haben unsere Anlage bis in den Bundesstaat Iowa angesiedelt. Und im Hintergrund sehen wir eben halt den Hockey-Zug. Vielleicht kann da auch zu unser Harri dazu mehr sagen. Da hinten der Zug, das ist von Burlington Northern. Wir wissen nicht genau, ob er wirklich komplett grün-weiß gefahren ist. Denn die Burlington Northern wurde 1970 gegründet. Und das war die Zeit, als die anderen Bahngesellschaften alle ihren Personenverkehr eingeschränkt haben. Und dann 1971 ja alles von Amtrak übernommen wurde. Die Burlington Northern hat aber ihre Wagen noch umlackiert. Ob ein kompletter Zug gefahren ist, ist nicht überliefert. Aber wir fahren ihn einfach, weil er einfach auch klasterlos sieht. Und da mal Länge zu nennen. Der vordere Zug hat eine Länge aktuell von 18 Waggons. Lass uns sehen, das ist Originallänge. Der andere, lass mich jetzt nicht lügen, Andi und Harry, ich meine, das wären so 8 bis 9. Also wir haben ein bisschen Zuglängen. Und das ist eben das Schöne dran, dass wir wirklich so diese Faszination, dieses Layout und auch diese Faszination so bringen können für nordambrikanische Sachen. Ja, das Bild habe ich mich ein bisschen gewundert. Was soll mir das sagen? Ja, das konnte ich nicht Nein sagen bei diesem Bild. Wir haben natürlich auch ein bisschen Zähnen, die auch für uns wichtig sind. So kleine Gewichts. Unter anderem ist natürlich auch unser Hagen von Ortlauf mit dabei. Der ist woanders noch im Hintergrund noch zu sehen. Kamerabilder. Aber hier ist die Besonderheit, wir haben das Thema eben halt Straßenbau. Und wir haben natürlich auch unsere Tierliebe dort gezeigt. Also sprich, ein kleiner Hund, der ein bisschen, ja, ein bisschen die Farbstufen halt gesetzt hat. Neue Farbermarkierung. Das haben wir ein bisschen Zähne gesetzt. Und dann trampelt der Nümmel auf das frisch Gestrichene rum. Ja. Unglaublich. Einsperren. Sofort einsperren. Ja, dann kommen wir noch zu einer ganz tollen Besonderheit. Ja, wir haben eine gigantisch nette Kollegin, Ehefrau von Bernd, genannt Manu. Sie heißt auch Manu. Sie hat uns immer beköstigt, also in allen Stufen. Wir haben früher eigentlich so ein Treffen gehabt, bevor wir Räumlichkeiten gefunden haben, in verschiedenen Standorten, haben uns getroffen bei Convention. Was auch noch ganz wichtig ist, die amerikanische Szene in Deutschland und Europa ist sehr stark verwoben. Wir halten auch ortsmäßig zusammen. Wir helfen uns gegenseitig. Und das finde ich eine tolle Besonderheit. Finden damit aber auch junge Leute. Das heißt, wir haben vielleicht ein bisschen viele junge Leute dort, die dieses Hobby halt starten und machen. Und das finde ich einfach toll. Und da wieder zurückzukommen bei Manus Dinner. Ja, wir haben sie da ein bisschen verewigt für ihr gutes Essen. Es gibt da noch eine Besonderheit. Die Familie Lotz war im Vorfeld oben an der Ostseeküste. Und dort gab es einen original amerikanischen Diner. Der ist rübergeholt worden aus den Staaten. Und der war immer unser Anlaufpunkt. Ist auch jetzt nochmal ein Anlaufpunkt. Also wenn ich oben bin, dann geht es immer original amerikanische Superessen da. Es ist super lecker da. Kann man nur empfehlen. Ich sage dazu nur Fehmarnroute. Die lohnt sich wirklich. Dann halt Lensan. Und das ist mal direkt zu sagen halt. Dort steht der Diner. Okay. Das werde ich mir mal merken. Wenn ich dann Zeit habe, fahre ich mal nach Amerika. Das kann ich nur empfehlen. Fahr lieber, wenn du keine Zeit hast. Ja, das ist nochmal wieder ein Problem. So. Das Bild hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, das ist immer durch. Wenn mich nicht alles erinnert. Und ja, typische Industrielandschaften. Da fahrt ihr auch doppelstöckige Container. Wir fahren auch doppelstöckige. Dann würde ich gerne mal auf Harry übergeben. Und auf Andi. Weil das sind Ihre Bauten hier. Ja, wir fahren Double-Stack-Container-Züge. Aber auch in der Länge so 10, 11 Meter. Also es kommt dem Original sehr nah. Ja, im Original fahren die bis zu zweieinhalb Meilen lange Züge mit 200 Wagen. Da kommen wir nicht hin. Das wäre zu lang. Aber es kommt dem schon sehr nah. Ja, und hier zu dem Gebäude, was man gerade im Vordergrund sieht. Das ist unser Eishaus. Weil das ist ja auch in Dakota City angelegt. Was eben eine mittelgroße Akanschicht hat, darstellen soll. Und alle Hersteller, selbst Wolters, der ja amerikanische Vorsätze anbietet, hatte nur so ein Mini-Teil im Angebot. Und haben mal gesagt, okay, selbst ist der Mann. Und das Gebäude ist auch ein kompletter Eigenbau. Eigentlich ganz einfacher Aufbau. Aus 4 Millimeter Sperrholzplatten. Eine Unterbasis gebaut. Mit Kunststoffplatten verkleidet. Angemalt. Und Harry hat dann auch die schönen Werbeschildchen, die man draus sieht, noch entworfen. Die wurden dann von uns noch beleuchtet, halt von vorne. Und einer unserer Kollegen, daran kann man dann sehen, dass wir alle so ein bisschen durchgeknallt sind, kam dann auf die Idee, da müsste man in die Inneneinrichtung rein. Und da haben wir gesagt, ja, da sind ja gar keine Finster drin. Da zieht doch kein Mensch. Und er hat dann da in der Verlade, wo jetzt praktisch vorne die drei Wagons noch vorstehen, in dem Bereich hat er innen drin so eine Halle reingebaut. Wo dann Induine auf Eisschollen mit kleinen Wegelchen rumfahren und da praktisch die Beladung der Waggons dann vornehmen. Okay. So, und dann sehen wir die ganze Mannschaft nochmal vollends im Blick. Als Abschlussbild, alles gewachsene, kräftige Männer. Wart ihr alle schon mal in den USA in diesem schönen Laden essen? Nein, nee, leider nicht. Nicht, ja? Da wird es Zeit, das mal zu ändern. Okay. Vielen Dank für diese schönen Einblicke und für diese doch etwas für unsere Augen etwas exotische Eisenbahn. Aber es bleibt eine Eisenbahn. Und dass ihr euch damit auch befasst, das finde ich toll. Und das auch den Leuten draußen auf euren Ausstellungen präsentiert. Ja, vielen Dank. Und auch von meiner Seite aus schöne Grüße dann an meine Beans-Jungs. Ja. In dem Sinne, macht's gut. Danke. Vielen Dank. Danke. Alles klar. Tschüss. So, wir machen weiter im Text. Da gibt es, glaube ich, gleich noch eine Schalte. Ja. Und am anderen Ende sitzt Ecki. Ecki, genau. Ich sag mal Ecki. Ich hoffe, er ist da. Wir hatten ja am Sonntag noch ein nettes, kurzes Telefongespräch vom MEC Wismar. Von der Küste. Von der Küste. Die schönste Küste da oben. Die schönste Küste. Das muss er mir erläutern. Gut, aber wo ist er? Ja, da ist er. Was gibt es da zu erläutern? Man muss eigentlich nur herkommen und schön an die Küste kommen. Da kann man den Strand erleben. Man kann Kocke fahren. Man kann mit Molli fahren. Es gibt genug zu erleben hier oben. Ja, oder man kann im Modelleisenbahnclub beitreten. Oder man kann im Modelleisenbahnclub beitreten und dann geht die Sache genauso gut. Bei euch zum Beispiel. Das geht genauso gut, ja. Okay. Euer Club ist wie stark oder groß? Sagen wir mal so. Wie viele Mitglieder seid ihr? Also wir sind derzeit, ich sag mal schmal auf der Brust. Wir sind mit 13 Mitgliedern. Haben zur Zeit einen Schüler mit dabei. Weil der Rest ist uns leider in den letzten Jahren weggestorben. Das heißt also, wir haben sozusagen ein Altersproblem. Wir haben ein absolutes Altersproblem. Wir haben ein absolutes Altersproblem. Und junges Blut ist schlecht zu finden bei uns. Schwierig zu machen. Macht ihr denn auch regelmäßig Ausstellungen vielleicht, dass man sagt, wir machen mal eine Spezialkiste, dass wir vielleicht in die Schulen gehen? Wir haben alles schon versucht. Von den Schulen gibt es kein Interesse mehr. Weil bei den Schulen heißt das immer, das kostet Geld. Und Geld haben wir nicht. Also lassen wir es sein. Wir hatten, ich sag mal seinerzeit hatten wir acht Arbeitsgemeinschaften an den Schulen. Das ist alles, ich sag mal, mit der Wende abgeschafft worden. Und wir mussten leider auch noch mit zusehen, wie man dann die Schulanlagen in den Schredder geworfen hat. Oh, das tut weh. Die dort an den Schulen existiert haben. Wir haben mit Hängen und Würgen zwei Schulanlagen retten können. Und die habt ihr jetzt noch im Betrieb? Die haben wir nicht mehr im Betrieb. Die sind in einer Jugendeinrichtung. Dort sind sie noch im Betrieb in der Jugendeinrichtung. Okay. Da wollen wir euch mal ein bisschen die Daumen drücken. Und der zweite Verbandschef sitzt ja neben mir. Der hat gerade diese klagenden Laute gehört. Ich hoffe, er greift dem Ecki unter die Arme. Das machen wir bestimmt. In dem Zusammenhang darf ich auch sagen, dass Ecki auch unsere Regionalbeauftragte ist von Norddeutschland. Also das Gebiet Mecklenburg-Vorpommern bis komplett Schleswig-Holstein bis Grenze Bremen ist unter seinen Fittichen, wie man so schön sagt. In Ecki-Hand. In Ecki-Hand, ja. Und es ist auch toll, dass er bereit war, da entsprechende Initiative zu zeigen. Auch dann vom MOBA-Verband nochmal vielen Dank für deine Hilfestellung diesbezüglich. Natürlich wollen wir euch dann unterstützen, auch bei der Jugendarbeit, dass wir da entsprechend auch zukünftig weiterhin junge Mitglieder finden für den tollen Hobbybereich Modelleisenbahn. Und gerade auch der Tag der Modelleisenbahn dient da hervorragend dafür. Auch nochmal danke an Hagen nochmal für die tolle Initiative. Wie ich gehört habe, habe ich jetzt auch erfahren, wie sie gegründet worden ist. Ich bin froh, dass das nach dem 1.12. passiert ist dann halt. Und ja, ich freue mich da irrsinnig drauf. Und es war eine tolle Sache. Und natürlich, die Wismarer haben eine tolle Anlage. Ja, die werden wir uns auch gleich angucken. Und es ist ja auch wichtig bei der Sache, wenn er dein Nordbeauftragter ist und fest bis Bremen alles in der Hand hat, es ist auch wichtig, die Modelleisenbahn mal draußen zu vertreten. Denn ich habe am Anfang zur Sendung gesagt, wenn die fertig ist, dürfen die Leute nur noch denken, um Gottes Willen, ist ja wie für eine Modelleisenbahn umzingelt. So muss es sein. Kann man fast sagen. Gut. So, lass uns über die Anlage sprechen. Wenn wir eigentlich anfangen würden und alles aufbauen, dann ist vorbei. Alles klar. So, dann gucken wir uns mal deine Anlage an. Und da hattest du ja auch schon, wo wir die Vorgespräche hatten, ja ein bisschen was gesagt, was ihr da nachbildet. Ich sage mal, hier haben wir das Bahnbetriebswerk nachgebildet in den 70er, Anfang 80er Jahre. Weil es gibt zum Beispiel das flache Gebäude rechts neben der Drehscheibe, das gibt es nicht mehr. Das ist ein Neubau gewichen, der dann aber jetzt, ich sage mal, auch nicht mehr im Betrieb ist, der Neubau. Also, der vom Prinzip her zur Zeit noch leer steht, aber die Nutzung soll demnächst wieder durch einen Eisenbahnverein erfolgen. Da sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir wollten eigentlich auch mit hochziehen, aber daraus wird leider erst mal nichts. So, das ist ein Bild, was mich mit Freude erfüllt und ich auch gut kenne. Aus dem Lokschuppen gucken lauter Loks der Deutschen Reichsbahn, der Deutschen Demokratischen Republik. Und ein Akkutrieb, in der Triebwagen ist es nicht, ein Akku, wie sagt man dazu, Verschubwagen? Verschubwagen, ja. Ja, der also Loks, die also streiken, nicht mehr wollen, mit dem Akkuwagen rausgezogen werden können. Tolles Bild. Ich sage mal, der ist eigentlich auch zu uns gekommen durch die Elektrifizierung, da das Bahnbetriebswerk ja noch elektrifiziert wurde. Und im Lokschuppen war aber kein Platz für die Fahrleitung, deswegen sind die E-Loks nur bis auf die Drehscheibe gefahren und alles andere musste dann dieser kleine Akkuflitzer leisten. Der musste dann die Loks in den Schuppen schieben. Ja, sie sind mit Schwung, Bügel ab, mit Schwung auf die Scheibe gerollt, durften sich nicht verbremsen, mussten richtig stehen bleiben. Und dann hat der Akku... Nee, so schlimm war es nicht, wir hatten noch eine Fahrleitung oben über die Drehscheibe. Ja, achso, okay. So was ist ja immer in der Nordkurve. Ja, ich sage mal, das ist die Kurve, so wie sie mal ausgesehen hat, in Fahrtrichtung Rostock aus dem Bismarcher Bahnhof. Ja. Ich sage mal, die Häuser, die dort stehen, die stehen heute noch. Bloß es liegt nur noch ein Gleis, es liegt nur noch das rechte Gleis, was rausgeht. Das linke Gleis, was man früher zur Zuckerfabrik geht, das ist zurückgebaut. Braucht man nicht mehr. Hier haben wir mal, ich sage mal, fast 50 Prozent der gesamten Anlage in einem Bild. Da ist zum Beispiel im Hintergrund das Bahnbetriebswerk zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir den Bahnhof Langenhagen mit der Kehrschleife. Und hier im Vordergrund haben wir den Bahnhof Varin, so wie er heute auch nicht mehr existiert. Dort liegen nur noch die Schwellen, Gleise gibt es dort auch nicht mehr. Und die Überwege sind alle zugeteert. Und hier, wo im Vordergrund, auf der rechten Seite die Bäume stehen, steht heute ein Supermarkt. Ja, da gehört er ja auch hin, wollte ich fast sagen. So, das nächste Bild. Eine sehr schöne Idylle, muss ich mal sagen. Ja, ich sage mal, hier haben wir eben praktisch die Idylle, so wie es eigentlich auch gewesen ist. Wir haben den Kieszug, der von Neukloster gekommen ist, dann in dem Bahnhof Blankenberg Kopf gemacht hat und ist dann weitergefahren nach Rostock. So sind die Kieszüge aus der Kiesgrube in Neukloster gefahren. Und wir haben dann hier auf dem Bahnsteig eben den Personenzug stehen, der eigentlich von Wismar bis nach Karo gefahren ist. Ja. Und auch sehr schön diese beiden Icarus-Busse, die da am Bahnhofsgebäude rumlümmeln. Wunderschöne Szene. Das Bahnhofsgebäude steht auch noch, ist aber jetzt ein Wohnhaus. Okay. Wie so überall. Ja, das auch lieber. Wie so überall. Lieber Ecki, lieber Frank. Ich sage mal, das ist hier jetzt vom Prinzip her, hier tut es einem schon richtig weh, wenn man dieses Bild sieht und sieht dann das Original, wie es heute aussieht. Ich sage mal, das Bahnhofsgebäude ist derzeit dem Verfall preisgegeben. Das große Weiße, das fällt zusammen. Im Vordergrund, dieses Backsteingebäude, was das Postgebäude war, das ist schon weggefallen, sprich unter die Erde. Das ist weg, plant eingestürzt. Das Einzige, was hier auf der Anlage noch steht. Ja, Gott sei Dank. Ja, was hier im Vordergrund steht, zum Bahnübergang hin. Also die Backsteingebäude dort, die existieren alle nicht mehr. Die sind alle schon durch die Zeit verfallen, einsturzgefährdet gewesen und dementsprechend abgerissen worden. Und dasselbe wird jetzt auch wahrscheinlich mit dem Bahnhofsgebäude passieren. Okay, naja, das sind keine guten Aussichten. Während natürlich auf der anderen Seite, jetzt auf der rechten Seite, das Bahnhofsgebäude von der Nebenbahn, die ja vom Prinzip außer Betrieb ist, dort werden nur noch Kesselwagen umrangiert und nach Sternenberg zur Biodieselbefüllung gefahren. Das Bahnhofsgebäude ist auch in privater Hand. Das hat ein Eisenbahnfreund gekauft. Der lässt das Gebäude jetzt wieder hochleben. Der hat dort alle Sachen, die er dort vom Bahnhofsgebäude sichern konnte, wieder ausgestellt und am Bahnhofsgebäude angebracht. Also da haben wir jetzt richtig Sachen gefunden, die eigentlich schon mal, wo wir gesagt haben, sie sind verschwunden, sie sind weg. Nein, sie sind wieder da. Ja, jetzt fliegen wir nochmal über deine Anlage, während wir jetzt so unseren Abgesang sozusagen damit einleiten. Lieber Ecke, wir danken dir sehr für deine Erklärungen. Dann bewahre die Anlage gut auf, denn es ist eine Geschichtsanlage mit Gebäuden, die es nicht mehr gibt. Hebt sie gut auf und macht weiter. Wir machen auch weiter. Was wollt ihr? Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, vielen Dank, Ecke, dann nochmal, auch vom MOBA-Vorstand nochmal. Und Dankeschön für die tollen Bilder, für die tollen Eindrücke. Und für dich als Information, ich bin jetzt auch deutscher Reisbahner DDR, also für dich als Information. Das ist sehr schön. Du hast mich überzeugt. So, in diesem Sinne, liebe Grüße nach Wismar. Wir kommen auch mal an den Strand. Also das ist schon mal versprochen. Also kommt. Wir schmeißen keinen aus. Wir sind froh über jeden, der kommt. Alles klar. Danke. Liebe Grüße, vielen Dank und mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wir danken auch. Tschüss. Tschüss. Tja, wie machen wir weiter im Text? Was war Wismar? Ein Mann von der Küste. Was hast du? Ich weiß es nicht. Wie wir weitermachen. Wir haben jetzt hier noch stehen die LGB-Freunde Niederrhein. Genau. Aber die wollten wir ja vorher mit einem entsprechenden Text vorbereiten. Denn jetzt wollen wir natürlich auch über das Ereignis sprechen, liebe Freunde, was vorige Woche eigentlich große Runde gemacht hat. Großes Aufsehen erregt. Vorigen Monat. Vorigen Monat. War das vorigen Monat? Vorigen Monat war es, ja. Ich kenne aber sehr, wie die Zeit vergeht. Also vorigen Monat, also im November war das noch, große Runde gemacht hat. Und diese... Eine Weltrekordfahrt, beziehungsweise ein Weltrekordversuch der Rhetischen Bahn. Und du warst dabei? Ich war dabei. So. Da haben wir natürlich zwei Filmchen vorbereitet. Für Sie zur Unterhaltung mal. Nochmal, um das Revue passieren zu lassen. Dann würde ich sagen, den ersten Film mal... Ja, ich kann dazu vielleicht noch ein Sätzchen sagen. Ich war ja einen Abend vor dem Weltrekordversuch schon dort. Und ich habe einfach die Aktivitäten, die zu diesem Zeitpunkt herrschten, aufgenommen und in ein Filmchen von gut zweieinhalb Minuten gegossen. Und da steht im Mittelpunkt der Frank Thümermann, ein LGB-Freund vor dem Herrn. Und der hat dann auch geholfen, die Modelle aufzubauen. Ich würde sagen, gucken wir mal rein und dann schauen wir mal. Vielen Dank, Ralf. Noch 19 Stunden bis zum Weltrekordversuch. Am Abend zuvor herrscht in Bergün dennoch eine recht entspannte Stimmung. Liebe Freunde, ich bin in Bergün und hier gibt es morgen einen Weltrekord für Personenzüge auf schmaler Spur. Und eine Art Weltrekord im Maßstab 1 zu 22,5 kann man in Bergün schon heute bewundern. Und ich bin den ganz einfach mal abgelaufen. Wir haben den Weltrekord schon mal in 1 zu 22,5 durchgeführt und haben 25 Capricorn-Einheiten ausgepackt, auseinandergenommen, zusammengestellt und dann eben halt auf 75 Meter hier schon mal zusammengestellt. Also unser Weltrekord ist quasi schon mal fertig. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Wir sind jetzt schon seit drei Tagen hier. Aber wir haben jetzt natürlich nicht nur die Wagen gebraucht, aber wir waren mit fünf Mann drei Stunden beschäftigt, um die Züge hier mit Gleisen und sowas alles hinzustellen. Und warum habt ihr es nicht abgedeckt? Ja, abgedeckt hatten wir schon mal, aber da kam so ein Hubschrauber und dann war das alles irgendwie kontraproduktiv. Die haben die Filmaufnahmen gemacht und dann ist der ganze Kram fliegen gegangen. haben wir gesagt, das LGB ist ja für draußen, deswegen ein bisschen Feuchtigkeit über Nacht macht nix. 25 vierteilige Capricorns sind extra für diesen Weltrekordversuch fertiggestellt worden. Du rennst so schnell, Frank. Wie viele Einheiten sind das? 25. Und was sind das schon fertig hier oder was ist das zu sehen? Das sind also fertige Capricorns, sogenannte Vorseriemodelle, die also zur Auslieferung für die Schweizer Kunden, die sind teilweise alle schon verkauft. Die haben unten drunter eine Plakette, wo der Weltrekordversuch quasi dokumentiert ist mit Unterschrift von Märklin und mit Unterschrift von Renato Faschati kann ich hier euch an dem Gerät mal zeigen. Quasi so. Zug Nummer 3. Die Modelle stehen schon einmal in Reihe und Glied. Hier etwas beschleunigt, damit ihr euch nicht langweilt. Und jetzt hoffen wir, dass morgen aus dem Weltrekordversuch auch ein Weltrekord wird. Ich sitze hier mit Fans in Trauter Runde und wir verabschieden uns mit einem bis denn und tschüss. Das galt jetzt nicht für diese Sendung. Noch nicht, nein. Noch nicht. Noch müssen wir ein bisschen was tun. Ja. War schon beeindruckend. Es war relativ beeindruckend, die Modelle schon. Und am Tag danach war dann quasi die Weltrekordfahrt, die immer noch ein Versuch war. Bis der Zug auf dem Landwasser Viadukt war, dann zählte es als Weltrekord. Und ich hatte das Vergnügen mitzufahren. Und da habe ich dann im Zug auch gedreht. Das haben wir auch noch als Filmchen da. Und da sieht man, wie voll der Zug war. Es waren 150 Leute eingeladen. Einer von diesen 25 Zügen war dann gefüllt. Und das war eine Reise, eine Fahrt, die wie im Flug vergangen ist. Also das ist Wahnsinn. Ja, das war der Anfang. Da hat es eine kurze Verspätung gegeben, wie ich hinterher erfahren habe. War ein Problem mit einer Kamera auf der Front des ersten Zuges. Da hat ja die Redaktion von Blick TV alles live übertragen. Und da mussten wir, glaube ich, 17 Minuten warten oder 19 Minuten. Aber dann ging es los. Das merkt man dann schon. Es gibt dann einen Beifall. Und jetzt hier sind wir schon bereits aus dem Tunnel herausgefahren. Aus dem Albula-Tunnel. Da sind wir eingestiegen. Und dann geht es halt runter über dieses Albula-Bahn-Karussell. Eine faszinierende Strecke zwischen Preda und Bergün. In Bergün mussten wir dann alle aussteigen. Da fuhr der Zug dann leer weiter. Aber man sieht hier schon, man springt ans linke Fenster. An das rechte Fenster unten sind zwar für den Autoverkehr gesperrt. Die Strecke. Aber die Radfahrer sind natürlich unterwegs gewesen. Und Motorradfahrer, viele Wanderer. Es war faszinierend. Und dann guckst du zurück und siehst auch da hinten, siehst du ja noch das Ende des Zuges. Es war noch lange nicht das Ende. Und alles drängelt sich an den Fenstern. Da guckt man raus in die andere Richtung. Da siehst du schon das vordere Teil des Zuges. Es war faszinierend. Es war unglaublich. Das war wie so ein, wenn ich das jetzt wieder ansehe, diese Bilder. Es war irgendwie unwirklich. Es war, siehst du jetzt wieder. Da sieht man es ganz deutlich. Auf zwei Ebenen siehst du jetzt den Zug sogar fahren. Und dieser Zug, ich sagte es vorhin schon, fuhr, die Fahrt, ich weiß nicht wie lang sie war, 20 Minuten, 25 Minuten, das verging wie im Flug. Und ich habe halt dann versucht, die einzelnen Stellen so zu filmen, dass man als Außenstehender oder als Nicht-Mietfahrender so ein bisschen einen Eindruck bekommt. Es gab ein Fenster, das man öffnen konnte, aber da waren dann drei junge Männer, die sich halb rausgelehnt hatten. Da kam man überhaupt nie dran. Aber die einzelnen Sequenzen, die ich dann gefilmt habe und gekürzt aneinandergesetzt hatte, ergeben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, was da los war, wie das aussah. Ja, und ich bin, stolz ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber ich bin immer noch beeindruckt und ich freue mich, dass ich das Glück hatte, einer dieser 150 Mitfahrenden sein zu können. Denn das ist ein Ereignis, das kriegst du in deinem Leben nie wieder. Ja, das ist einfach etwas Einmaliges. Und hier schlängeln wir uns schon Richtung Bergün herunter. Und in Bergün wurde auch ein Zelt aufgebaut und da wurden auch Karten verkauft für 3000 beziehungsweise 4000 Leute, die dann da standen und gesehen haben, wie der Zug sich über drei Ebenen den Berg hinunterschlängelt. Also das war etwas, das war einmalig hier. Das ist der Blick unten auf die Zelte und auf die riesige Menge an Leuten, die da standen. Es war Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann der Beifall für diese Leistung von den Mitreisenden. Da waren auch viele Mitarbeiter der Rhetischen Bahn dabei und alles jubelte. Jeder Zweite hat gefilmt. Das ist natürlich klar. In der Zeit des Handys ist so etwas einfach wichtig. Und hier sage ich dann ganz kurz noch so, liebe Freunde, das war es jetzt von meiner Sicht aus. Bloß damit ihr mal seht, wie lang dieser Zug wirklich ist, laufe ich jetzt an diesem Zug entlang, während der weiter Richtung Filisur fährt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles noch anschauen müssen, aber mal bloß so, um so einen Eindruck zu bekommen, wie dieser Zug, also es war ein Zug bestehend aus 25 Triebwagen vom Typ Capricorn, die jeweils aus vier Wagen besteht. Und dann kannst du ja zusammenrechnen, 25 mal vier, das sind dann 100 Wagen, die da unterwegs sind. Der Zug selber war 1.906 Meter lang und der wurde dann auch ganz genau nachgezählt, damit es hinterher auch als Weltrekord anerkannt wird. Und ja, da war ich dabei und deswegen, ich war der Meinung, das müsste man einfach zeigen. Und wer auch dabei war, war Frank Thümermann von den LGB-Freunden Niederrhein. Der hatte dann einen wunderbaren Platz außen in Bergün und guckte sich diese ganze Geschichte an. Und wir haben dann auch zusammen übernachtet im Pfadiheim. Das hat er vor einiger Zeit mal irgendwie gefunden, dass man da übernachten kann. Hat mir auch mal aus einer Bredouille geholfen, als ich um Mitternacht in mein Hotel nicht mehr reinkam. Dann durfte ich im Pfadiheim übernachten. Also deswegen werde ich in Bergün immer im Pfadiheim bleiben. Also diese Episode dazu. Ja, passend zu diesen Filmen und zu den LGB-Fahrzeugen, die wir vorher gesehen haben, müssten jetzt eigentlich uns zugeschaltet sein, die LGB-Freunde. Ja, dieser Rainer Bittenböser. Hallo Rainer. Da ist er. Da bin ich. Da bin ich. Hallo. Ja, die LGB-Freunde. Das ist ja nur eine etwas größere Spur. Wird nicht im Zimmer heimlich gemacht, sondern in aller Öffentlichkeit. Wie groß ist denn eigentlich euer Verein? Wir haben also 90, über 90 Mitglieder. Und ich bin an sich dazu gekommen, aus der Not heraus, ich habe angefangen mit meiner Gartenbahn, die ich auch selber habe. Sorry. Mit zwei Drähten ist alles erledigt, digital. Und habe dann versucht, durch Beschreibungen und diverse andere Sachen, mich weiterzubilden, sozusagen. Hat nicht funktioniert. Und dann habe ich die LGB-Freunde Niederrhein angerufen und gefragt, ob wir mal helfen könnten. Und bin dann sofort eingeladen worden und bin auch sehr nett aufgenommen worden. Und man muss wirklich sagen, es war sehr familiär. Ja, man hat sofort einen abgestellt, der sich über eine Stunde mit mir beschäftigt hat. Ohne Überheblichkeit. Und aufgrund dessen habe ich dann gesagt, also dem Verein trete ich bei. Das ist doch mal eine Maßnahme. Ein Mann, ein Wort. Wie groß ist denn jetzt die Vereinsanlage? Oder habt ihr keine? Doch, wir haben draußen eine Vereinsanlage. Die ist im Moment im Aufbau, weil wir mussten ja umziehen von Krefeld nach Duisburg. Die ist jetzt noch im Rohbau. Und wir sind jetzt im Moment damit beschäftigt, diese Sachen alle in Ordnung zu bringen, die Gebäude aufzustellen und eben halt auch die ganzen Sachen ans Fahren zu bringen. Und welche Fahrzeuge habt ihr da im Betrieb? Sind das jetzt deutsche Fahrzeuge oder fahrt ihr auch gemischt? Amerikanisch deutsche Fahrzeuge? Wir haben also deutsche Fahrzeuge, Schweizer Fahrzeuge natürlich. Es sind welche, die auch amerikanische Fahrzeuge haben. Das muss man also wirklich sagen. Und wir haben ja auch einen deutschen Mitglied, der sitzt ja direkt neben euch, der amerikanische Fahrzeuge hat. Ja, dann sage ich doch was dazu einfach. Wir haben natürlich auch amerikanische Fahrzeuge dort. Wir haben die Schweizer Fahrzeuge in verschiedenen Epochen. Und ganz wichtig, wir bohren halt komplett neu digital auf. Das heißt, wir haben dort verschiedene Digitalsysteme, die wir ausprobieren können. Und entsprechend dann auch unseren Lust, unseren Spaß entwickeln können. Auch da habe ich Hilfestellung bekommen. Ich hatte ein kleines Problem in der amerikanischen Lok gehabt, die ich bekommen habe aus den USA. Und ich hatte dann den Rainer darauf angesprochen. Kannst du mir helfen? Und dann ist mir sofort geholfen worden. Da hat es geklappt. Das ist schön, ja. Das ist halt schön an Clubleben. Habt ihr denn auch so ein Stück Weltrekordzug bei euch auf der Anlage gefahren? Nein, also noch nicht. Die sind ja auch relativ teuer. Also die Loks selber sind ja aktuell in der Schweiz ausgestellt gewesen. Sind auch zurückgegangen wieder nach Göppingen in die Heimat von LGB. Und gehen von dort aus die große Reise wieder zurück in die Schweiz, wo sie dann verteilt werden. Und das ist schon beachtlich, das zu sehen. Allein schon den Transport, schon die Kisten, die ich da gesehen habe. Und die sind auch alle schon, soviel ich informiert bin, sind alle schon verkauft. Komplett verkauft, ja. Das war sowas wie eine Vorserie oder so. Und ja, es war etwas Besonderes. Ein Weltrekordzug. Ein Weltrekordzug. Was, du nennst das Wort. Heute strahlt wieder alle. Ja, nö, du weißt ja, ich liebe dieses Leben und die Eisenbahn. Das ist ein Erlebnis gewesen. Dann sagen wir, wenn wir da Tonprobleme haben, vielen Dank. Richtung Duisburg, Niederrhein. Genau, auch nochmal, danke. Liebe Grüße an alle. Ja. Und ja, dann machen wir weiter mit. Dann machen wir weiter. Mit Maik, der schon am Einschlafen ist. Nein. Also vielen Dank. Liebe Grüße an Niederrhein. War schön, dass du dabei gewesen bist. Danke. Vielen Dank, Damrhein. Tschüss. So, Maik am Einschlafen. Das halte ich für ein Gerücht. Nein, das war jetzt böse von mir. Ich ziehe es zurück. Das halte ich für ein Gerücht. Nein, das geht überhaupt nicht. Ein Maik schläft nie. Da hast du recht. Also, ihr Lieben, ganz im Gegenteil. Ich schlafe zumindest nicht im Dienst. Und ich habe das kleine Diorama fertiggestellt. Ja. Ich zeige es mal hier in die Kamera. Ich habe die Begrünung jetzt noch zweimal aufgedoppelt. Und man sieht, dass es jetzt eine schöne Sommerwiese geworden ist. So. Und das, was ich dann nebenher noch gemacht habe, ich habe noch einen Traktor fertig gemacht. Ja. Zeige ich mal hier in die Kamera. Den habe ich noch ein bisschen gealtert. So. Und der passt nämlich genau auf das Diorama. Da habe ich nämlich hier im Acker vorher schon Spuren reingesetzt. So. Also, damit wäre dieser kleine Modellbauteil von mir auch abgeschlossen. Toll. Hast du toll gemacht. Wir haben, denke ich mal, heute wirklich einiges lernen können. Es sind ja viele Grundbegriffe dabei gewesen. Ja, also das ist ja immer wieder interessant. Und das werden wir ja auch immer wieder gefragt. Bringt doch mal dies und bringt doch mal jenes. Und meistens fängt es im Urschleim an. Und das hat Maik heute wunderbar hier demonstriert. Sogar wir haben hier eine wunderschöne Winterlandschaft im Hintergrund. Also, es war toll. Gut. Mir hat es auch Spaß gemacht erst mal. Dann haben wir das alles richtig gemacht heute. Ja. Wir schalten jetzt eine Modellbahnerin zu. Das ist ja was Besonderes. Das ist ja eigentlich was Besonderes. Nämlich, wir haben bisher immer männliche Modellbahner gehabt. Die weiblichen Mitglieder in den Clubs vielleicht haben wir nie kennengelernt. Aber Janine Deutscher hat sich gemeldet bei uns und hat gesagt, ich will mitmachen. Ich will meine Modellbahn vorstellen. Sie ist jetzt live zugeschalten. Da sitzt sie auch schon vor ihrer Modellbahnanlage und strahlt das schönste Lächeln der Welt um die Zeit. Das ist ganz wunderbar von Ihnen. Liebe Janine Deutscher, wie lange sind Sie denn schon Modellbahnerin? Also, angefangen habe ich mit zehn Jahren. Und zwar hat mein Bruder damals eine Startlärmung bekommen von Märklin. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, das möchte ich auch haben. Dann hieß es erstmal, nee, du bist ein Mädchen, du willst das nur, weil dein Bruder das hat. Und dann konnte ich mich aber doch durchsetzen und habe dann auch zum zehnten Geburtstag eine Startpackung bekommen. Und seitdem bin ich eigentlich am Bauen. Und ja, dann einfach mal eine Anlage gehabt mit überall Häusern drauf und meine Eisenbahn fahren lassen. Und dann kam eine Zeit, wo dann halt der Auszug war. Dann hat das nicht mehr gepasst, dann war die Eisenbahn lange in Vitrine. Und jetzt seit 2018 habe ich wieder Platz im Keller eines schönes Hauses und bin da fleißig am Bauen. So muss das sein. Wir hatten heute schon mal das Gespräch, dass einer im Keller 52 Quadratmeter für sich hat. Wie viele Quadratmeter ist das bei Ihnen, den Platz, den Sie haben? Also das Zimmer ist 18 Quadratmeter groß. Allerdings ist es ein Durchgangszimmer. Das macht aber nichts, deswegen kann man ja mit der Eisenbahn spielen. Genau. Genau. Bauen Sie alleine oder ist Ihr Partner oder Ehemann auch mit von der Partie? Also mein Freund, der hat das Holztechnische gebaut, weil da bin ich nicht so begrabt drin. Aber alles andere mache ich alleine. Ihn interessiert es mal, wenn ich eine neue Lok habe, zeig mal, wie die fährt. Aber danach ist dann auch wieder alles andere wichtiger. Und dann bin ich mehr alleine damit. Aber es gibt keinerlei Ärger oder so etwas? Nö. Der sagt, das ist dein Hobby, mach wie du meinst. Toll. Ich darf nur das ganze Haus mit der Eisenbahn belegen. Nicht? Nein. Warum nicht? Also im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer darf sie nicht sein. Okay, das ist in Ordnung. Aber wir hatten ja heute schon Leute dabei, die lassen die Eisbahn durchs ganze Haus fahren. Aber okay. Fahren Sie digital, Frau Deutscher? Ja. Ja. Und dann nehme ich an, eine CS3 oder CS2 wird wahrscheinlich da als Fahrregler sein? Leider noch nicht. Die ist in Aussicht, aber zurzeit noch mit der Mobile Station. Okay. Ja, das ist ja eigentlich auch okay. Macht Ihnen das Schwierigkeiten mit dem Digitalisieren oder so, mit Logs einlesen? Nee, das müssten Sie eigentlich können. Ja. Das ist ja auch kinderleicht eigentlich. Ich meine, man muss ja nur noch die Lok draufsetzen und die macht alles alleine. Beziehungsweise der Regler letztendlich. Ja. Die haben uns wunderschöne Bilder geschickt. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und Sie können ja mal Ihre Anlage dabei vorstellen. H0 haben wir mal gesagt, Märklin-Anlage ist es. Und da ist das erste Bild. Genau, das ist noch die Bahn aus meiner Startpackung, die ich damals bekommen habe. Und deshalb auch das erste Bild. Damit habe ich angefangen und hat alles begonnen. Und die existiert heute noch. Genau, die ist heute noch auf der Bahn und fährt auch digital. Hat natürlich nicht die Funktion wie die heutigen Logs mit Geräuschen und allem. Also man kann da nichts schalten außer fahren. So, dann haben wir das nächste Bild. Genau, da sieht man schon mein Dorf. Und da ist daneben ein Berg, weil da noch ein Gleiswende ist, wo es dann runter in den Schattenbahnhof geht. Also Schattenbahnhof hat die Anlage auch? Ja, der ist aber noch im Bau. Ist noch im Bau, okay. Genau, deshalb gibt es da noch keine Bilder. Wie lange oder wie viele Stunden in der Woche sind Sie dann in Ihrem Modellbahnkeller im Schnitt? Das ist schwer zu sagen. Ja, jede Woche mal oder im Sommer eher nie oder wie? Doch, gerade im Sommer, wenn es zu heiß ist, dann ist der kalte Keller schon gut. Sehr gut. Also das ist ja schön, wenn es einen heißen Sommer gibt, dann geht es bei Ihrer Modellbahn richtig weiter. Ja, genau. Bei mir gibt es keine Pause. Wie sieht Ihr Freundeskreis oder Ihre Bekannten dieses Hobby? Leider verstehen das viele nicht so. Also die sehen dann oft, ja, es ist mehr so ein Kinderspielzeug und nicht so gleich wie ein anderes Hobby. Müssen Sie sich dann irgendwie ein bisschen erklären oder sogar entschuldigen? Nee, aber die können es nicht nachvollziehen. Ja, da ist jetzt mein Schwimmbad. Es ist schon gut bevölkert. Und die Wassermühle mit dem See. Aber so außergewöhnlich ist es doch eigentlich gar nicht, dass Frauen auch eine Modellbahn haben und damit spielen. Dass es da Vorurteile gibt, das halte ich für... Ja, die passt eigentlich nicht mehr in die Zeit rein. Aber wenn man als Freundin oder als Bekannte mit dem Thema nichts anfangen kann... Gut, dann ist es halt ein außergewöhnliches Hobby für eine Frau. Aber ich finde es toll. Da sind Sie stolz drauf. Lassen Sie sich nicht in irgendeiner Weise beeinflussen oder rausbringen oder sowas. Nee, das nicht. Da sieht man jetzt den Übergang von meiner Hauptanlage zum Betriebswerk. Das ist ein herausnehmbarer Teil, weil es halt ein Durchgangszimmer ist. Und hinter dem Betriebswerk, das ist aber auch noch im Bau, kommt mein Winterdorf hin. Ein Winterdorf. Ja. Da haben wir ja heute genau das Richtige gezeigt. Und was ist das jetzt? Das ist die Platte, wo das Winterdorf hinkommt. Und da ist schon der Weihnachtsmarkt, aber alles andere noch im Bau. Naja, es gibt ja auch nächstes Jahr wieder einen Winter. Genau. Ja, man muss ja nicht alles an einem Tag machen. Liebe Frau Deutscher, war eine tolle Sache, was Sie uns vorgestellt haben. Interessante Einblicke vor allen Dingen, muss ich wirklich sagen. Also ich bin stolz, dass eine Frau sich hinstellt und sagt, ich bin Modellbahnerin und ich mache das. Und egal, was die anderen Leute sagen, für mich ist das das schönste Hobby der Welt. Das finde ich toll. Und dabei bleiben bis zum Lebensende. Machen wir auch so. Das steht bei mir auch an erster Stelle, die Eisenbahn. Toll. Das ist schön. Was sagen Sie denn eigentlich zu diesem Tag der Modelleisenbahnen? Dass die Modelleisenbahner so einen richtigen eigenen Gedenkfeier oder wie auch immer Tag geschenkt bekommen haben. Das finde ich gut, weil viele sehen das halt nicht so. Also wir müssen mehr in die Öffentlichkeit und den Tag noch weiter verbreiten. Genau. Und mit diesem Statement hier und mit diesem Video von Frau Deutscher werden wir sagen, guckt mal, sogar Frauen gehen da ran. Nicht? Ja, es sind weh, aber es gibt sie. Ja. Sie sind noch in der Minderheit, aber es gibt sie. Es gibt sie. Man muss da drum kämpfen. Eine Modellbahn-Frauengruppe. Ich habe hier, den können Sie jetzt nicht sehen, im Hintergrund jemanden stehen. Der ist da stellvertretend im Modellbahnverband Vorsitzende von Deutschland. Der hat das jetzt gerade mitgehört. Also eine Frauengruppe, Frank? Ja. Richtig klasse. Finde ich klasse, hat er gesagt. Also bitte. In dem Sinne, vielen Dank für Ihre Mühe und Geduld, die Sie mit uns bewiesen haben. Aber wir fanden das toll, dass Sie so lange gewartet haben, denn auf diese Anlage waren wir gespannt. Danke nochmal, alles Gute. Bis denn und tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. So. Tja, Frau Deutscher. Junge Frau mit Modellbahn-Hobby finde ich ganz große Klasse. Weiter so kann ich das sagen. Weiter so. Weiter so heißt es auch jetzt... Einmal noch ein Gesprächspartner haben wir. Ja, zwei haben wir noch. Zwei noch. Jetzt ist es mir eine Freude, einen Namensvetter von mir anzukündigen. Und zwar von der Modulgruppe Guben. Das sind TT-Bahner. Es ist ganz toll, dass wir also in der heutigen Sendung auch mal alle Spuren vertreten haben. Ja, wir haben von Z über Spur N. H0 war das überwiegende Teil. Aber die Spur der Mitte, das war das Wichtigste. Das muss jetzt noch kommen für dich. Muss jetzt kommen. So, und dazu muss ich auch sagen, er ist live zugeschaltet. Da sind die beiden. Vielen Dank, vielen Dank, dass es also doch noch geklappt hat, dass ihr gewartet habt. Das fände ich toll. Und ich muss jetzt noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es Renato wusste. Warst du schon mal in Zittau? Jawohl, das Puttichaus. Ah, da, bitte. Das Puttichaus. Gehört dir nicht und mir nicht, oder? Nein, aber müssen wir mal gründen in einer anderen Sendung. Okay, alles klar. Gut, ja, Modulgruppe Guben, wie groß seid ihr denn eigentlich? Ja, wir sind eigentlich drei Mann, die sich dem Thema Guben-Gubiner-Grenzbahnhof verschrieben haben. Und das eigentlich in der Spur TT dann dargestellt haben als Original-Nachbau. Als Original-Nachbau. Ja, nun habe ich mir ein paar Bilder rausgesucht, die also das auch wirklich zeigen und verdeutlichen. Ich fand die sehr schön. Es waren leider viel zu viele. Wir mussten etwas Abstand nehmen davon von den ganz vielen. Aber die, die ich mir ausgesucht habe, möchte ich also jetzt vorstellen, beziehungsweise solltet ihr eigentlich vorstellen. Modulgruppe Guben-Gubin. Das ist also in Polnisch auch noch geschrieben. Warum? Ja, das Thema ist eigentlich den Grenzübergang zwischen Guben und Gubin und dem ehemaligen Reichswehrübergang darstellen wollten, weil es von einer interessanten Seite ist, diese Geschichte auch mal zu zeigen, dass früher auch zu der damaligen Zeit, was das deutsches Gebiet war, auf den Gleisen dort transportiert worden ist. Und als Thema von dem Foto, was wir jetzt hier sehen, ist das die Neiße Brücke, die es heute noch gibt und momentan auch im Güterverkehr aktuell aktiv genutzt wird. Das ist ein Foto von meiner eigentlichen privaten Anlage mit einem polnischen Flirtzug, den es als Kleinstserie käuflich zu erwerben gibt. Aber wie gesagt, immer das Thema polnische Bahn. Hier auch wieder die Neiße Brücke beim TT-Stammtisch in Guben. Mit der Seite im Vordergrund deutsche Seite, Neiße Brücke polnische Seite. Also immer wieder kehrt es auf. Wo kriegt ihr denn eigentlich die polnischen Fahrzeuge dafür? Großteil der Fahrzeuge sind umlackierte Großserienmodelle der bekannten Hersteller. Zunehmend aber auch Kleinstserienhersteller aus Polen, die dann in Messingbauweise oder im 3D-Druck momentan aktuell gefertigt werden. Okay, jetzt haben wir noch einmal einen Blick von dieser Neiße Brücke mit einem wunderschönen Zughagen eigentlich. Sonderfahrt. Ja, nach Holstein. Und explizit kommt die, der zuckt durch Guben und überkehrt natürlich dann auch die Neiße. Ja, diese kleine Szene habe ich mir bewusst rausgesucht, weil das zwei Campingfahrzeuge sind. Das eine ist ein Kultfahrzeug, der T1. Und der andere, der grünliche mit dem weißen Dach, ist mittlerweile wieder ein Kultfahrzeug geworden. Das ist ein Uaz. Buchhanker nennt er sich. Habe ich das jetzt richtig so gesagt? Das ist richtig gesagt und ein Hintergrund in der Information. Ich habe im Ordnung Kunden mit nagelneuen Fahrzeugen im Maßstab 1 zu 1 und haben mittlerweile auch stolze Preise in Deutschland. Ja, das glaube ich gerne. Aber es ist eben ein Kultfahrzeug. So, dann kommt das. Da haben wir noch einen Einblick auf eure deutsch-polnische Anlage sozusagen. Die Kurveform, das ist auf der deutschen Seite. Das ist auch tatsächlich so in Guben, ja? Nee, das ist polnische Seite. Das Einzige, was in dem Bild original ist, ist im Vordergrund die Brücke kurz vor Lupsko. Der Hintergrund ist ein bisschen Fantasie, damit wir unser Modul auch so fahren können. Aber man sieht die typisch polnischen Blöcke hinten. Das ist eine kleine Wohnsiedlung, polnische Blöcke, so wie sie eigentlich in Polen gebaut sind und teilweise jetzt saniert werden. Okay. So, dann das nächste Bild noch. Das ist also eine polnische Diesellok. Das ist diese angedeutete Seite auf der polnischen Seite, ne? Das ist wieder die deutsche Seite. Das ist die Überquerung. Ich sehe komplett falsch heute. Die Brücke gibt es im Original. Die ist auf der deutschen Seite in der Wilke-Straße. Das ist die Trinkung von Guben nach Cottbus. Alles klar. Ähnliche Brücke, nur aus einer anderen Perspektive. Von einer anderen Perspektive, ja. Die Lok dort oben, die M62, gibt es im Original. Aber nur in der Mongolei. Das war mal so eine technische Ansicht, wozu sagen, ich brauche das mal. So, dann haben wir eine HVLE. Ja, auf dem Weg ins Kieswerk nach Schlagsdorf. Okay. Also auch wieder Grenze. Das ist ein Kartonmodellbausatz aus Polen. Jetzt kann ich den Hersteller leider nicht verzockt sagen. Aber diese Modelle gibt es mittlerweile häufig zu erwerben. Okay. Wie ist das mit diesem Kartonbausatz? Ist das jetzt so geändert worden, dass das Stellwerk dem im Guben an dieser Blockstelle dann den tatsächlichen Aussehen hat? Das nicht. Auf dem anderen Modul ist der Bahnhof Kubien original mit den Gebäuden dargestellt. Okay. Mit den Speichern, da sind alle Gebäude original auf den großen Kubien. Ich weiß nicht, wie viele Bilder kommen jetzt. Hier haben wir noch mal so einen weiten Blick auf das Stellwerk. Im Vordergrund eine Brücke, eine Straßenbrücke. Dann haben wir hier den Hof. Hier wird gerade eine Verkehrskontrolle durchgeführt. LKWs sind da im Spiel. Nein, das ist bei mir wieder auf der Heimanlage. Da ist der Zoll. Der Zoll. Oh, die Schuhe. Mit Unterstützung der Bundespolizei. Alles klar. Ja, die Szene gehört ja dazu auf so einer Grenzanlage. Das ist ganz klar. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein Bild rausgesucht gehabt. Das fand ich auch sehr interessant. Eine Ausstellung von Oldtimern-Fahrzeugen. Richtig, das ist angelehnt. Im Hugen gibt es ein Oldtimer-Museum. Im Hintergrund sieht man auch die Fahnen der Firma, wo das Museum ist. Und das war eigentlich für mich mal der Breitplatz. Der war so tot. Einfach mal zu sagen, man macht eine Oldtimer-Ausstellung. Und das Thema, denke ich, passt. Eine schöne Idee, Platz genutzt. Ja, genau. Ja, da sind wir eigentlich schon durch. Durch den kleinen Streifzug über eure Anlage sozusagen. Hagen, was sagst du dazu? Durch den kleinen Grenzverkehr. Ja, ist schön. Es gefällt mir. Gefällt dir. Du hast ja schon im Original gesehen, oder? Etwas exotisch. Nee, ich habe mich getäuscht. Da gibt es noch einen zweiten Verein in Guben. Echt? Nee, Hagen, du hattest ja gesehen in Lübau. In Lübau waren wir mit dem. In Lübau. In Lübau habe ich sie gesehen. Das stimmt. Aber weil Frank gerade gesagt hat, den hast du gesehen. Im Winter von der Dreier ist auch von dir sie gehört. Im Friedrichshafen, da habe ich sie gesehen. Aber da war noch ein anderer Verein aus Guben. Den da fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auch eine TT-Anlage. Genau, mit der TT. Die haben wir ja nämlich auch mitgebaut damals. Ah ja, okay. Und dann habt ihr euch getrennt oder so? Na, wir sind dann unserem eigenen Thema nachgegangen. Ja, und drei Monate machen wir es ein bisschen privat selber. Ja, klar, schön. Ja, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Modulgruppe vorzustellen. Dass also auch die anderen Modellbahner, die vor dem Bildschirm zu Hause sitzen, mal einen Einblick kriegen. Wir sind also kreuz und quer durch die Republik gewandert. Guben gehörte noch dazu. Das war mir wichtig. Bedanke mich ganz euch ganz herzlich für die Teilnahme und wünsche euch alles Gute und viele gute Ausstellungen natürlich noch. Ganz klar. Macht's gut. Ciao. So, last but not least. Okay. Okay, sagt er. Ja, jetzt musst du sagen, was noch kommt. Jetzt kreuzen wir von der einen Seite des Landes fast parallel auf die andere Seite, also von der Oder-Neiße, gerade rüber in den Harz. So, und im Harz haben wir natürlich jemanden sitzen, der ist, glaube ich, Mitglied im Modellbahnverband, der Mitte Deutschland Beauftragte. Auch er hat sich die Zeit genommen, uns seine Anlage und etwas über den Club zu sagen, im Harz. Und dann können wir uns ja schon vorstellen, was das Thema ist, Hagen. Nein. Nein? Nein. Ich stelle jetzt mich ganz dumm. Ich stelle mich. Gut, fragen wir mal, welches Thema er sich ausgesucht hat. Vielleicht auch ein gescheites Thema. Beziehungsweise welche Anlagenthemen sind. Willkommen bei uns in der Runde. Und würde ich erst mal die Frage zum Club stellen wollen. Wie stark, wie groß seid ihr denn eigentlich? Unser Club hat zurzeit 25 Mitglieder, davon sieben Jugendliche. Und wir wurden 1954 gegründet. Und was fahrt ihr für eine Baugröße? Wir fahren H0M und H0E. Das heißt also schmalspurig, meterspurig durch den Harz und durch Sachsen oder? Durch Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Das ist genau entgegen. Du hattest es schon gerochen. Ich war der Meinung, Norbert Jakobasch entführt uns in den Harz und zeigt uns die Schönheit. Und dann sagt, jetzt wird er noch Mecklenburg-Vorpommern mit uns. Ja, gut. Den Harz haben wir auch. Ja, ist ja klar, H0M kann ja nichts anderes sein. Alles klar. Gut. Und Hagen kennt die Anlage schon. Der war schon bei uns. Ja, aber es ist auch schon ein paar Tage her. Ja. Ja. Aber sie hat mich damals beeindruckt. Das kann ich sagen. Ja. Es wird sich wahrscheinlich nichts geändert haben. Das ist immer noch unheimlich schön. Ich weiß nur, dass es damals sehr eng war. Da waren ganz viele Leute von unserer Reisegruppe, die alle gleichzeitig rein wollten zu euch. Ja, genau. Das war so, ne? Sehr schöne Anlage. Ja, richtig. So, weil die Anlage so schön ist, haben wir auch Bilder bekommen, die uns Norbert Jakobasch geschickt hat. Was sehen wir denn hier? Das ist also eine Art Diorama-Anlage? Das ist vom Prinzip der Teil von der Hartz-Quer-Bahn-Anlage, die transportabel ist, die auf Ausstellung gehen kann. Wir haben die Hartz-Quer-Bahn nachgebaut vom Werniger-Röder Hauptbahnhof bis zum Brockenhoch. Der einzigste Bahnhof, der fehlt auf der Strecke, ist der Bahnhof Schörke. Und das ist vom Prinzip die Brockenkuppe aus dem Darstellungszeitraum 1944-45, bis er zerstört wurde durch die Kriegswürmen. Und die doppelstöckige Anlage kommt dadurch zustande, als wir den Brocken gebaut haben, haben wir gesagt, eine Brockenkuppe bauen und dann auf den Berg drauf schauen, wirkt nicht. Also muss man das Ganze höher setzen. Und das untere Niveau von dem unteren Teil, wo da der Wald zu sehen ist, das ist vom Prinzip das Niveau, auf dem die sonstigen Anlagenteile in unseren Räumen fest eingebaut sind. Und so hat sich dann diese Sache ergeben. Also habt ihr euch sozusagen auch so ein bisschen der Geschichte verschrieben, was nachzubauen, was mal war so ungefähr? Ja, also die Brockenkuppe ist im Darstellungszeitraum bis 1944 und die sonstige Anlage ist im Darstellungszeitraum 1979-80 rum. Okay. So, dann wollen wir uns mal auf das nächste Bild stürzen. Ja, typisch. Ja, das ist von dem fest eingebauten Teil, das ist der Bahnhof 3 in Hohne. Hinten ist das Bahnhofsgebäude zu sehen. Bahnhofsgebäude ist alles Eigenbauten. Der Triebwagen ist von Weinhardt, der T3. Ja. Der Wagen, die Wagen dahinter, das ist von Kehi, ein Hersteller, den es nicht mehr gibt. Und im Hintergrund die Neubauhrmaschine mit Waggons von Tillich dahinter. Okay. Da ist der Brocken. Ja, unübersehbar. Das ist die Brockenkuppe vom Prinzip im Vordergrund das Gebäude, das ist die Wetterwarte, die gibt es heutzutage auch noch. Dahinter, was so ein bisschen mit Zäunen ist, das ist der Brockengarten, den es auch heutzutage noch gibt. Und im Hintergrund das flache, langgestreckte Gebäude, das ist das alte Brockenhotel, das ist damals der Flirtkorn, auch der kleine Aussichtsturm, der da von rechts steht. Was man im Hintergrund sieht, das ganz große Gebäude, das ist der eigentliche Fernsehturm. Früher sah der so aus, hat da oben eine Holzverkleidung. Und nach dem Krieg hat man die Holzverkleidung abgemacht, eine Antenne oben drauf gebaut. Und heutzutage hat man die Antenne runtergenommen, weil man daneben einen neuen Modernenmast gebaut hatte. Und da ist vom Prinzip jetzt die Brockenherberge drin. Und oben ist jetzt eine Aussichtsplattform, die aber zu ist, die komplett mit Fenstern oder aus Glas ist. So, da haben wir ein ganz, ganz langes Diorama. Ja, das ist unsere zweite Ausstellungsanlage. Das ist die Warendorfer Kleinbauen, benannt nach ihrem Erbauer. Das war unser ehemaliger Vorsitzender, der etwas zu früh von uns gegangen ist. Und wir konnten dann die Anlage übernehmen. Und das war eigentlich eine Halbanlage. Die stand immer nur bei ihm zu Hause im Keller. Und dann sind wir mit dieser großen Anlage, die sitzt jetzt am 17,5 Meter lang, sind wir dann auf Ausstellungen gefahren. Und hier ist die Darstellung Mecklenburg-Vorpommern. Viel Kiefernwald, Sägewerk. Auf dem anderen Ende ist dann auch noch ein Hafen zu sehen. Also alle Achtung, die scheint mir Ausstellung wert zu sein. Die muss gezeigt werden. Die muss gezeigt werden. Das ist super. Das ist der zweite Teil, also das andere Ende von den 17 Metern. Und im Vordergrund ist da ein Fährschiff nachgebaut. Das ist so ein bisschen nach dem Vorbild alte Fähr. Nicht das Architekt-Modell, sondern damals gab es diese Modelle noch nicht. Und die Anlage, wir haben das gerade jetzt erst festgestellt, weil wir vor zwei Wochen in Gera da mit der Anlage waren, dass die Anlage schon mittlerweile 22 Jahre alt ist. und immer noch läuft. Toi, toi, toi. Und dass viele Sachen, die da drauf zu sehen sind, wie rietgedeckte Häuser, Kiefern und auch dieses Fährschiff, erst nachdem diese Anlage fertig war, irgendwo von der Industrie übernommen wurde. Also tut auch der Modell Bahner oder Bauer denn vom Prinzip die Industrie etwas anstacheln, was man alles noch so herstellen könnte. So, dann haben wir das Bild noch mal näher von dem Hafen. Es ist eigentlich eine sehr schöne Abbildung von dem Hafen. Ich finde das einfach fantastisch, wie das aussieht. Die Gebäude sind dann wieder Eigenbau? Die Gebäude sind alles Eigenbauten und man kann so ein bisschen am rechten Bildrand erkennen, an dem Speichergebäude, so ein bisschen ist die Maschinenfabrik zu erkennen, was es mal als Bausatz gab. Das ist natürlich dann in abgewandelter Form und so weiter. Also die meisten Sachen sind aus entsprechenden Plastikplatten von Auhagen oder anderen Herstellern. Also die Stimmung kommt eigentlich sehr gut rüber hier in diesem Hafengebiet. Dieses Bild könnte ich stundenlang zuschauen, aber das ist nur was anderes. Das hat jetzt mit den Anlagen, die du gerade beschrieben hast, nichts zu tun. Das ist auch eine Ausstellungsanlage. Wir haben ja, wie gesagt, die sieben Jugendlichen und als dann die ersten Jugendlichen auftauchten, hatten wir das Problem oder stellte sich die Frage her, was machen wir mit denen? Die Hartz-Körbahnanlage ist so gut wie fertig, da ist nicht mehr viel dran zu machen und da kam man dann auf die Idee, was mit Modulen zu machen und dann hatten wir das Glück, dass wir aus einem Nachlass mehrere Teile bekommen haben, also alle, die man hier sieht, ein paar waren schon fertig gestaltet in H0e das Ganze und ein paar Sachen und da waren bloß die Robots, also die Plattenkörper vorhanden und da haben dann vom Prinzip die Kids gesagt, okay, das nehmen wir und haben vom Prinzip dann da angefangen zu bauen. Sie haben da freie Hand, also wir leiten sie natürlich ein bisschen an, dass das nicht, sagen wir mal, eine Fantasiewelt, die fernab der Realität ist, aber zumindest lenkt man sie ein bisschen dahin, dass wir im Prinzip dann die Sache Hand und Fuß hat. Diese Anlage hier, die ist digital, das ist natürlich für die Kids ganz besonders wichtig, mit dem Handy dann über die Z1 dann die Anlage zu steuern. Dieses Bild hier, das zeigt eine Überführung, die es auch im Original gibt, irgendwo in Sachsen unten, ich weiß jetzt aber nicht hundertprozentig, wo das ist, der dieses Modul gebaut hatte, der hat da auch ein Bild mitgeschickt, aber das habe ich leider nicht finden können in der kurzen Zeit. Das ist auch so eine wunderschöne Stimmung, muss ich sagen, dieses Bild, so wie man das eigentlich überall antreffen kann. Super! Mensch, das sind ja tolle Anlagen! Vielen Dank! Es lohnt sich, bei euch vorbeizugucken, wenn man in der Nähe ist. Kann ich von der Stelle... Auf alle Fälle! Immer jeden Freitag! Jeden Freitag habt ihr auf? Jeden Freitag ab 17 Uhr. Okay, okay. Also das ist wirklich eine sehr schöne Anlage, also das muss man sich, glaube ich, mal reinziehen, in aller Ruhe. Das ist eine Reise wert auf jeden Fall. Und wenn nicht viele Leute da sind, wenn sich alle drängeln. Genau! Okay, liebe Freunde, ja, vielen Dank erst mal für deine Darstellung, von euren Anlagen, von eurem Club. Ich würde sagen, es war wieder eine völlig andere Art zu bauen. Wir haben ja heute schon sehr viel kennengelernt. Ich fand das sehr angenehm. Also wenn ich wieder am Harz bin, mal komme ich vorbei. Auf jeden Fall. Und das muss Freitag sein, hast du gesagt, 17 Uhr. Ja. Also habe ich mir gemerkt. In dem Sinne, Dankeschön und wie gesagt, viel Spaß. Schönen Gruß überall allen, die du kennst von uns. Jo, mach ich. Mach ich. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, liebe Freunde, jetzt sitzen wir zu dritt hier und jetzt guckt wieder jeder ganz gespannt, was jetzt passiert. Ich sage einfach, nichts mehr. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Der Hagen hat seine Eisenbahn schon ausgeschalten. Der Inspektor guckt immer noch, er wird immer noch mal fahren lassen wollen. Der Inspektor guckt immer noch, so wie heute früh, wo wir angefangen haben. Ja, und der dritte Mann sitzt auch im Bunde hier wieder und das bedeutet nichts, anderes als das Feierabend. Ja, Feierabend, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich freue mich jetzt aufs Weihnachtsfest, wünsche den Zuschauern auch ein gesegnisches, schönes Weihnachtsfest und natürlich mit der schönsten Hobby der Welt, Modelleisenbahn. Und das ganz viel Modelleisenbahn unterm Weihnachtsbaum liegt, das ist ganz wichtig. Ja. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, den Tag der Modellbahn mit zu gestalten, liebe Freunde, die alle eingeladen waren, hier an der Sendung teilzunehmen. Wir haben interessante Sachen kennengelernt. Wir haben den Maik im Studio gehabt. Vielen Dank, Maik. Vielen Dank, Maik. Vielen Dank, Maik, dass du uns wieder an die Hand genommen hast mit Modellbau. Man kann davon, glaube ich, nie genug kriegen. Nie. Und was ich also jetzt an der Stelle wirklich loswerden muss an den Leuten, die hinter den Kameras standen und am Regler saßen, Stefan, David und Fred. Vielen Dank, auch für eure Geduld heute. Auch wenn es nicht ganz einfach war, aber es hat uns allen Spaß gemacht. Und das kann ich, glaube ich, so weitergeben. Das können wir gerne so sagen. Vielen Dank. In dem Sinne, machen Sie es gut alle zu Hause. Schönes Weihnachtsfest. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Und tschüss. Und was sage ich immer? Hände hoch, Wochenende, ran an die Modellbahn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.